YouTube online, denn Chrome ist geil und Edge ist doof, jetzt müssen wir online sein, oder? Wir sind online auf YouTube, leck mich am Arsch, danke Peter, wow, haben wir es tatsächlich jetzt geschafft, ich gucke auch einmal ganz kurz hier noch, lecko mio, das Problem ist, ich muss mich jetzt für so einen Chat, kann man beide Chats auf dem Handy aufmachen und nehmen dann, ja, wenn du die beiden Programme, du kannst ja bei Android, kannst du dieses Doppelprogramm machen. Wie mache ich das? Wie heißt das Doppelprogramm? Warte, nee, nicht, endlich. Endlich. Yes, wir sind live, ja. Und dann kannst du das machen, und dann hast du da Twitch und da hast du YouTube. Warum, wie geht das? Da. Das ist ja der krasseste Shit ever. Und jetzt machst du bei Twitch, machst du noch an, dass du nur den Chat haben willst? Ja, das machst du mal ganz kurz, ich sag dir mal ganz kurz, drück auf den oberen Knopf jetzt von dir aus, jetzt drückst du auf das Fenster, genau auf den Button, Loil. Ey, das ist ja mega genial, oder? Ich will das auch mithaben. Du hast ein iPhone. Wir haben unsere Zuschauer bei YouTube, soweit ich weiß, auch vernünftig begrüßt, indem wir gesagt haben, hallo YouTube. Okay, sehr gut. Aber wie sehe ich jetzt nur den Chat? Wir sind hundertprozentig da. Wir sind überall komplett da. Geil, dann ist das ein bisschen Chat da. Ja, das ist egal, das Ziel wir gleich. Wir können starten, die Kamera wechseln wir gleich noch kommen. So, draufdrücken, komm. Wir fangen jetzt endlich an. Wir spielen ungefähr bis Ende. Wir spielen auf einer kleinen Karte für euch zur Information. Ressourcenseite sind Standard. Es gibt aber Kontinente. Keiner weiß bisher, mit wem wir gleich... Robert, bereit. Da sein darf. So, ich mach das nur mal ganz kurz ein bisschen heller noch. So, Krieg erklären, Bram. Shalazulu. Shaka Zulu. Okay. Ich bin bereit. Zehn Sekunden. Alter, Junge. Nein. Entschuldigung, soll ich nicht gegenkommen? Alles gut, Bram. So, Robin, du sagst Bescheid, wenn wir die Perspektivwechsel machen können, ja? Boah, erst mal Hose aufmachen, ey. Ach, der funktioniert ab jetzt? Geil. Wir wissen dann nur nicht, wer dran ist. Und Robin kann nicht mit uns reden. Christian, könntest du aufhören damit? Nein. Okay. Was denn? Christian unterbricht immer so, dass wir die starten können. Das stimmt, das war ich aber nicht alleine. Was? Jawohl! Alter, ich bin Korea. Was ein Glück. Ich hab die Highlander. Moment, ich dachte, Peter ist der Highlander. Du hast einen besseren Rechner als ich. Hotel Bram. Peter hat schon geguckt, wo ich bin. Cheater. Boah, krass. Ich bin am Wasser und du nicht. Okay, das war's schon. Los geht's. Willkommen bei Zivilisation 6. Das ist alles neu. Dieser Leitfaden stellt die neuen Funktionen vor. Du hast den Leitfaden nicht angemacht. Doch, ich hab den Leitfaden angemacht. Ich hab den wieder weggeklickt, weil ich getestet habe. Ich hab den, äh... Wie kann ich die Sicht ändern? Ähm... Okay, das war's. Okay. Genau. Ich wollte nämlich grad sagen, da ist irgendwas... Die hätt ich gern noch. Die hätt ich auch gern noch, genau. So. Gouverneure. Oh, ho. Oh, das ist doch schon ziemlich nice. Allianzen sind spezialisiert. Das ist meine Stadt. Die Muck ist ja cool. Ich habe Gyeongju, habe ich gegründet. Ja, das ist die Weltmetropole hier. Der Piller, bist du auch an dem Fluss? Miki Zivaki habe ich gegründet. Ja, Siki Zikaki? Nein, Miki Zivaki. Miki Zivaki. Nein, Miki. Wie Miki Maus. Miki Zivaki. Wieso schreibt denn das OP-Volk? Oder Zivatschik? Weil du... Du hast die Ruscha. Theorie, das kannst du uns relativ schnell... Das OP-Volk, das nämlich schon alle getestet haben, weil wir quasi die Ersten sind, die gespielt haben. Aber die ganzen Völker wurden halt mit ihren Vorteilen und Nachteilen schon alle vorgestellt. Die Meta ist erstmal ganz... Also wir haben heute die koreanische Meta. Ach so? Ich habe nämlich 500 Anschläge pro Minute hier bei meinem Charakter. Das ist alles nämlich easy. Wie, wie, wie? So. Entschuldigung. Wie gründe ich nochmal eine Stadt? Troll, ey. So, auf wen warten wir denn noch? Auf mich, lass mich doch mal hier. Ja, auf mich. Ach hier, ey, ohne Scheiß. Ich habe Sterling gegründet, danach ist eine Währung genannt. Ja, ey, sorry. Mach du ruhig, ja. Ich lese deine Chat ein bisschen vor. Die Impis sind OP. Alles klar. Ja, du hast ja eben gesagt, die Impis sind deine Spezialeinheit. Wo sind denn die Impis? Ja, ey, dann frag mal sowas nicht. Dann gucke ich mal ganz kurz nach. Das habe ich brauche mir jetzt mal gelesen. Das gucke ich mal ganz kurz nach. Wo habe ich die denn? Wo bin ich denn hin? Mein Sound hört ein bisschen an sich an wie von Final Fantasy 9, der Soundtrack. Alter, ich habe durchgehend... Du hörst dich dann an, als wenn ich im China-Restaurant Essen geben würde. Aber ich habe die ganze Zeit... Durchgehend schreiend Indianer. Robin? Kannst du bei mir... Das ist wunderschön, wenn ihr dann die ganze Zeit... Das solltet ihr die ganze Zeit machen. Könntet ihr mal bitte Schnauze halten? Nein. Bei dir ist gerade gar kein Sound. Robin, treu dich. Ich hatte gerade extra ausgemacht. Ohne Scheiße, das hört sich wirklich an wie Final Fantasy 9. Ja, Mann. Alter, ich liebe Holland. Gut. So, wir gehen mal weiter in den Chat. Bin ja irgendwie live. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das bei YouTube... Achso, nächste Runde soll ich vielleicht anticken. Kann man bei YouTube den Chat auskoppeln? Alter, auf dich warten wir die ganze Zeit. Was? Habe ich noch nicht gesehen. Bei mir steht warten auf SIF-ST. Kann man sich die Sicht aussuchen? Nein, leider nicht. Wir wechseln die Sicht. Wir haben ja vorhin eine Regie sitzen mit unter anderem dem Robin. Extrem cooler Typ. Ja, mega kompetent. Auf irgendjemanden warten wir noch. Ja. Ja, auf mich. Ich muss die Vorstellung auswählen. Immer noch auf Christian. Christian, klick einfach was an. Machst du doch so. Seit wann hat Holland Berge? Holland hat Berge? Alter, Peter, guck dich schon die Gouverneure an. Ja, klar kann man ja schon machen. Oh, wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind die? Wer kam auf die Idee, durchgeht die Sicht zu wechseln bei einem Strategiespiel? Ja, durchgeht müssen wir nicht. Wir müssen jetzt nicht jede Runde 20 Mal zeigen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Also Robin, schön lange immer bei einer Person bleiben. Ja, nicht so lange hin und nicht so schnell. Ja. Oh, das ist gut. Boah, krass, ey. Wo hattest du denn die Gouverneure gefunden, Peter? Oben. Aber ich warte schon wieder darauf, dass ihr fertig werdet. Ich finde nur mich. Aber meine Einheit benügt Befehle, Peter. Ich sehe echt hübsch aus. So. Problem ist... Wo ist denn oben bei dir, Peter? Oben bei den ganzen kleinen Punkten. Ausrichtungsbaum, große Persönlichkeiten, Gouverneure und Geschichtsverfahren. Ach, das mit der Hand. Indianer. Mit der Hand und dem Schuh. Indianer. Wir haben Indianer gefunden. So, warte, jetzt habe ich Peter natürlich nicht zugehört. Also ich muss auf jeden Fall als Gouverneur, wenn dann Viktor und Moschka sind meine, weil die keine Haare haben. Und Pingala ist auch meiner Meinung nach. Der Ted schreibt auch, der heißt Moksha. Bitte nicht so oft wechseln. So einmal die Runde reicht. Ja. Moksha. Damit die Leute sich auch ein bisschen angucken können, was passiert. Ja, genau. Ich muss mir auch mal angucken. Also wir müssen uns ja mal kurz die Gouverneure einziehen. Ja, da haben wir mal eben ein Minütchen Zeit für. Na, der Ted ist süß. Wie kann ich dir jetzt nicht... Aber die anderen werden auch angezeigt. Das hätten wir auch von zu Hause aus streamen können. So. Ich habe ja auch ein geiles Getränk in Gösse. Sick. Ich weiß nicht, wer angezeigt wird. Christian. Pingala. Der ist doch cool. Oder Rainer. Ich habe... Armani ist halt schon mal geil. Armani ist so ein toller Name. Er ist schon schön. Er ist auch Louis Vuitton. Ist der echt Armani? Ja, Armani. Ach so, ja. Armani ist die Diplomatin. Armani hat ein bisschen Ähnlichkeit mit DT, würde ich sagen. Ja, stimmt. Oh, ihr seid an der Reihe. Alter, es ist jetzt Nacht bei mir. Ja, bei mir auch. Nee, bei mir nicht. Nacht. Erst mal 20 Minuten. Ja, bei mir ist Nacht ohne Spaß. Wie hast du denn das hingekriegt, Peter? Ich habe Salz gefunden, Jay. What? Ich habe bei mir nur Reis, aber ich bin halt auch Koreaner. Nächste Runde. Ja, nächste Runde. Ich muss schon wieder Produktionen, weil du mich veralbern hast. Was produzierst du denn alles? Was ist denn deine erste Stadt schon fertig mit der ersten Produktion? Ja, das frage ich mich aber auch ein bisschen. Ja, das finde ich auch frech. Alle empört. Okay. Euer Emergency of Christian. Was ist das Schwarze da bei dir, Jay? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ah. Feldarbeiter. Alter. Nein. Das habe ich nämlich nicht. Guck mal, bei mir. Ja. Ich habe bei mir, es sieht einfach alles immer gleich aus. Euer Volk feiert einen historischen Moment. Die Doftenwohner bringen Gaben, während sie sich unserer Zivilisation anschließen. Ich habe Zeitalterpunkte bekommen. What? Wie hast du das geschafft? Ja, schon Zeitalter. Alter, Christian. Wir holen hier auf, ey. Weil das ist ja eine der neuen Fähigkeiten. Sehr genau. Da wollte ich mal gucken, wie das funktioniert. Wie das funktioniert. Wie das funktioniert. Und ich habe ungefähr so ein 40 Zeitalterpunkte gekriegt. Ja, einen. Und darunter steht die Zahl. Ja, ich weiß. Einen von zwölf. Ja, genau. Einen von zwölf. Ah, das habe ich auch. Aber, ja. Ich habe null. Ja. Wie hast du das geschafft, Peter? Die Holländer kommen spät und heftig. Aber ich habe hier schon wieder alles voller Barbaren. Ja, alles schrecklich. Das ist doch geil. Alles voller Barbaren. Oh, ja stimmt. Dann kriege ich goldene Zeitalterpunkte. Kriege ich goldtaler. Geil. Goldtaler für mich. Das ist ja der Shit. Oh. Eure Zivilisation hat noch keine historischen Momente. Ja, meiner auch. Das ist echt traurig gerade. Laden wir das noch hoch. Das bleibt online. Das bleibt natürlich. Und zwar, wir probieren es hiermit auch mal direkt. Ja. Oh. Das wird nicht funktionieren. Oh no. Ja, aber wir müssen es ja mal ausprobieren. Das verarbeitet dann. Ja, ja. Wunderbar. Hey, da wird es beistet. Doch, YouTube, Leute. YouTube ist online. Ich habe es auf meinem Handy. Ich sehe das gerade, was da passiert. Das ist ja auch. Ich sehe das gerade, was da passiert, dass Sepp gezeigt wird. Ich sehe aber Sepp auf der Karte logisch. Dann können wir das mal eben einstellen. Eigentlich wäre das cool, oder? Wenn wir das noch kurz einstellen. Was denn? Robin, kurz aufhören, ob der Sichtenwechsel manuell über die YouTubes auch möglich macht. Ja, klar. Im Endeffekt hätten wir ja nur fünf Events da machen müssen. Ah, dann richten wir. Nee, 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 nee. Das ist so einfach ganz easy machen. Ja, Peter, sende die Videos schon online. Da könnt ihr euch nochmal angucken, was wir gemacht haben. Genau. Tatsächlich habe ich es jetzt einfach bei YouTube online gelassen. Ja, ist doch gut. Okay. Was willst du machen? Ja, dann verstehe doch den Kontext, warum wir überhaupt streamen. Genau. Warum laufe ich eigentlich mit meiner Einheit der anderen Einheit zu teuer? Oh, was geht hier ab? Das Problem ist, Christian, wenn ein Speer deine Stadt entdeckt hat und zurückgeht zu dem Ort, wo die Speereinheit entstanden ist und du die bis dahin nicht getötet hast, wissen die Barbaren quasi dann, wo du bist und versuchen dich die ganze Zeit zu anal zu penetrieren. Geil ist das denn? Um es jetzt mal hier werbefreundlich zu sagen. Wo ist Salz? Ich habe Salz. Ich brauche Salz. Christian, ich möchte Salz mit dir anbieten. Ich habe Salz aber noch nicht erschlossen. Ich bin, ich habe ganz viele Bananen. Also sobald ich handelbares Salz habe, gebe ich dir Bescheid. Geil. Ich glaube, ich bin bei Bram gelangert. Ich habe Schokolade entdeckt. Nee, ich habe auch keiner entdeckt. Nein, ich habe dich nicht entdeckt. Ich habe nur gesagt, ich habe ganz viele Bananen. Wo bin ich denn auf der Krise? Ich habe Wein für den Snowball-Angebot. War das etwa Rassismus? Wein. Achso, nee, weil du gerne Bananen magst, meinte ich. Mag ich gar nicht. Oh, stimmt, habe ich mich vertan. Warte mal. Wenn ich... I see what you did. Aber sprich es doch nicht an. Okay, die Karte ist echt klein. Kann das sein? Nee, wir haben... Doch, groß ausgewählt. Riesig. Nee, ich habe das Gefühl, meine Stadt ist das Einzige auf dem ganzen Kontinent. Ja, ist ja auch bislang das Einzige mit vier anderen Städten. Nein, wir haben Kontinent T genommen. Ja, deshalb, das hat mich ein bisschen verwirrt. Tee. Tee. Naja, aber wir warten ja eh noch auf... Tee genommen haben wir. Warum magst du keinen Tee? Nein, weiß ich auch nicht, warum. Ich hätte gerne einen Tee wie Theodor. Da hat jemand die Nachricht Brammen zurückgezogen, tatsächlich. Der hat nur Brammen geschrieben, nachdem wurde gelöscht. Ja, vielleicht wollte der einen Satz schreiben und hat Leertaste Enter gedrückt. Ich verstehe. Wie bekommen wir jetzt eigentlich mit... Denkt ihr euch gerade was aus, wie uns mithypt, wer auch zu sehen ist? Ja, Robin wollte ja live bauen, dass der uns saden kann, wer zu sehen. Nee, gerade sieht man Christian. Gerade sieht man mich, oh. Genau, er sagt gleich Bescheid. Einmal die Runde kann man nicht auf die Ohren sagen. Ja, klar, der Stream hörtet ja nicht. Gerade sieht man Christian. Genau. Deswegen schiebe ich mal weiter. Ich überlege gerade, meinen Gürtel zu lockern. Ich habe ich schon. Und meinen Knopf. Ich habe gar keinen Gürtel an, Peter. Oh, smart. Es ist mega angenehm. Ich habe ja keine Gürtel. Die Pizza drückt ganz schön auf, mein Gürtel. Jetzt geht's rund. Nächste Runde. Oh, ich kann produzieren. Zack. Du hast mir den Krieg erklärt, willst du mich verarschen? Was? War nur Spaß. Das wäre geil. Korea. Ich habe noch mehr Reis. Ich habe auch zweimal Reis. Das ist voll krass. Du bist alles voller Reis. Okay, wir sagen noch mal ganz kurz, welche Länder wir haben. Ja, aber das passt doch zu dir, Jay. Ich bin Schottland. Ja. Ja. Korea. Holland. Indiana. Ich bin Land Idiana. Wie heißen die? Die Kree oder so. Kree. Also ich bin den Stamm der Zulu, angeführt von Shaka Zulu. Und wie man historisch weiß, waren die Schotten ganz große Reisesser. Alter, kommt daher das Zulu-Squad? Ja. Bestimmt. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Boah, Alter. Ist ja auch auf Squad gewesen. Oh, das heißt, das war doch auf Squad. Ich habe keine Ahnung. Ich kann auf nichts ohne klingen. Ja, das wäre ganz geil. Alter, voll krass. Mega sick. Ja. Ich bin so krass am Reden. Also Gyeongju ist schon so krass. Ich bin schon auf Stufe 1 in der Stadt. Oh, Peter kann schon was machen. Peter hat schon Krieger. Peter, Peter, Peter. Ich sehe das in seinen Augen. Ich habe gerade ein Stammesdorf entdeckt. Müssten wir da nicht ins Stream sehen? Habe ich auch gemacht. Ne, ich glaube nicht. Und dadurch habe ich angeblich Handwerker bekommen. Und da habe ich mir gedacht, oh scheiße, die baue ich ja eh gerade. Der ist gelöscht. Aber vielleicht sind die Handwerker dann in meiner Stadt erschienen. Weswegen ich, oh. Da sind doch Handwerker, du Bobo. Ja, sind die auch. Aber ich baue trotzdem noch welche. Das heißt, ich unterbreche kurz den Bau der Handwerker. Weißt du noch, wer als erstes angemerkt hat, dass wir uns nicht gegenseitig auf dem Bildschirm kucken? Ich helfe ihm nur. Ja, was weiß denn ich? Jawohl. So, geht weiter. Politik. Da sind doch Handwerker. Könnt ihr so wenig mal, also könnt ihr quasi nur auf nächste Runde klicken. Ja, ungefähr. Ich habe dann nur Krieger und Bau. Ja, ich habe drei Einheiten hier und renne durch die Handwerker. Ich lande und da sind die Barbaren endlich. Ich habe noch keinen Barbaren gefunden. Ich habe noch keinen Barbaren gefunden. Einheiten hier nur die Befehle. Auf ins nächste Stammesdorf. Jace, der neue Kim. Ja, ich werde nicht abgewählt. Ja, löpt. Wie kann man denn nur da ein Stammesdorf machen, mitten im Eis? Ey. Da oben ist doch trocken. Wollt ihr mich verarschen? Ist runter. Ah. Fährt Seb gerade wieder mit seinem Auto rum, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ich sehe keinen von euch. Ich sehe auch noch keinen. Boah, Alter. Aber ich habe schon die halbe Karte entdeckt. Das glaube ich dir nicht. Du weißt überhaupt nicht, wie... Die Karte zoomt raus. Ah, das war meine Frage vorhin ja auch. Ja, okay. Aber mir steht auch Speerspitz... Speerspackos vor der... Wie schwer haben wir... Drei Einheiten. Hast du euch die Schwierigkeiten gerade wieder geändert? Ja, klar. Oder spielst du auf die... Da! Ich habe alle... Ich habe alle Prinz, oder? Wir spielen alle... Ja, ja. Ja, wir... Ja, wir... Ja, wir haben... Ja, wir haben... Ja, wir haben... Ja, wir haben... Sky... Ich habe gehört, wir kommen gerade zu mir. Ja, das heißt, ihr könnt euch das Niederländische Reich anschauen. Und das besteht aktuell aus Amsterdam. What? Krass. Hast du schon eine zweite Stadt? Ja, ihr habt... Die haben Amsterdam rausgepatcht. Dann quasi. Ja, stimmt. Aber Seoul... Den Stadt-Stadt-Stadt-Stadt. Seoul gibt es. Habe ich nicht als Erstgründer. So eine Gyeongju, weil es dich mal gibt. Oh, jetzt wird gefeiert, Freunde. Warum hast du Amsterdam? Auf jeden Fall bin ich aktuell mit meiner Stadt... Das ist ja ein Skandal. Bevölkerung 3. Das sieht mittlerweile... Durch das Update sieht es anders aus. Ja, also... Vorher war das hier das Level. Und jetzt sehen wir das da. Und hier sieht man, was produziert wird. Und hier die Verteidigungsstrecke. Das ist alt geblieben. Durchschnittliche Hauptstadt. Und hier gehört die Niederlanden. Landen und volle Loyalität. Ebenfalls neu. Ich kann das übrigens gerade alles erzählen, weil wir noch auf irgendeine Zivilisation warten. Ich bin hart am Feitengrad, Junge. Hast du gerade bei mir geguckt, dass ich das wieder wäre? Bei wem soll ich sonst gucken, Jonathan? Du bist der einzige Bildschirm, auf den ich schauen kann. Wir haben hier außerdem schon eine Handwerkergruppe, die wir geschenkt bekommen haben. Wir haben nicht allerdings weggegeben. Ich dachte, damit wir das nicht sagen. Hey, 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 hey. Keine zweiten Sachen. Okay, Jace treut mich passiv. Ich habe hier nämlich schon eine Wasser- Peter, steht das Rundlichtviertel schon? Bernstein. Hast du schon die große Fidze gebaut? Das ist dann rückend auf den Stein. Peter, hast du schon Hanf angebaut? Nein, gibt es auch nicht. Was bist du für ein schlechter Holländer? Es gibt hier in Zivilisation 6 Rise and Fall leider kein Hanf. Peter? Tulpen? Ja? Ich könnte mit dir Milch handeln, dann kannst du Käse machen. Das ist eine gute Idee. Milch habe ich tatsächlich nicht in näherer Umgebung. Was ich habe, sind Schafe. Aber das ist ja eh nur eine Bonus-Ressource. Wir müssen ja auch ein bisschen in Charakter bleiben. Schafe ist aber wieder was für Schottländer, damit er sein Heggis jetzt essen kann. Das stimmt allerdings. Wir könnten tatsächlich dann Handel treiben. Allerdings habe ich nur eine Bonus-Ressource Schafe und die gebe ich dann ungern. Aber ich habe aber drei Ressourcen Bananen. Ich fände das übrigens total toll, wenn wir jetzt, wir müssen irgendwann mal in Zukunft nochmal so einen Special-Stream machen mit Sif und dann machen wir so ein bisschen Roleplay. Peter kriegt quasi Frikandel-Pommes. Ich kriege irgendwie, keine Ahnung, leckere Nudeln oder sowas. Irgendwas gutes Asiatisches. Leckeres koreanisches Steak. Christian kriegt Heggis. Bram und Sepp kriegen halt irgendwie Insekten. Alter, ich kriege Bison. Ich kriege Bison. Also, Christian, dass bei dir gerade richtig Party war, sonst würde ich der Regie vielleicht... Nee, ich habe jetzt nächste Runde gemacht. Ich hatte nur aus letzter Runde in meinem Späher gesagt, geh mal in das Dorf. Und dann hat er einfach gemacht und ich habe nicht mitbekommen, weil er das gemacht hat. Der Frechdachs, ich habe Katargo gefunden. Beförderung, Tierzucht. Aber Katargo ist ein Stadtspeiris. Krieg erklären. Das ist immer richtig. Das ist die Frage, kann ich jetzt noch... Ah, nee, ich habe ja schon die Beförderung gemacht. Du weißt schon, was du machen willst. Meine Einheiten sind angegriffen worden. Ich würde hier natürlich gerne das Weizen abbauen, aber die gehen mir dann direkt auf den Sack. Das heißt, die müssen jetzt gerade da hinten noch ein bisschen chillen und können aktuell gar nichts machen, weil ich halt noch nicht erforscht habe, dass ich Tierzucht mache oder... Ja, was kann ich hier machen? Hier ist eigentlich auch gar nichts, ne? Du wirst doch krass, dass du schon Handwerker hast. Lass die Tiere bumsen. Ja, habe ich ja... Ich habe die Handwerker... Ich weiß, ich weiß. Ein richtiger Lackstart. Ich habe auch schon Händler. Ich habe auch schon Händler. Den Bergbau zu machen, wobei dann kann ich immerhin die Minen und den Steinbruch wenigstens... Ich merke schon, ich bin stark. Ich bin letzter gerade aktuell. Gucken wir mal nach. Ein Trick für euch, also das habe ich immer, während ich Civ gespielt habe, gemacht, ist halt zu gucken, wie das bei dem Technologiebaum ist, wie man die Heurekas auslöst. Weil die sind extrem stark. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man halt seine Erforschung danach ausrichtet, dass man eigentlich nur die Sachen erforscht, für die man schon die Heurekas ausgelöst hat, spart man extrem viel Zeit. Ja. Alter Peter. Ich weiß jetzt nicht, warum ich meinen Feinden so viele Tipps gebe, aber das mache ich einfach mal. Wir haben ja keine Feinde. Wir haben gesagt, das koreanisch-holländische Reich wird groß. Das stimmt allerdings. Das haben wir gemacht. Und ich bin einer neuen Zivilisation begegnet. Zögerliche Grußworte und neugierige Blicke prägen unser erstes Zusammentreffen mit dem Volk Schottlands. Hey. Christian, mein Freund... Leute, Alter, die Barbaren haben schon Reitern. Wollt ihr mich verarschen? Der Reiter ist halt bitter. Gute Frage. Ach, da links bist du. Ah ja, jetzt sehe ich auch ganz leicht deine... Das ist doch wunderschön. Dadurch hat sich ein Technikbonus, ein Horeca bei der Schrift bei uns ergeben. Und wir können jetzt theoretisch... Warte mal, jetzt ist ja der erste Moment, wo wir mal mit den Schotten reden können. Das hier ist der Christian. Aktuell haben wir noch gar nichts. Ich würde natürlich ganz gerne eine Delegation schicken, sowie die Freundschaft verkünden. Und gucken wir mal, Abkommen aushandeln aktuell noch nicht. Guck mal, du hast ja noch gar keine Luxusgüter. Ich mache koreanische Außenpolitik. Erst mal jeden anpissen. Guck mal, dadurch haben wir natürlich die Schrift erforscht. Dafür müssen wir jetzt aber erst die Keramik... Ich will aber eigentlich auch die Tierzucht, damit ich da mal drankomme. Aber gut, das brauchen wir auch. Ach, lol, da steht ja das Ernten von Weizen. Ich Idiot, das hätte ich mal machen können. Ich freue mich schon wirklich auf das Civ, wenn es dann irgendwie ein Civ 8 oder sowas dann wirklich Donald Trump gibt. Für den können wir vielleicht uns... Meinst du, der hat das Weltwunder mexikanische Mauer bauen, oder was? Können wir mal vielleicht so machen. Ja, der kann verdammt gute Mauern bauen, die sind aber da nicht vorhanden. Ja, das ist schon krass. Und er kann bestimmt so ein Twitter, so ein Social-Media-Krieg oder so anfangen. Alter, der ist der Social-Media-König einfach. Nach einer... Lol! Alter, die Barbaren greifen mich jetzt auch ein. Ey, 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 was ist denn hier? Ist alles rot? Nö, 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 nö. Alles rot? Ja, das sind vier Einheiten Barbaren. Ja, bei mir sind es auch ein paar... Quatsch. Stimmt, der wollte ja Außenminister machen. Guck mal hier, zack! Korea hat hier schon die Barbaren gebumst. So muss das sein. Nee, das ist ein Fehler. Das machen wir so natürlich nicht. Alter, die haben aber Schleuderschütze. Barbaren gibt es hier nicht. Das gibt es doch gar nicht. Scheiße. Wir versuchen mal heimtückisch, äh, nicht heimtückisch, sondern heimlich zu fliehen. Heimlich hört sich an wie... Heimlich. Wir haben einen Stadtstaat auch getroffen. Können wir uns hier direkt mal angucken. Das ist Mohenjo Daru. und die möchten von uns, dass wir einen Barbaren Außenposten im Umkreis von fünf Geländefeldern zerstören. Ja, dafür brauchen wir allerdings auch Einheiten. Und in dem Fall haben wir noch nicht so viele. Leider. Äh, deswegen bauen wir noch mal so was hier. Während der Schleuderschütze noch nicht frontal loslegt und der noch eine Runde aussetzt. Weil die setzen mich hier gerade sehr unter Druck. Das ist schon so krass angegriffen, Peter. Und wenn du unter Druck gesetzt wirst, mein holländischer Freund. Nee, das finde ich auch nicht schön. Hast du noch gar keine Probleme mit Barbaren? Ich rotte sie gerade aus. Dafür hast du aber schon gute Sachen. Ey, nerf Barbaren, please. Aber noch ändere ich die Politik natürlich nicht. Politik so lassen? Ah, lassen wir die Politik mal so. Ah, lassen wir die Politik mal so. Beförderung! Ey, das gibt's doch nicht. Die machen mich platt. Äh, mein holländisches Volk möchte natürlich an Flüssen siedeln. Und genau das versuche ich auch gleich zu erreichen. Hast du denn die Mars auch bei dir? Äh, natürlich. Ne, sonst hätte ich dir die Mars auch gereicht. Oh, das ist... Tatsächlich habe ich ja eine Spezialfähigkeit des Rhein-Mars-Irgendwas. Also wenn quasi Flüsse sich kreuzen oder sowas. Äh, was hast du da? Ich dachte, du hast die große Fiez. Die große Fiez? Braute Fiez. Fangen wir schon mal an mit dem frühen Reich. Das ist jetzt... Ich hab Trüffel! Sehr gut. Hast du schon abgebaut, oder was? Ja, klar. Ich baue schon ein Rad-Uran ab. Ich wollte gerade sagen, Trüffel habe ich schon vor... Ja, Zauber. Ja, laber doch nicht. Ich hab Schafe. Unfair. Hm. Frühes Reich. Brauchen wir ein frühes Reich? Peter, wir haben immer politisch rechts, oder? Wie politisch rechts? In keinster Weise. Wurde mir gerade mitgeteilt. Ich bin ja komplett... Neutral. D'accord. Echt jetzt? Was ist? Holzschuhe, Käse und leckere Stromwaffe. Ich habe Christian gerade eine Delegation geschickt. Mit ein paar Gütern aus meiner Heimat, um ihm eine Freundschaft zu stärken. Und Jonathan hat endlich etwas Zeitwürdiges hingekriegt. Das koreanische Reich schreibt Geschichte. Die Dorfbewohner bringen Gaben, während sie sich unserer Zivilisation anschließen. Guck mal, ich hab schon zwei. Das ist mir egal. Ja, Korea hat Geschichte geschrieben, weil die Zuschauer, die Dorfbewohner kommen zu mir und geben mir Gaben. Was war das denn für Freundschaftsversprecher gewesen? Ja, guck mal, jetzt gucken wir uns Jay an, nämlich. Das ist schön. Jetzt sehen wir mal hier das koreanische Großreich. Ja, das ist wunderschön hier. Wie er da mit seinem Siedler rumläuft. Wie er mit meinem Siedler... Hallo? Ja, das ist ein Siedler. Und der Siedler möchte gerne... Genau dahin, wo gerade Barbaren kommen, oder was? Willst du mich komplett verarschen? Alles klar? Barbaren? Oh! Gut, dass ich da ein Feldchen weitergegangen bin. Da ist ein Barbarenlager, wo ich mein Städtchen bauen möchte. Das ist nicht so nett. Okay, wir erklären jetzt diesen blöden Barbaren einfach den Krieg und machen sie weg. So. Kuria, Kuria, Schwuria möchte jetzt... Erstmal angreifen die Barbaren. Jetzt ist der Peter meinte, man sollte das Heureka ausnutzen. Aber das interessiert mich gerade überhaupt nicht, dieses Heureka. Aber das wäre super klug, wenn ich das machen würde. Was mache ich denn jetzt? Das Heureka ausnutzen. Alter, ich habe meine Sondereinheit, die ist voll stark. Ich bin erstmal fertig. Aber ich kann keine... Wie soll ich denn eine Ressource abbauen? Ich habe noch... Ach, da unten eine Ressource. Mit einem Siedler zum Beispiel. Nein, eine Ressource ist auch, wenn du mit einem Handwerker was ganz normales... Hier so ein Luxusgut oder sowas machst. Also dafür musst du jetzt... Ich habe aber keinen Handwerker. Das ist natürlich alles richtig. Das brauchst du dafür. Ich habe leider keinen Luxusgut. Wobei tatsächlich zählen nur bestimmte Güter tatsächlich dazu, wenn du eine Ressource abbauen musst. Das habe ich nämlich mal gegoogelt, weil mich das auch abgefuckt hat, weil es nicht mit allem zählt. Dann werde ich jetzt einfach auch mal Peters Tipps annehmen. Ich habe die noch nie angenommen. Das koreanische Reich freut sich. Ich würde gerne mit dir eine Frikandel essen, wenn ich dich dann irgendwann mal sehen würde. Ich mag Korea eigentlich überhaupt Frikandeln? Ja. Ich glaube, die können das gar nicht vertragen. Ich bin nicht Indien. Ich kann auch Rinder essen. Aber Frikandeln sind nicht aus Rind, deswegen ist das egal. Aber Korea mag auch Pferde. Das ist alles sehr schön. So, nächste Runde. Ach, ihr habt alle auf mich gewartet. Das ist ja schön. So. Das macht keinen Scheiß, den blöden Barbaren. Der Jay muss tatsächlich noch eine Einheit ein paar. Immer auf, Jay. Das ist jetzt alles krackend. Das ist jetzt alles krackend. Aber mit den neuen Elektromotoren. Neuen Anführungszeichen. Was macht denn jetzt der Jay? Okay, ich lockere jetzt meinen Gürtel. Boah, das ist echt gar nicht so leid. Jetzt habe ich da die blöden Barbaren. Genau da, wo meine Siedler hin sollten, sind jetzt Barbaren, die ich jetzt nicht drücken kann. Boah, jetzt die Kamera auf P da, wie er seine Gürtel öffnet. Oh Gott, das wird keiner sehen. Boah, das ist jetzt... Ach, du ziehst ihn ganz aus? Ich muss ihn fasseln jetzt um den Hals. Geil, Alter. Kann man sich eigentlich die Ansicht so anzeigen lassen, wie das auf diesem einen Screenshot da war mit dem Loyalitäts-File? Ich gehe jetzt mal da hin. Da kommen die nämlich hin. Oh, keine Ahnung. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor dem Barbaren, dass die mir nachher meine Siedler knappen. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Ich werde angegriffen! Na endlich. Ich greife meine Kriege an! Na endlich. Die Schweine! Ich habe ein paar Barenplatte gemacht. Das ist nicht nett. Ja, wir müssen hier mal... Das ist alles nicht nett. So. Alles drauf hier. Zack, zack, zack. Und auf die nächste Baren drauf. Findet das gut, Bram, dass du so... Bum, bum, bum. Du mit bist. Pounce! In your face. Oh, oh, das sind Pferdchen. Das ist sehr, sehr gut. Was geht hier da hin? Koreanische Frikandel mit Walfleisch. Mh... Moment, das ist aber Japan, oder? Ah, ja. Kann man jetzt Tipps geben? Ja, könnt auf jeden Fall. Ich lese alles. Ich lese alles. Ich lese alles. Ja, ihr könnt gerne da Tipps geben. Da Chatsky. Da Chatsky. Warum ist bei J-A-I-F der Karte so viel schwarz? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das muss irgendeine komische Einstellung sein, tatsächlich. Das ist irgendeine Grafikeinstellung oder sowas, die ich hier habe auf meinem Rechner. Aber es wurde gesagt, wir sollen nichts umstellen, deswegen werde ich hier nichts anpacken. Sonst rotiert hier gleich wieder der Robin und dann kriege ich Ärger. Der ist schon eh am rotieren. Scheinbar. Okay, ähm... Nein, die können jetzt nicht angreifen, das gibt's nicht. Achso, Christian, Christian ist gerade dran. Wir können auch warten. Was haben wir denn noch nicht gezeigt? Das Geschicht... Ich finde, der Geschichtsverlauf, wir haben die Barbaren ausgerottet, wäre auch noch echt ein Punkt wert. Ja, die Barbaren... Ich glaube, du kriegst doch auch, wenn du das Lager wegmachst, kriegst du doch bestimmt einen Punkt, oder nicht? Ja, natürlich. Ich will hoffen, dass das so ist. Gucken wir mal. Nächste Runde mache ich mein erstes Weg. Ja, das ist schon mal gut. Welches Headset nutzen wir? Das ist eine gute Frage. Boah, keine Ahnung. Da steht Audio minus Technica dran. Ja. All your base. Mach wie long to us. Wenn man jetzt doch schnipsen könnte. Ich kann nicht schnipsen. Ja, nicht. Warten nicht leben. Kann ich nicht. Ich kann... Loll, jetzt kommst du doch mit dem Zeigefinger, dann musst du mit dem Mittelfinger machen. Jetzt kommen wirklich da die Pferdchen an. Ich raste aus. Okay, immer noch nicht. Das drückst du immer stärker zu... Also so... Ja, dann brich mir die Finger. Mach mal so einen halben Schweigefuchs. Und jetzt... Halben Schweigefuchs finde ich aber auch super. Okay, weil das ist doch jetzt scheiße gewesen. Ich kann das nicht. Jawohl. Unsere Streitkräfte haben ein Barbarenlager vernichtet, das unsere wachsende Zivilisation bedroht hat. Geil. Sieben Punkte werden. Beförderung verfügbar und ich habe ein Barbarenlager gefunden. Bauernhof. Alter, hier geht es aber ab. Du musst doch weg. So. Ach so, ja. Okay, also ich werde jetzt noch ein bisschen... Ich habe ein bisschen Schiss hier noch. Den gehen wir jetzt hier runter. Einer hat getötet. Und hier ist doch eine wunderbare Stelle für eine Stadt. Hier bin ich glücklich. So. Nein, ich sage jetzt nicht jedes Mal, wenn im Chat einer steht, auf dem soll man wechseln, darf man auf dem wechseln soll. Nee. Das macht das schon. Einzelne oder andere. Genau, weil... Ganz entspannt. Wir leben heute noch ganz schön viele Stunden. Ganz entspannt. Habt ihr auch volle Loyalität? Ja. Wo siehst du das? Das ist schön. Du hast neben deiner Stadt, hast du so ein Pfeil, das zweite von links. Ja, okay. Wie heißt deine Stadt eigentlich? Sterling immer noch. Ah. Wie das Fund. Genau. Krass. Ja, ja, das Spiel wartet auch nicht. Mich würde tatsächlich interessieren, wie diese Ansicht geht, dass man die Pfeile angezeigt kriegt. Ich glaube, das war reingephotoshoppt. Es geht weiter, liebe Zuschauer. So. Wir werden jetzt hier einfach unfassbar krass abhauen. Ich habe Angst. Ohne diese Effizienz-Fiebe-Förder. Ich werde es unfassbar krass abhauen. Und dann werden wir einfach jetzt kurz pausieren. Ja, das ist nämlich schon wieder verbaren mit Reißern. Ach Gott. Statt gründen. Jinju ist alive. Aber nice. Ich bin froh. Jinju freut sich. Jinju baut jetzt das hier. So. Was machen wir noch hier schönes? Erstmal hier meine Krieger upgraden. Wir gehen weiter. Jay, du sollst am Fluss bauen, soll ich dir sagen. Ja, ich weiß, dass das am Fluss bauen besser ist. Damit du auch deinen hängenden Gärten bauen kannst. Ich will aber keinen. Warum sollte ich denn hängende Gärten bauen? Weil du am Fluss den hängenden Gärten bauen kannst. Ja, okay. Aber dann vielleicht will ich auch keine hängenden Gärten bauen. Aber die sind gut. Kann ja sein. Ich sagte ja nur, was hier steht. Ja, okay. Okay. Das ist ein sehr guter Tipp. Warum da und nicht am Wasser? Weil ich das da gut finde. Okay. Hier müsste mal abgepudert werden. Hier könnte ich ein wunderbares Forschung geben. Hier könnte auch die Werbefläche sein. Ja, hier ist auch schön. Ich mag hier die Stelle. Hier auf Loyalität, Christian, weil es wäre für dich zur Info, wa? Ich mag hier die Stelle. Oh ja. So, ich finde das so gut. Gibt nur am Anfang sehr wenig Einstuch. Jay Städte gründet man am Wasser. Nein, ja, vielleicht nicht. Aber diese nicht. Jinju möchte nicht am Wasser gegründet werden. Wenn du dich in einem Loch wieder findest. Hör auf zu graben. Oh, ich weiß genau, was ich vorab bin. Wenn ihr euch in einem Loch wieder findet, hört auf zu graben. Wurde mir gerade gesagt. Das ist smart. Ganz schön schlau. Das ist schon sehr deep, muss ich sagen. Deeper als Peder. Zack. Barbarenlager. Weg. Das hast du schön gemacht, Jay. Ich habe bei Peder das Handy umgeworfen. Das war sie, ey. Das war es wert. Oha. Was machen wir denn jetzt hier? Das geht ja da. Das freut mich auch. Die Barbaren haben mich... So. Um welcher Zeit kommt gleich das DEC offiziell? Morgen. Ach so, wie spät meinst du? Wie spät? Das ist eine gute Frage. Kann man das da hinten? Weiß das jemand? Da kommen jetzt, glaube ich, Regieanweise. Wir werden jetzt... Okay. Um 17.57? Nein. Um 17.57 kommt das nice. Und... Eieieiei, was soll ich denn jetzt hier nochmal... Da kann man uns offenbar nicht sagen, wie spät... Guck mal bei Steam, ob dann... Ich könnte jetzt das hier nochmal... Das ist die nächste der Zerstörung, habe ich gesagt. Ja, so. In einem Tag... Gehst du als Fanboy? Ich gehe nämlich als Assi. Wolltest du auch sagen, wo? Das ist kein Witz. Wo? Nee, wenn ich nicht muss sein. Politik ändern. Okay. So. Wir... Ich übersagen es. In Gießen, in der Samsung-Straße. In der Samsung-Straße? Da ist direkt neben der Kirche. Das war generell nicht smart. Ich kenne nicht die Samsung-Straße. Wird in Gießen eigentlich Karneval gefeiert noch? Oder ist das schon zu weit weg? Das ist das Fasching. Erstmal. Also ist das schon mal schlecht, ne? Ja, die sind schon komisch. Fasching ist so meins und so weiter, ne? Fasching ist so deins. Meins. M-A-I-N-Z. Meins. So. Erstmal einen Gouverneur annennen. Ponies. Als ob du das jetzt schon kannst. Warte, warte, warte. Warte. Alter, bei den Schotten läuft diese Dudelsack-Musik, die die ganze Zeit bei diesen Begräbnissen da gespielt wird. Wie heißt das Lied noch? Das ist aber nicht Amazing Grace oder so, ne? Weiß ich nicht. Amazing Grace. Aber das hat gesehen... Wie heißt das noch? Mega geil. So. Mag dich schon. Ich bin sehr glücklich gerade, wie das hier wird. Ja, ich auch. Also die Barbaren haben meine Einheiten zerstört. Meine Bauarbeiter werden jetzt gekidnappt. Und jetzt habe ich ein Problem. Das wäre gar spart. Wer von euch ist CivStream4? Woher gab er? Ähm... Ja, ähm... Was? Ich bin drei. Ich bin zwei. Ramm ist vier. Scheiße. Hast du das gefunden? Ich habe jemanden gesehen. Okay. Das holländische Reich tut mir gerade ein bisschen leid mit seinen kümmerlichen 23 Punkten. Schott. Nicht der Letzte? Eine Ehre. Ich habe das schon. Holy shit. Hat ich gefunden? Das ist leider Letzter. Aber das tut mir sehr leid. Aber ich würde dir gerne helfen, liebes chinesische... Wie kann ich der Letzter sein? Das weiß ich nicht, warum du Letzter bist. Das tut mir auch sehr leid. Auf wen warten wir, liebe Welt? Nächste Runde. Auf niemanden. Das steht unten rechts auch immer. Ich bin bislang ein sehr isoliertes Volk. Das passt zu Korea ganz gut. Ich habe bislang noch nichts gefunden. Ja, ich auch noch nicht. Bei mir muss erst Kolumbus noch hinfahren. Ich weiß nicht. Das sieht sehr nach Shaka Zulu. Ich dachte wie Elina aus. Ich habe mich gerade sogar neben dir verbeugt als Begrüßung. Was hast du noch gesagt? Ich habe das schon mitbekommen, aber... Ich komme in Frieden. Wie sonst? Ja, ja. Wie die Klingone. Die Russia-Einheit kommt in Frieden. Auf wen warten wir denn hier noch? Ich empfange gerade Zulu, Peter. Ach so, okay. Und ich weiß nicht, ob er das möchte. Nee, weiß ich auch nicht. Dass er Zulu deckt. Zirkus Belly. Guck mal, jetzt muss ich auch auf einen warten. Zirkus Belly. Zirkus? Es ist nicht Kasus? Ja, was hast du gemacht, Bram? Ich habe Christian die Freundschaft erklärt. Oha. Für 30 Runden oder so. Das ging aber schnell, Bram. Was denn? Ja, weil ich dumm bin. Nee, ich wollte die Boote aber nur haben. Wie können die denn... Wie kann denn... Das koreanische Volk hat Reis. Kann eine Barbareneinheit mehrere Einheiten gefangen nehmen? Ja, sicher. Ja, wenn die über dir ziehen können. Oh. Was hast du gemacht? Meine nächsten Handwerker sind weg. Oh nein. Deswegen brauchst du Krieger. Ja, ich baue die ja, aber die werden nicht schnell genug fertig. Oh nein. Oh nein. Was sagt denn? Ha! Ist ja nice. Von denen muss ich auch fliehen. So. Achso, ich bin mittlerweile dran. Ist das richtig? Ja, ja. Du wurdest angesagt als... Geil, Alter. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das habe ich gemerkt, weil du die ganze Zeit einfach weitergeredet hast. Macht ja gar nichts. So, dann willkommen bei den Sulu-Warriors. Ich führe aktuell im Kultur. Das ist schon cool. Ist das dein Ziel? Bei uns rasseln nämlich die Säbel. Meine militärische Stärke ist aber aktuell wohl ein bisschen unterwältigend. Und Religion habe ich nicht. Oh, der ist fertig. Na gut, das macht er nicht. Ich bin schon fertig. Das ist unser aktueller Stand hier, den wir mal kurz gucken können. Ich habe mittlerweile den Gouverneur. Und zwar den guten Pingala, den zeige ich euch mal ganz kurz. Sorry, das ist der falsche Knopf. Das ist der hier. Du hast einen Gouverneur? Wie geht das denn? Ja, schon seit ein paar Runden habe ich ihn dann angekündigt, als ich das gesagt habe. Ich dachte, das wäre echt toll gewesen. Wie hast du den denn gekriegt so schnell? Kannst du den... Ich habe den... Ja, ohne Scheiß. ... mir verdient. Krass. Durch irgendwas Spezielles, weil du das kaputt gemacht hast oder sowas? Also ich habe auch schon 8 von den Punkten, was? Für gute neue Gold-Zeitalter. Oh, 8 schon... Oh, ich habe jetzt viel, Alter. Das ist schon viel. Ja, das ist schon viel. Ja, das ist schon viel. Also es gibt einen Trick, wie man in die Gouverneure kommt. Ich kann den euch verraten. Ja, dann erklär mal. Das ist relativ simpel. Du klickst hier oben auf den Ausrichtungsbaum für Kultur. Ah, wow, das sind die Sterne. Und dann gibt es halt Gouverneurstitel, die man sich verdienen kann. Aha. Mit bestimmten Forschungen im Kulturbereich. Ah, guck mal, das nächste habe ich nächste Runde. Das bedeutet, ich kann also den Gouverneur jetzt doch ernennen. Also jeden. Wahrscheinlich kann dann jeder. Wahrscheinlich ist jeder für... Ich dachte, wir kloppen uns da echt erst. Ich dachte nicht auch am Anfang, aber ich gehe davon aus. Nee, die ist noch nicht ausgegraut. Wen hast du denn genommen? Ähm, ich habe genommen Pingala. Konntest du den denn anklicken? Bei mir ist das noch quasi... Ja, sie muss ja erst den Titel verdienen. Sport und Ordnung, das finde ich gut. Das gefällt mir. Und wo sehe ich, wie ich den verdiene? Das gefällt Korea. Auf den Ausrichtungsbaum. Ja. Genau, und jetzt siehst du... Ich kann mich mit Korea schon so ein bisschen... Ah. So ein bisschen... Vielleicht sollte ich das schon erforschen. Das sind ganz gut zu mir. Keine Zweitgespräche. Bram, bitte etwas lauter stellen, heißt es da. Okay, der Regie ist gerade nicht da. Aber wir können auch weitermachen. Egal, das sieht aus wie eine Fusion von Bram und Hadi. Auf irgendjemanden warte ich hier schon wieder die ganze Zeit. Was? Ey, komm. Also auf mich nicht. Nee, auf mich auch nicht. Hä? Warten auf Zivst. Ich glaub ja, auf mich. Danke, Jonathan. Weiter gedrückt. Dankeschön auf jeden Fall dafür, ja. Finde ich ganz schön assi von euch. Da muss ich siedeln. So, komm, jetzt machen wir die Babani aber auch platt, ey. Moment, warum geht's jetzt weiter? Geht noch nicht weiter, Jay? Bei mir steht bitte warten. Ah, da wird gezogen. Da wird gerade noch gezogen. Ja, das Tür wird danach auch hochgeladen. Haben wir mittlerweile aber schon abgesehen. Jawoll. Ja, könnt ihr gerne was schreiben, wenn euch irgendwas auffällt oder so. Könnt ihr natürlich gerne schreiben. Bam, hauen wir die kaputt, die Jungs. So, komm, wir kloppen mal zusammen jetzt hier als Einheit, Christian. Man hält's davon. Willst du mich vereinbaren? Ich krieg mit sieben... Wir können die Speer wegmachen zusammen. Ich hab die gerade schon mal angehauen. Ja, ich muss auch machen. Machen wir die Hälfte an Leben weg. Dann nicht. Also ich finde das gut, dass du da einmal drauf klopst. Aber ich muss vor denen flüchten. Ich mach mich kaputt. Das ist nicht gut. Alter, wie cool ist das denn? So. Also in drei Runden krieg ich auch meinen Gouverneurs-Bonus. Ich weiß noch nicht genau, was das dann bedeutet. Das finden wir dann zusammen heraus. Und ich hab den Geschichtsverlauf schon massiv beeinflusst. Echt? Christian, da gebe ich dir auch mal einen guten Tipp. Von den Speeren, die du hast, laufe er ein, zwei, drei Felder nach rechts noch und drei nach oben. Ah genau, dann hast du auch gerade Dover entdeckt. Die Clip von Dover, stimmt das? Ja. Ja, okay. Aber da müsste man siedeln. Da müsste man siedeln, ja. So. Das Problem ist, das ist viel zu weit weg von meiner Hauptstadt. Ja, ich wollte es nur gesagt haben, weil du kriegst halt nämlich schon Zeitalterpunkte, wenn du die entdeckst. Ja, hab ich ihn nicht gekriegt. Oh. Du kriegst nur, wenn du als erst entdeckst. Okay, da hatte ich es. Ah, das ist ja toll. Ja, ich wollte aber nett sein. Ja, ja, ist cool. Aber mit sieben Zeitalterpunkten sehe ich schon einem dunklen Zeitalter entgegen. Ich hab acht. Ja, ich sehe auch einem dunklen Zeitalter entgegen. Alles unter zwölf. Alles unter zwölf. Alles unter zwölf, ja. Und alles über zwölf ist eher gold. Wie lange dauert es denn noch bis? Das weiß ich nicht. Kannst du sehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die beende ich gerne. Okay, jeder... Keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich dann irgendwie wirklich Zeit... Das ist alles Mobbing hier. Das ist, finde ich, auch nicht nett. Damit hören wir jetzt auch auf. Aber guck mal, ich zieh mal meinen Oberteil aus, ja. Das ist deine Jacke. Ja, ist doch mein Oberteil. Habt ihr eigentlich auch schon zwölf von zwölf fürs goldene Zeitalter? Natürlich. Hast du schon zwölf von zwölf? Ja. Ja, klar. Nice. Echt jetzt? Ja. Ja, dann bin ich mal dafür. Hier, schau mal bitte zu Jay rüber. Gucken wir uns mal, was der goldene Zeitalter macht. Moment, wir hatten es aber noch nicht gestartet. Nein. Ach so. Nein, 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 nein. Du bist jetzt auf. Hi. Er ist jetzt in der Mitte. Ich bin halt bei zwölf von zwölf. Goldenes Zeitalter steht da drin. Das steht ja. Jay, hau mal mit dem Mauszeiger unten rechts drüber. Zeitalter Punkt zwölf. Grenze zum Vermeiden eines dunklen Zeitalters zwölf oder mehr. Verdienen eines goldene Zeitalters zwölf oder mehr. Das ist ja hier fake. Warum finden wir denn dann zwölf von zwölf? Wenn der blaue Kreis durch ist und du immer noch nicht zwölf hast, hast du ein dunkles Zeitalter. Wenn du 24 schaffst, hast du ein goldenes. Ah. Ja, dann habe ich jetzt natürlich Fake News verbreitet. Tut mir leid. Hast du doch keine Zwölf? Hä, wieso ist deiner denn nicht so weit wie zwölf? Doch, zwölf habe ich. Meiner. Wir spielen nur die gleichen Anzeigen. Ey, da habe ich auch immer eine Frage. Stimmt. Wie weit voll sind eure Kreise für die Zeitalter? Voll. Ja, nee, dann ist das die Anzahl von den zwölf. Stimmt, dann ist das die Anzahl. Dann weiß ich auch nicht, wann man abwandert, dann losgeht. Wie die Folge, die Kreise. Ja, ich dachte, der Kreis. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir sind das nämlich genau sieben quasi. Sieben von zwölf, das signalisiert das. Ja, aber bei dir ist so das dunkle Zeitalter. Ja, weil ich keine zwölf habe halt. Aber bei mir war es die ganze Zeit auch nicht auf diesen dunklen Zeitaltern. Also bei mir war immer das Land der aufgehenden Sonne. Tja, manchmal. Korea, Korea, wir lieben unseren Parteiführer und Gottkönig J. Kim Jong-J. Das glaube ich, das gefällt dir, wa? Ja, das gefällt dir sehr, sehr. Zum Politik ändern. Peter, ist das echt dein Fickernst? Was willst du denn jetzt von mir? Du siedelst zwei Felder neben meiner Hauptstadt. Vorhin waren das noch keine zwei Felder. Das dir hat nicht gefallen. Oha, oha, oha. Ich höre hier schon Meckereien. Alles klar, sagt der Christian. Das war Fail, wer das hier gesehen hat. So, ähm, wir müssen jetzt wieder forschen. Wo haben wir denn... Oh, guck mal hier. Das ist aber schön hier. Da nehmen wir doch direkt unser Heureka mit. Zack. Oh, und wir können jetzt direkt unsere Kultur erobern. Das ist auch schön. Wo kriegt man denn jetzt diesen Gouverneur her? Hä, wieso schaltet die Fähigkeiten... Ne, Moment, was ist denn jetzt dieser Gouverneur? Verleiht eins Gouverneurtitel? Alter, acht Runden braucht der bei mir. Ne, das spare ich mir noch auf. Da hat der Bram echt gut durchgeballert. Das verwirrt mich. Wo habe ich echt gut durchgeballert? Dass du den ersten Gouverneur gekriegt hast, weil bei mir dauert das noch ewiglich lange. Ich kann einen Gouverneur ernen. Das ist ja schön. Um das zu... Ich habe auch mehr als doppelt so viel Kultur für Runde wie du. So, wieso hast du so viel Kultur? Weil ich Shaka Sulu bin. Boah, du bist ganz schön krass. Welchen Gouverneur möchten wir denn? Ich bin einfach richtig krass, weil ich habe Shaka zu. Alter, ich kann die Namen von meinen Städten überhaupt nicht aussprechen. Makwa Sakahikan. Oh, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Den finde ich sehr, sehr gouverneurig. Zuweisen. Wieso haben wir eigentlich so viel Süßigkeit neben uns stehen? Ich muss das ganz weit wegstellen, ey. Nächste Runde. Nee, nein, keine Süßigkeiten mehr. Boah, ich fühle mich wie... Hört man dich eigentlich im Spiel? Zack. Nein, nein, alles gut. Sonst hört man ja immer... Das ist okay. Nee. Was möchten wir denn jetzt hier haben? Mir ist es warm. Mir ist es auch warm. Ja, bei mir bläst die ganze Zeit der Lüft da unten vom... Ja, bei mir auch. Ich habe so das Bedürfnis, wenn wir die Hose auszuziehen. Kann man die Fester hier eigentlich? Nee, das geht gar nicht. Schau, das ist mir zu warm, Peter. Mach doch. Hinter dir ist... Hinter dir ist... Du hast gesagt, geht nicht. Okay, er hat die Ironie einfach nicht verstanden von dem Rommel. Nee, Peter ist nicht so klug. Klingeling, Ironie hat angerufen. Oh, das Spiel wartet auf euch. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt weiter... Wir haben mal Peters Arsch gesehen. Live in Cam. Ich weiß gar nicht, warum... Was ist der Sinn des Spiels? Der Sinn des Spiels ist es, alle Völker zu überflügeln. Sei es durch Ausfrottung oder durch Raumfahrtprogramm. Oder ja. Ganz schön Respekt. Dankeschön. Es freut mich sehr, dass Shaka Zulu meinem koreanischen Volk Respekt zollt. Das freut mich. Ich freut mich sehr. Ich hab immer noch keine gefunden. Ich fach da aus. Sigi, Sigi. So, das sieht doch hier auch ganz schön aus. So, ihr geht da hin. Knüppelt immer nieder. Dann. Ihr geht da bauen. Was ist das denn? Klong, klong, klong. Alter. Das ist aber ganz schön kalt hier. Das Fenster wieder zumachen, wird langsam ein bisschen kalt. Dann mach du bitte wieder zu. Ich hab die mal nie aufgemacht, Alter. Ja, und? Aber ich hab schon aufgemacht. Jeder ist ganz schön stressig. So. Bram ist schon ein kuscheliger Kuschelbär, muss ich sagen. Jawohl, wir haben noch einen Gouverneur. Du hast doch einen Gouverneur. Ich bin auch schon Gouverneur. Neu-Zuweisung, ey. Wenn der mir nicht mehr gefällt, oder was? Ich find den eigentlich ganz gut. Der gefällt mir. Den möchte ich mal nennen. Ja, ich bin zufrieden mit dieser Runde. Ich bin sehr zufrieden. Chat, was sagt ihr? Gibt es keine Kamerawechsel? Doch, es gibt Kamerawechsel, aber wir hatten, oder ihr hattet darum gebeten, etwas öfter die Sichten wechseln, wird angeboten. Mit Angeboten? Mit Angeboten. Im Chat, was heißt denn angeboten? Jay spielt noch viel zu sozial, zeigt ein wahres Gesicht. Ey, ich bin Korea, ja. Ich sag jetzt, ich möchte bei den Olympischen Spielen mitmachen. Und dann gibt's nachher Krieg. Was wird denn jetzt? Ich hab grad ein bisschen den Mut voll, aber macht nix. Ich wünsche mich am Sack. Weil ich diverse Einheiten verloren habe, aufgrund von Barbaren. Nur das ist nicht gut. Aber den Rest, den ich nutze, äh habe, werde ich nur nutzen, um dem hier auf den Sack zu gehen. Wem? Oh oh. Adieu, Wadda. Achso, die haben Pekingiere, ja, das ist ja schön. Ah. Ich hab 14 Punkte gekriegt. Noch 7 Runden, bis das Zeitalter zu Ende ist. Was? Wo stand das? Da. Was ist denn für ein Zeitalter? Ach, da oben die Punkte. Oh, das ist ja super. Uiuiui. Okay, was kann ich dir tun, damit ich das noch kriege? Was kann ich dir tun, damit ich nicht ein dunkler Zeitalter gegenlebe? Hm, 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 hm. Wer ist das denn? Ah, da ist Minus 2, ne? Okay. Guck mal, da sieht man. Jetzt können wir mal ganz kurz nachgucken. Also ich finde das hier eigentlich ganz schön. Das Problem ist das hier. Aber, ja. Leute, ich hab Sansibar entdeckt. Aber hier wäre doch ganz schön, oder? Was hätten wir denn hier? Korea sehr glücklich. Ja? Ich bin aber nicht überlegen, wo ich hin soll. Korea, wie viel? Korea hat die Barbaren abgewehrt. Korea ist zufrieden. Korea hat jetzt 15 Punkte. 15? Ja, weiß ich nicht. Ich bin immer noch 12 von 12. Das wächst nicht bei mir mehr. Hä? Aber auch nicht, wenn du die Barbaren gerade geklatscht hast. Ich werde mein goldenes Zeitalter jetzt starten gleich. Denke ich. Wenn dann die Antike vorbei ist. Ich dachte, du brauchst 24. Nee, zwischen 12 und 24. Ich denke, 12 ist halt das Maximum. Die Grenze zum Verdienen eines goldenen Zeitalters. 24 oder mehr. Ah, lol. Ja, stimmt. Du brauchst auf jeden Fall 24. Du hast recht, Peter. Korea wird sofort wiederkommen. Okay. Korea kann euch etwas... Oh, äh... Ich würde so ein Ding noch nehmen. Holland hätte gern ein richtiges Bier. Ich brauch das. Aber Holland... Doch. Jeder hätte gern Amstel. Nee. Oder Heineken? Nee. Was für ein holländisches Bier magst du denn, Peter? Gar keins. Tja, dann... Ich mag belgisches Bier. Du musst ja schon wieder mein nächster Krieger. Dann musst du Belgien einfach erobern, Peter. Ja, sehr gut. Du bist auf Cam, wa? Ja, ich weiß. Ich weiß aber noch nicht, wo mein nächster Krieger ist. Ich weiß gerade nicht, weil ich sonst noch was tun soll, außer nichts ohne Krieger. Ja, dann... Ja, dann... Dann nimm doch. Das ist doch genau das, worauf wir warten. Mensch. Ich glaube nicht an Astrologie. Das ist doch ganz schön geil. Ich glaube auch nicht an Astrologie. Das ist alles in völlig ab Blut sind. Du brauchst dann immer Geometer, das ist gut. Danach rieche ich dich meinen ganzen Tag. Ja, ich auch. Oh, jetzt hat der schon wieder zwei Einheiten Barbaren hier. Mann, nehm mich doch ab. Ja, reiß nicht ab mit den Barbaren hier, ne? Ich kriege die halt nicht kaputt. So, du das auch da. Du machst drei Einheiten weg, kommt zwei wieder neu. So, mach mal erstmal... Welche Geschwindigkeit haben wir eigentlich eingestellt? Online, also maximalste. Heißt, bei 250 Runden ist auch Schluss. Wir haben also zehn Prozent jetzt durch. Krass. Okay, gut zu wissen. Ja, hier. Oh, hier. Oh, fuck. Nee, nee, nicht überspringen. Heil. Nächste Runde. Ich muss mal verraten, was ist das schon vorbei. Wo sind denn eigentlich... ...von die... Okay, ich habe hier schon zehn von zwölf, immerhin. Wir haben mittlerweile sogar schon 14. Also, mal gucken. Sieht ganz gut aus bis zum Ende. Okay. Warte mal, wo kann ich denn am besten abbauen? Wo sehe ich denn nochmal... Wo Technologie bauen, wo die Spezialeinheit ist? Wo? Die müsste angezeigt werden, ne? Ist schon gerade vorbei? Die Spezialeinheit wird nicht pauschal so angezeigt, ne? Hier musst du natürlich wissen und finden. Ich habe die zum Beispiel oben auf das Fragezeichen eingetippt. Oben rechts, nicht in dem Baum. Also, wenn du jetzt auf Escape drückst, dann oben die eingetippt. Um dann herauszufinden, weil ich dafür als Zoraussetzung brauche. Witzigerweise waren meine von Anfang an dabei. Zum Glück. Das wird ja auch nicht schlecht. Um dann zu sagen, guck mal, da steht gegen Errungen oder so. Ja, er sitzt. Genau, er sitzt. Der Ranger. Den Ranger gibt es ja erst super spät im Spiel. Was ist denn deine Spezialeinheit, Christian? Nicht ein Schottenrock-Fuzzi? Was ist denn ein Schottenrock-Fuzzi? Ja, irgendwas aus dem alten Mittelalter. Der einen Schottenrock trägt. Die tragen heute auch noch Schottenrock. Ja, aber nicht in der Armee. Ich glaube, bei Paraden schon. Ja, bei Paraden, aber halt nicht im Krieg. Äh, nee. Nee, das ist später. Schalom. Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ach, vielen lieben Dank, mein koreanischer Freund. Ich bin wieder zurück, weil das wieder zu stark einig ist. Oder so. Kann irgendeine Afrikaans, also echt jetzt, und hat das schon mal gehört zumindest, weil ich kenne halt immer nur, dass man das so... Ja, aber wenn man schon... Ich hab da schon mal... Ich hab da schon mal... Ich glaub, bei Metal Gear Solid V kommt Afrikaans vor. Aber das klingt überhaupt nicht so. Das ist aber wie holländisch ein bisschen. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich ziemlich witzig. Das hab ich auch schon mal gehört. Das ist nämlich ziemlich witzig. Der Chat sagt gerade, wir sollen B-rushen. Oh, B-rush, Zikert, Bliad. Oh, jetzt wird langsam echt ein bisschen frisch. Ich mach mal wieder zu, oder? Du musst ja nicht immer auf und zu machen. Du kannst ja oft kippen. Das wär ja halt crazy, Peter, wenn das mal workst. So, Jay? Jay ist noch dran. Ja, ich bin halt logischerweise noch dran. Ja, ich weiß, aber der komplette Twitch-Chat fragt sich gerade, warum denn eine verkackte Stadt ein Feld weg ist vom Wasser. Das ist nicht nur ein Feld, die sind zwei Felder weg vom Wasser. Ich wollte einfach mal den Test machen, wie denn so jetzt in den neuen Civ-Add-On-Städte ohne Wasser auskommen. Also hast du nicht mal einen Fluss neben dir? Ja. Ich hab einen Berg. Ist auch schön. War das ein rotes Feld, auf dem du gebaut hast? Nein, ein graues. Ein graues. Oh, das ist ja super. Ja, ist nicht so gut. Aber da wurde mir zumindest angeboten, zu sagen, gründe da deine Stadt. Das wäre gar nicht so dumm. Das wurde dir empfohlen? Okay. Ja, wenn drumherum rot ist, ist halt besser. So, ich muss jetzt noch mal schnell was machen. Ich hab'n Stammesdorf entdeckt. Die schottische Spezialeinheit wird bei 3 freigeschaltet. Christian. Was denn? Oh, es geht weiter. Die schottische Spezialeinheit wird bei 3 freigeschaltet. Ja, ich... Achso, ja. Danke. Danke an Dice-Bed. Antike endet in 5 Runden. Wird nochmal eingeblendet. Ja, ich hab'n Duplis-Zeitalter. Noch nicht. Das dauert noch, Christian, bis es so weit ist. Ja, 5 Runden. Ja, genau. Ja. Ich hab' 7 Punkte. Okay. Na gut, aber... Achso. Kann ja noch viel passieren in der Zeit. Achso. Wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Was denn? Die ihr lesen solltet. Okay. Ich hab' keine WhatsApp-Nachricht. Das ist ja schade für mich. Das macht ja gar nix. Das macht ja gar nix. Das macht ja nix. Nee. Ich kann mein Handy nicht mehr steuern. Ja, das macht ja auch nix. Kein Problem. Sooo. Okay, dann... Oh, die kann ich befördern. Was ist denn geil? Äh, ja, hier. Das ist wichtig. Errungenschaft freigeschaltet. Attraktionen, die anziehen. So muss das sein. Ja, aber wir wollten uns doch gerade ausziehen. Alter. Okay. Ich versteh' das nicht. Das ist doch gut, oder? Ich versteh' das alles nicht. Oh! Korea! Das ist doch in Forschung. Ah! Korea! Die Kriegs! Was ist denn da los? Wo kommt ihr denn her? Krieg erklär. Hallo, Korea! Alter, hast du ne hübsche Krone aus. Wer ist eigentlich aktuell in der Perspektive? Mehrkrieger Richtung Niederlande. Das weiß ich nicht. Was? Chris? Ja, was? Okay, du bist immer noch mehr in Perspektive. Ich hätte ja sein können, dass ich das nicht mitbekommen hab, zu wechseln. So. Ich find' Jay's hübsch. Ja, find ich auch. Wir haben uns aber noch gar nicht gesehen. Zögerliche Grußworte und neugierige Blicke prägen unser erstes Zusammentreffen mit dem Volk der Kree. Hab' ich dir noch nicht ne Friedenspfeife ange... Oh, das muss ich vielleicht mal machen. So ne Pfeife. Klopp die weg. Ich kann nicht draufklicken, weil wir bei Warten sind. Okay. Ja, wir sind gerade mit Jay hier unterwegs. Ich hab' jetzt auch endlich meine erste... Komm, ganz ehrlich. Ist die Bombsbar? Ich hab' doch mal nur mal gefragt hier. Komm, guck mal. Du bist Wilhelmine, ja. Du siehst ja auch wieder der letzte Apfel mit Wurm drin. Hey! Ram, 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 ram. Das stört vielleicht ein bisschen. Das klimpert so viel. Das klimpert so viel, ja. Das klimpert so viel, ja. Was hat Holland... Ich hab' Holland durch zwei Weltkriege geführt. Ja, aber die Frage ist immer erfolgreich. Ich will dann, ob ich gut aussehe. Wo will ich denn hier hin? Das ist ein ganz schöner Sexist. Warum? Das sagt Peter. Wenn ich... WTF?! Der sich heute noch darüber gewundert hat, dass auch Frauen Piloten seien können. Das hab' ich nicht gemacht. Ich hab' mich darüber beschwert, dass so wenig Frauen Piloten sind. Das kam so aber nicht rüber. Ich seh' mich selber als Feminist. Das kam so aber nicht rüber. Das kam so nicht ganz rüber, Peter. Ja, okay, wenn du mich absolut nicht falsch verstehen willst... Weiter geht's! Trotz all dem ist Wilhelmine ne Bratze. Also mein Indianervolk hat früher... Das ist kein Sexismus, möcht' ich immer sagen. Die trägt nen Apfel und ne Birne oder so auf dem Koppe. Die trägt überhaupt weder noch... Guck dir doch mal an, wie die ausluben! Wer hat Blumen? Ach, Peter sei ne, Alter. Peter, wenn du als hessliche Frau auf die Welt gekommen wärst, ja, dann wärst du die. Dann bin ich ja quasi nur ein Männerkörper. Ne, aber es ist richtig hässlich auch noch. Da können wir gleich mal draufklicken. Ja, das hätte ich, das hätte ich, das hätte ich. Aber wir warten gerade wieder auf Christian. Ja, gucken wir uns mal mein kleines Indianerdorf an. Also meine Hauptstadt ist Diki, Sivatschik und äh... Makwa Sakahikan ist auch noch am Start. Mak-Wat? Was? Gesundheit. Ja. Ich hab grad auch nur Makwa gehört oder so. Makwa Sakahikan. Jawoll. Ähm, liebe, äh, holländische und liebe schottische Fraktion. Ich habe hier Eingeborene. Soll ich die Freundschaft verkünden, oder? Oh, das ist ne gute Frage. Ich bin mir da nicht so sicher. Die sagen die ganze Zeit, ich meinte so... Hä, du hast Eingeborene? Soll ich die Freundschaft verkünden? Ja, habt ihr den Film, ähm, der Schuh des Manitou gesehen? Der sieht aus wie Winnie-Touch. Haha, das stimmt wirklich. Ich bin mir nur nicht sicher. Diese Person hat auch so viele Haare auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob die mir positiv besonnen ist oder nicht. Ja, natürlich. Vor allem gibt's halt... Vor allem gibt's halt... Der Peter kein Feminist ist. Warum? Sondern steht für Equality. Also für Gleichheit. Und nicht dafür, dass Frauen über Männer stehen sollten. Ja, da habt ihr recht. Ich dachte, Feminismus wäre auch für Gleichheit. Ja, ich werd jetzt mal... Ein klassischer Fehler vielleicht. Ich werd einfach mal testen, wie die Indianer so drauf sind. Und wenn die scheiße sind, dann ficke ich die. Müssen die dir nicht, wenn du dir das erste Mal triffst, Perlen und Edelsteine und so geben? Ja, und vor allem ne dicke Pfeife. Normaler... Ich warte einfach nur, bis die mir ihr Land geben, aber bis ich mir das Land wohne. So macht man das ja mit den Indianern. Bis du mit den Knarren ankommst und nicht noch den Drogen hab. Genauso sieht's auch aus. Alles klar. Was ist das denn? Kommt dieses Trommelgeräusch aus dem Spiel. Hast du gerade ein Trommelgeräusch im Spiel? Ja. Okay, dann ja. Also ich hab halt hier... So was hab ich. Nice. Also ich beschwör gutes Wetter gerade. Ja, spür euch weiter. Damit ihr diese Runde endlich anfängt. Warte mal, ich hab hier gerade noch... Wie lange hab ich eigentlich noch, damit ich nicht in ein dunkles Zeitalter rutsche. Noch vier Runden. Also ich bin jetzt bei 13, also bei mir ist alles zu tief. Ich muss irgendjemand auf die Fresse hauen, das ist mir aufgefallen. Warum? Ich hab grad Barbar noch mehr weggemacht, da hab ich noch mal zwei Punkte bekommen. Was macht man denn noch dagegen? Wer ist denn bei dir in der Nähe überhaupt? Ich hab jetzt jetzt nur den ehrwürdigen König von Schottland gefunden. Komm, das soll ich dir. König L. Oder Robert Lappen. Arsch. Das Problem ist, ich krieg nicht mal Barbaren kaputt. Lol, da ist ein Barbarenlager. Und ich wüsste nicht, wie ich jetzt noch mehr Punkte hier krieg. So. Wir gehen mal wieder zurück. Ihr bleibt stehen und ihr kommt mal zurück. Da ist noch mehr Jay. Wie, da ist noch mehr Jay? Hier ist alles Jay. Was ist das denn? Das sind meine Pfeifenraucher. Was ist das denn? Das ist die stärkste einer in dem Spiel, Jay. Lass dich nicht verarschen. Das ist die stärkste einer in dem Spiel, Jay. Okay. Renn, Krieg. Okay, wir sind zusammen. Ja, statt Stufe 2, die Okichitaf. Ja, die haben richtig viele Barbaren schon weggemacht. Die sind voll nice. Okichitaf. Ja, hoppala. Das hat ein Zufall. Ich muss mal direkt gucken, was Okichitaf kann. Ihr seid an der Reihe. Oh, die Barbarenkirche. Oh, ich geh weiter. Alter. Da wird dann nicht normalerweise ein Zaun. So ein Bingbing oder so. Geil. Das ist ok, damit kann er nicht überreden. So. Oh, ich kann eine Religion gründen. Oh, jetzt geht los. Jetzt geht ab, Alter. Boah. Was ist das denn jetzt? Gouverneur Magnus hat sich etabliert. Oh, das ist gut. Der Große. Der hat so'n Teil. Nice. Geiler Typ, ey. So, jetzt haben wir schon mal eine Religion. Ja, aber der ist halt echt ein richtiger Stecher. Und jetzt holen wir uns hier noch. Beförderung, Alter. Ich mag die Musik. Holen wir uns noch eine Spezialisierung. Ich krieg direkt wieder Bock auf All You Can Eat. Was ist das? Was? Durch die Musik? Alter, ich will China-Restaurant. Nein, gut, Korea oder China. Aber trotzdem. Bauen wir einen schönen Mathis. Fällt mir. Wir haben Geld. Geld ist nicht gut. Also bauen wir modernisierungen. Zack. Boah, ich bin schon fertig. Wie viele Punkte hast du mittlerweile, Jay? 1, 2, da hast du selber gucken. Ich hab 19 mittlerweile. Das ist so gut. Das ist so gut. 13 von 24. 3. Ich hab auch 13. Ich brauch noch 5. Nicht schlecht. Ich brauch noch 5. Du brauchst noch 5. Oh, jetzt wird alles langsam eng. Alter, ich seh das erste Mal Stein in meinem Leben hier. Bin gespannt. Ich komm einfach so. Ich komm einfach so. Was macht man denn noch so, damit man so Pfote kriegt? Ja. Städte bauen. Kann ich nicht. Stadtstaatentreffen, Handelsschwege ersenden. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Barbanlager killen. Kann ich nicht. Quests von Stadtstaaten erfüllen. Kann ich nicht. Andere Leute finden. Weil die Quests sind, bilden sie Streitwagen aus oder so. So, ja. Moment, wo sieht man eigentlich die Quests? Die hab ich da rechts angezeigt bekommen. Bei den Stadtstaaten. Ach, wenn man eine Stadtstaaten-Quest macht, dann... Dann kriegst du auch so was. Die geben mir jetzt komische Quests. Rekrutier deinen großen Schriftsteller. Ja, easy. Mach ich gleich. Ja, das ist ein bisschen kniffliger Potenzial. Alter, ich bin so ein Idiot eigentlich. Jo. Die andere sagt mir, bildet einen schweren Streikwagen aus. Ich hab noch keine Reiter. Ah, ich darf einen zweiten Gouverneur haben. Also, die Heurekas sind aber schwächer geworden, wenn ich das richtig sehe. Früher waren das, glaube ich, halbe, oder? Jetzt sind das, äh... Was heißt halbe? Nur noch Drittel, äh, Runden, die dir fehlen insgesamt von dem ganzen Spaß. Halbe, äh, so, du... Bis du das komplett erforscht hast, brauchst du ja so zu viele Runden. Und mittlerweile sind das nur noch Drittel Kreise, glaube ich. Ach so, dass du weniger Zeit an sich brauchst. Ja, glaube ich, aber vielleicht vertue ich mich auch. Ich hab's jetzt schon echt länger nicht mehr gespielt. Ja! Ich hab's geschafft. Was? Ja! Kein schlechtes Zeitalter. Ach, du bist bei zwölf jetzt, okay. Das setzt einen echt schon halbkommender Druck, diese neue... Ja, ich hab jetzt einfach ne... Die Klippen von Dover besiedelt. Das ist gut. Du hast einfach ne Stadt gemacht... Ich hab einfach ne Stadt gegründet und das aufgefickt, Alter. Kamau, Mann! Ja, seh ich auch so. Kamau, Mann! Meine nächste Einheit kaputt gemacht. Alter, bei Christian geht er auch voll ab, ey. Was hast du denn als Gegner immer? Reiter, oder was? Äh, ne Speerträger. Äh, ne Speerträger. Oh, die sind auch was. Okay, der Chat regt sich gerade... Das heißt Regen nicht, aber... Findet die Musik von Sepp interessant? Weil die macht den Chat fertig. Ey, 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 ey. Das ist, ähm... Das wird mich aber auch fertig machen, ehrlich gesagt. Meine Dudelsack-Musik ist weg. Das find ich so schade. Ja, meine gerade auch. Ich hab gerade jetzt auch keine Musik. Weil wir auf was warten, oder was? Ne, er wartet auf mich. Ja, alles gut, Korea. Alles gut, Korea. Oh, Mann, ich kann... Nicht... Ey, Tilburg, magst du deine Dinger mal so weiter nach links machen? Oh, jetzt geht wieder los. Jetzt geht wieder los. Äh, 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 äh... Bin ich Tilburg? Ne, ne? Ach so. Ja, das passiert ja automatisch hier, der Quatsch. Wer weiß, was für Götter wir hier beschwören. Aber ja, ich mach das nicht absichtlich. Aber ist das nicht ein... Die Indianer haben super krass Handelswege und so. Ist das nicht so ein Militär-Ding? Das haben wir schon zwei Stück. Das ist ein Lager, ja. Das ist... Ist das nicht ein Militär-Lager? Das... Ja, klar. Ach so, das... Das steht richtig klar. Ja, weil das da nix wert war. Hast du nicht gesagt, du haust mir auf die Fresse? So, nächste Runde. Schön, dass ihr hier jetzt bei mir seid, liebe Zuschauer. Diese Runde konnte ich gar nichts tun. Außer aus, nächste Runde klingt. Äh, aber ihr seht, aktuell mein Reich gedeihen. Hier, ne? Habe ich vorhin ein, äh, Lager zerstört. Eins von den bösen, bösen Babam. Hahahaha. Ich bin gerade Zeuge geworden, dass Pito K.H. Napi Winin gegründet wurde. Hmhm. Ah, wer ist denn das? Ach so, das ist von Sepp. Sepp ist gerade, glaub ich, eingeschlafen oder so, aber Tastatur. Und hat den Namen gerade... Und hab einfach... Sammy ist einmal drüber gelaufen. Nein, Tastaturvater. Was ein Name. Ich hab doch gesagt, das ist halt der Oberschritt. Kutti, Kutti, Kuluti. Ah, ich hab Jinju gefunden. Ich hab Jinju gefunden. Hallo, Jay. Hallo, Jay. In der Hoffnung, bald noch einen dritten Stadtstart zu treffen, damit meine politische Philosophie einen Heureka bekommt. Ansonsten muss ich, äh, entweder so das erforschen oder aber... Anders. ...abbrechen und warten, bis, äh, das Heureka kommt. Wow. Ansonsten, äh, hat Christian ja schon richtig festgestellt, ist hier offenbar seine Hauptstadt, was ich übrigens nicht wusste. Ähm, und, ja, ich hab halt da ein Lager eingesetzt. Was nicht als Aggression angesehen werden sollte. Hm, ne, ne, bei Peter. Ich bin die friedfertigen und neutralen Holländer. Ich möchte gerne Handel treiben und das Meer beherrschen. Ich habe kein Interesse daran, durch militärische Siege irgendwas hier voranzutreiben. Du möchtest Frikandel an alle verteilen, ne? Nee, ich möchte Frikandel es nicht an alle verteilen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Aber ja, ich habe hier halt schon meine Küste gesichert, äh, da wo jetzt sofort eine neue Stadt entsteht. Und das, äh, erhöht das die Loyalität dann in der Stadt für dein Ding? Das wäre auch nochmal ganz gut. Okay. Aber da wurde mir leider von Civilization noch nicht gesagt, bau doch mal da was hin. Vielleicht sollte ich da nochmal ein bisschen besser erforschen. Mir fehlt noch eine Erforschungslandeinheit, aber ich habe gerade die ganze Zeit was zu tun. vor allen Dingen das hier. Äh, was halt, also Wunder sind natürlich immer interessant. Wunder kosten nämlich viele Runden. Wunder gibt es immer. Und wenn jemand anders dann eine Runde vor einem dieses Wunder schafft zu bauen, dann ärgert man sich extrem, weil man sehr, sehr wertvolle Runden verschwendet hat mit dem Bau des Wunders. Aber das ist ein sehr holländisches Wunder, könnte man schon fast sagen. Frikandel. Frikandel ist bisher. Auch wenn es vorher noch nie da war. Nein, nicht durch den Namen, sondern durch das, was es tut. Ich wusste es. Und wir sind ja quasi fast fertig. Frikandel-Spezial. Und deswegen hoffe ich, dass es funktioniert. Wie heißt denn das, Peter? Ich baue auch gerade keins. Was sag ich denen? Ich baue auch eins. Na gut. Dann gibt es vielleicht ein Duell zwischen Bram und mir gerade. Ja, aber das kann er ja nicht ändern, wenn du eh fast fertig bist. Er kann ja nichts... Doch, er kann was tun. Doch. Jeweils andere könnten das vorher abbrechen, weil man sagt, ich bin hier durch. Nee, und du kannst ja auch das regulieren auf Produktion. Ich brauche keine mehr. Ich bin jetzt fertig. Wie sieht denn da bei dir aus? Ja, ich auch. Sobald Christian jetzt auf Weiterdruckt. Oh, oh. Ich auch. Was passiert dann eigentlich? Und dann bekommt der, der mehr Produktionspunkte reingesteckt hat, das Wunder zugesprochen. Also die überbleiben? Nur. Die überbleiben dann. Scheißegal. Ja, ich sehe das da unten. Ach so, verdammt. Ich wollte es Jay gegenüber verstecken, aber das hat nicht geklappt. Christian warnt mich die ganze Zeit. Hör auf mich zu warnen. Ja, aber sonst kann ich den Krieg nicht erklären. Ich will dich zurückfahren. Ohohohohohohohohoh. Ohohohohohohohohoh. Uiuiuiui. Da das Spiel ein neues Zeitalter erreicht hat, könnt ihr eine Widmung wählen, um euer Erfolg in eine gewünschte Zukunft eurer Zivilisation zu führen. Aha. Genau das habe ich dir auch gerade. Die Klassik hat nämlich begonnen und aktuell haben wir 13 Punkte. Das heißt, was können wir denn machen? Für ein neues Zeitalter beim Wechsel Brauchen wir mindestens 26 Punkte Um beim normalen Zeitalter zu bleiben Sollten wir 38 schaffen Ich hatte 22 von 24 Punkten Das ist aber ärgerlich Aber die behält man jetzt für die nächste Stufe? Nee, Bram hat weniger Ich habe 18 Ich kann mir jetzt eine Widmung aber hier holen Was ist das denn? Freiforschung, Stift, Pinsel und Stimme, Monumentalität Oder Exodus der Evangelisten Eine verdammt gute Frage Worauf will ich denn gehen? Wohl eher Nehmen wir doch mal Das vielleicht Weil das halt zu meinem Volk passt Auch wenn ich eigentlich nie so spiele Aber probieren geht über studieren So, hier Ich wurde mal wieder gewarnt Irgendwie Geht das nie weg Okay Wir haben weiteren Ja, machen wir das mal Oh, ja stimmt Es gibt neue Quests Für die Stadtstaaten natürlich Das ist noch relevant Für Lissabon beispielsweise Soll ich einen großen Schriftsteller Das wird nicht funktionieren, glaube ich Und für die anderen Soll ich eine Eingebung Für Mystik auslösen Was haben wir denn dafür? La Mystik Wo ist ein Mystik? Für dich Ich weiß gerade nicht, wo die Mystik ist Aber in der Regel habe ich damit eh Ach, das ist eh hier auch bei den Ja, forsch ich gerade tatsächlich Eine Runde noch Ich muss einen Pantheon dafür gründen Um den Bonus zu bekommen Was für ein Wunder hast du jetzt eigentlich gebaut? Hast du gelabert oder hast du gar keins gebaut? Doch, ich habe tatsächlich eins gebaut Was hast du denn gebaut? Habe gar nicht mitgekriegt Was hast du denn gebaut? Gar nichts Habe gelabert Die hängenden Gärten Mit Shaka Sulu Ich habe nur Militäreinheiten Okay Ich habe die hängenden Gärten gebaut Ich bin Shaka Sulu Ich habe nur Militäreinheiten Das freut doch einen direkt Wenn man daneben ist Und damit haben wir Die Runde Beendet Streitwagen Nee, haben wir nicht Denn die Galerie ist an ein Ende gestoßen Nein, ist sie nicht Wir sind einfach nur Gegner Aber das interessiert uns ja nicht Sollen wir ja ein bisschen rumgegnern Wir erforschen weiter Unseren Kontinent Der doch größer ist Als ich erwartet hatte Muss ich sagen Abgesehen davon Dass ich direkt neben Christian bin Und er bereits Mit einem Krieger Vor dem friedlichen Tilburg steht Du meinst neben meiner Hauptstadt Naja Du stehst nicht mehr auf deinem Gelände Ja, weil ich gerade vor Wagen gekämpft habe Oder werden Kriegsakte unterstellt Ich habe keinem nichts unterstellt Er steht Er steht Vor meiner Stadt Vor dem friedlichen Tilburg Habe ich nur gesagt Da steht er vor Das heißt korrekt Ich stehe da auch vor Glaube ich Nämlich in Fitokana Alter, wer kann denn das aussprechen Die Freundschaft zwischen Christian und mir Ist abgelaufen Das ist eine Tragik Na endlich Gehe ich da gar nicht in Worte vor Ich glaube da haben sich zwei gefunden Zwei Kulturen Freundschaft Verkündung Mal gucken, ob die angenommen wird Jetzt wurde ich auch noch denunziert Und meine Freundschaftserklärung wurde abgelehnt Es ist eine Tragik Sondergleichen Muss ich hier als Kurier vielleicht schlichten Ja offensichtlich Wir wollten ja hier schön gemeinsam arbeiten Schottland Was kann ich für dich tun? Gar nichts Okay Korea Moment Holland Was kann ich für dich tun? Mich verteidigen Ich werde keine Kriegshandlung von mich aus auslösen Sondern mich verteidigen Das ist ein Holländer Er darf mich sagen Ja genau Okay Ja Ich habe gerade nur den Gürtel das erste Mal jetzt bemerkt Dass er sich ausgezogen hat Ja habe ich Ja Ich kann gerne meine zwei Krieger erkunden lassen Damit wir dich finden Du hast nur zwei Krieger? Ah ich habe Korea stärker gedacht Aber naja Ja gut Bis die bei mir sind Ist einer von uns beiden potenziell ja eh schon tot Aktuell versucht Korea gerade diverse E-Sport Titel zu gründen Um hier auf Platz 1 zu kommen Wir betteln uns in der Arena Ah ich muss nächste Runde klingen Ich entschuldige mich Toll Wow Ich habe auch noch nicht hingeklickt Ja sehr gut Leider leider habe ich kein Eisen im Meilengebiet Peter selbst wenn ich wollte könnte ich dir nichts tun Umso besser Weil ich ja ein dunkles Zeitalter habe Oh Christian hat ein dunkles Zeitalter Das ist ja tatsächlich interessant Das ist nicht gut Weil Siedeln und Neustadt gründen Hat mir nämlich keine Punkte gebracht Ah schade Aber was ist Was passiert bei einem dunklen Zeitalter Wahrscheinlich hast du einfach keinen Bonus gekriegt Ich kann weniger meine Städte mit Loyalität beeinflussen Was total super ist Weil ich eine Runde vor dem dunklen Zeitalter Eine neue Stadt gegründet habe Die jetzt weniger Loyalität hat Weil ich dann ein dunkles Zeitalter hatte Und die Loyalität dieser Stadt läuft aus Das tut mir sehr leid Das ist ein bisschen dumm gelaufen Ich habe immer noch kein Naturwunder gefunden Was mich echt abfuckt Aber jetzt so langsam müssen wir echt mal hier Bei J ist eins Bei Sepp ist eins Das sieht ja doch gar nichts Zwischen J und mir ist eins Peter hat sein Reich mehr ausgebaut Um die Bösen zu besiegen Nachdem kommt das bekannt vor Wird gleich im Chat geschrieben Du müsstest das doch als Erster finden Naja Kann sein Ich habe Dover gefunden Nachdem Dennis das schon gefunden hat Hat mir nichts gewonnen Oder du musst da siedeln Das können die Holländer ja gut Kann ich eigentlich schon Streitwagen bauen Das ist jetzt zwar nicht optimal Aber die Straßen haben sich verbessert Wir brauchen mehr Wohnraum Wahrscheinlich in Amsterdam Ja das dachte ich mir schon fast Ein Handelsweg wurde geplündert Ach komm Hast du Barbaren noch bei dir? Ja Scheiße ey Das ist jetzt natürlich richtig ärgerlich Setzen wir den nochmal ein bisschen unter Druck Indem wir hier mal hinlaufen Und von der anderen Seite ihm vielleicht auch entgegenkommen Du sollst Fenlo gründen Was habe ich denn gegründet? Ich habe Utrecht gegründet Aber Utrecht ist auch cool Also Fenlo kommt bestimmt Da hätte ich Tiermedizin studieren können in Utrecht Und du hast dich für Ungarn entschieden? Ja In Ungarn sprechen die Deutsch In Utrecht Holländisch Ah Okay I see your point Wie das halt so ist, wa? In Ungarn sprechen die halt Deutsch Und in Utrecht sprechen die in Ierländisch Ja richtig Na gut, ich war ja nicht in ganz Ungarn Deutsch In ganz Ungarn Sondern nur In einem kleinen Teil In einem kleinen Dorf Was immer noch Widerstand leistet Nehmen wir doch mal das hier Das klingt doch sehr vernünftig Ja, das klingt sehr vernünftig Ja, das hört sich super an Nice Das hört sich nicht so geil an Ah, Korea glücklich Oh Ich hab das schon noch weiter gedrückt Wieso benötigt die Einheit jetzt Befehle? Wahrscheinlich irgendwas Böses dazwischen ist Und irgendwas entdeckt hat Oder so ähnlich Machen wir es mal so Das ist jetzt die geilste Politik Ich muss sagen Die Indianer, die haben aber sehr viele Punkte mittlerweile Mann, Mann, Mann Was? Läuft bei den Indianern Okay, hier oben ist ein mega freies Feld Du hast 92 Punkte Wovon? Im Sieg Von Nicht von Von Maximal Du bist derzeit der beste Spieler Glückwunsch Dankeschön Du bist der zweitbeste Spieler, Korea Glückwunsch Ja Danke Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr der beste Spieler bin Okay Ich hab jetzt 17 von 26 Shaka Zulu hat schon ganz viele Armeen gegründet, glaube ich Und wandert gleich Richtung Wen hast du denn schon entdeckt? Bis jetzt nur den Ehemärten Robert L-Punkt Ich bin gleich weg Ich hab noch überhaupt nichts gemacht Ich hab nicht mal Einheiten Ich hab da zwei Einheiten stehen auf dem Blick zu dir Das ist alles Ja, das ist die Form Moment Wo stehen da zwei Einheiten? Ja, rechts von dir Wo denn? Direkt rechts Wie direkt rechts? Ja, von deiner zweiten Stadt Vergessen Sie gar nicht, wie die heißt Jawoll Genauso will ich das sehen Damit sind die hängenden Gärten fertiggestellt Wundervoll endet Nice, Peter Ich kann nichts tun, die Runde Dann kommen wir weiter drüben Ist klar Ja, ne, also bei mir ist gerade Bei mir passiert nichts Oh, wen haben wir denn da? Hier haben wir Willenlos Den dritten Stadtstart, den ich treffe Jetzt Ein bisschen spät Hier ist auch gerade wieder viel passiert Wir haben den hängenden Gärten abgeschlossen Und wir haben Drei Zeitraffer-Punkte bekommen Hast du da eine Stadt hin? Für die hängenden Gärten Holy shit Was? Hast du da eine Stadt hin? Weiß ich nicht Das sieht irgendwie so aus Eine Inspiration ausgelöst Vielleicht möchte ich da eine Stadt hin setzen Ja Neuen Stadtstart Ja, ist das schön da Neue Stadtstart-Quest Also hier ist gerade einiges passiert Was uns natürlich sehr Hart am Start, sagst du? Hart am Start, mein Freund Gehen wir doch mal zum Bram Hart am Start beim Bram Ja, generell finde ich auch eine gute Idee Aber nur vielleicht Der Bram ist gerade am shoppen Wir machen ein bisschen Wissenschaft Und müssen unsere Sozerenität weiter ausbringen Was wir jetzt gerade geschafft haben Spanische Reise im Stil von New Orleans Haben wir dann als Fall geschaltet Hier seht es Die Oberhörter Nan-Moduls Beugen sich dem Zulu-Land Als ihrem ersten Sozeren der Welt Danke Ja Dem Zulu-Land That's me Das heißt echt Zulu? Shaka Zulu So, und irgendein anderer Spast Hat ein Weltwunder gebaut Aber naja, lassen wir ihm das eine kleine Ding da Ein bisschen Ein bisschen Wasser über die Gärten Kann man ja ruhig pushen So, auf jeden Fall was Woran wir jetzt gerade sind Ist Hier in diesem Score Dürften wir gleich ein, zwei geile Sprünge machen Ich muss Warum? Und obwohl Peter Gerade ein Weltwunder gebaut hat Oh Gott Da kommen ja die ganzen Nicht-Bahn her So krass gesprungen, wie ich dachte Das hat mir vor allen Dingen viel gebracht Bei den Zeitraffer-Punkten tatsächlich Da bin ich nämlich jetzt bei 22 schon Ist ja beeindruckend Wie viel hast du? Ist ja beeindruckend 21 Aha Loser Ich hab mein ganzes Volk aber nicht als Sklave behandelt Um das hier weg zu vögeln Ich auch nicht Die vögeln schon von ganz alleine Ja, das brauchen wir Plus 15 auf Kampf Berittende Barbaren Wogenschützen Cool Geil Christian wird einfach durchgehend gefickt Oder zumindest lässt er es so durchblicken Die finde ich immer so, weißt du Das ist so Hallo So, wir machen mal nächste Runde Habe ich mir auch gerade gedacht Ticken schneller laufen, ihr miesen Spastis Hey, 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 hey Ja, ey, ohne Spastis Hey, 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 hey Die laufen wie Schnecken Dann macht doch die Animationen aus Jay, ich mach mal eine Handelsroute zu dir Hey, Jay, wir haben die gleiche Politik Ich hab jetzt auch 22 Darauf die Faust, Junge Jay So muss das sein Was? Handelsroute profitieren wir beide von, oder? Boah, ja Bestimmt ein Buch Ich glaube, Jay nicht so sehr Ich weiß nicht, wie ich dich kenne Aber du darfst natürlich gerne eine Handelsroute zu mir machen Wär schon geil, ne? Komm, mach mal, mach mal Ich hab gerade wieder die Final Fantasy Neumusik Ganz viel Money in the Bank Eigentlich leider nicht Ja, die habe ich nur ich Das ist die holländische Musik, leider Leider Ich hab gerade Krieg oder sowas Ich bin mir auch nicht sicher Kommt, Jungs Ihr habt zwei Beine Ich weiß nicht, was hier bei meinem Spiel los ist Aber mir kommt die ganze Zeit so Trommel Kriegstrommeln und so Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist Vielleicht hast du mittlerweile auch das Indianertrommeln oder so Ja Vielleicht Hörst du die Trommeln aus deinem Nachbardorf? Ich mach dir Rauchzeichen Offensichtlich Herzlichen Glückwunsch Chung 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 Was ist denn los? Oh, Jay hat eine Stadt gemacht? Ja, wusste ich doch Noch eine? Chung Chung Warum hast du den denn nicht an die Spitze gesetzt? Oder hast du? Nee, hast du nicht Was willst du von mir? Nee, ich frag mich, warum du den nicht an die Zipfel gemacht hast Ja, weil ich vielleicht ein bisschen weiter weg von dir will Jetzt entdecke ich ein Naturwunder Wow Jetzt so, dass Heureka schon nicht mehr wichtig war Absolut korrekt Ja Da können wir da vorne hin Told you Alter, hier geht es aber auch Die Zeitalterpunkte, die kommen aber auch geflogen Das ist ja der Shit Mann, 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 Mann Wie viel hast du denn? Weiß ich nicht, 20 oder so Wie viel hast du denn? So, Shakazu, du fühlst dich gut Gut Alter, ich hab so viele Barbaren hier Seit wann darf Bam keine Schimpfwörter sagen? Ey, wirst du weggepiept? Ja, aber doch Nutte, Ficksao, Schnitzel Piep, piep, piep Das reicht jetzt aber auch, ne? Wo war denn jetzt die Schimpfwörter? Weiß ich auch nicht Wo war denn jetzt die Schimpfwörter? Ich darf ja keiner sagen Ja, eben Das ist das Problem So Ich kann gar nicht sehen Scheiß, ich hab voll vergessen Wer ist gerade noch mal gerade im Fokus? Du? Ja? Ich? Nee, Jay, glaube ich Ich? Nee, Jay nicht Du, ja Ja, echt mal, Bruder Ja, hier, ich mach sofort noch den hier weg Kann ich euch schon mal sagen Vor allem die gerade noch gucken, ja Dann werden wir nichts ohne machen Boah, Alter, der hat richtig viel Leben Ja, der Speer hat noch richtig viel Leben Wie viel hat der? 21 Punkte Dein Speer hat gar nicht mehr so viel Leben Meister, schafft er das? Mein Speer ist voll live, du Buschi Du Buschi? Ja Oder Buschi? Buschi Ich darf doch nicht mehr fluchen Ein paar Päler haben wir verboten Das ist ja gelogen Päler hat dir das verboten? Oh, Kalle, mein Stadtstart hat ganz schön viele Krieger So, können wir mal hinterher, bitte? LOL, da sind wir berittende Barbaren Alter, bei mir sind mega viele Einheiten getötet Müssen weg LOL, die haben eiskalt Mich angegriffen, die scheiß Barbaren So Was sind das denn für Motherfucker? Das hätte ich gerne Jetzt geht's los Jetzt geht's los Da Das ist jetzt nicht so geil Ja, ich bin zufrieden Hab ich schon mal gesagt Ja Korea glücklich, keine Ahnung Weißt du, ich bin gerade Bin gerade sehr ausgeglichen, muss ich sagen Ja, das ist doch schön Noch hat mich keiner Noch hat keiner ins Wespennest gestochen Ja, ich warte nur auf die Indianer, die mich wahrscheinlich hinterrücks angreifen wollen Ja, aber zu Recht auch Nachdem wir die Friesenpfeife zusammen gesmoked haben Ja, ich finde das halt irgendwie Ja, da habe ich die ja schlecht gesmoked Ja, warte mal Was findest du gemein? Ich finde das gemein, guck dir mal Nordkorea an Ja, das ganze Goldbad, die Altenkopp waren Ja, wo kommt das denn her? Genau, ausgebeutet aus dem Indianerblum Ja, das ist doch nicht Nordkorea Ja, klar Ja, klar Korea ist Nordkorea Weißt du, das ist so wie, das ist so wie, weißt du, es gibt ja so, in ganz vielen Spielen gibt es ja die Gesinnung, ja, weißt du, einmal gut, böse Ja, neutral, chaotisch Genau, chaotisch, böse, ja Nee, 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 nee Engel und Chaos oder sowas, weißt du, und bei mir ist das gerade so richtig, ich bin so der graue Jedi gerade Ja, du bist so neutral, neutral Ja, bei mir ist das so richtig hart neutral Richtig hart neutral Bis ich halt richtig hart betrayed werde Ja, aber von wem denn? Ja, er guckt irgendwie die ganze Zeit drüber Von der Person, die ich schon entdeckt habe Liebes Tagebuch Liebes Zulululu Zulululu Ich habe mich mal gerade richtig hart niedergesetzt So Da legst du die nieder Oh, ja, mein Spassi ist hier Das spüren wir mal richtig selbst, ne Was brauch ich denn jetzt als nächstes Brauch ich mir so unsicher, brauche ich jetzt noch nen Burgschutz? Mann, Mann, Mann Hmm, oder lieber André Gitarre der Kunden, ey Ja Voll krass Äh, wir bauen Alter, wo bin ich denn bitte? Ich aber auch Hallo, guck mal da, ist das deine Hauptstadt? Mhm Alter, wie weit bist du denn weggegangen, bitte? Hier ist nichts Ich habe ne fette Wüste bei mir What the shit Ja, äh, die Wüste sehe ich Cool, ey, was habe ich denn ausgelöst? Aber, da ist aber, das ist aber, da kannst du ein Ruhrgebiet bauen Ne, das können nur die Deutschen Ne, das können nur die Deutschen So, geil Schon übel Oh, wen haben wir denn da? Das ist ja Um-Gum-Gum-Gum-Gololov Was? Was ist denn so? Elisdor Chakka Hahaha Er glaubt, er hat gerade irgendwie sich was, keine Ahnung, was geraucht Freundschaft Bei Mr. Chakka Delegation Überraschungskrieg Ne, Moment Da, um, deine Stadt, Bram, die heißt Um-Gum-Gum-Golovu Das ist kein Jock Ne, Um-Gum-Gum-Glovu Ne, Moment, das stimmt ja gar nicht Das heißt Um-Gum-Gum-Golovu Also Um-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum Ja, und dann gehst du mal auf Kontinent? Oder lässt du einfach die Maus mal kurz da stehen? Ah, du hast... Alter, wie viele Kontinente haben wir denn? Das große Reich Koreas ist in Panotia. Ja, das kann ich dir sofort nochmal abchecken. Hier ist gerade irgendwas Craziges passiert. So, Linsen, Kontinent. Ich bin in... Kalaharia. Und teilweise in Afrika. Okay. Also nicht in deiner Nähe. Boah, das ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, das macht mich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, das dunkle Zeitalter ist schon mal abgewandt. Christian, du fällst jetzt aber nur, weil du ein dunkles hattest, nicht direkt nächstes Mal wieder ein dunkles, oder? Doch, wie lange haben wir noch Zeit? Ewig. Also, das dauert noch lange. Vielleicht schau ich doch bis dahin. Das würden wir uns doch alle wünschen. Das glaube ich nicht. Doch. Ich finde die Schotten auch sehr sympathisch eigentlich. Äh, muss ich sagen. Das war ja auch, wie gesagt, ganz böse. Politik habe ich mich nie mit befasst. Was das für ein Stadtname ist. Das ist direkt neben deiner Hauptstadt gebaut. Ja, wusste ich ja nicht. Hab ich nicht gesehen, weil das Feld direkt daneben war. Ja, pass auf. Dann ist halt die Frage so, okay, du hast direkt neben meiner Hauptstadt gebaut, ja? Und das äußerste Feld, was direkt neben meiner Hauptstadt ist, da kommt ein Militärstützbuch. Das ist Verteidigung. Ach so. Du hast schon einen Militärstützbuch da hingebaut. Ein Lager ist für den Dienst zur Verteidigung. Ja, direkt daneben ist. Du kannst wahrscheinlich mit dem Lager schon die Stadt anbauen, wenn du das hast, ey. Chaka Zulu sagt auch, Lager sind nur Verteidigungssachen, ne? Guck mal, ich hab doch gar keins gebaut. Jetzt baue ich Stadtmauern, Christian. Um das nur nochmal klar zu sagen. Ja, so, natürlich. Stadtmauern sind nur zur Verteidigung. Das ist ja wohl gar nichts mit Angriff. Ja, damit du mehr angreifen kannst, damit du dich in Sicherheit ziehen kannst. Ja, der gibt Sinn. Stadtmauern, damit ich mehr angreifen kann. Echt? Ich erkenne den Sinn jetzt nicht. Militärausbildung. Oh Mann, oh Mann. Was ist hier denn nun los? Nein, ich kann das deutsche Kaiserreich nicht gründen. Warum hab ich bislang noch Sepp gefunden? Das macht mich fällig. Was hast du? Wieso ich nur bislang dich gefunden habe? Ich verstehe dann auch noch nicht, warum ich nur dich gefunden habe. Wo sind die anderen? Wahrscheinlich auf dem anderen Kontinent. Haben wir alleine den? Was hast du im Norden, Jay? Achso, das heißt, du kannst einfach mal gucken. Aber welchen Kontinent seid ihr denn? Wir sind auf Kalaharia. Ja, wir haben zwei Kontinente in uns. Aber bestimmt nur einen dritten. Und Afrika. Ja, Panothia. Guck mal da, hast du da nicht noch zwei Offenlegungspunkte, Jay, auf deiner Map? Guck mal, die zwei Punkte auf deiner Map, die noch offen sind. Wie heißt das? Ihr klickt einfach mal in so ein helles Ding rein, das steht doch da. Nein, nicht da. Da, auf der Map. Da. Panothoria. Was ist das? Panothoria. Wir haben mega viele Stadtstaaten bei uns. Krass, guck mal, ihr habt Nessi-Gon. Also, weil ich sagen muss, ist das Land von... Ich finde die kleine Karte doch großartig gedacht. Ja, ich auch. Ja, finde ich auch. Also, wir haben mega viele Stadtstaaten bei. Also, Jay ist hier so. Aber uns wurde gesagt, winzig wäre zu klein. Deswegen haben wir uns für klein entschieden. Ich bin hier unten so, mit viel Wüste, das ist ein bisschen doof. Die Indianer haben zwar auch ein bisschen Wüste, aber... Ach, was ist das? Oder Steppe. Aber die Stadtstaaten machen alles ein bisschen gut. Ach, ja. Warum gehst du immer aus, doof? Das Handy. Das ist ein iPhone. Das ist ein Lull, da haben wir was gefunden. Das holen wir uns doch. Easy Game. So, wir knüppeln jetzt sofort den komischen Barbaren auf die Phrase. Stadtstaat getroffen. Was haben wir noch? Neue Stadtstaat-Quest. Sepp? Ich bin nicht. Okay. Ich bin schon lange durch. Ne, ich dachte, du wärst der Barbar, von dem Bram redet. Wir sind nicht alle auf dem gleichen Kontinent. Wir beide sind, genau, Jay und ich sind auf einem Kontinent und... Aber ich frag mich halt, wann Sepp seinen militärischen Anfangsvorteil nutzen wird gegen... Ich hab keinen Anfangsvorteil. Die sind schlechter als die Barbaren. Den richtig krassen Anfangsvorteil, den er halt hat einfach. Die sind schlechter als die Barbaren. Krassen Anfangsvorteil. Die machen fünf Schaden weniger als die Barbaren. Brammen ist ein Kriegstreiber wie bei den Bohnen. Er integriert... Intrigiert. Intrigiert. Intrigiert und Peter ist total harmlos. Intrigiert. Peter ist total harmlos, ja? Baut erstmal eine Stadt neben Christian seiner auf die Stadt und baut da so ein Lager hinten. Ist das so bravendig? Ist das so bravendig? Ich bin harmlos. Ich weiß, ich hab den Satz wahrscheinlich öfter gebracht, aber ich glaub nicht, aber das verstehe ich alles noch. Ja, easy game. Ah, ihr von uns Afrika. Heddington ist mittlerweile Level 3, Alter. Ob ich das aber jetzt hier gut finde? Weiß ich ja nicht. Können wir hier noch Einflusspunkte? Ich hab immer noch kein Salzbergwerk gefunden. Ibims traurig. Ähm... Damit Salz kann ich dir leider auch noch nicht dienen. Oh! Ich könnte... Ein Gouverneur einfach mal befördern. Na, das doch mal hier. So, was erforschen wir denn jetzt? Hier können wir nochmal einen Gouverneur kriegen. Nice. Auf jeden Fall ist doch... Geil, Alter. Haben wir den Gouverneur schon mal krass befördert? Ja, krass. Läuft. Hab ich auch gemacht, der hat sich nicht mal bedankt. Hier ist nicht so geil. Echt? Sagt euch das Spiel, wenn ihr das könnt, weil ich konnte das bisher noch nicht. Ja, wenn du wahrscheinlich einen Punkt, einen Gouverneurspunkt hast. Ah, ich hab einfach einen zweiten Gouverneur genommen. Ich hab aber zwei Gouverneure schon und einen befördert. Genau. Und wie viele Städte hast du? Vier. Okay, dann hat er damit Angst zu tun. Money in the bank! Was leuchtet denn da so krass? Ach, das ist die Sonnenspiegelung. Die Sonne steht aber tief heute. Oh, sie wird das Mensch mehr verlichtet. Da stehen Bogenschützen. Nehmen wir den Krieger. Bei mir ist die ganze Zeit so eine Seeflotte. Die machen die ganze Zeit Seeblockade hier, die komischen Barbaren. Aber das ist mir bisher noch egal. So lange, bis das... Naja, die immer tun. So, wir können eigentlich ganz gut hier noch sowas bauen. Wir bauen einfach mal eiskalt hier auf so ein geiles Feld. Was? Die kommen modernisieren. Das läuft ganz schön gut. Ich habe Barbaren vor meiner Hütte. Korea ist unglücklich. Sind das die ersten Barbaren, die du siehst bei dir? Das stimmt nicht. Das war auch nur eine Frage, keine Aussage. Eine Frage kann ich nicht stimmen. Das stimmt nicht. Ich habe schon ein Barbarenlager ausgerufen. Ja, okay. Ich setze den Gouverneur nicht ein. Wurde mir gerade gesagt. Mein Gouverneur habe ich noch nicht eingesetzt. Liebes Schottland, möchtest du noch was von meiner Schüssel haben? Du guckst doch schon so in deine Schüssel. Also ich habe den Schüssel. Alles gut, wir haben zwei Gouverneure aktuell. Aber ich erforsche jetzt, was mit einem neuen Gouverneur. Das ist wie ein Schottland an Heißhut oder Frustfressen. Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, da oben. Oh, hier ist Kartenende schon. Hey, Schakka, was geht ab? Ja, hat sich gerade wieder durchgepfiffen. Guck dir das Schakka wie außen. Na, ist ja gut. Na, und? So. Oder vielleicht hast du hier irgendwie... Wenn die niederländische Delegation ankommt mit ein bisschen Gras in der Tasche, wäre es denn ich denn, diese Gastfreundschaft einfach wegzuschmeißen. Ja, dann nimm doch mal meine Freundschaft an, ey. Der Blick von deinem Charakter sieht eher aus, als wenn das Peder wäre. Weil der so komplett geschnoppt und herab von einem Punkt kommt. Was gibt es denn dafür? Meine Freundschaft? Das ist doch nicht fair. Okay, dann nicht. Ist das fair? Guckt ja für nichts anderes. Ja, was kriege ich denn von dir? Ist aber auch keine Freundschaft. Oh, da werden Verhandlungen getrieben. Ja, du willst ja meine Freundschaft haben. Nicht unbedingt. Ich muss die nicht haben. War ein Angebot. Aus Freundlichkeit. Ich bin übrigens der mit den meisten Punkten, möchte ich mal sagen. Was? Du warst doch gerade doch letzter. Ja, das ist gut. Ich habe gerade nichts zu tun. Kannst du mal sehen. Alter. Corona ist gar nicht mehr so geil. Ich warte aktuell... Oh, nee, jetzt können wir wieder was machen. So. In den Jahren 850 vor Christus werde ich gleich vielleicht meinen ersten Handelsweg. Ich habe jetzt das Rad erfunden. So früh schon. Ja, ich glaube, das habe ich schon. Das Rad? Ja, 850 vor Christus. Das kann man das ja auch. Ich muss das erst mal angucken. Die müssen da wieder raus, weil da gehe ich nicht weiter. Produktion wählen. Eben war der. Okay. Der Tempel der Artemis. Wurde geschaffen. Nice. Das ist ganz schön doof. Warum wolltest du auch den Tempel der Artemis gerne haben? Es tut mir leid, liebe Schottland. Hättest du das gesagt, hätte ich das vielleicht zurückgezogen. Mit Sicherheit. Was ist denn das bitte, was ich hier aus Holland höre? Also, ich glaube, ich habe das ja wohlwollend jetzt überhört. Okay, das ist nett von dir. Jetzt sind wir schon wieder fertig. Würde ich nicht glauben. Ich glaube, er ist auch fertig. Da dauert hier auch wieder alles ewig. Achso. Okay, eine Runde mehr. Ja, meine Speer sind irgendwie alle verschwunden. Rechts von Heading sind ja krass viele Barbaren, Alter. Da waren mal welche. Und da war auch mal irgendwo einer. Da unten. Alter, Jade, du hast mega viel Platz zum Ausbreiten. Da unten stehen drei. Direkt rechts. Das sehe ich nicht. Okay, jetzt siehst du aber ein. Oh, jetzt sehe ich ja. Ja, sag mir das mal. Wo denn? Ja, unterhalb deiner Hauptstadt kannst du dich noch hinbauen, oder? Unterhalb meiner Hauptstadt in die Wüste? Achso, oder wo soll ich hier? Ach, da ist so ein Wüste. Da hat Peter das Ding ingebaut. Ja, das sehe ich nicht. Wenn nicht schon Platz da ist. Wenn nicht so heiß dann auch in die Wüste. Wenn nicht so heiß dann auch in die Wüste ziehen. Haha. Mensch, ey. Da ist eine Verteidigung heute auch schon draufgezogen. Na, ich wurde angegriffen. So. Direkt gut, fucko. Der Peter. Attacke! Wie bei TTT. Das sieht böse alles hier aus. Ach, guck mal, das ist fertig. Nicht cool. Wo bist du sicher, ob das alles gut gerade ist? Warum die denn da so, das hier? So, mehr Leute wären nicht schlecht, oder? Ich weiß gar nicht, wie die Geländefelder aussehen. Nein! So. Warum tust du das? Nein. 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 Eww. Okay. So. Ein Feld verschenkt. Eigentlich wäre so Nahrung wäre nicht schlecht, oder? Wir haben weder Reis noch Weizen. Hm. Ist eigentlich auch doof. Weder Reis noch Weizen. Machen wir denn da hin? Da hin. Könnten Reis, vielleicht können wir Reis kaufen. Komm, wir haben bald, Jesus Christus wird bald geboren. Bald geht ab. Ja, machen wir. Bald wird Jesus Christus geboren. In 800 Jahren. Ja, der ist quasi auf dem Weg. Ist ja schon fast da, Mann. Der ist quasi um die Ecke. Maria, der Muttermund hat sich schon geöffnet. Alter. Maria, der Muttermund. Ey, Maria war schon immer so Muttermund. Boah, so einen Hanuta hätte ich jetzt auch gerne. Ne, nimm doch eins. Hier, bitte, Kri. Boah, guck mal hier. Die diplomatische Beziehung. Südkorea ist ja eher nach unten bei mir. Verstehe ich jetzt aber nicht, was er soll. Was denn? Aber Shaka Zulu beobachtet, dass das argwöhn ist. Hallo? Also die Dianer... Ah! Okay. Was ist los? Okay. Nordkorea wird böse. Jetzt bist du Nordkorea, wechselst du immer hin und her quasi. Nordkorea unglücklich. Ja, wenn Nordkorea nochmal so schreit, erkläre ich Nordkorea instant den Krieg. Das ist mir egal. Ne. Ne. Oh, scheiße. Das geht nicht. Das war die Regie. Was soll das denn? Ja, gute Frage an dieser Stelle. So. Wer hat dich denn angepasst, Shae? Barbarenland. Man, man, du. Wow. Barbarenland hat gerade etwas Böses getan. Was denn? Hat einen Siedler bekehrt. Wow. Oh, Leute. Das ist nicht so nett. Wie viele Runden hast du an diesem Siedler gebaut? Ja, einige. Das finde ich nicht nett. Das finde ich ganz und gar nicht nett. Aber Nordkorea ist das Land der Mitte und wird auch... Ja, haben wir gehört. Das ist bekannt. ...wird sich überhaupt nicht darüber aufregen. Ja, da hat es sowas von gelogen. Das war gerade kein Aufreger. Ach, das war kein Aufreger. Ich gehe jetzt erst mal zu UN und Petzel eine Runde. Okay, sehr gut. Dass die Barbaren meine Siedler geklaut haben. Die UN gibt es leider noch nicht. Stimmt. Wir arbeiten dran. Aber bald gibt es für Jesus. Noch ungefähr 1.000 Jahre. Noch viel mehr. 1.800 Jahre noch ungefähr. Ja, der Plan ist jetzt... Für jedes Mal übersteuern, bitte Jans Ei beißen. Etwas durcheinander. Der hat nur zwei. Na ja, kommen wir mal rüber zu mir hier, weil bei mir ist es viel spannender. Ey, gibt bei dir Action? Nee, tatsächlich nicht. Bei dir Spandau? Weil bei mir... Ich warte gerade auf Account weiß ich nicht welchen. Aber mein Reich vergrößert sich immer weiter. Und aktuell... Wie bestätig hast du denn schon? Drei. Boah. Immerhin. Bram hat ja sowieso schon vorhin gesagt. Er hat vier. Mittlerweile hat er wahrscheinlich noch viel mehr. Ich fühle mich halt hier in der ungünstigen Situation als Holland zu spielen, weil die sind halt... Die gehen halt auf Kultur und Schiffe. Und das sind zwei Sachen, die ich normalerweise in meinen Simplization-6-Runden immer komplett ausmacht lasse. Komplett ausmacht. Da interessiere mich mich eigentlich gar nicht so. Gerade dieser Schiffszweig im Technologieweg ist so der, den ich als allerletztes mache. Wenn ich schon quasi Flughäfen mit Tarnkappenbomber habe, dann fange ich an, meine erste Galerie zu bauen. Da kann ich immer so hinterher und so, ja komm, jetzt kann man das Wasser auch nochmal kümmern. Ja genau, weil da braucht dann eh nur eine Runde immer nur so und dann holst du das noch so mit. Ja, du brauchst das halt wegen dem Flugzeugträger dann, ne? Genau, richtig. Und genau in die gleiche Falle bin ich jetzt auch schon wieder getappt. Ich habe die Boote, nachdem ich am Anfang auf Galerie gegangen bin, jetzt wieder ein bisschen außer Acht gelassen. Das heißt, sobald das jetzt hier aufgebaut ist. Ich will ja auch eine gute Marktmacht haben. Das heißt, ich konzentriere mich aktuell ein bisschen auf Handelswege. Aber danach will ich schon aufs große Weite mehr. Aber dafür, das Problem ist irgendwie Schiffsfahrt und Religion scheinen für einige Leute zusammenzuhängen. Sowas wie die astronomische Navigation kann man halt nur mit Astrologie erforschen. Seefahrt ist so stark ins Hüff. Ja, das glaube ich, vor allen Dingen als Holländer. Ich meine, du hast ja immerhin eine extra niederländische Einheit. Die Seven Provincien oder sowas. Also die sieben Provinzen heißt sie. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Wer nennt dein Schiff sieben Provinzen? Ja, weiß ich nicht. Die Holländer nehme ich mal stark an. Ja, ganz schön verrückt, die Holländer. Wer ist CivStream5? Er möge bitte weiterklicken. Ich weiß es nicht. Ich warte die ganze Zeit. Ich habe da Sachen zu tun. Der Christian hat acht Sachen zu tun. Also ich kriege weiter, wenn da steht. Sie können weiterklicken. Deswegen warten wir. Genießen wir die Stille. Christian ist eher auf Sicht. Dann gucken wir doch Christian mal zu, was er denn tut, damit wir warten. Peter, wie viele Handelswege hast du schon? Doch, wurde ja gerade schon angezeigt. Ja, okay, die Einheit war... Nächste Runde. Können wir das bitte Regie immer machen? Bitte direkt weiterklickt. Okay, dann kann ich ja fragen, wie baut man nochmal Handelswege? Handelswege baut man, indem du einen Händler baust. Und sobald du einen Händler hast, wird unten rechts angezeigt, okay, du kannst mit dem Händler Handelswege baut. Das ist eine von den Sachen, die du machen musst, die unten rechts dazugehören. Also du brauchst einen Händler halt. Oh shit. Heureka! Ich raste aus? Nein, Jonathan. Der sieht laut ab. Bitte, bitte rasten Sie einfach doch mal nicht aus. Oh, große Persönlichkeit. Wie nehmen wir denn? Ich kann nur einen nehmen. Wie ist das denn? Es kann nur einen geben. Ein Mist. Bauen wir doch nochmal so eine schöne Galere. Ergibt das Sinn? Ja, das ergibt sogar tatsächlich Sinn. Und ein Händler. Och, warum nicht? Pumms. Und jetzt? Und damit warten wir. Was machten wir jetzt? Euclid. Ah, ihr habt direkt noch einen. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Was ist dein Problem, lieber Bram? Also, ich habe hier einen Typen... Okay, ich habe gerade durch einen Mistklick mir selbst die Entscheidung abgenommen. Gut, ich habe hier trotzdem einen krassen Typen, der nennt sich Barbaranwriter. Ja, der wird auch so ausgesprochen, glaube ich. Ja. Oh, der muss ich jetzt mal von hinten beim Stock auf die Fresse geben. War das gut? Mhm. Okay. Ich kann endlich durchlaufen, wohl. Das war's. Okay, davor ist feier. Ja, du fährst doch gerade... Ne, das ist gar nicht. Das ist mein eigenes Schiff. Hoppala. Ich schaue nicht nach mehr Pferde. Also, du könntest immer ganz gut auf die Barbaran schießen. So beim Drive-By quasi. Ja. Hätte ich das ja schön gefunden. Äh, wo kann ich dir denn helfen, Bram? Ja. Ich glaube, meine Galerie kann nicht auf Barbaren schießen. Tut mir leid. Meine Galerie ist nicht dafür ausgelegt. Das hilft mir jetzt nicht. Ja, tut mir leid. Ich finde, das ist ja alles rigged. Warum? Ja, warum nicht? Das muss man mal ausdrücken. Schakasudu, weil Robert, mein Freund, erbittet Freundschaft, damit ich mit meinen Schleuderträgern von der Barbaran weg kann, aber du stehst im Weg. Ich muss sagen, ich kann meine Schleuderträger hier verrecken. Das werden wir uns merken, Robert. Ja, ja. Von wegen. Wollt mir alle in den Rücken fallen. Die Schotten scheinen ein wenig... Die Schotten schotten sich ab. Ja. Hm. Die sind ein wenig paranoid. Ich wollte doch nur... Irgendwann wird Braveheart schon kommen. Was wolltest du? Meine Schleuderträger retten. Welche Schleuderträger? Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass ich rechts von Heddington die ganze Zeit die Barbaran für dich abwende? Ne, wie denn? Ich sehe doch nur einen Feld weit. Okay, ich bin zwei Fälle weit. Ja, guck doch mal, das sehe ich doch nicht. Ich würde jetzt halt gerne da drüber laufen. Ja, aber das kannst du doch auch. Ja, ne, ich komme bei dir nicht rein. Bist du denn sicher, dass du das machst? Ja, aber du bist doch nicht mal einen Feld davon enttäuscht. Du kannst doch einen Feld laufen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Klar, wenn ich jetzt zwei nach da laufen, läuft der mir wieder hinterher. Was sieht der da aus? Aber dann ist Enderchen. Aber du kannst doch da oben rumlaufen. Ja, aber ich will doch, dass mir jemand hilft. Wie kann ich dir in Heddington helfen? Indem ich mit meiner Einheit da vorbeilauf und Heddington schieße, einmal auf den Scheiß für Bahn. Ich habe in Heddington keine Einheiten. Ja, mit der Stadtmauer. Ne. Dann hilft mir Heddington auch. Siehste? Naja, man muss halt mal so sehen, ja. Shaka Azul hat schon öfter Krieger in den Tod geschenkt. Hast du einfach so gesehen. Ja, die Krieger sind halt auch potent, ne? Die können halt einfach neue machen. Kindersoldaten ist ja nichts Neues für dich, ne? Doch. So weit ist Shaka Azul noch nie genau. Echt nicht? Hast du eine gewisse Grenze? Der hat gesagt, Leute, nicht Kinder. Achso. Wie viele Runden gibt es eigentlich doch? Das Pferd lässt mich in Ruhe. Lol, das ist einfach weggegangen. Die Bogenschützen schieben. Herrlich. Wow, jetzt kommst du zu Bram, ja? Nachdem meine Schleuderschützen gerade abgefuckt worden sind, ja? Oh, Rö. Alle wissen, was hier passiert ist, ja? Wir haben hier vorne, meine Schorderträger sind halt von den Pferden, die hier standen, nicht abgeschlossen worden sind. Die Pferde sind hier runtergerannt. Damit die Bogenschützen hierher kommen könnten, haben wir draufgeschossen. Ja. So ist das halt halt. Und da hast du dumm geguckt. Boah. Habe ich mich kurz gefreut, dass die Pferde weggerannt sind, aber dann... Shaka Zulu am Arsch. Na ja, gut. Daraus besteht meine komplette Armee. Daraus. Okay, das werden wir aber gleich wieder ändern. Wir produzieren schon schön nach. Und dann werden wir da auf jeden Fall reinrennen. Ansonsten zeichnet sich Shaka Zulu auch durch unfassbar krasse Architekturkenntnisse aus, wie man hier sieht. Rundstraßen. Erkannten wir schon früher, denn man hat heute Kreisverkehre. Aber ich mache das auch auf einer Graden. Oh lol. Das ist gut. Ja. Was denn? Auf einer Graden. Das ist gut. Einfach. Vor allem, wenn es zwei Wege gibt. Ja, das ist schon mal Vorplanung. Wenn du mal auf das rechte Feld was baust, dann kommst du da schneller hin, wenn du von unten kommst. Oder auf das linke. Da geht da auch so ein Weg. Ich verstehe. Du hast ein cleveres Volk, die Zulu ist da. Hast du Elefanten? Geht dich gar nichts an? Weiter? Ne, ich dachte, das wäre vielleicht deine Standardeinheit. Achso. Dein Händler fährt auf einem Elefanten durch die Gegend. Ich würde was bauen. So. Boah, ihr verfickten Wichs-Barbaren. Ich fick eure Mütter. Hey, hey, hey. Ja, was kommen da für Kinder raus? Haben wir das nicht in Ordnung? Baba... Shaka-Sulu-Hudio kommt da raus. Und Indianer. Richtig Barbaren. Das sind alles. Das sind keine Babaren. Du bist der Barbar. Ehrenwerte Shaka-Sulu-Warriors sind wir. Du machst Hakuna Matata, was anderes machst du nicht. Ja, und? Alter, dieses Spruch habe ich gehört. Da wäre halt die Frage, was sind eigentlich Babaren? Ja. Ihr kleinen Huren. Also, ich wandle langsam zum Nordkorea über, muss ich sagen. Langsam werde ich sauer. Wundert mich jetzt nicht. Wer ist denn der Siedler da? Der Gelbe. So. Du. Ha! Heilen. Könnte ich den einnehmen? Du. Nicht heilen. Oh, cool. Machen wir das. Och, nochmal Gouverneur. Okay. Das. Gerne. Dankeschön. Oh nein, unsere Freundschaft ist abgelaufen, liebes Kree. Boah, was hättest du denn gerne, Jay? Weiß ich noch nicht. Möchtest du ein Duplo? Nee. Ich will nichts Süßes. Kein Kind? Okay. So. Ach, so einfach ist Freundschaft der König, dass ich kein Abkommen noch aushandeln mit dir. Das ist ja doof. Kannst du ja auch, wenn du willst. Allerdings hat er jetzt nicht so... Näh. Der hat Pferde und Eisen. Nicht langweilig. Immerhin Eisen. Das ist schon... Eisen schmeißen, sag ich immer. Ja, Eisen muss man schmeißen. Aber die Freundschaft ist bislang auf einem guten Punkt. Ich sehe auch noch kein Lager in der Nähe von Piti-Katakani-Kaka-Pipi. Das kannst du ja auch gar nicht sehen, oder? Ja, sicher sicher. Doch, der hat da überall seine... Du siehst auf jeden Fall die... Hier, ich guck doch an. Der Bildschirm fängt früher an, als der erwartet hat. Das stimmt auch. Alles wartet wieder auf das Reich der Kreh und Bram. Ich habe einen guten Wünschen. Krähen? Die Krähen. Du bist ein Krähen, ja. Die brauchen noch mehr... Ja, Alex möchte ein Duplo. Ja, komm vorbei. Wir holen jetzt das geiles Quecksilber. Easy Game, kommst du... Genau, sagen wir kurz auf die Krähe. Das ist aber giftig, Bram. Ja, das macht ja nichts. Was? Das Duplo ist giftig? Quicksilber ist giftig. Ah, okay. Quicksilber. Quicksilber, ja genau. Die Niederlande hat Bernstein. Quicksilber. Quicksilber. Quicksilber, das ist giftig. Ich bin schon hart am Erschließen des Eisens, aber es wird umkreist, aber es wehrt sich doch, das Eisen. Wir haben jetzt mal vorgeschlagen, ob hier vielleicht der erwartige König Robert L., der mich gerade einfach vor die Hunde geschmissen hat, ob der Bock hat, Kaffee gegen Quicksilber als Luxusgut zu tauschen. Das ist mir vorgeschlagen, die Niederlande anzugreifen. Hey, 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 hey. Das schlage ich dir erst jetzt vor. Ja, warte mal, wenn mir jetzt der Bildschirm ist wieder zugegangen, Brom. Oh, scheiße. Ich hab was gefunden. Oh, geil, wer hat den Stonehenge gebaut? Oh, wer hat den Stonehenge abgeschlossen? Ich? Ja, macht nichts. Ich habe Stonehenge überhaupt nicht gebaut. Hast du auch gebaut? Ne, habe ich nicht. Achso. Hatte mich nur interessiert. Das passt bei mir ganz gut, weil ich da sowieso so ein Steinlager hatte und das nur sechs Runden gebraucht hat. Ja, dann. Was bringt mir denn Quicksilber? Das ist Luxusgut. Also ein Zufriedenheit. Kannst du ja drüber gehen, einfach, was dir das bringt. Kannst du das denn bestimmt mal raus? Ah, ich kann einen Markt bauen. Wie geil ist das denn? Aber ich habe nur einmal Kaffee, also bringt mir das doch gar nichts, oder nicht? Ja, gut. Da kann ich ja jetzt nichts für. Ich hatte aber zweimal Quicksilber. Kannst Reis haben, wenn du willst. Und vielleicht hast du ja irgendwo so einen Auftrag, der sagt, ne, gib mir mal mehr verschiedene Ressourcen, deswegen kriege ich mehr Punkte, die dafür sorgen, wenn ich keinen scheiß Zeitlager habe. Ne. Dann nicht. Die wollen alle, dass ich so einen großen Schriftsteller mache. Ja, Schriftsteller, Schriftsteller. Großer Schriftsteller. Was will denn dann Mandol? Die wollen gar nichts. Alter, ich muss so die Stadtstaaten hier wegbomben. Ey, das gibt's gar nicht. Jay, lass mal einfach die Insel für uns ein. Spanischer Reis im Stil von New Orleans. Errungenschaft freigeschaltet. Was ist los, Christian? Was wurde dir jetzt wieder weggegeben? Nächste Niederlande haben wieder mal gesiedelt. Ja, das ist jetzt aber in keinster Weise in der Nähe irgendeiner deiner Städte. Ja, das stimmt. Wow. Erstmal drauf. Wichser. Hör doch mal auf. Das ist aber der letzte Platz, wo ich hätte siedeln können, ohne in die Wüste gehen zu. Oh, nee. Du kennst die Karte noch nicht. Da ist noch sehr, sehr viel Platz zum Siedeln. Ja, hinter den Niederlanden eben. Ja, gut. Okay. Sanseba. Ach, das ist doch Arsch. Also, wir haben gerade gemerkt, Peter Smith ist ein ganz schön aggressiver Wichser. Ja. Vor allen Dingen, warum siedelst du denn nicht ein Stückchen weiter links, sondern wieder weiter rechts, damit deine Grenzen gleich wieder zumachen können? Ich habe ein Stückchen weiter links gesiedelt, weil das sich sonst zu sehr überschneidet mit meiner Hauptstadt. Und da überschneidet sich das mit gar keiner Stadt. Ach so, also an deiner Hauptstadt siedelst du nicht. Ja. Ja, beschneidet ihn ja nur nicht. Also, ich finde, da könnte man das einfach mal ein bisschen Kämpfi-Kämpfi machen. Ja, also. Ja, womit denn? Einheiten. Wenn ich was hätte, dann hätte ich schon lange Kämpfi-Kämpfi gemacht, nachdem er ihn da unten gebaut hat. Aber er hat ja nichts. Musst du einfach mal Einheiten bauen. Hast du da versucht, mit ihm zu kommunizieren? Ich glaube, Peter versucht einfach, Christian in den Schach zu halten, damit er ihn nicht angreifen kann. Was heißt denn in den Schach zu halten? Ich habe ja nichts. Man muss mir denn da in den Schach halten. Genau, das ist das entspannte. Genau, das ist ja das. Christian ist ein guter Gegner, weil er nichts hat. Also, ich hatte echt gedacht, diese holländisch-koreanisch-schottische Achse wäre einer. Ja, der redet jetzt schon seit 15 Runden darüber, dass er mich fertig machen will. Aber den Siedler-Clown will mich angreifen. Ich habe das Gefühl, dass die Eingeborenen viel, viel netter zu einem sind. Im Rampen sind viel nötiger. Wie kann ich denn hier, dass er da macht und er da hingeht? Gar nicht. Was nimmt man denn bei Ausfischung? Also, mir aber schon aufgefallen ist, Herr Stachelaus, die gute Wilhelmina hat ja ein Schiff, mindestens eins. Vielleicht noch mehr. Haben mehr. Sogar mehr. Und die militärische Stärke liegt bei 88, trotz mehrerer Schiffe. Robert hat kein Schiff, was also nur Land einhalten hat und hat trotzdem 78. Das ist richtig. Robert hat aber auch weder Stadtmauer noch sonst irgendwie was anderes. Ja, du musst aber auf jeden Fall mehr einhaben als der. Ja, das stimmt, das weiß ich. Als wenn ich Peter angreifen will. Ich will ihn nur denunzieren. Das reicht mir schon. Tatsächlich hatte ich halt quasi diesen schweren Streitwagen hier oben geschickt, um hier oben mal zu gucken, wo ich hier siedeln kann. Das ist jetzt gelaufen. Da ist Wüste. Hauwala. Uh, M&Ms haben wir hier sogar. Ich nicht mehr. So, nice, ey. Walter, ich brauche noch 8 Punkte. Wie viele Runden haben wir noch? Wir haben noch voll viele Runden, ne? Ja, so weit. Du brauchst 8 Punkte, bis ich Gold hab. Wie sieht's aus? Du hast jetzt auch gleich Gold, oder? Ne, du kommst ja so weit. Wieso sind meine viel weniger... Weil ich vorhin viel weiter war. Das wird immer angepasst, auch relativ. Okay, ich verstehe. Sonst hätte ich... Ich hab's nicht verstanden. Ist einfach viel zu leicht, wahrscheinlich. Damit du halt, auch wenn du einen Nachteil hast wie Christian, wahrscheinlich halt nachkommen kannst. Genau, damit du nicht abgefuckt bist. Und ich halt nicht einfach weg, war schon. Was ist das? Was ist das für ein Tier? Kamel? Jetzt ist es weg. Bist du sicher? Jetzt ist es weg. Oh, Andromeda. Aber ich kenn dich zumindest so halbes. Ja, was weiß ich. Du bist aber gerade in der Wüste. Deswegen denke ich eher, dass es das ist. So, ab geht's. Zehn Runden ist es zur Auszählung. Robin stinkt. Hilf dir Krummelöl. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Bist du gerade eingefallen? Nein, tut er doch. So. Das hier war aber unglaublich. Wir haben Geist, Flecksilber. Dann finde ich schon mal ein Nein. So. Was machen die denn da eigentlich? Wer ist eigentlich gerade im Bild? Ich glaube, die müssen wir wieder zurück. Nächste Runde. Ne, was ist das? Wir haben Barbaren entdeckt. Juhu. Oh, oh. Hallo, da hinten. Hallöchen. Hallo. Ja. War Spaß mit uns zur Arbeit. Nimm den Kopf. Du kannst mit uns zur Arbeit. Wollen wissen, wer im Bild ist. Das ist gut, dann gehe ich mir ein Bier holen. Ja, oh, Christian. Mein guter Freund. Ich hätte gerne ein bayerisches Gebräu ohne Spritzlimonadenzulage. Ja, das ist absolut korrekt. Peter überlegt gerade, was er als nächstes technologisch erforscht. Und ihr habt mich gerade entdeckt. Oder ihr seht mich gerade dabei, wie ich den Technologiebaum durchgehe. Ja, das finde ich nicht gut. Aber das ist ja eine Vögelung, die brauchen die Holländer nicht. Die wollen nur Frikande. Also, ich weiß immer noch nicht, wie man reitet. Da bin ich wohl zu blöd für, offenbar. Obwohl, die Holländer, die haben schon eine gute Equipe. Ich müsste mal langsam anfangen, Häfen zu bauen, was ich nicht kann, weil meine Städte nicht gut genug aufgestellt sind, dass ich keine Häfen bauen kann zum aktuellen Zeitpunkt, weil ich keine neuen Bezirke bauen kann. Bezirke sind ja gebunden an der Größe einer Stadt. Bezirke, die pissen. Urinieren. Beziehungsweise an der Bevölkerung. Hart strullen. Okay, du bist aber auch schon auf bereit gegangen. Ja, Chakazulu raushängen lassen. Okay, ja, Bram hängt jetzt seinen großen, schwarzen Chakazulu raus. Wow, wer hat gesagt, ich schwarz? Niemand, aber der Welt ist halt schwarz von deinem Herzen. Klassik endet in zehn Runden und ich weiß, wer nächste Runde kein... Warte mal, 38 brauche ich für ein goldenes? Ja, scheiße. Dann bin ich ja trotzdem gefickt, weil ich habe nur 26. Und damit gerade... Ja, ich habe wieder kein goldenes Zeitalter. Gerade noch so das dunkle Zeitalter abgewehrt mit 26 sogar nur. Das ist gar nicht mal so stark, wie ich gedacht hatte, gehofft hatte. Wie auch immer. Was wir aktuell... Ja! Oh, der Jay freut sich gerade, weil er sich seinen Zieter zurückgeholt hat. Ja, den Zieter wieder! Was? Da hat er jetzt aber hart gekämpft. Alter, hab ich auch hart gekämpft. Nice, Kim Jong-Jay. So, holen wir uns für die Kultur mal hier beim Mohennyo Daru ein bisschen was ab. Und gucken mal, was hier in letzter Zeit passiert ist. Ich habe einen neuen Kontinent entdeckt. Oh, was ist das für ein Kontinent? Warte mal. Ich habe... Wo bist du, Bram? Ach Quatsch, da bist du auf Panotia? Ja, ich habe da euren Kontinent entdeckt. Geil, da könnte ich mit meiner Galerie ja sogar rüber. Nice. Weil ich noch nicht Kartografie gecheckt habe. Aber ich habe eine Stadt, die hungert. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, vielen Dank. Das ist nicht so gut. Das war jetzt aber... Das war ein Kriegsakt. Das war eine Drohung. Ich dachte... Boah. Unglaublich. Boah, ich war noch nie so enttäuscht wie in dieser Sekunde. Alter Vater. Das war hart. Zwei Handelsposten wurden entstellt. So. Fünf Stream. Also Christian hat mich mal wieder gewarnt. Ja, natürlich. Fertig gemacht habe ich den Pedal. Ja, wie gesagt. Einen Hafen kann ich halt nicht bauen, weil ich brauche eine Bevölkerung von sieben oder mehr. Und ich habe eine von sechs aktuell und brauche noch vier Runden, um die zu erhöhen. Viel bauen kann ich halt nicht. Ich könnte halt Handwerker bauen. Das wäre vielleicht mal ganz klug, um sofort hier nochmal ein bisschen das Ganze... Oh, ich könnte auch eine Quadrime mal bauen, um weiter den Seekampf voranzuschreiten. Aber erst mal die Handwerker, um mein persönliches Reich ein bisschen zu stärken. Hier wären vielleicht Handwerker auch mal nicht schlecht, aber ich habe nur 83 Gold. Das heißt, ich kann mir gerade keine kaufen. Aber ich könnte hier noch welche bauen. Hier kann ich keinen Hafen bauen. Hier könnte ich einen bauen. Ich könnte hier auch einen Theaterplatz bauen, weil ich da mal... Ich glaube, ich gehe aber am Anfang ein bisschen auf Geld. Kultur, Schmultur, sage ich immer. Hier baue ich auch nochmal Handwerker, die ich dann nach oben zu meiner neuesten Stadt Groningen schicke. Und jetzt geht es auf die nächste Runde. Zwei Gouverneure habe ich hier. Die eine, weil ich hier jede Runde sonst Loyalität verliere. Echt? So, ich bist du schon. Ja, verliere ich seitdem ich das gestartet habe, diese Stadt, weil ich die zu nah an der Hauptstadt von Christian gegründet habe. Aha. Das ist nicht gut. Und deswegen, ja... Ja, schmarsam. Was ist die Stadt, die hungert? Nee, welche Stadt war denn das, die hungert? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. So schnell vergisst der Slop, welche... Wie viel Städter hast du denn, bitte schön. Ich habe vier. So viele wie Bram. Du weißt nicht, wer ich hungert. Nö. Ich glaube, die hungert auch gar nicht mehr. Bei mir, die haben nicht genügend Annehmlichkeiten. Bei mir, die... Ja, bitte. Wie ist das eigentlich mit den Luxus-Gutern? Wenn ich dir eins von mir gebe, habe ich das dann noch? Ja, nur wenn du zwei von denen hast. Nur wenn du zwei hast. Ach, das ist doch scheiße. Also wenn du eins gibst, hast du das dann nicht mehr. Das habe ich mir von einem Drammisch erklärt lassen. Das finde ich auch sehr nett. Dann gib es mir. Hart. Bauen wir das mal. Und entscheiden uns... Oh, jetzt haben wir ja aktuell viel im Ausrichtungsbaum zur Auswahl. Wir könnten die Mystik erforschen. Wie gesagt, nicht so wirklich mein Ding. Oh, was habe ich denn entdeckt? Naturwunder. Göttliches Recht und so ein Scheiß. Deswegen doch eher die Verteidigungstaktiken, wo ich das mit dem Heureka komplett knicken kann, weil dafür muss ich Ziel einer Kriegserklärung werden. Jetzt wurde es so erst, meine Speer... Ist das, Peter? Jetzt wurde es so erst... Jetzt wurde es so... Aufs Maul! Was? Nee, meine Speer sind einfach stehen... Der steht hier einfach am Strand und guckt in die Ferne. In die Ferne. Wann kann ich denn hier ein Arten bauen? Dafür brauche ich eine Bevölkerung von vier oder mehr. Ich habe aktuell eine von drei und die Stadt wächst auch nicht. Die Stadtbevölkerung stagniert. Warum stagnierst du denn? Was ist da los? Was ist hier? Loyalität ist mir doch scheißegal. Bevölkerung. Drei Annehmlichkeiten. Gesamtnahrungsüberschuss null. Deswegen stagnierst du. Du bist die, die hungert. Ja, zack. Ich brauche doch eine Kornspeicher. Ja, sollte ich jetzt auch machen. Wieso wird mir das nicht vorgeschlagen? Ja, weil der Markt wichtiger ist. Die Holländer brauchen Geld. Ja, ohne Spaß, ey. Jetzt haben wir einen Gesamtnahrungsüberschuss von 0,6. Hier wird es aber sowieso auch sofort besser, weil ich hier auch die Weide hinbaue. Wollen wir da wirklich was? Schauen wir da nochmal. Was ist denn das? Und einen Gesamtnahrungsüberschuss können wir schicken. Wir können Lissabon weiter zu unserer Bitch machen. Das ist gut. Ach, du bist der Suzerain von Lissabon? Das ist absolut korrekt, mein Freund. Ich dachte, ich. Aha. Weil Lissabon ist quasi um die Ecke. Aha. Klar. Aha. Ist das etwas, was dich stört, lieber? Nee. Schacker? Alles cool, alles cool. Mich hat das einfach nur interessiert. Ich möchte einmal nochmal dem Chat erzählen, dass übrigens meine Stadt, die nicht am Wasser gebaut ist, mit Abstand die größte bei mir ist. Ja, aber stell dir mal vor, die werden jetzt auch am Wasser gebaut. Ja, dann wird die nämlich richtig abgehen. Ja. Die Klassik endet in acht Runden übrigens, möchte ich nur mal kurz sagen. Wenn die am Wasser gebaut wäre, wäre sie ja wahrscheinlich gar nicht mal so gut. Ach, scheiße. Denk mal da dran. Beide gibt mir nur Produktion. Ja, dummlaufen. Boah, bei mir können sich die Leute endlich die Arme brechen. Bitte, was? Ich glaube, hier steht die ganze Zeit Handwerker. Ah, okay. Geil. Ich habe jetzt gerade ein bisschen übertrieben mit dem Handwerk im Bau, glaube ich. Ja, das kann man nicht übertreiben. Nee, eigentlich nicht. Das hätte ich jetzt auch gedacht, aber irgendwie habe ich es trotzdem, weil ich halt so wenig Felder habe, die ich tatsächlich... Echt jetzt? Sterling ist die größte Stadt der Welt. Wie viel hat die denn? Keine Ahnung. Du weißt nicht, welches Level die hat. Zehn. Wow. Na, schon stark. Ja, nehmen wir hier, ne? Das Spiel wird wohl nicht lügen. Sagen wir mal so, wa? Krass. Wer von euch, ich, hat denn ein Luxusgut doppelt? Ich. Nee. Ich, Peter? Ich nicht. Was denn? Äh, wie heißt denn das hier? Gips? Nee. So, bei mir nur einmal. Sehr begeistert. Ja, das nächste ist ein paar Felder weiter. Ja. Ja, okay, aber du hast es gerade nicht doppelt. Nee, gerade habe ich es nicht doppelt. Okay, warte, Vereinbarung ansehen. Nee, das habe ich doch, Bram, das brauche ich nicht. Du hast kein Quecksilber. Klar habe ich Quecksilber. Ich würde ja jedem sein Quecksilber andrehen. Ich habe schon Quecksilber. Alter, Kasus Belli, Junge. Nimm mal, lol, ich habe keine Kriegstreiber-Mali, wenn ich jemandem den Krieg erkläre. Guck mal, mit dieser Aussage geht es erstmal rüber zu Bram. So geht es los. Nee, aber das wundert mich total. Kannst du mal ganz kurz gucken, wenn du Jenny den Krieg erklärst, wie krass deine Mali wären? Warte, ja, ich muss noch eben ausgehen. Bram, ich habe Mali. Ich habe das bei Peter schon mehrmals geguckt. Also ich habe halt, selbst wenn ich... Gemäßigt. Nee, geh mal auf Kasus Belli. Also ich... Du hast auch kaum welche. Sobald du den zweiten Gips hast, würde ich dir einen Handel anbieten. Okay. Also wenn ich bei Peter über Überraschungskrieg erklären gehe, habe ich sofort den Krieg und normale Kriegstreiber-Malus um 50% erhöht. Warum siehst du aus wie eine fette Mary Poppins? Oder meinst du einen normalen Kasus Belli? Nee, äh, sowohl als auch. Normale Kasus Belli ist keine, aber ich habe schon fünf. Ja, hast du den schon geninziert? Voller Barbar. Nee, noch nicht. Ja, das ist dein Kott. Du hast doch gar nichts gemacht, hast keinen Malus. Boah. Finde ich nicht so geil. Ich habe nämlich noch nirgendwo Barbar entdeckt mehr. Ich habe sie nämlich angefangen wieder auszurotten. Okay. So. Achso. Äh, ich bin noch dran. Hauwala. Ich dachte, wir wären mit der Runde schon durch. So, hier vorne haben wir jetzt sofort endlich die Stadtmauer und dann fertig. Da kommen ja noch ein paar geile Bogenschutzen dazu. Schutzen. Und hier, an dieser Stelle, da, holen wir uns. Bogenschutzen. Nochmal das kleine. Oh, oh. Schöne. Der Sulu hat das erste Mal gegen mich geschutet. Dörflein. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Ich habe nur gesagt, siedel nicht in meiner Nähe. Ja gut. Ich habe gar nicht gesiedelt. Oh. Was hast du in diesem Menü überhaupt gemacht, Frank? Ich habe zwei Städte. Da stand, da stand, ich kann diskutieren. Und ich habe ja, ich habe vor langen, vor vielen Runden habe ich König Robert L. Ja, der hat schon eine Freundschafts-Erklärung nochmal geschickt. Die aber geschickt abgelehnt wurde. Viereinhalb Stunden sind noch zu tun. Ich glaube, es wird langsam etwas härter hier in unserem Spiel. Es werden nicht alle, glaube ich, diese viereinhalb Stunden überleben. Es ist nicht mehr hier alles so nett. Nein, nein. In viereinhalb Stunden, möchte ich mal kurz sagen, wird keiner von uns dieses Spiel gewonnen haben, ohne das Kriegläufte. Nee, das stimmt. Aber, ich sage, wir müssen das Spiel ja gar nicht alleine gewinnen. Das ist doch so. Oha. Ja, schon. Also du kannst ja auch eine Allianz haben und gewinnen. Ja. Also ich habe beispielsweise Jay und Zip noch nicht mal gesehen. Ja, wir müssen auch andere Kontinente nennen. Ja, die sind auch oben, genau. Oha, guck mal. Gut, da tut eben mit... Ja, auf die haben wir schon geschossen. Ja, auf die habe ich gerade geschossen. Nee, nee, nee. Auf die habe ich jetzt gerade geschossen. Die haben 17 Schaden gekriegt. Das ist das, was die an Damage gemacht haben. Ja, aber die liefen gerade noch eins rechten. Meine Bogenschütze stehen da rechts. Dann haben wir auf die schon geschossen. Ja, okay. Dann haben die sich danach wieder geheilt oder so. Aber das ist der Damage, den meine Stadt gemacht hat. Das ist nicht so viel. Mach mal mehr Schaden. Vielleicht sollte ich dem, der gerade anfängt, mich zu denunzieren, nicht sagen, wie wenig Schaden ich mache. Ist alles safe. Ja, ja. Ah, Jay, ich schicke nochmal einen Händler zu dir. Produktion, der. Kann sie ja nicht. Schick du meinen Händler zu mir. Mach das mal. Okay, jetzt haben wir immerhin schon 30. Okay. So, was wollte ich hier machen? Genau. 33. Okay. Aber das wird auch wieder kein goldenes Zeitalter hier. Der ist nicht mehr lang, ne? Ja. Aber warum brauchst du nur 38? Ich brauch 40. Du brauchst 40? Okay. Finde ich frech. Das ist auch frech. So, Korea wächst. Korea wächst. Okay. Nehmen wir das auf jeden Fall so mit. Nehmen wir das so mit. Was solltest du auch mitnehmen? Ja, da bin ich aktuell echt noch nicht so der Stärkste drin, muss man leider sagen. Religion, Alter. Hat da eigentlich irgendjemand? Da hab ich mich gut nach vorne gearbeitet, hab ich gesagt. Alter, das bringt ja alles nichts. Ich kann das nicht mal lesen. Ist ja voll klug, wenn das sich nicht bis da zum Ende... Brauchst du eine Brille? Ne. Wenn ich in dieses Menü reingehe, dann geht die Sprechblase nach rechts aus dem Bildschirm raus. Wie fies. Ja. Patch incoming. So, dass ich das nicht alles sehen kann. Aber hier, wer ist eigentlich nochmal Civilization 3? Das ist der Jay, oder? Hey, ich bin 3. Du bist 3? Ich weiß nicht, was ich bin. 207 Punkte mittlerweile. Ich bin Civ 1. Ich hab schon krasse Städte mit 4 und 1 und so. Ja, aber du hast ganz viele, wa? Mit 4 und 1 und 20. Ich hab gerade meine vierte gemacht. Okay. Gra... Da! Ja, ne, 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 ist okay. Ich glaub dir... Ich hab gerade seine vierte gemacht. Small? Komm rüber! Was willst du? Shaka, su, du schlissler, man. Er hat keine meiner Nähe gebaut. Das macht mich glücklich. Ich weiß ja nicht mal, wo deine Nähe ist. Ja, ich weiß auch noch nicht, wo seine Nähe ist. Glaub du mal weiter da dran, dass hier, äh... Was? Oh! Da kommen einfach die krassen Chicks. Oh, die sind wieder voll. Die sind wieder voll. Ich machte dir ja gar keinen Schaden. Das sind die abgekundet. Ja, aber das ist schon mal meine Stadt lustig machen. Ja, mit meinem Vogelschützen, ja. Meine Stadt fickt die. Echt? Keine Ahnung. Das ist gut. Warum kann ich denn schon wieder nichts tun? Ach, man, nimmst du mal. Das ist gut. So, das hätt ich gerne. Und... Boah, ich hab mir krasse Punkte gemacht. Was hab ich denn gemacht? Ähm, erstmal hier. Weißt du, was noch total verwunderlich ist? Was denn? Ich renne immer noch mit diesen Knüppelschlägern durch die Gegend. Mach das mal nicht. Weil du kein Eisen hast. Mittlerweile müsste ich... Doch, ich hab Eisen. Ja. Also hast du es denn erforscht? Hast du denn Eisen... Ja, ja. Okay. Jetzt, oder? Die musst du auch upgraden. Also du kannst ja die Knüppelschläger... Ich weiß, aber da müssen die ja im eigenen Gebiet für sein. Aber das war da irgendwie so nicht. Oh, ich kann einen Hafen bauen. Aber ich könnte jetzt natürlich auch ein Theaterblatt haben. Achso, ich hätte jetzt natürlich Eisen, aber Eisen verarbeitet. Da ist es. Wollte mich echt verärschen. Dann... Baue ich... Ach, was ist das denn? Boah, fuck erst. Was tun wir denn jetzt? Ich würde das unfassbar gerne hier hinsetzen. Oder da hin. Aber ohne jetzt auf die Fresse dafür zu kriegen. Ohne. Weil ich mich so gerne auf die Fresse kriege. Ja gut, aber wer bekommt das schon? Ja. Das gibt es schon. Ja, ist ein Fetisch. Hast schon recht. Ich habe auch endlich mal einen Hafen. Ey, das gibt es ja nicht. So. Hast du jetzt einen oder fängst du jetzt an, einen zu bauen? Ne, ich habe jetzt einen Hafen. Ja, damit... Ne, ich baue einen. Sorry. Sorry. Also ich habe den Grundstein gelegt. Okay, sehr gut. Den Grundstein habe ich auch gelegt. So. Dauert nur noch zehn Runden, Peter. Dann ist mein Hafen fertig. Ja, easy. Ah, die Mucke ist geil bei mir, oder? Kann das sein, dass wir während unseres letzten Livestreams von Civilization VI ebenfalls auf einer kleinen Karte gespielt haben? Kann sein. Oder nicht eine mittlere? Das ist echt eine gute Frage. Weil so langsam bin ich... Guck mal hier, euer Kontinent. Ja, das hier ist euer Kontinent. Das passt schon. Also zwei und drei passt eigentlich. Und hier ist jetzt wieder so eine kleine Inselkette. Das heißt, wahrscheinlich ist euer Kontinent hier. Das kann sein. Alter, könnt ihr mal aufhören, meine Galerie abzuschießen. What? Jungs, rennt. Was ist das denn los? Ich habe das Rad erfunden. 200 vor Christus. Bei mir ist es auch Volkanis fertig geworden. Das ist schon stark, ja. Mh. Alles gut. Da haben die eiskalt... What denn? ...meinen Speer gefickt. Na, Speer ist ja okay, wenn die jetzt einen Siedler geklaut hätten wie bei Jade. Das ist ärgerlich. Der ist nicht mal geklaut worden. Das ist aber ehrlich. Mir ist einer mal geklaut worden. Ja, den habe ich aber schon zurückerobert. Ja. Und mit brachialer koreanischer Gewalt zurückgestanden. Ja, das verstehe ich auch. Aber das ist doch jetzt gerade alles hier... Rekt? Okay. Oh, wir da. Nein. 36 von 40 Punkten hat das koreanische Reich. Not bad, not bad. Haben wir bald ein koreanisches Zeitalter. Oh, ich brauch noch drei. Also, ich find, das hier alles stinkt irgendwie nach Kotze. Was? Alter, dieser scheiß Barbar kommt an und macht so Drive-By und gibt meinem Speer eine. Ey, ich kann auf den schießen. Jetzt ist er weg. Pass auf. Der ist nicht weg. Hier, der ist bei mir, Bram. Ich schieße jetzt auf den. Gib dir den Schaden. Tod. 23. Das ist nicht schlecht. Und der ist nicht weg. Ich würde das Getränk nehmen, was du auch hast. Ich würde gern deins haben. Würdest du meine leeren Flaschen mitnehmen? Meine beiden leeren Flaschen mitnehmen? Oh Gott, ja. Ist dir das schon mal aufgefallen? Was denn? Da hat der Robin schon ganz schön lange weg ist. Boah, der ist halt auf Klo. Der ist halt richtig hart auf Klo. Ich glaub, der ist richtig hart am Abseilen. Könnte das sein? Und der Jay, der trifft jetzt auf den. Und dann wird der erst mal nicht im News sein. Ja, weil Jay will jetzt richtig hart ab sein. Deswegen hat er auch schon auf Fertig gedrückt. Ja, hat er auch. Aber da kommt auch aus der Regie gerade keine Reaktion, ob der schon auf Klo ist gerade. Nicht mal ein Grinsen. Nichts. Da wird sich nur hinter der... Achso. Was ist der? Macht Geschäft, okay. Verstehen wir? Der ist gerade am Deal. So, auf jeden Fall ist das aktueller Shaka-Suru-Reichen-Diener holen muss gleich. Echt? Du machst jetzt... Du greifst den Stadtstart an. Ich hol mir jetzt gleich Nanmandol, Alter. Hast du so viele Einheiten? Ich fühl mich die. Also der hat schon zwei, vier, sechs Stück. Das spielt für mich so... Ihr hättet sechs Stück, aber von den sechs Stück ist auch eine Handwerker, wa? Hä? Nee. Nee, stimmt gar nicht. Ich hab nur die Einheiten gezählt, die dir aufs Maul hauen. Ja, dann... Meck damit trotzdem, ne? Meinst du, Christian, durch Kultur... Was heißt hier früher als Luxusgut? Ja, Bernstein ist neu. Ey, da wo ich meinen Siedler hingeschickt hab, ist jetzt ein Barbarenlager entstanden. Ist damit auch weg, dein Siedler? Nee, den hab ich zurückgeschickt, weil den schick ich ja jetzt nicht Richtung Barbaren. Ja, verstehe ich. Aber die Barbaren haben auch gerade meine Einheiten gekillt. Also genau die. War das Lager hier auch schon da? Nee, aber rechts davon stehen noch zwei mehr, da stehen noch zwei Pferde. Ja, genau, aber ich wollte jetzt hier siedeln und da ist jetzt ein Barbarenlager aufgeklappt. Okay, das ist nicht gut. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich siedle einfach neben Groningen. Wir sind freundliche Nachbarn. Man hört dich nicht, wenn du die Kopfhörer abnimmst. Ich wollte nicht so schmatz. Da hört man eh nicht. Das Knistern hört man sowieso. Das Knistern hörst du eh, und das Schmatzen hörst du eh nicht. Der Chat schreibt Krieg, 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 Krieg. Was hab ich verpasst? Ja, nix. Ne, wir gegen die Barbaren, ja? Also es ist ja nicht so, als wenn wir uns gegenseitig lieb haben würden. Das stimmt. Aber ich find halt komisch, dass auf eurer Insel so ein Frieden herrscht. Die Beteiligung ist besser als Opulenz. Wir sind halt echt gut unterwegs. Also ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt hier meinem koreanischen Freund da drüben irgendwie eins auswischen soll. Aufs Maul! Ich bin hier in einem glücklichen Zusammenleben mit Sebastian. In einer glücklichen Beziehung. Ja, aufs Maul ist es zwar schon wieder vorbei, aber hier, ne? Es wird kritisch, da kommen also die... Willst du mich verarschen? Der Barbar hat krass viele Einheiten, oder? Der Barbar hat vor allen Dingen Reiter, die jetzt anfangen, meinen frisch gebauten Marktplatz zu plündern. Ja. Was? Ähm. Äh. Ja, und Bogenschützen? Ja, okay, und die Pimmelsbarbaren kriegen wir halt. Da muss ich immer da wegkommen. Hm. Missionen, Barbaren müssen weg. Das kann ich gut verstehen. Oh, meine Reiters. Die guten schottischen Reiter. Den können wir hoffentlich noch da stehen lassen, ohne der den gleich einer klaut. Nächste Produktion. Ja, so langsam brauche ich mal hier so Unterhaltungssachen. Oh, ja, stimmt. Da brauche ich Vollgeruch von 10. Oh, lol, meine Stadt ist geschrumpft. Was hast du gemacht, Jay? Was? Ich habe doch gerade richtig gute Laune wegen meiner schönen Musik. Ach so. Und gleich dem goldenen Zeitalter wäre ich mich entgegen. Ich brauche zwei Punkte noch. Ich brauche zwei fucking Punkte. Wieviele brauchst du noch, Jay? Drei. Wir haben einfach ein goldenes Zeitalter auf unserem Kontinent. Ja. Ja, ohne Spaß. Ihr seid da irgendwie so voll freundschaftlich und so. Ich hatte mal Sterling auf 10, ja? Jetzt ist Sterling auf 9. Das Problem ist, die wollen Annehmlichkeiten. Annehmlichkeiten kann ich denen erst geben, wenn ich 10 habe. Ansonsten schrumpft das weiter. Oh. Hast du mittlerweile zwei Gips? Ich kann dir noch einen Luxus-Boot holen. Nee, nee, Gips hat sich voll erledigt. Da habe ich kein Geld für gerade. Ansonsten meiste Donald Trump würde es auch tun. Hast du Unruhen im Staat, Krieg. Ja. Ja, Militärpaar. Der macht ja nicht wirklich Krieg. Nee, nee. Als wenn Trump Krieg macht. Der wedelt doch nur mit seinem Säbelchen da. So ein Säbelchen aus Fleisch. Ja, eben. Haben ein Problem, Bram. Aber tatsächlich nicht. Wie kriege ich denn Annehmlichkeiten rein? Guck mal hier. Nicht genug. Zwei Stück sogar. Luxusgüter brauchst du für Annehmlichkeiten. Könntest du Sepp bei mir ein Stück lauter machen? Der ist irgendwie bei mir mittlerweile aus. Was? Ich bin aus? Ja, jetzt hat er dann aber auch näher wieder einen Säbelchen. Ich habe es nicht bewegt. Stimmt, Sepp höre ich auch nicht. Jetzt wurde es aus. Nice. Jetzt höre ich nicht. Hallo. Ich höre ihn auch. Ich möchte mal ganz gut sagen. Ist zwar traurig, aber alles gut. Peter ist mittlerweile die stärkste Militärmacht des Planeten. Ja, aber du sagst, dass du jetzt zu schwach bist. Ja, ich wollte das nur erwähnt haben. Aber danke, dass du es darauf aufmerksam gemacht hast, Bram. Ich bin die drittstärkste Kraft. Was seid ihr für Lutscher? Du bist halt Korea. Ja, du bist halt krass Militär. Boah, ich habe nichts. Schaden habe ich den Reiter gemacht. Ich habe halt nichts. Ich habe mir auch richtig nice. Vielleicht zählt ja meine Stadtstaaten dazu, die alle mir gehören. Vielleicht kaufen wir einfach das da. Aber wer weiß. Das kann sein. Gut, das kostet mir Spaß. Weiß ich aber nicht. Die Hilfe meines Goldes. Habe ich nicht mal in so einem Civilization Stream, den wir gemacht haben, irgendwie 1000 Gold gehabt oder so? Wo geht mein ganzes Gold hin? Ja, wir sind halt noch relativ am Anfang. Ja. Okay, ich habe 100. Wie viel kriegst du denn pro Runde dazu? 11. Oh. Das geht besser. Das ist nicht optimal. Ich habe auch ein bisschen mehr. Erst mal Luxus kaufen. Bram, sehe ich irgendwo eine Übersicht von all meinen Händlern? Und jetzt brauche ich wieder neue Arbeiter. Von den Handelswegen. Oben. Ganz, ganz oben. Ah, da. Dankeschön, Jay. Ja, lieb gerne meinen Kree-Freund. Den brauche ich jetzt tatsächlich leider. Wer ist denn hier wieder dran? Sift 5. Und die müssen hier stehen bleiben? Ich weiß nicht, ob hier die eventuell und sich auch noch verbatet verbergen ist. Wie können die sich schnell wieder nach Steining-Koppissen entzweifeln? Deswegen würde ich mal sagen, Was ist denn hier alles passiert? Mehr Wohnraum benötigt. Okay. Was ist da? Mehr Annehmlichkeiten benötigt. Okay. Bram. Ich will jetzt vögeln! Okay. Wen denn? Die fucking Babar. Oh, okay. Echt jetzt? Ich habe als allererster Ratschor. Das ist schon sehr aggressiv, was der Bram da macht, muss ich sagen. Ja, fucking egg-grab. Krieger wurden von Babaren angriffen, alles cool. Und ihr habt ein Dorfstammes entdeckt. Ja, guck mal, dann geh doch mal da rein. Boah, das ist richtig krass. Zack, zack. Was habe ich davon jetzt gekriegt? Nur EP? Oli P? Habe ich jetzt nur EP? Oli P, ja. Schade. Schade, schade. Das war mal mehr. Aber dafür habe ich das Stammesdorf auch flatt gemacht. Juhu. Juhu. Jawohl, eure Krieger wurden bombardiert. Während der Verteidigung Krieger besiegt. Jawohl. Ja. Achso, jetzt sind hier vier Barbareneinheiten. Ja, na klar. Das freut. Ich komm. What the shit, warum hat sich das geändert? Das ändert sich, weil das ist voll zum Kotzen. Das ist richtig assi. Ich habe jetzt gedacht, ich warte jetzt, bis sich das erschlossen hat in zwei Runden und dann kaufe ich das. Jetzt muss ich es trotzdem beide kaufen. Am Arsch. So, schieß du auf die, du solltest das Damage machen. Ah. Wir sind gestorben. Der lebt ja noch. Okay, der muss irgendwie safe nach da oben kommen. Nee, die klauen den. Wir kriegen einen Abfall. Goldene Zeit, Alter. Nein. Mir fehlen noch einer. Nice, Jay. Das ist cool. Get set. Also noch nicht dann, oder? Also, keine Ahnung. Ich bin bei 40 von 40. Ja, aber das sieht erst bei dem nächsten Dingens, oder? Straff aus. Erst wenn wir jetzt wieder das Zeitding wechseln. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was mein goldenes Zeit, Alter, dann mir bringt. Soll ein recht stark sein. Das hoffe ich. Ich brauche noch hier viele Sachen in meinem glorreichen Reich. Tja, das ist natürlich dumm gelaufen. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, diese blöden Punkte zu sammeln. Und nach dem dunklen Zeit, Alter, versucht mich da rauszukämpfen. Und einen Punkt vor dem goldenen Zeit, Alter. Civ ist einfach ein geiles Spiel. Ja, ist halt einfach so. Es ist halt einfach ein geiles Spiel. Es kann so chillig spielen. Wenn wir wieder auf der MTA-Land sind. Was könnten wir da wohl machen? Stardew Valley spielen. Mario Kart. Ich habe es versucht. Mario Kart, Ejo. Ja, mit dem kann ich überhaupt nichts machen. Tja, dumm gelaufen. Um einen Punkt hat goldene Zeit, Alter, verpasst. Aha! Das geht doch noch. Zwei Runden geht das doch noch. Das war aber sehr nah. Das geht doch noch zwei Runden, Christian. Klassik endet erst in zwei Runden. Ach so, ich dachte, die endet jetzt, weil Jay da gerade gesagt hat. Nee, ich habe mich nur gefreut. Jay hat es halt nur geschafft. Ich denke mal, ich habe es geschafft. Okay, los, Jungs. Auf geht's, Richtung. Ja. Zumindest so meine Vermutung. Verkackte Barbarians. Hier auch. Ein Nacken macht das für dich. Ach, das ist da. Da. Den brauche ich nicht. Da ist das Barbarenlager. Das hätte ich gerne. Überall Barbaren. Aber jetzt kommt meine Stadt. Versuch. So eine ganze Stadt. Du schießt auf vier so Knüppel. Bums. Und die Knüppel-Typen. Alter Vater. Ich habe goldene Zeit, Alter, auch. So geil. Hier. Das ist Jay. Da ist Sepp. Jay. Goldene Zeit, Alter. High five. High five. High five. Nice. Ich kann nichts mehr bauen. Ich kann nichts mehr bauen. Hallöchen. Puppöchen. Ja, ich, achso, ich muss hier noch was machen. Warte mal. Hier, zack. Ich habe ja eine wunderschöne Stadt errichtet. Eine wunderschöne Galapagos-Insel. Da werden wir uns jetzt ein paar Schildkröten holen für unser Ramen. Denn, na, wie ihr wisst, wir Koreaner lieben Schildkröten-Ramen. Ist Ramen koreanisch? Nee, es ist japanisch, oder? Es ist asiatisch. Ich würde es asiatisch wieder sagen. Was? Frühlingsrollen essen auch alle Asiaten, oder was? Ramen ist japanisch. Aha. Okay, was ist denn dann koreanisch? Ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall ein asiatisches Killer. Das weiß ich denn nicht. Nee, nee, du hast doch gerade auch gesagt, dass es japanisches, oder? Gib mir mal, Jack, gib mir mal etwas leckeres koreanisches zu essen. Nee, die Regie hat es gesagt, aber das konnten die Zuschauer ja nicht hören. Ich wollte dir das zusprechen, Alter. Ach, danke schön. Ach, die hören die Regie gar nicht. Nee. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nichts mehr bauen, Bram. Soll ich ein Orakel bauen, Bram? Das ist schon ein bisschen ASMR, oder? Na, schon ein bisschen. Ja, kannst du ein bisschen mehr reden. Nein, das kann ich nicht bauen. Wo ist denn... Jake glänzt wie eine Eisfläche, ja? Ich bin auch bald vielleicht eiskalt wie Nordkorea, man weiß es nicht. Du bist eiskalt wie Nordkorea. Das heißt, du sagst die ganze Zeit, du würdest was machen, aber machst du dann doch nicht? Dann würdest du halt Nordkorea machen, ja. Algen. Alles klar, das ist die erste Antwort. Kimchi. Ramjun. Algen. Koreanisches Barbecue. Das hört sich bislang am besten an, muss ich sagen. Oder Bibimab, Bibimbab, Bibimbab. Das ist auch schön. Bibimbab. Ich erreiche euch ein Bibimbab. Wer ist denn eigentlich hier dran? Was ist hier los? Ich muss auch ein Heureka machen. Ich muss auch ganz viel ballern, damit es Heureka. Ja, dann mach doch mal dein doofes Goldene Zeitalter ab. Alter, was ist das hier? Hast du irgendwie... Willst du meine Stadt irgendwie abfacken? Oder warum hast du hier so viel... What? Ja, hier so in meiner Nähe. Was hab ich? Ja, deine blöde Kultur engt mein Schumschiong ein. Meine Kultur engt dein Schumschiong an? Ja, deine hässliche Kultur engt mein Schumschiong an. Welche Kultur denn? Ja, was weißt denn? Weißt du, wie viel Platz dazwischen ist? Ja, kein Feld. Leute, wieso ist denn das da oben? Ja, oha. Hab ich das da gekauft? Oder was damit das da schnell ist? Ohne Scheiß, das hab ich nicht gekauft. Kleiner Pisser. Schwör, Bruder. Schwör zurück, ey. Nächste Runde. Scheiß, ist das teuer. Fuck. So, Jungs. Ich möchte nämlich eigentlich, Jay, eigentlich möchte ich das links haben, weil links bringt mir was. Dieses Feld bringt mir überhaupt nichts. Ja, dann... Werde ich das mal zur Kenntnis nehmen, aber nicht glücklich zur Kenntnis nehmen. Das kann ich verstehen, lieber Jonathan. Ich muss echt sagen, das gefällt mir alles so nicht. Du solltest ihn warnen. Ja, ich bin freund. Ah. Boahschutzkrieg erklärt zum Beispiel. Nächste Runde. Das ist gut. Boah, wie wäre es denn mit... S-E-X. Super einfach... Ich versuche hier gerade faire Vorschläge zu machen. ...Psylophon-Spiel. Faire koreanische... Jedem fällt als erstes Psylophon ein bei X. Faire koreanische Vorschläge für meinen Freund Dekree. Muss ich mir jetzt die ersten Buchstaben merken, um das Wort herauszufinden, was du mir damit sagen? Ja, das heißt, ich ficke deine Seele. Nein, das steht da nämlich nicht. In Wahrheit steht da nämlich Koksnut. In Wahrheit steht da nämlich Koksnut. Naja, nee. Wenn du halt... Also das ist dadurch ja nicht falsch. Wenn du alles groß schreibst, dann ist das ja quasi eine Art Stilmittel und wird dadurch nicht falsch. Ja, aber das U wird nicht betont. Das U ist silent? Ja. Das U ist... Was ist denn los? Was guckst du so rüber? Überall Django. Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Wie bei Django. Liebes Kree. Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Da ist das U auch stumm. Was bezweckt dir damit? Womit? Das ist ein sehr nettes Geschenk, aber ich nehme diesen Vorschlag nicht an. Ich danke dir. Bitteschön. Denn ich brauche das nicht, weil ich das sofort habe. Ey, ich habe auch Gips mittlerweile. Das konnte ich nicht sehen. Das stimmt, das konntest du nicht sehen, aber ich möchte nicht, dass du deine... Jetzt willst du ja Hitschel auf einmal handeln, ja? Ja, wollte ich vorhin auch, aber nicht mit Sachen, die ich halt schon habe. Ey, Bert schon habe ich gesehen. Ah, Disco! Disco-Kugel! Hitze zu. Das ist gut, schreib mal nicht so. Das ist ja mega nice. Okay. Okay. Was bringt, Bert, jetzt? Ihr befindet euch in einem goldenen Zeitalter. Jeder eurer Bürger übt 1,5 Loyalitätsdruck. Das ist super. Das heißt, wir egalisieren uns jetzt in unserer Loyalität. Das ist doch gut. Das zackt. Ich will seine Stadt haben. Hat ich gerade schon abgelehnt. Ich habe gerade gefragt, net. So. Ah, 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 ah. Okay. Krass. Also die Sachen sind schon deutlich besser als die normalen. Du kriegst immer Gold irgendwie mit dazu. Okay. Ah, guck mal einer an. Wie? So, walz die nieder. Dankeschön. Alter, was geht denn hier ab? Wer ist denn? Auf Wien, das war der Stadtstaat, ne? Ist doch klar. Ich finde das goldene Zeitalter cool. Ich finde das auch cool. Das blinkt jetzt hier alles so. Ich habe jetzt hier Party. Das sieht auch echt stylisch aus. Wieso kann ich meine eigene Straße plündern? Was gefällt dir? Das habe ich auch noch nicht genau verstanden. Muss ich sagen. Mache ich hier jetzt mit dem? Was mache ich jetzt hier mit dem? Der. Was ist dort ja alles noch Ewigkeiten? Hier haben wir doch mal da. So. So, da muss man mal ein Feld runterlaufen. So, was macht der hier? Der könnte das machen. Yes, das haben wir auch Eisen hier. Ja, bitte. Da hinten sind sie. So. Und jetzt bauen wir unsere wunderschönen Teppiche. Ne, Seide ist das. So kann ich kein Reis abbauen. Da läuft doch irgendwas falsch. Steigt durch. Nice. Es gibt neue Stadtstaat-Quests. Wie viele Punkte brauchen wir denn jetzt? 62. Wieviel braucht ihr? 49. Alles klar. Ich hatte gerade schon 48. 36. 36. Ja. Das heißt, du hattest aber schon ein dunkles Zeitalter. Das ist der Unterschied. Ja, das ist richtig. Da ist das bei dir auch alles nach unten gesenkt. Da wir jetzt ein goldenes Zeitalter haben, ist das bei uns jetzt nochmal erhöht. Das heißt, wir werden zwangsläufig irgendwann in ein dunkles Zeitalter ein. 68 jetzt. Voll ab. Ne, ich brauch 80, Jay. 80. 80. Hast du schon zwei Zeitalter? Ne. Aber bei dem einen war ich knapp dran. Krass. Und er zählt noch weiter. Bei dem ersten war ich... So, werde ich jetzt eine krasse Tag oder wer? Das ist ein Tag von den Barboren. So, bedeutender Sieg. Da muss ich mich der Galera ja richtig schaden. Weiter. Bedeutender Sieg. Und geklatscht. Boah, sorry, Fotzen, Alter. Jetzt kommt... Jetzt kommt Chakasuno, ey. Hat jemand eine große Bibliothek gebaut? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Die hab ich auch gerade gebaut. Das ist ganz schön assi. Wer war das denn? Wer war was denn? Wer hat denn hier die große Bibliothek gebaut? Machst du das, Jay? Ich? Ich? Ich weiß es nicht. Klingt so, als wärst du das gewesen. Wie warst du denn wohl? Vielleicht. Vielleicht war ich dies. So, so, so. Alter. Was ist los? Sind da noch welche? Ich hab die gerade alle weggemacht. Ey, guck mal, wo ich stehe. Eins, zwei, drei, Baban. Ey, ich stehe ein Feld daneben. Du siehst mich nicht. Ja, das ist so. Mit drei Einheiten. Du stehst doch mit drei Einheiten? Ja. Ich hab gerade hier, auf dem Ding, die ganzen Baban-Bichern weggemacht. Ja, ich hab da drei Einheiten gerade weggemacht, Baban. Das ist schon wieder drei neue. Ja. Gut, dann müssen wir da mal ein bisschen Gas geben. Ich find das schön, diese große Bibliothek. Die gefällt mir. Ich logge die jetzt da raus. Oh, was? Wir gehen auf Peter und Peter wartet gerade auf Sivstream 3 und Sivstream 5. Aber das ergibt mir mal wieder eine wunderbare Möglichkeit, hier euch ein Update zu geben, was mein Reich angeht. Ich habe immer noch vier Städte. Und ansonsten... Hast du überhaupt was gemacht? Warst du überhaupt da in der letzten Zeit? Eigentlich nicht wirklich. Du sammelst einfach Punkte, ne? Ja, ein bisschen erforscht hier noch so. An der Stelle sieht man ein paar kleine Inseln. Also das ist der Kontinent von Jay und Sepp offiziell. Yay! Oh, das ist aber schön. Mein Orakel ist fertig. Das Orakel ist freundlich. Ich glaube, ich hab halt... Ich konnte nichts anderes mehr bauen. Für die Niederlanden an dieser Stelle. Ich konnte in meiner Hauptstadt nichts mehr bauen. Fehler gemacht. Ja, Fehler wurden begangen. Heißt das ja so schön. Nicht so gut, Peter. Nee, das ist auch nicht besonders gut. Aber ich hab nix Halbes und nix Ganzes gestartet. Und das ist natürlich immer ein bisschen kacke. Wir sind auch knapp. Oh, sofort mit dem Bram ist abgelaufen. Schade. Oh, und der Christian würde gerne mein Freund werden. Ja, so wendet sich das Blatt. Aber das nehmen wir doch sehr gerne an. Das ist aber interessant. So wendet sich das Blatt. Das nehmen wir an. Ja, nachdem er mich 15 Mal denunziert und gewarnt hat, will er jetzt mein Freund werden. Könntest du mir vorstellen, dass dich vielleicht an euren dritten Freund... Ah, meinst du? Okay, dann könnte natürlich... Aber ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht werden erst mal die U-Einwohner ausgerottet. Ausgerottet. Ja, ich weiß, das hört sich immer sehr radikal an. Aber ich bin ja auch in Korea. Bei dir hört sich immer alles radikal an. Pfff. Hä? Hä? Das ist nur eher eine Verbutung. Hä? Husspuren? Hä? Die Freundschaftserklärung haben wir ja angenommen und wir haben auch noch einen... Warte, 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 warte. Wer hat denn gerade das Orakel vollendet? Ich. Christian hat aktuell ein bisschen Pech, könnte man sagen. Da war er noch eine Runde. Ohohohohoho. Das ist ehrlich. Das ist nur ein feindlicher Akt, der Kree gegenüber... Alter, das ist nicht alles feindlich. Doch. Für Jay ist alles feindlich. Ich fände das nicht nett. Alles feindlich, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist jetzt auch ein bisschen hart rausgedrückt, muss ich sagen. Findest du? Ja. Ey, Brom, du hast gleich nichts mehr. Was war für mich? Na ja, aber die Förderungsstufe, das war jetzt... Oh, hätte ich vielleicht vorher noch zum Ambruchsschützen verbessern sollen. Aber hey, war der war. Jay? Ja, bitte. Ich habe einen Handelsposten bei dir errichtet in Jinju. Ist gut. Gut, ne? Jetzt kannst du bestimmt mal mit mir besser handeln. Ja? Handelst du eigentlich mit mir? Weiter geht unsere Erforschung. Hast du Händler? Der großen, weiten Welt. Ja, ich habe zwei... Ich habe einen Händler. Oh. Aktuell. Ja, du hast gar nicht so viel Handel oder was? Ich habe gleich zwei. Keine Frage. Mehr habe ich nicht. Ja. Bin eher so abgeschottet. Ich entwickle mich gerade schon so ein bisschen koreanisch. Wie man es halt aus dem guten einen Korea kennt. Ja. Jay schottet sich ab. Ich suche immer Freunde. Ey, ich suche auch Freunde. Geht hier eigentlich überhaupt irgendjemand auf irgendwas Militärisches? Ich glaube nicht. Mal gucken, ob wir überhaupt irgendeinen Kampf sehen. Wir sind jetzt übrigens bei der offiziellen Halbzeit. Auch wenn das nicht ganz korrekt ist, weil wir nicht ganz pünktlich gestartet sind mit diesem Streaming. Aber Jesus ist schon tot. Ja, Jesus ist schon tot. Das ist korrekt. Er ist sogar wieder auferstanden und dann wieder gestorben. Richtig gestorben ist er doch nie. Doch, doch. Er ist in den Himmel aufgegangen. Er ist quasi gestorben. Wir essen doch jeden Tag den Leib Christi in der Kirche, oder nicht? Ja, wenn du jeden Tag in die Kirche gehst, dann isst du den jeden Tag, ja. Irgendwovon muss ich ja leben, oder nicht? Du bist evangelisch. Du bist überhaupt kein Leib Christi. Gibt's die Kommunion nicht in der evangelischen Kirche? Doch, aber ganz selten. Siehste? Ja, ganz selten. Wann kriecht die denn? Ja, keine Ahnung. So, so Konsumationen. Also geht's selbst nur in die Kirche um, sonst was zu essen ist. Und Wein. Ja, genau. Ganz wenig. Immer nur dann, wenn's was zu essen gibt. Dann gehen wir nach Schluck Wein. In der Westen, was sollst du? In der Westen, was sollst du? Christian, wir warten noch auf dich. Ja, ich muss noch Gouverneur ernen. Ich weiß grad nicht, welch. Ich hör, glaub ich, bis auf Peter und Christi. Christi, wenn ich noch welchen Gouverneur er nennen soll. Und wir zoomen in der Zeit auf Amsterdam und nehmen einen Tiefzug. Der ist doch cool. Das sind ja überhaupt gar keine grünen Wolken. Was ist denn da los? Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber da, in der Mitte, in der Mitte sind zwei Coffeeshop-Silos. Ja, richtig. Da wird produziert. Da wird getrocknet. Ja, krass. Durch meine Kopfhörer. Ja, glaub ich auch. Und Bram vielleicht auch. Bram, sag mal was, bitte. Nee. Hier wird noch im Nachhinein ein wenig am Ton gewerkelt. Wie lange dauert das Spiel noch? Bis einer gewonnen hat oder ungefähr 24 Uhr? Ja. Dann werden wir gucken, wer die meisten Punkte hat. Das Spiel wird lauter, aber Jane nicht. Da wird wieder gepackt. Zippt. Alter! Warum ist jetzt hier alles gerade laut geworden? Christian! Da unten rechts! Ich hab's gesehen. Ist das möglicherweise der Handregel? Alter! Die Schwertkämpfer machen nicht Platz. Weil sie... Ja, ich brauch deine Hilfe! Möglicherweise... Möglicherweise wurde gerade alles... Die Schwertkämpfer... Ich wollte gerade... Ich verkündige... Ich verkündige die Freundschaft vorher. Achso, ja. Okay. Könnte das noch etwas leiser gemacht werden? Das ist alles lauter geworden. Ich reiche dir die Hand und hilf mir! Danke! Ich wollte mit meinen Reitern eben da rein, weil ich mir dachte... Ich rede gerade lauter. Und es wurde lauter gestillt. Und es wurde lauter gestillt. Ne, jetzt ist gut. Jetzt sind alle lauter. Ja. Bei Jane muss alles leiser gerade werden. Jays Headset ist gerade sehr, sehr laut geworden, lieber Robin. Ich schieße da jetzt drauf. Mit meinem Bogenschützen. Ah, ja. Schon angenehmer. Ah, dankeschön. Aber, Robin, ich komme gleich mal, wenn ich Zeit habe, vorbei. Und dann habe ich ein bisschen Spaß, glaube ich mal. Dann musst du mir mal erklären, wie denn das mit lauter und leiser da hinten funktioniert. Guck ich mir mal an. Bitte nicht! Guck ich mir mal an. Ah, Candy. Jay ist nicht versichert. Lass dir besser nichts machen. Doch, doch. Ich bin versichert. Oh. Hier ist noch viel... Ich hau den jetzt noch mal. Dann schieße ich da drauf und dann hau ich die Reiter da rein. Jetzt darfst du auch. Warum kann ich bei Sebastian den Piefken rekrutieren? Was ist denn Piefken? Ich habe jetzt gehauen. Piefken? Das ist meine Kifferreligion. Ah, das ist seine Religion? Wenn du mit dem Handel treibst, übernimmst du seine Religion offenbar. Das ist meine Kifferreligion. Ich habe die Religion der Friedenspfeife. Piefken? Ja, ich denke er hat sie selber so genannt. Ja, das habe ich... Dankeschön. Jey ist manchmal ein bisschen langsamer, deswegen erkläre ich ihm zu spüren. Nein. Okay, ich verstehe. Wir gehen mal auf den Zap. Okay. Wir sehen... Ach komm, Jay ist ja auch noch gerade dran. Wir haben hier die Piefken-Religion. Die Religion der Schildkröte. Und ich bin gerade noch ein bisschen am Ausbauen. Vielleicht können wir... Können wir das erschließen? Nein. Das können wir aber erschließen. Das bringt nochmal richtig viel hier. Und dann drücken wir einfach mal weiter. Das ist schön. Wow! Aber ich habe eine neue Stadt. Das ist sehr, sehr gut. Die ist echt gut gedeiht. Und sie ist sehr gut. Ja, mach mal auf Bram. Siehst du... Was? Kampf! Siehst du den überhaupt? So Bram... Jawohl, jetzt geht ab, Alter. Jetzt holen wir den uns hin. Spassi! Robin, könntest du bitte den Bram etwas leiser stellen bei dir? Ja, für mich bitte auch. Ja, Bram ist jetzt wach geworden. Was passiert hier? Pass Bram bitte aus. Nein, du bist leiser gestellt, Bram. Geil. Dankeschön. Bram, pass auf. Nein! Ja! Die sind noch nicht tot. Nee, die sind noch nicht tot. Hey Jay, baust du ein Lager direkt an meine Grenze? Jo! Äh... Haltet ein! Vielleicht... Warum? Absicherung? Die Ausrede habe ich schon mal gehört. Ja, wie sagte schon die DDR damals... Niemand hat vor, eine Mauer zu leerlich. Ich kann dir versichern, das ist wirklich Schutz. Aber du kannst natürlich auch ein Lager da dran bauen direkt. Das wäre vollkommen okay für mich. Ja, dann... Ich baue einfach direkt daneben eins. Ja, das ist dann okay für mich. Und dann ist das einfach cool. Ja, genau. Die winken sich den ganzen Tag zu. Genau. Das ist einfach so Lager. Und tauschen die Frauen aus und so. Das ist ja alles cool. Ja, wenn wir die... Ich weiß nicht, ob ich... Obwohl... Ein paar indianische Frauen sind bestimmt auch heiß. Was wollen denn meine Bürgerchen? Tauschen die Frauen aus, ey. Okay. Stadtdetails. Bauen wir das jetzt. Hab ich gebaut? Ja, hab ich gebaut. Dann machen wir das hier erstmal ein bisschen ballern. Aha. Aha. Denn... So. Wer ist denn jetzt eigentlich noch drauf? Ich immer noch? Du? Ja, warum soll... Weiß ich nicht. Du kannst auch wieder schlafen. Wurde wirklich gewechselt? Oder war es nein? Also ich bin dabei. Ich hab gar nichts gesagt. Gerade ist Christian drauf. Nee, ist kein Problem. Ich dachte nur, nachdem ich aufgesprungen bin von meinem kurzen Winterschläfchen der Schakas, dachte ich so, dass wir nicht gewechselt hätten. Aber da war ich doch dran, weil ich hab grad voll geschweigend meinen Zug gemacht. Und... Was tust du denn so was? Ich kann sagen, dass ich mittlerweile hier eine große Verteidigungspassion habe, die 22 Defense hat und sorgt dafür, dass meine sulische Halbinsel ein wenig mehr Verteidigung bekommen hat. Und wir haben gerade hier krass den Barbaren gefeiert gewonnen. Habt ihr zusammen die weggemacht? Ja. Also eigentlich seid ihr Kollegen. Das ist nett. Ja, nicht nur das. Boah, viele diskutieren über den grauen Beginn des Mittelalters, aber jeder weiß, dass die Entdeckung der Militärtechnik durch Schottland der Anfang war. Das glaub ich nicht. Glaub ich nicht. 250 nach Christus. Da gab's die erste Militärtechnik. 250 nach Christus war auch das Mittelalter. Klingt alles nach... War das nicht eher so um 1000? Boah. Boah, da fragst du aber was, ey. Ja, da fragst du gerade echt was. So 1000 bis 11. Jahrhundert so, so 11. bis 12. sowieso. Also ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, schön. Goldenes Zeitalter ist hier golden. Macht ihr Pinkelpausen. Ja, wir machen Pinkelpausen zwischendurch, wenn man gerade nicht dran ist. Christian ist halt dran. Oh, sorry. Ich wollte gerade checken, was das Mittelalter war. Ich hab schon weitergedrückt. Da musst du immer aufpassen. Oh, Christian treibt Handel mit mir. Was? Die Beziehung... Treibt Handel mit einer meiner Städte. Ich glaube, er hatte nur schlechte Laune wegen dem dunklen Zeitalter. Das ist meine Vermutung. Ich glaube auch. Ich glaube, das goldene Zeitalter ist gut für Schottland. Das macht ihn glücklich. Erstmal die Kack-Babaren hier weghauen. Ja, du machst aber bald eins. Ne. Nicht? Okay. Hätte ja sein können. Okay. Da kann ich gerade nicht... Bei den Sachen habe ich gerade echt Pech. Da ist meine Plantage-Borne. Die guten schottischen Bananen sind die besten auf der Welt. Ja, die schottischen Bananen sind die besten. Die gibt es auf der Welt. Geil. Kann ich jedem nur empfehlen zu kaufen. Förderung verfügbar. Jawohl, jetzt fällt endlich da einer weg. Reiter. Rohirrim. Ja. Oh Gott. Oh nein. Da habe ich echt einen Trauma vor. Ja komm. Kann man doch mal ganz kurz noch erzählen, oder? Oh Gott, ey. Das war so geil. Oh, zwei Tempel am Ass, ey. Oh, guck mal. Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit. Also etwa die Zeit zwischen dem sechsten und fünfzehnten Jahrhundert. So hat ein bisschen gedauert. So, fertig. Ja. Das ist schon lang. Aber wir sind noch nicht im Mittelalter. Wir sind 300. Also dauert noch 300 Jahre. Hier ist kein Fluss. Wieso ist hier kein Fluss? Das ist doch ein Fluss. Ja, da. Soll ich da bauen, oder was? Ja. Ja. Ich will hier. Obwohl, eigentlich... Ich müsste eigentlich das erobern. Ja, das wird doch clever. Passiert immer was. Aber ich habe keine... Ich bin nicht auf Krieg gegangen. Ja, das ist dann ein bisschen blöd. Ich bin befreundet mit allem. Noch nicht. Du bist befreundet mit allem? Mit allem. Mit Luft und Liebe und allem. Mit mir nicht. Am meisten mag ich mich. Das glaube ich dir, Bruder. Obwohl du ganz schön stinkst. Hey, hey, hey. Diese Aussage. Ja. Wie auch nicht okay. Kann ich das ändern? Er hat meine Gummibärchen leer gegessen. Echt, Mann? Die Sau. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich du. Nee, die habe ich nicht leer gegessen. Das waren die, die ich die ganze Zeit hier rumgeschmissen habe. Ich dachte mir, ich verfeuer nicht meine eigene Munition. Boah, Alter. Das war ein smarter Move, muss man sagen. Das war ein smarter Move, muss man sagen. Das ist echt blöd. Bärchen. Da. Ah. Ich habe Peter. Mhm. Äh, Salpeter. Oh nein, Baba. So. War schon Salpeter erforscht? Alter, das wäre krass. Das wäre Salpeter. Christian geht auf Krieg. Gleich wird geballert, Junge. Nicht schlecht Schottland. Baller, baller, in Kavala. Nicht schlecht Schottland. Hahaha. Ja. In der Regie, die hören einfach, boah, ballern. Alles klar. Auf, nach, Christian. Also. Ja, ich mache mal, ich mache mal, ich mache mal Falltasten. Ich habe gerade Jay erklärt, ich habe Salpeter gefunden. Da ist Salpeter. Ja. Salpeter. Jetzt klicken wir auf die Stone. Geht doch Bram. Ich fände Salzpeter geiler. Salz habe ich da. Soll ich das mal für dich kaufen, Jay? Salz. Damit er auf mich schweren kann, dann haben wir Salzpeter. Alter. Ich bin so traurig. Auf meinem gesamten Kontinent gibt es nirgendwo Salz. Das Problem ist, das ist halt genau zwischen meinen Städten. Boah, geh weiter. Das ist echt ein Kack-Kontinent. Nein, das ist echt Kacke. Alter, jetzt geht es los. Pyongyang ist gebildet. Das Pyongyang, haben wir herausgefunden, ist Nordkorea. Und Pyongyang, wo die Olympischen Spiele sind, ist Südkorea. Sehr gut. Das heißt, Pyongyang ist gebildet. Das heißt, Nordkorea ist rising. Nordkorea ist rising. Okay, das habe ich sogar verstanden. Ja. Das ist auch der Plan gewesen. Oh, das hat alles nach Pupuklau. Korea rising. Das klingt irgendwie nach einem Film. Und fertig, Jungs. Oha, oha, oha. Ja, mit den Kollegen da oben weiß ich überhaupt noch nicht, was ich tun soll. Genauso wenig mit denen. Irgendwann wurde mir mal empfohlen. Ach so, doch. Nice, ey. 30 Runden ist das schon fertig hier bei mir alles. Krass. Dann habe ich mein Monument. Das ist schon eine geile Stadt, die ich habe. Aber was macht der denn? Eindhoven ist gegründet. Ja, Mann. Wieder die fünfte Stadt. Sag doch was. Warum? Ja, können wir ein Feierchen machen. Noja, ey. Feuerchen nicht, mein ich. Ein Feierchen. So. Ich will irgendwie nicht auf nächste Runde klicken. Warum nicht? Ich möchte ja nichts mehr machen können. Kannst auch so nicht. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn da? Oh, 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 oh. Willst du endlich mal den großen Teich rüber? Zögerliche Grußworte. Neugierige Blinke. Nur mal so für mich. Wie groß ist der große Teich? Das Volk der Niederlande. Hat den Namen schon verdient. Ja. Hätte man winzig nehmen sollen. Ja, ich glaube schon. Wie geil du aussiehst. Aha, hier ist gerade niemand, den man sich zur Verantwortung stellen kann. Wo ich gesagt habe, lass doch winzig spielen. Nein, winzig ist schon winzig. Aha. Eure Delegation ist natürlich willkommen, liebe Wilhelmina. Kannst du mir auch mal eine schicken? Wo ist denn ich mein Speerabgleich? Wofür ist die eigentlich bestimmt? Ich bin schon wieder tot. Du bist der Erste, der mir ne Delegation schickt, by the way. Ja, würde ich mich mal fragen. Ha 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 ha. Hä? Huch. Oh. Ja, Jay und Peter, die sind da noch Handelsgeschäftchen am treiben. I like this, ey. Also, die Holländer haben mir gerade ne Frikandel vorbeigespracht. Die schmeckt aber unfassbar gut. Ja, und was auch immer du herstellst bei dir, hast du mir gerade vorbeigebracht und das ist auch sehr lecker. Nix, nur Scheiße in Nordkorea. Oh, so ist doch angenehm für den Kult. Koreanische Schokolade. Mh, lecker. Es ist Zeit für Jay. Geil. Oh oh, Zeit für Kult. Es wird eine großartige Zusammenarbeit, lieber Peter. Das freut mich. Lüge! Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub auch. Wir werden uns köstlich zusammen amüsieren. Ja, ich denk. Falsch. Da bin ich nämlich jetzt hier bei euch endlich. Das war gar nicht so einfach, über den großen Ozean zu kommen. Achso. Ja, war schon weit weg, oder? Ja, ja. So. Wir haben ja hier Platz satt, um uns auszubreiten. Na, ich leider nicht. Wo kann ich denn... Achso. Aber... Haben die... Die haben schon ne Mauer. Das ist doch hier alles schön. Ja, alles rigged. Das ist hier alles schön. Wie oft kann ich denn noch machen? Eine Frikandel gegen Kimchi getauscht. So sieht's nämlich aus. Das freut den Jay. Mein Glauben rising. Ich hab schon 2,1. Glauben. Ja, das ist doch schon mal was. Ja, guck mal. Hab ich fast so viel wie du. So. Wie sieht's denn hier aus? Wer ist denn dran? CivStream 5 ist noch dran. Okay. Ähm... So. Boah. Das müssen wir noch machen. Seid ihr eigentlich auch alle der SPD beigetreten, um ja nachher zu wählen, ob's jetzt GroKo wird oder nicht? Ja, um abzulehnen. Kann ich das heute noch machen? Äh, ne. Alle bis zum... Ich würd doch nie die PKP hintergehen. Die bis zum 30. Ärzten beigetreten sind, hätten gezählt. Okay. Hätt ich das denn per Online-Voting abstimmen können? Ich weiß gar nicht, wie die Abstimmung läuft, ehrlich gesagt. Per Post wird uns hier gerade vom Robin gesagt. Da klickt... Falsch. Aha. Hat er das extra gemacht? Die Digitalisierung ist noch nicht angekommen. Nee, nee. Dann musst du ja zu Briefkasten laufen. Das ist ja voll anstrengend. Mega anstrengend. Hm. Kannst du dir nicht, hast du dir nach Hause kommen lassen? Ja, fertig die Runde, Alter. Da hast du diese Runde aber echt nicht viel gemacht worden. Stimmt. Jetzt bin ich fertig, sorry. Boah, ich glaub, ich muss das... Kann das sein, wenn das eine leer bleibt, dann kommt da wieder Barbaren, ne? Das ist das Gegenteil von dem, was ich erwarten würde. Okay, dann kauf ich das einfach. Ähm... Ja. Was ist los? Bist du krank, Sebastian? Hm? Du schickst mir dein Gold? Ja. Warum schickt Sebastian mir sein Gold? Weil wir doch Partner sind. Er schickt mir Gold. Sepp schickt mir Gold. Gegen nix. Für nix? Ja, der will nix im Gegenturn haben dazu. Ich glaube... Ja, guck dir, genau der gleiche Blick! Ja. Kannst du mal einmal checken, ob der... Kannst du das jetzt annehmen, oder du kannst... Warum solltest du das tun? Weil er hat nicht so seine Religion... Mach mal ein bisschen Action langsam. Ja, mach ich jetzt auch. Ich baue jetzt drauf. Weiß ich nicht. Und dann schickst du dir vor Gold, damit er die Chance hat, dich zu verteidigen, oder was? Schick dir bestimmt dein Gold einfach so, Jay. Ist mir scheißegal. Mir gefällt das. Kannst du mir auch Geld schicken? Also... Ich hab dich noch nicht gesehen, Peter. Ja, das stimmt. Hast du viel, oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie man da so einen Scheiß machen kann. Korea ist glücklich? Das musst du nicht verstehen, Bram. Nee, das ist mir zu hoch. Das ist aber okay. Da muss man, glaube ich, eine unzivilisierte Kultur einfach sein. Die Indianer, die sind halt... Die Mathematik noch nicht erforscht hat. Korea ist sehr glücklich. Aber ich mach jetzt Maschinenbau. Ja, und? Ja, ist wichtig. Wir können zwar nicht rechnen, aber wir können irgendwie Maschinen bauen. Könnts wir nicht rechnen. Klingt ein bisschen so, wir können zwar nicht rechnen, aber glücklich sind wir trotzdem. Dumm, aber glücklich. So. Freunde. Osmanen. Wir befördern jetzt unseren Magnus. Der Truxis. Von... Ulundi. Was ein komplett cooler Name ist für eine Stadt. So. Geil. Das hilft mir null. Ist euch das eigentlich bewusst? Okay, befördern wir den. Geil. Hab ich schon gebaut. Fickt euch doch einfach in den Arsch. So. Was? Aha. Okay. Ist mir egal. Okay. Wow. Wow. Geil. Die ernennen wir. Oh. Und zwar... Da. So. Haben wir einen neuen Gouverneur. Nennt sich Rainer. Jetzt wir wachsen mit Rainer. So. Da häng ich gern noch mal ein bisschen mehr Gold. Und auch mal was Feines. Ach der ist das. Und... Nachbarschaftsbonus bräuch ich grad nicht. Den haben wir schon für den Campusbezirk. Stellung mit der Politik. Alles klar. Sind wir da auf einem guten Stand mit Kohle hoch. Kohle hoch? Kohle hoch ist immer wichtig. So. Hier nochmal eine Einheit bauen. Du läufst ein Feld. Du läufst... Nächste Runde. Was ist das denn? Perfekt. So. Hier vorne machen wir kurz Schnaufi-Schnaufi-Pausi. Könnt ihr eigentlich aufrüsten? Achso. Scheiße. Hab ich immer noch nicht. Ich könnte hier mal das mal langsam holen. Hast du auch keine Pferde? Ne. Das ist so vor Christus? Ja. Danke. Da. Die können wir auch mal attacken. So. Jetzt sind wir durch. Brauchen wir mal ein bisschen Beef jetzt? Ne. Ich mag kein Beef. Wir hauen aber nur Leuten auf die Fresse. Aber... Beef heißt... Manchmal muss er auch einfach mal. Holland auf die Fresse auch, hast du gesagt? Ja. War exakt mein Wortlaut. Warum machst du das? Weil du mich dazu jetzt angestachelt hast. Der wird nervös. Das finde ich aber nicht gut. So. Gucken wir hier nochmal ganz kurz drauf. Das ist total krass. Von uns geht echt keiner auf Militär. Die Militärpunkte haben sich seit 10 Runden nicht geändert. Bei niemandem einfach. Geil. Keine Ahnung. Hab ich das erste Mal geguckt. Seitdem hat der 184 Punkte. Ja, ich bin entspannt, Junge. Ich bin die Holländer. Wir sind hier noch am Stissel. CivStream 1. Auf den habe ich glaube ich noch nie gewartet. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Aber ich musste gerade noch eine Sache ablehnen. Von den Indianern. Nur weil sie mir Gold in den Arsch pumpen, heißt das nicht, dass es offene Grenzen gibt. Oha. Ja, was denn? Als ob ich hier irgendwie... Hast du schon mal jemals koreanische Grenzen gesehen? Bäm. Habt ihr gesehen, wie ich mein Reich gerade ausgebaut habe? Ja. Wo? Ich muss doch noch meine Speer weiter schicken. In Nord- und in Südkorea. In Nordkorea sind die Grenzen offen. Ja, bei Südkorea. In Nordkorea nach China. Und in Südkorea in Russ der Welt. Ich hab doch gerade gesagt, Junge Zhang wurde gebaut. Wunde fertig, meine Damen und Herren. Habt ihr gesehen, wie viel ich gebaut habe? Wie ich Leuten auf die Fresse gehauen habe? Und dann alles innerhalb von 10 Millisekunden. Shaka Sulu ist einfach ein wirtschaftliches Talent. Ist das so? Das ist doch geil, Bram. Geil. Hab ich ja recht. Ich hab gerade viele Sachen gebaut. Und Leute, auf die Fresse gehauen. Das freut mich, Bram. Das freut mich. So, wie lange haben wir eigentlich noch... Ah, Mitleider hält noch ein bisschen. Ah, was mach ich denn? Ja, ach, jetzt fahr ich da wieder zurück. Die Inkanda war kein Zufall. Sondern das Ereignis der einzigen Genies unseres Volkes. Genauso sicher auch. Ja, bin mir nur noch nicht ganz sicher. Ja. Das hier ist ganz gut. So. Seid ihr zufrieden mit eurem Fortschritt? Ja. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal langsam ein bisschen Action da rein holen. Dann gib Gummi. Warum möchtest du denn die offenen Grenzen überhaupt haben? Ich würd's ja voll gerne tun, wenn du mal hinterdrücken würdest. Du kannst ja mit mir mal aushandeln, warum du die möchtest. Warte hat einen Grund. Der möchte... Okay, er redet nicht. Ich glaube, die Krise ist beleidigt. Ja, das blöde ist... Also... Hörst du Sieb denn? Warte. Das ist dein Grund. Mhm. Okay. Die Allianz... Ich sag dir, wenn du nördlich meiner... nördlich noch... noch eine Stadt nördlicher auf diesem Kontinent baust als... über Buenos Aires. Ich baue keine Stadt mehr. Du baust keine Stadt mehr? Ich baue keine Stadt mehr. Okay, das... 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 Das ist dein Angebot, was du mir bietest. Und dann ist es okay. Okay. Sag ja. Und gib deinen dicken Fick drauf, weil er dich dann eh nicht mehr angreifen kann. Bei offenen Grenzen kann ich das durchaus. Nee, nee. Nicht mal ne Allianz. Ja, gut. Heißt es, dass wir ne Allianz haben? Ja. Bislang sind eher noch Techniker Krankenkasse. Alter... Techniker Krankenkasse... Das war jetzt der Zeitpunkt, wo wir abscheiden. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich schon. Okay. So. 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 Freunde der Sonne. Kann ich das einfach machen? Weiß ich gar nicht. Hier kann ich nichts bauen auf dem Feld. Das ist doch kack. Machen wir da was. Ähm... Danke. Du darfst da mal rein. So. Da. Das Feld. Danke. Soll sein mein. Eisen. Oh. Oh mein Kurz. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Auf Jay immer noch oder? Weiß ich nicht. Wir haben ja keine Lichter. Ne, wir haben keine Lichter und... Auf Ramm, Alter! Achso, dann ließ er nicht vorhin, wir wechseln zu Jay. Nee, nee, nee. Du bist die ganze Zeit live. Seitdem du geschlafen hast, du hast halt einfach... Seitdem ich geschlafen habe, ist ja schon 10 Runden her und seitdem warte ich die ganze Zeit auf Peter. Aber Jay, der war richtig gut. Nice Jay, ich fand den richtig gut. Guck mal, der ganze Chat propst mich. Ach guck mal, wir gehen mal zu Peter. So, das hat jetzt jeder mitgekriegt. Wir sind jetzt bei Peter, ja? Bei Peter sind wir bei... Peter, jetzt erklär mal ein bisschen was über dein Land. Komm zu mir, meine Freunde. Okay, mit Streitweg. Es hat sich seit dem letzten Mal schon wieder ein bisschen was getan. Guck mal, wie viel mehr wir erforscht haben. Wir sind hier so einen leicht betrömmenden Weg gefahren. Alter, da, ich hab gesehen... Oh, wo hab ich denn jetzt hier geklickt? Oh nein. Oh nein. Alter, was war das gerade? Das war Brahms ekelhafter Rülpser. Alter. Und ich habe die Kartografie vor kurzem entdeckt. Das heißt, ich kann jetzt einfach... Wer ist denn hier zifft, die Holländer? Ja, ich... Ja, immer das gleiche mit denen. Immer das gleiche mit denen. Ich wollte nur wissen, wer der ist. Alter, da fährt eine Galere. Ja, die Galere. Die Niederländer sind jetzt im Stissel unterwegs am Wurst. Im Stissel. Im Stissel am Wurst. Im Stissel am Standwurst. Alter, da kommen schon wieder Barbaren. Oh nein, hier ist ein Barbarenlager. Okay. Jawoll, nochmal Pizza. Ist denn keine Pizza mehr da? Ja, frische ist immer besser als Eis. Alles klar. Wieso? Ah, ich habe vier Handelswege. Oh, jetzt check ich es auch. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich keine Befehle geben kann. Aber der gibt jetzt viel mehr... Oh, wen haben wir denn da? Das gibt es doch gar nicht. So. Die Kree hat er gefunden. Einen noch. Ah! Den hat man ohne lange Haare gar nicht erkannt. Der hat lange Haare. Ja, aber nicht mit der Mütze. Ja, aber versteckt. So. Nicht mit der Mütze. Ja, hier. Ihr guckt nämlich gerade der Zivilisation zu, die als allererstes auf dieser Welt allen Zivilisationen begegnet ist. Ja. Peter! Ja. So sieht es nämlich aus, meine Freunde. Oh! Was ist denn da los? Da haben wir noch mal eine ganze Menge Stadtstaaten getroffen. Hallo! Von denen ich alle nicht die... Oh, bis dahin soll ich einen Handelsweg entziehen. Alle Zivilisationen getroffen, drei Viertel davon abgefuckt. Hey, wieso habe ich denn drei Viertel abgefuckt? Hey, hey, Holland, ne? Wie habe ich dich denn überhaupt abgefuckt? Zweimal die Grenzüberschreitung zum Schottischen Reich. Meinst du, das fällt uns Sulu-Krieger nicht auf? Alter, Sulu-Krieger. Jetzt will hier Bram aber wirklich aus nichts hier irgendwelche Städte. Alter, nix aus nichts, ne? Nix aus nichts. Naja, Überraschungskrieg habe ich schwer in Kasus Bellias immer Sprenger. Das hätte ich mir halt jetzt überlegt, ne? Ja, ich habe seitdem ihr das letzte Mal eingeschaltet habt, hier auch mittlerweile eine fünfte Stadt, was auch sehr, sehr schön ist. Aber, weißt du? Ja, du sollst ins Bild gezogen werden, hat die Regie gerade gesagt. JT meint das Bild. Gerade ist hier die Kamera. Ja, ich spreche gerade mit dir. Ich habe mich bisher auf den Stream konzentriert. Ich grüße dich. So, was soll ich jetzt tun? Ich bin das holländische Reich. Du darfst aber trotzdem weiter drücken. Also gerade, also kein Weed leider, aber Holland geht so mehr auf Kultur. Deswegen konzentriere ich mich hier gerade auf Theaterplätze und Monumente und Amphitheater. Guck wie weit ich gucken kann. Aus dem Nichts gucken kann. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich habe halt die holländische Zivilisation bekommen und deswegen bin ich so ein bisschen darauf fixiert quasi auf Kultur zu gehen. Weil ich will ja auch die Neuigkeiten und Neuerungen zeigen und so. Aber, guck mal hier. Ich habe gut Geld. Das ist doch auch schon mal schön, weil ich glaube, das ist auch so ein holländisches Ding. Ich meine, Jay hat auch fast genauso viel Geld, aber der kriegt pro Runde nur die Hälfte von meinem Geld. Ja, ich brauche aber nicht so viel. Das heißt, du hast sechs Städte. Ich bin gar nicht so ein... Ne, aktuell habe ich nur fünf Städte. Eins, zwei, drei, vier, fünf leider nur. Aber einige, einige, einige Händler habe ich mit am stillen. Uh. Ja, doch. Hier oben können die nochmal hin. Das wird aber gleich auch noch gemacht. Alles entspannt. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich jetzt meine eigenen... Also der Händler geht von hier aus und ich könnte, wenn ich Handelswege mit meinen eigenen Städten starte, könnte ich halt durch Produktion und Nahrung meine eigenen Städte schneller wachsen lassen oder halt Geld und Kultur. Uh. Aber ich glaube, ich entscheide mich vor allen Dingen für selber wachsen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das mache ich auch immer bei C6. Also bei C6 auf jeden Fall. Erstmal mit den eigenen, mit allen eigenen Städten, mit allen anderen eigenen Städten. Ja, verknüpfen sozusagen. Alleine das ist schon ein Vorteil. Das stimmt allerdings. Ja, guck mal, entsprechend dessen werde ich jetzt hier auch direkt mal... Der Chat schreibt Holger, Ausrufezeichen. Holger, heute Abend RAW. Ja, 22.05 Uhr. ProSiebenMegs. Aber um 22.05 Uhr sind wir noch am Streamen. Das geht leider nicht. Ja. Roman. Ja. Das ist aber gnädig, muss ich sagen. Nett. Besonders, ich muss sagen, besonders sympathisch sind wir. Der Suffpirate schreibt Roman Sucks. Okay. 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 Jetzt kommt hier der... Jetzt kommt hier so ein komischer Wrestling-Scheiß. Da bist du der Roman. Boah. Das ist aber sehr verwunderlich. Das solltest du nicht sagen, neben einem RAW-Kommentator hier. Nein, ich bin bei Wrestling leider tatsächlich so gar nicht drin. Aber er ist unser Wrestling-Profil. Stell dir mal vor, du würdest im Ring stehen. Aber ich? Aber er? Nee, Peter? Nee, ich will gar nicht im Ring stehen, weil ich hätte ja keine Chance. Das wäre eigentlich mal lustig, wenn Peter so richtig verdroschen wird. Ja, was vermisst du? Holger? Nee, bei RAW. Bei RAW, ja. Warum nicht? Das Problem ist, wie viele können davon überhaupt... Moment, wie kann ich noch mal nachschauen, welche Geländefelder überhaupt gerade hier? Hier, Bürger verwalten. Wieso habe ich das nicht angezeigt? Ich will eigentlich gucken, welche... Also eine Stadt kann ja immer nur so und so viele Felder überhaupt bewirten. Und ich bin gerade zu... Boah! Oh, jetzt ist gerade die Runde vorbei gewesen. Jetzt muss ich mir meine Einheiten befehligen. Werden die Terrakotta am Jahr zusammengestellt? Boom! Das macht mir Angst. Hier hole ich mir jetzt aber das Amphitheater. Warum baut du die ganze Zeit? Das ist wunderbar. Warum hab ich das jetzt nicht? Terrakotta ist Krieg. Gehen wir doch mal hier die Sachen durch. Ja, die ist gut für Militäreinheiten. Das stimmt. Ja, hi. Ich weiß es nicht. Irgendwo geht es, aber ich weiß nicht wie. Aber die konnte ich bauen. Ich dachte, das wäre bei Bürger... Ah, jetzt sehen wir das auch bei Bürgerverwalten. Aha. Das heißt, wir haben sowieso nur vier Teils, die benutzt werden. Guck mal, aber das könnte ich definitiv noch verbessern. Du hast recht. Jetzt mal wieder ein paar Handwerker. Wäre ja nicht schlecht. Kaufen wir doch direkt. Wir haben ja Geld. Und weil du Küstenstädter hast, Häfen und Leuchttürme. Ja, Häfen und Leuchttürme sind auch hart am Stisse. Also... Ah, okay. Okay, das könnte schon zu spät sein. Warten wir doch mal. Wann kommt denn das? Meinst du den extra Politikplatz, der gefällt dir? Der Arsenal von Venedig für zwei Schiffe, wenn du nur eins baust. Ja, das ist natürlich stark. Und das andere war eben für extra... Oh, das muss ich auch bauen auf jeden Fall. Der Snob steht nicht auf... Die spezielle Modernisierung von den Niederländern jetzt durch das neue Add-on ist jetzt dazubekommen. Äh, jetzt... Äh, jetzt diese Nacht. Ja. Tschüss. Der Snob steht nicht auf Wrestling, er spielt lieber Golf. Ja, ne. Es gibt übrigens beides. Freiheitsstatus... Kennt ihr den ehemaligen Wrestling-Refers? Er sagt, der ist sehr, sehr gut. Er macht zwar kein WWE, aber auch Wrestling und der ist begeisterter Golfer. Pfff. Also, als wenn das... Was soll das auch... Golf. Beide Sportarten haben Vorurteile, würde ich sagen. Also, ich bin ja... Die unverschämt sind. Ich finde, man soll sich die mal mischen. Man soll sich mal Wrestling um Golfplatz machen. Ja. Das wäre doch auch mal was, wo Golfspieler dann bestimmte Personas annehmen. Wobei Tiger Woods hat das ja auch schon geschafft mit seinen Personas. Ja, bestimmt. Wobei, die Frage kannst du immer stellen. Gab es das nicht auch schon mal bei den Simpsons? Guck mal, jetzt können wir nämlich hier beispielsweise das damit nochmal... Auch neu sind die goldenen Zeitalter. Und da sieht es bei mir sehr gut aus, denn ich habe 59 von 61. Das heißt... 59! Das heißt, wann auch immer wir jetzt ins nächste... Oh, Peter ist gerade bei mir weggegangen. Bekomme ich starke Boni, weil ich so viele Zeitalterpunkte gesammelt habe, die man beispielsweise dadurch sammelt, keine Ahnung, irgendwas Spezielles zu machen, neue Bevölkerungen zu treffen oder irgendwelche geilen Sachen zu bauen. Ich werde dich gar nicht tun. Okay. Und so weiter und so fort. Eins. Also die Zeitalter sind somit die größten Änderungen eigentlich. Peter, du musst die Frage wiederholen, weil man nur nicht hört. Achso, stimmt. Man hört dich natürlich nicht so gut. Hier wurde gerade gefragt, was denn so die größten Änderungen eigentlich sind für die Leute, die ein bisschen später eingestiegen sind. bei Civilization VI Rise and Fall. Würde ich das haben? Nee, das will ich nicht haben. Der Snob hat seinen eigenen persönlichen Berater. Ja. Ja, natürlich. So läuft das hier. Das finde ich ein bisschen witzig. Ja, ja, genau. Alter Vater. Guck mal, jetzt wird dir sogar noch ein Mikrofon kurz hinzugefügt. Krass, hören wir den dann auch? Alter, Robin Lob. Ja, genau. Schieb dir das einmal unten runter durch. Holy Shit. Die Geräusche sind sehr schön. Blablabla. Ich höre sie noch gar nicht. Ich habe die Geräusche auch noch nicht gehört, tatsächlich. Okay. Mikro sitzt. Also, ob das wirklich funktioniert? Das ist progressiv, also macht man das. Ja, okay, sehr gut. Also mit die größten Änderungen sind halt die Zeitalter und die ganzen neuen Zivilisationen und Führer, könnte man sagen, dieser Zivilisationen. Ja, Leader heißt das halt im Englischen. Ah. Deswegen finde ich es halt schwierig. Anführer stimmt. Anführer wäre besser. Stimmt. Danke. Wenn es im Englischen wieder heißt, dann ist doch in deutschen Songs eigentlich ganz gut, oder? Oh mein Gott. Ja, auch ein guter Punkt. Stimmt, Mann. Weil die neuen Zivilisationen, die bringen halt relativ viel Neues auch mit dazu. Scheiße. Sind die denn, also ich weiß ja nicht inwieweit ihr das jetzt schon beurteilen könnt, aber würdet ihr sagen, sind die neuen Zivilisationen irgendwie besser oder sind die ganz gut gebalanced? Weil es gab ja neue Zivilisationen gab es ja bisher auch schon. Durch die DLCs. Durch die kleineren Abdeck. Ja, genau. Ich hab voll Bespenes gestochen. Ja, schwierig zu sagen jetzt aktuell noch. Sie bringen auf jeden Fall wieder viel Abwechslung mit rein, weil sie halt auch sehr direkt in diese neuen Spielfunktionen mit eingreifen. Okay. Weil die Gouverneure beispielsweise sind auch komplett neu und auch relevant, genau. Die Gouverneure kann man durch Gouverneurspunkte, die man beispielsweise durch neue Ausrichtungen bekommt, warte mal hier, das, also die Gesandten kennt man ja bisher schon, aber die Gouverneure sind neu. Dadurch bekommt man dann Gouverneurtitel und damit kann man dann entweder einen Gouverneur rekrutieren oder quasi befördern. Und es gibt immer einen dieser Gouverneure, man kann auch alle sich holen früher oder später, pro Stadt. Das heißt, den habe ich, diesen Gouverneur oder diese Gouverneurin habe ich jetzt in meiner Hauptstadt und die Gouverneurin habe ich in einer meiner zweiten Stadt. Und ich habe halt meine Punkte bisher dazu benutzt, die zu leveln, statt neue Gouverneuren für die anderen Städte dazu zu holen, weil die sind halt alle relativ klar für irgendeine Ausrichtung da. Hier haben wir beispielsweise die Gouverneurin, das ist halt ziemlich, ja, so Kultur und Hafen und Gold und so, genauso wie die Gouverneurin, halt so ziemlich Luxusgüter, ja, Diplomatie und sowas in die Richtung. Na ja, Puppenspieler klingt natürlich schon sehr gut. Herr Holger, ich glaube, du musst das Mikrofon in die Hand nehmen, wurde mir gerade gesagt, weil es echt schwierig ist, dich zu hören. Wie langweilig. Na gut, dann mache ich es nochmal. Ja, ja. Oh, das war ein unangenehmes Geräusch. Kein Problem, ey. Gut, jetzt habe ich es in der Hand. Ja, das ist jetzt tatsächlich deutlich. Ich höre es doch nicht. Na gut. Ja, sorry, ich bin es gewohnt, dass das Mikrofone an den Kragen geklipst werden. Ja, ja, das sind die Hörschaften vom Fernsehen. Apropos Snobs, ne? Ja. So, und jetzt halten wir ja alles ein bisschen auf, was aber gar nicht schlimm ist. Die können auch mal auf uns warten. Wow. Nächste Runde. Sorry, Jungs. Ja, kein Problem. Ich bin noch nicht fertig. Ach so. Ich dachte schon, wir halten hier alles mega auf. Aber Christian schafft es selbst das doch zu überbieten. Aber der goldene Kreis um deinen Button unten, das ist das goldene Zeitalter, wann es ausgelöst wird. Nee, das goldene Zeitalter wird ausgelöst, sobald wir von der Antike... Wo sind wir gerade? Im Mittelalter? Ja. Wir sind gerade im Mittelalter zur nächsten Zeit... Der Renaissance. Genau, richtig. Ich weiß aber nicht, wann genau das passiert tatsächlich. Hier, das könntest du hier einsehen. Oh, das weiß er. Genau, das weiß er. Warte mal, ich muss ja kurz die Regierung freischalten, weil ich habe hier, ne? Oh, Peter, du hast... Okay. Dadurch haben wir jetzt ja deutlich mehr... Was will ich denn da oben rein tun? Ah, das will ich da rein tun. Sicher? Ja, was sonst? Kämpft ihr schon? Nee, aktuell gibt es gar keinen Krieg deswegen. Ach so, dann ist da natürlich... Normalerweise ist der Einheitenunterhalt bei mir da immer Pflicht. Ja, aber wenn ihr das nicht macht, dann ist es ja klar. Genau, und jetzt überlege ich noch, was ich da unten rein haue. Oh, das Kolosseum oder Abschluss? Ich wäre für Frohnarbeit. Oh, das war einer schon weit. Wobei, nee, ein Team von Klassik ist ja schon vorbei. Da freue ich mich aber. Ja, genau. Aber alles, was Wunder beschleunigt, nehme ich normalerweise. Weil Wunder sind halt so mächtig. Ich würde das vielleicht nehmen, oder... Schnelles Wachstum finde ich halt auch immer sehr stark. Ja. Wie ist... ich weiß nicht... Aber ich habe keine Städte, die nicht auf meinem... Wie ist dein Wohnraum? Aktuell noch sieht alles gut aus. Wieso habe ich keine 100% Nachbarschaftsboni für Handelsscheiße? Wenn du sowieso auf Handwerker gehen wolltest jetzt in nächster Zeit, wären die Leibeigenen vielleicht ganz sinnvoll. Ja, das stimmt. Mit zwei zusätzlichen Bauaktionen, das ist schon mal gut. Ja, das reicht. Nehmen wir das doch nochmal. Du Scheiße. Städtigen das aktuell. Ach so, hier. Wir sind bei Runde 78. Oder nee, bei Runde 78... Doch, doch, das müsste die Grenze zur Renaissance sein. Weil irgendwelche... Wir sind bei... Ne, wir sind bei Runde 78. Wo sieht man denn die, äh... Ohhhh... Diese Punkte... Kann das sein, dass die Punkte jeweils... Vielleicht, äh... Vielleicht wenn wir jetzt sofort wechseln, dann gehen wir auch ins Zeitalter... Wo kommt die denn schon wieder? Christian! Gucken wir mal sofort. Ach grad nicht so viel Spaß. Was meinst du, warum ich hier mitschaufe? Weil ich da gerade gekippt habe. Äh, nicht wirklich. Also nur ganz, ganz klar. Leute, ich hab jetzt auch welche übrig. Ja, aber da bin ich nicht... Ich bin auch nicht gerade so glücklich drüber. Aber eventuell wäre es sinnvoll, da das Stück lang zu kaufen, da die Pyramiden hinzusetzen, wenn es geht. Ja, Peter baut die Pyramiden, Bram schaukelt sich ein. Peter baut die Pyramiden, Bram schaukelt sich ein. Aber für dich hoffe ich, dass du schneller brauchst. Als du. Ich möchte euch übrigens einmal mitteilen, bevor ich das jetzt nicht einfach mitgeteilt habe, ja? Ja. Mein Allianzpartner ist ein religiöser Mensch. Ah. Wollte ich nur einmal mitteilen. Ja, hast du doch schon gesagt, hast du gesagt... Ja, ein sehr religiöser Mensch mit Aposteln. Was sind denn Aposteln? Achso. Habt ihr den Religionssieg eingestellt? Ja. Da sind alles Eger. Alles. Alles ist drin. Wollte ich nur einmal zur Kenntnis geben. Warum sollte man das nicht tun? Ja, natürlich. Das darf ja jeder machen. War eine rein informative Frage. Religion führt immer zu Krieg. Zum Religionskrieg. Allgemeines Dinge. Nee, zu Krieg. Doch so. Handwerk. Zumindest wenn man auf Religion geht. Und viel mehr wird mir ja auch gar nicht vorgeschlagen. Der Stream braucht mehr Krieg. Jaja. Schau mal. Sieht man aus Holland schon aufzeichen. Ich fang gleich Krieg an. Hm. So. Wir sind uns da selber noch nicht so sicher. Angeblich braucht der Stream einen RKO out of nowhere. Sagt hier die Stimme out of nowhere. Was ist das? Ein RKO. Ja. Hm. RKO ist eine, ist der Finishing-Move von Randy Orton. Okay. Wo ist der Finishing-Move? Der kommt sehr gerne sehr schnell und außen nichts. Weißt du warum der RKO heißt? Äh, nein. Randy? Keen? Oder Keith? Nee, Keith. Orton ist es, oder? Ist es Keith? Er steht natürlich für Randy K.O. Nee. Ja, ja, ja. Weißt du? Ich glaube es heißt Randy Keith, oder? Ich sehe gerade, dass ich doch Wohnraumprobleme habe. Weiß ich nicht. Bei zwei Städten. Dann ist es sicherlich sinnvoll, den extra Wohnraum das nächste Mal, wenn du Kultur hast. Ja, genau. Das nächste Mal. Ihr Blöden. Aber das ist schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und greift ihr mich denn jetzt an? Ich gehe mich mal ein bisschen um eure Pizza kümmern würde ich sagen. Oh, das ist ja lieb. Dass die Bestände noch ordnungsgemäß durchgeführt wird. Dass da alles richtig läuft. Dass da nichts falsch läuft. Und dann würde ich mich vielleicht später nochmal melden, wenn die Pizza da ist. Ja, auf jeden Fall. Macht das mal. Bis dann, viel Spaß noch Stream und viel Spaß noch Jungs. Dankeschön. Kacke, 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 kacke. Perfektes Timing, um hier rüber zu kommen. Bist du euch? Ich bin gerade fertig mit dem Zug. Wann kommt denn jetzt die Renaissance? Ich habe das immer noch nicht gecheckt, wo man das nachgucken kann. Das dauert. Also der sagt dir zehn Runden vorher, glaube ich, Bescheid, wenn das in die nächste Zeit ist. Das müsste eigentlich danach gehen, wie weit einer erforscht. Runden bis zum nächsten Zeitalter. Zehn bis zwölf. Wenn du unten da links unten drauf klickst. Alter Peter. Das läuft aber bei dir. Ja, bei mir läuft Hardcore. Wenn ich wo drauf klicken kann? Unten auf das Zeitalter zeige ich. Unten rechts. Ach, unten rechts. Genau. Da drauf klicken. Da steht es dann drin. Ja. Also ich habe auf jeden Fall ein Güldnis, wenn ich bis dahin nicht sterbe. Wenn ich bis dahin nicht sterbe? Was ist denn bei dir los? Ich habe nur mal gesagt. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch was tun dann. Okay. Ist schon wichtig. Und wir warten auf alle. Ne, das stimmt nicht. Was musst du denn machen, Bram? Ich konnte weiter drücken. Ich konnte noch drei Pünktchen. Für das Zeitalter. Ja. Ja. Dann schaffst du ja locker ein Zehn. Oder zwölf. Fürs Konto elf. Ich komme einfach nicht zum Zwei. Also zwei Golden hintereinander ist halt schon unmöglich. Natürlich. Also ich schaff es danach noch ein normales. Oh Gott. Es geht los. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Der kann kein Deutsch mehr. Ja, ich habe möglicherweise, habe ich hier drei Schwertkämpfer. Bogenschützen und einen Speerträger vor meiner Basis. Wo denn Jay? So nah dran. Zu nah dran. Gefällt mir alles nicht. Kannst du mir ungefähr sagen, wo? Ja, in der Wüste. Aber nicht bei mir in der Nähe. Keine Ahnung. Das ist schon in der Nähe. Ja, du siehst mich ja. Es ist in der Nähe von deinen Grenzen und in der Nähe von meinen Grenzen. Die Wüste zwischen uns. Das haben wir schon mal gut gemacht. Wir können jetzt hier noch... Ich gehe da auf jeden Fall mal eben gerade hin, Jay. Und versuche sie mal mit zu bekämpfen. Weil die gehen mir nämlich auch im Sack. Ist ja alles komplett in der Wüste. Die sind auch mega mir im Weg. Aufwachen. Ach, die haben sich jetzt doch schon bewegt. Shit. Machst du da nächste Folge rein? Nächste Folge, Quatsch. Ich weiß, die töten nämlich deine Missionare. So, fertig. Doch. Nee, aber die standen gerade vor meiner Grenze und ich möchte dann Handwerker in die Nähe schicken. Und das finde ich nicht cool. Das würde ich auch nicht so cool finden. Ja, das halb. Hier nervigen Sackratten. Ich drücke mal weiter und dann gehe ich mal auf Club. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich Handelswege? Beispielsweise durch Handelszentren oder durch Häfen. Ah. Wenn du über die Handelswege oben hovers steht, Handelszentren und Handelsbezirke sind die wichtigsten Quellen für Handelswegkapazität. Aha. Gut zu wissen. Danke. Gerne. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Gucken wir doch mal. Das ist immer was Interessantes. So, next round. So, und jetzt brauchen wir noch ungefähr sechs Runden oder so. Wir haben jetzt 80 geschafft von 250. In 20 Runden haben wir das geschafft, was wir mit den Rocket Beans im kompletten Stream geschafft haben. Von 15 bis 0 Uhr. Krass. Krass. Von 15 bis 0? Ja. Eieiei. Wir haben bei Runde 104 oder so aufgehört. 103, irgendwie so. Okay. Warum steht denn im Chat, jetzt kommen die Impi-Brammen? Hat das was zu bedeuten? Ich habe meine Impis produziert. Okay. Meine Pseudo-Warriors musste ich ja jetzt auch mal bauen. Ja. Ist das jetzt erst für dich zu machen? Also jetzt? Wir sind relativ weit. Halt hinten? Ja. Also es ist halt quasi die Nachfolgereinheit von den Eisenschwertkämpfern. Okay. Ja, es tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Ne, das enttäuscht mich überhaupt nicht, weil zwischen deinen Impis und mir sind doch ungefähr Holländer und Schotten. Aber ich bin immer noch nicht dran. Vielleicht auch Sebastian irgendwann. Ja. In meiner Hoffnung. Und ich bin einfach nur ein friedliebender Koreaner, der mit Impis nichts zu tun haben möchte. Das kann ich verstehen. Wo ist denn bitte da der Sinn? Was? Dass ich mit Impis nichts zu tun haben möchte? Könnt ihr mir vorstellen, dass wir zu unseren beiden... Ich habe dir doch gar kein Eisen angeboten. Was hast du gemacht, Bram? Deswegen frage ich mich, wo der Sinn da drin ist. Der Bonus, den du kriegst, ist doch ganz klar. Guck doch mal oben drüber, musst du drüber hauern, weil angeboten ist. Bei dem Eisen verstehe ich nicht, warum du die ganze Zeit über das Eisen drüber gehst. Oh shit. Was ist los? Nix. Peter guckt nur verwirrt durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Oh shit. Ich lebe mich mal zurück. Und genieße einfach gleich in Zukunft. Okay. Sehe ich bei dir irgendwas interessantes? Nicht bei mir. Okay. Bei mir ist es sehr interessant. Hier. Oh ja, stimmt. Da geht auch gut ab. Die SPD greift an. Was? Bei mir sind alles voller Schwertkämpfer und scheiß Sperrträger. Und das gefällt mir nicht. Das kann ich aber verstehen. Das ist auch anstrengend, nervend und ätzend. Friedliebender, Atombombenbauender Koreaner dieser Jay. Hallo? Nein? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, echt mal. Ich würde gerne schon Atombomben haben. Da würde mich vielleicht einer nicht in den Schaden greifen. Dann würde ich auch direkt welche nach Barbarenland schicken. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Auf wen warten wir hier gerade? Weiß ich nicht. Auf Christian, glaube ich. Ja. Ja. Warum haben wir eigentlich den Witz immer auf Sepp gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Sepp, wir haben dir jahrelang total Unrecht getan. Ja, auf Sepp habe ich bislang sehr selten gewartet, muss ich sagen. Ja, ich kann mich da nicht so durchklicken. Ich muss das alles lesen. Du, 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 du. Alter, Jay, du hast schon Mittelalter-Mauern voll nice. Ja, weil ich da dringend brauche gegen diese Viecher da. Außer muss ich diese Mittel... Was haben die denn schon? Haben die Schwertkämpfe, also Eisenschwertkämpfe? Ja. Oh, dann... Nicht cool. Ja, meine Krieger werden gerade kaputt geknüppelt. Ich sollte schnell Schwefel machen, die soll Peter kriegen. Die Einheit benötigt Befehle. Die sind nicht so cool. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hä, wo ist denn meine zweite Wurst? Wo ist denn meine zweite Wurst? Das ist die Frage, die ich mir jeden Morgen stelle. Bram kann nur durch einen Zug gewinnen, asynchron. Wo ist denn da die Logic, Junge? Ja, dachte ich mir auch. Das ist schon ein bisschen fies jetzt. Da ist nichts fies dran. Der Spruch war ja schon schlecht. Alter. Oh! Nein! Oh, sie leben noch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hm, 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 hm. Na, gehen wir da drauf. Ist das Regenwald? Ja. Erstmal den Regenwald abholzen. Du holst das denn Regenwald ab? Erstmal den Regenwald abholzen. Ganz wichtig, der Regenwald muss weg. Erstmal die Gilden erforschen. Der stört aber auch. Das ist wie im echten Leben, ja. Der muss erst mal in den Regenwald. Der muss erst mal weg. Ich kann einen Leuchtturm bauen. Da muss dann der Fortschritt hin. Ist ja neu. Die Zukunft. Ey, jetzt habe ich erst die Handelskosten bei Peter errichtet. Ja, das dauert immer, bis du quasi einmal den Händler durchgenudelt hast. Ja, aber das ist ja schon eine halbe Stunde her oder so, dass ich das gemacht habe. Ja, nicht, dass du den gestartet hast, sondern dass du den neu starten musst. Wodurch kriege ich denn nochmal alles Wohnraum? Eigentlich doch nur durch ein Aquädukt, ne? Ja, es gibt nachher noch Wohnungen. Ganz scheiße. Weil das Ding, die Stadt hat halt nix. Aber ich kann halt kein Aquädukt bauen. Baue doch die ganzen Felder dahin. Bebaue die doch mal. Mit den Handwerkern. Da kriegst du jedes Mal einen halben Wohnraum für jedes Feld. Ernsthaft? Oh, das wusste ich nicht. Das ist ein sehr guter Tipp, Bram. Auch für die, äh... Das weiß ich, da musst du gucken. Klicke doch einfach drauf. Kannst ja drüberfahren, drüber havern kurz. Ja. Ja, ein Wohnraumgewehr... Dankeschön, Bram. Kein Problem. Dankeschön. So bin ich. Das ist aber ganz schön lieb von dem Wegen. Ohneigenütz. Nett. Klingt nach mir. Bitches. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Wie gesagt, bei mir ist gerade sehr... Du bist halt sehr schnell unterwegs. Ist ja gut. Ich hab einfach immer noch genug Städte. LOL! So, jetzt kann man eigentlich... Da hab ich grad jemand Neues gesehen. Ah ne, hab ich gar nicht. Da war nur ein Speer. Ich kann Einheiten verbessern, jawoll. So, da sind die Ridders. Einheiten kann man im Gebiet verbessern oder nur in der Stadt? Im Gebiet. Der ist aber leider ein bisschen sehr am Sack. Aber das ist alles cool. Die Barbaren, die hier gerade waren, hab ich alle abgewehrt. Ach Kacke. Problem ist, hier sind noch welche. Und die hauen ganz schön rein. Hä? Kacke, die sind da nicht. Äh... Wow. Soll ich das nicht mal schützend davor stellen. Ja, machen wir mal. Hm... Ach komm mal. Ach so, da sind zwei Barbarenlager mittlerweile. Ja, easy. Direkt neben... Ach ne, Moment. Das ist nur eins, ne? Da ist gar keins. Ne, das ist cool. Boah. Zu welcher Stadt gehört das eigentlich? Oh, lol. Das gehört zu der Stadt? Ähm... Ähm... Äh, diesen... Was haben wir hier? Aha. Skeptische Stimmen fragen sich, welchen Nutzen Eisen hat. Aber wir wissen, dass es unserem Ritter als wichtigen Waffe gibt. Kommt hier ungefähr hin, wa? Zeitlich. Da nehm ich ganz gut. Ich glaube aus meinem goldenen Zeitalter wird leider ein dunkles Zeitalter, wenn das so weitergeht mit meinen 56 Pünktchen. Hast du noch nicht geschafft? Nee. Also ich bin jetzt gerade an dem Rand zum goldene, also dass ich das Neutrale auf jeden Fall safe habe. Das wird sehr eng bei mir. Das ist echt übel gewesen. Zehn Runden noch, ab woher geht eigentlich? Wir sind noch nicht so schnell gerade im Vorankommen. Das ist ganz gut. Mittelalter endet in neun Runden. Oh, ja. Guck mal, hier sieht die Nehmer mit. Ja, guck mal, hier sieht die Nehmer mit. Oh Gott! Die Nehmer mit. Sorry. Die machen aber Damage. Was sind denn so viel Damage? Hast du ein bisschen geschrien gerade? Was sind denn das für Speer? Die machen mich halt nervös. Guck mal, das ist so ein Wolf, ja? Mit nem Typen, der einen Stock in der Hand hat gegen nem Reiter mit Speer, ja? Der macht den Damage. Der muss mal heilen. Der muss auch heilen. Na. Du musst... Ja, eigentlich irgendwo hierhin. Los, vamos. Vamos, Vamanos Minions. Geh erstmal da. Da ist alles gut. Volles Mett hier drauf, ey. Ich verwüßte jetzt meine Hauptstadt, Alter. Könnt euch mal verpissen. Mistviecher. Das ist ganz schön. Assi. Ja. Findet auch gar nicht gut. Viel Spaß, Brom. Tja. Hier? Oder da? Ich würde eigentlich nicht ganz leise. Habe ich... Das hört man nicht, Brom. Bist du leise. Selbst Schuhe stehen Gott sei Dank hier. Weil wenn sie dann da mit ankommt. Ach komm. Das ist alles nicht schön. Du sollst dich da verschanzen. Jawoll! Ich hab meinen zweiten Handelsweg. Dritten Handelsweg. Nice! Warte mal. Das musst du doch gehen. Halt den mal weg. Ja. Ich hab meinen achten. Ach! Ja. Tada! Ha? Gold so ungefähr... Dreistellig. Oh, Peter. Die Pyramiden fertig. Ah ja, ich geb dir noch Geld, 10 Gold. Stimmt. Das ist ein lobiges Nicken. Das ist ein lobiges Nicken. Wo gehst du denn hin? Wahrscheinlich auf Klo. Aber Peter ist noch da, ja. Okay. Ich... Ich geh auch mal, ne? Was denn jetzt hier noch? Ja, geht halt ruhig alle. Nein, ich geh nicht. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin, Peter? Irgendwohin. Peter, was machst du denn gerade? Ich kaufe hier noch ein paar Geländefelder. Warte mal, auf wen warten wir denn? Also, haben die jetzt so weitergedrückt? Gerade wartet ihr leider auf mich. Tut mir leid. Nee, ich wollte nur wissen, ob die jetzt so weitergedrückt haben, die auf Klo gegangen sind. Das kann ich dir nicht sagen. Tut 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 tut. Ich mag die Dudelsackmusik, muss ich sagen. Ja, gehen wir doch mal zu mir. Peter war schon wieder Zwiebelritter. Denn auf mich wird gerade gewartet. Und ich bin gerade zu blöd herauszufinden, wie ich denn diese Kogen bauen kann. Denn ich habe jetzt hier Handwerker beispielsweise. Mal überlegen, wenn ich jetzt hier so ein Feld kaufe. Der Handwerker kann jetzt gerade nichts. Okay, dann müssen wir dann nächste Runde gucken. Ah, wir haben einen neuen Gouverneurtitel erhalten. Aber gut, so langsam können wir eigentlich mal wieder einen normalen Gouverneur ernennen. Und zwar, in welche Stadt lege ich denn sehr viel? Ach ja. Ich war auf Klo und danach warst du auf Klo in der Runde. Ich habe mittlerweile 70 von 61 Zeitalterpunkten. Also mein goldenes Zeitalter muss eigentlich... Alter, Peter! Du bist bei 70 mittlerweile? Du hast mich ja wieder eingeholt. Und ich habe schon das goldene Zeitalter davor gehabt. Und jetzt können wir mal gucken... Peter hat aber auch die richtigen krassen Tipps gekriegt. Ja. Wobei, ja, Olga kannte sich wirklich sehr, sehr gut aus. Ich warte jetzt auch noch mit meinen Schriftstellern, die hier schon richtig platziert stehen, bevor die ihre Werke abgeben, bis zum nächsten. Weil ich weiß nicht, ob mir das jetzt verdient oder ob das nicht sinnvoll ist. Guck mal hier. Hier... Ich habe mir gar nichts vorgeschlagen. Wenn ich da hingehe, muss ich nächste Runde mal gucken, was ich da basteln kann. Aber irgendwie... Äh, danke, gerade nicht. Bin ich halt so mega verwirrt, wo ich denn diese Kog bauen kann? Ich habe mir ja nirgendwo vorgeschlagen. Also wirklich nirgendwo. Hast du sicher? Da sind natürlich direkt wieder Eisen... Hier, Ritter... Schwertkämpfer rausgekommen. Na klar doch. Ah, nichts Neues. Ich hasse Waban. Aber gut, dann machen wir einfach nochmal die nächste Runde. Ich hole gerade alle meine Schiffe wieder zurück in mein Reich, damit ich sie upgraden kann. Wobei die Quadrimo kann ich gar nicht gerade upgraden. Deswegen bist du erstmal auf Bereitschaft gestellt. Und du kannst gerade nicht dahin, wo du hingehen sollst. Wow. Warum gradest du denn ab, Peter? Weil das sinnvoll ist. Achso. Ich dachte, du hast irgendeinen Grund. So. Das ist ein Grund. Achso, weil das sinnvoll ist. Ist ja wohl ein Grund. Ja. Durchaus. Das Sululand ist jetzt eine Handelsrepublik. Das hört sich gut an. Vielleicht sollte ich mal in den Chat gucken, ob der Chat mir sagen kann, wo ich Koge bauen kann. Jetzt kriegt Peter wieder Tipps. Was brauchst du? Kohle? Koge. Wo kann ich Koge bauen? Also ich guck gerade mal in den... Gerade in den Twitch-Chat jetzt hier. Was ist denn Koge? Quasi Windmöen. Wie cool. Ja. Ins Meer? Also Offshore-Windmöen. Na geil. Windmühlen ins Meer ist auch nice. Da haben sich die Leute damals im... Im Wasser? Okay, damit haben wir jetzt ja gar nicht gerechnet. Da hab ich potenziell auch noch gar nicht geguckt. Im 10. Jahrhundert. Da hab ich auch schon daran gedacht. Wir warten gerade noch hier auf Dingens. Wobei, da können wir nochmal ganz kurz dazwischen funken. Und unser Breit zurücknehmen. Ja, ein paar Küstenfelder annehmen. Und hat hier gleich mal ausprobiert. Nächste Runde. Haben die geplündert, die Assis? Auf Wasser, wenn drei flache Felder angrenzen. Oh oh. Wobei, in dem Fall beispielsweise wird's ja passen. Und in dem Fall auch. Und dreht man dir auch schon auf den Sack, Sam? In dem Fall auch. Nee. Ich seh sie nicht. Sie scheinen zu dir zu dir ab. Das ist so natürlich nicht richtig, wie's bei Jay aussieht. Das wollten wir noch gesagt haben. Haben wir vergessen. Da ist nur irgendwas mit seinem Rechter nicht richtig. Bei uns allen anderen ist... Ich hab echt ein bisschen Schiss jetzt raus zu gehen. Und theoretisch das Spiel neu zu starten. Ich geh mal davon aus, dass das so ein kleiner Bug ist vom Minimieren oder sowas. Ja, ich denke mal, das ist irgendwas mit dem PC und nichts mit dem Spiel. Wobei, kann... Keine Ahnung. Kann aus sein. Aber bei allen anderen von uns passt es ja. An die Küste auf Land schreibt jetzt auch noch jemand anders. Ihr macht mich alle ganz kirre. Das Mittelalter endet bald. Alter! Wie lange noch? Sieben Runden, okay. Gut, dass ich mittelalterliche Mauern ab... Mittelalterliche Mauern ab... ... ... ... So, guck mal. Hier, da hab ich doch etwas, wo Bram und ich beide von profitieren können potenziell. Bram, guck dir das mal an. Ja, sofort. Und... Sind wir doch auf mir? Wo sind wir gerade? Jetzt hab ich das wieder, die Übersicht verloren. Okay, wir sind auch bei mir. Super, dankeschön. Ähm... Alter, jetzt haben wir ja viele Bogenschützen, ey. So... Nein, 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 nein. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Ich geh mal in die Richtung hier. Dafür brauch ich den Humanismus. Wobei der diplomatische Dienst mit Sicherheit auch sehr, sehr sinnvoll wäre. Äh... Aber ja, man muss ja eins nach dem anderen machen. Einen großen Künstler zu bekommen, ist halt relativ schwierig für mich gerade. Warum willst du große Künstler haben? Äh, dafür wird das Heureka für eine meiner, äh... Für den Humanismus ausgelöst, den ich gerade quasi erforschen möchte. So, genau. Aber was ich ja jetzt ausprobieren wollte... So... Da! Da wird mir die Kurve vorgeschlagen. Bram! Geil! War das das einzige Land, wo mir das jetzt gerade vorgeschlagen wurde? Da geht ihr mal dahin. Da wird nämlich jetzt gleich ein neues, tolles Land entstehen. Wieso hier nicht? Hier sind doch auch drei flache Felder. Oder weil da der Fluss quasi entsteht. Und... Shit, das ist tatsächlich eine Anforderung, die gar nicht so häufig gegeben ist. Oh ja, was? Was willst du mir zeigen, my friend? Dann... Nachrichten. Achso. Äh... Oh. Was ist das denn? Ich glaube, das ergibt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Warum nicht? Äh... Du hast einen neuen Vorschlag gemacht. Ja... Wahrscheinlich ist der Handwerker einfach zu weit entfernt. Ja, dann gehen wir mit dem nochmal ein bisschen in die Richtung, oder? Und dann gucken wir mal, ob der einfach... Ach ne, da unten? Ne, die Kultur-Banausen da. Mucho-Hidi-Daro. Ja, die haben Salz. Alter, die greife ich an. Jawoll. Sehr gut. Eigentlich ist das sogar eine ganz schön smarte Idee. Warte mal ganz kurz. Mann, wann startet endlich der Krieg? Ich kann mit dir leider nicht tauschen. Jay. Was? Ich kann mit dir leider nicht tauschen. Ja, wir kennen uns doch nicht. Ich kenne aber auch Bram nur nicht. Und ich habe auch nur einmal Salz. Achso. Ach, scheiße. Das würde jetzt natürlich Sinn ergeben. Aber wir haben ja gar keine Handelseinheiten unter uns. Also, ich kann gar keine Handelsdinger zu einem von euch schicken. Ne, der gibt alles noch gerade keinen Sinn. Okay, Produktion wählen. Das ist relevant für mich. Das bauen wir. Oh, was muss ich denn wieder machen? Was war dein? Komm, lauf doch. Wir haben mittlerweile 71 Punkte, ey. What the fuck? Er hat 71 Punkte? Achso. Ja. Hat jemand mehr als 80? Ne, hast du 80? Ne, dann hätte ich gesagt, hätte der doppelt so viel wie ich. Achso. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Na komm, mit dir gehe ich noch kurz zum Sägewerk. Und, was habe ich hier noch für ein Befehl? Wie sieht eigentlich der Tourismus bei mir aus? Eigentlich nicht. Ich habe ja noch gar nicht geguckt. Guck mal hier. Na, warte mal. Werden wir das doch mal? Hey Jay, hast du noch eine offene Anfrage von mir? Und vielleicht kann man da... Oder muss das im Meer sein? Muss das im Salzwasser sein? Man weiß es nicht. Warum? Nur so. Weil ich was nicht klicken kann. Weiß ich nicht. Ich habe keine offene Anfrage. Nee. Ich habe keine offene Anfrage. Nee. Du hast ja mittlerweile die fast platt. Aber du brauchst halt Schwefel oder was? Was? Oder gehen die einfach nur um den Sack? Die gehen mal auf den... Oh, Leute, jetzt sind die da hochgegangen. Ja, ja, genau. Die sind richtig, richtig assi. Äh... Was bauen wir denn hier Schönes in der Stadt? Wir bauen einmal hier. Okay. Das ist hier der neue Platz. Du erstmal... Das ist ganz schön geil. Händlerwerk. Mekewap. Das sind so ein paar Tipi-Zelte. Die geben mir einen Wohnraum einfach auf ein normales Feld. Das ist ganz schön geil. Händler kaufen wir uns gleich einfach. Wir müssen einen Hafen bauen. Am besten für ein Feld, was sich nicht für eine Co. geeignet würde. Wie beispielsweise das hier. Das habe ich natürlich bei meiner Hafen-Dingens nicht bedachtet. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Das wäre ganz schön läppig. Das wäre eine ziemlich coole Info, die man einfach so... Wenn man die hätte, wa? Ja, wäre eine coole Info tatsächlich. Kann ich dir leider nicht sagen. Okay, nächste Runde. Damit du quasi in Lissabon nicht immer mehr reinstecken musst. Ja, genau. Mittlerweile ist das schon elf Stück da drin, ey. Ja, ich will das ja nicht verlieren. Lissabon ist mir halt sehr wichtig. Ich verstehe auch nicht, warum du das tun wollen würdest. Was, die zu verlieren? Ne, nicht das, was er macht. Das kann ich nicht machen. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Doch. Ne. Doch. Ne, das Einzige, was Sinn macht, ist das dir jetzt in der Einheit nimmst. Wenn du mal nach oben läufst, dann wird im Stream, was passiert. Achso. Ne, das will ich aber nicht. Ich möchte eigentlich Freund sein mit Jay, aber das darf ich. Jay schickt mir meine Allianz. Ich darf das nicht. Jay guckt mich nicht an. Der Blick, der wandert. Ich möchte mich jetzt auf Krieg gehen und möchte meine Freundschaft zu dir festigen. Möchtest du auf Krieg gehen? Möchtest du auf Krieg gehen und möchtest meine Freundschaft festigen? Mit wem willst du auf Krieg gehen? Ist niemand da? Doch, da sind ganz schön viele da. Ja, die scheiß Barbaren. Da renn doch einfach kurz rein. Ne, nicht die Barbaren. Aha. Alter, wir sollten einfach kurz rüberfahren und jetzt wegficken. Na mach das doch, Bram. Komm mal her. Hast eine. Anfrage. Nein, bei mir ging das nicht. Ja, aber hast du jetzt angenommen? Ja. 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 Mnitze. Siehst du jetzt relativ viel von der Karte? Ich sehe jetzt halt deine Städte. Okay. Deine vier. Ich glaube, das ist nicht normal, oder? Wie? Weil das ist nicht normal? Weil ich glaube, das ist ein Bonus von meinem... Nee, dass du bei dem anderen die Städte mit siehst. Siehst du meine nicht? Doch, ich sehe die auch. Aber ich glaube... Ich weiß nicht. Seht ihr eure Städte gegenseitig? Was definiere... Ihr habt ja auch eine Allianz gegründet, oder nicht? Dadurch hat sich jetzt nicht die Karte aufgedeckt oder sowas. Das ist halt ein Vorteil, eine Neuerung von meinen Indianern. Okay. Die buffen sich so hart ein, dass die alles sehen. Finde ich gar nicht so falsch, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Die buffen sich so hart ein, dass die alles sehen. Das freut mich. Klingt... Die Piefkin-Religion, die macht das möglich. Nee, das ist absolut fein. Jetzt sind hier schon wieder Fick-Barbaren. Die baller ich jetzt einfach mal über den Jordan. Ich schieße die jetzt auch nach Meppen Süd. Nee, ich habe hier unten bei mir auch noch welche. Das ist ein bisschen nervend. Ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. So, Piefkin verbreitet sich selbst in meiner letzten Stadt. Mensch, das hat aber auch ewig gedauert. Theater-Gebäude in der Stadt. Oh, Campus-Gebäude. Ja, mit darunter. Ach, 13. Das ist doch super. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, Filsi, bauen wir. Der gute Pingala. Ich will die ganze Zeit sagen, dass ich Händler bauen soll. Dann baue ich, glaube ich, auch noch einen, weil das tatsächlich... So, Jay, ich mach das Lager jetzt platt. Nee, mach das mal. Ach, verdammt. Das ist Wüste, das dauert einen länger. Okay. Ich steh da vor. Wie, das fahrt schon wieder? Kann ich mit denen noch... Alle an die Küsten. Zeit für Kogen. Bram ist noch nicht draußen. Nee, ich bin noch nicht draußen. Bram lebt doch voll lang. Bram lebt noch. Dann hat's im Chat geschrieben. Ist Bram schon draußen? Alles gut. Nee, alles gut. Ich war halt nur... Megaschnell grad auch ein paar Runden, wa? Der Sepp ist Sifstream 3, oder? Genau. Genau. Genau, genau. Du bist 4? 4 ist Bram. Ah. 5 ist Chris. Ich bin 1. Krasse Reihenfolge. 4, 1, 5... Keine Ahnung. Oh, weiter. Oh, wir haben ne neue... Ich hab Candy gefunden. Candyland. Candy. Candy? Candy war ganz schön geil. Candy. Die... 4 Runden noch. Welche Candy? Die bei 2 1⁄2 Män. Oh ja, das stimmt. Ich kam out of nowhere jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Piefken hat sich auch in Pichokak... Ah, ich versuch's gar nicht auszusprechen. Oh, Peter hat den großen Leuchtturm gebaut. Ich bin Bau-Boy. Ja, auf dem Wasser gehört dir viel, wa? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit dem goldenen Zeitalter. Mir fehlen noch 6. Leider nur. Zum Glück eigentlich, aber... Ach, weißt du, wird drauf geschissen. Da können wir nochmal schießen. Und wir sollten... So, so, so. Nein, hier kann ich keine Koke bauen. Verdammig. Warum verstehen sich Sepp und Jay eigentlich momentan so gut? Hatten die Sex? Hahaha. Man weiß es auch nicht. Ich bin da auch noch verwirrt drüber, aber... Ich bin dann gar nicht so dem abgeneigt. Das kommt heute Nacht, Bram, wenn wir fertig sind. Meinst du, der Nacht ist geil? Wir teilen uns ja übermorgen auch ein Zimmer. Ja, nice. Ja, nice. Die Niederlande vollenden die erste Welt ums Segelung der Geschichte. Ich freue mich schon. Nice, wie viele Punkte gab es da? Nice, Peter. Fünf. Was? Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Krass, hier wird schon noch Standing Ovation für die Niederlande. Ja. Einmal um die Mini-Welt gesegelt. Ach, da sind schon Handwerker. Hast du denn noch Piraterie betrieben? Wir haben noch fünf Niederlande gehört. Nein, ich bin Guda-Guda. Guda-Guda. So, warten wir doch mal auf 3 und 1. Während hier der Chat läuft. Holger ist wieder zurück. Hallo. Hallo. Also, du hast gesagt... Pizza ist... Pizza ist tatsächlich... Läuft. Der ist noch nicht da, aber läuft. Ich wollte euch nur eine kurze Zwischenmeldung geben. Ah, okay. Sehr gut. Jay, die Barbaren sind fast Geschichte. Die haben noch ein Leben. Ja, gerade ist Bär so bei den hinten spannend. Also, wenn du Action sein willst, dann ist es vielleicht RD zu gucken. Nee, aber ich hab ja vorher, als ich hier war, haben wir die hinten ein bisschen gestört. Jetzt wollen wir sie mal in Ruhe spielen lassen, dass nicht immer, wenn ich hier sitze, der ganze Verkehr aufgehalten wird. Nee, bitte nicht. Ich hab die Pyramiden bauen können. Bitte, hast du? Ja. Sehr gut. Pyramiden sind gebaut. Sehr gut. Ich hatte ein leichtes Wohnraumproblem. Jay, die sind gleich tot. Deine Handwerker danken es dir. Ich bin gleich tot. Nein, die Barbaren sind gleich tot. Ja, du bist gleich tot. Jay, du wolltest Dark Edge schreib. Mach Krieg gegen Sepp. Du hast dich als herausragender Strategie bewiesen gegen die Barbaren. Wobei sind diese wichtig? Ja, du hast wichtig. Mach Krieg gegen Sepp. Kann man mir einmal Bram lauter stellen? Robin? Kannst du mir Bram etwas lauter stellen? Geil. Mach Krieg gegen Sepp. Du hast dich als herausragender Strategie bewiesen gegen die Barbaren. Schreibt jemand. Das ist besser. Jay sieht sehr überzeugt aus. Muss ich mir nochmal in mich geben, muss ich ehrlich sagen. Kannst du mir mal erzählen, warum Ritter so viel schwächer gegen fucking Schwertkämpfer sind? Ja, aber ich bin ja einer, der auf Kultur geht quasi. Ja, aber Wunder geschehen immer wieder. Wunder geschehen immer wieder. Okay, ich baue mal ein Äquoduct, weil ich habe zu wenig Raum. Das ist eine gute Wahl. Okay, nächste Runde. Wie lange macht ihr jetzt hier noch? Also ich meine, das Spiel ist jetzt ja quasi fast entschieden. Du bist ja fast uneinholbar vorne. Ja leider. Die anderen müssten sich jetzt alle komplett gegen dich verbünden. Der Sebastian ist mit 412 Punkten in deutlichem Abstand führender. Was? Achso. Wann habe ich denn dann gewonnen? Ihr habt doch in den wichtigen Bereichen. Alle auf Sebastian. Ja. Ihr habt doch in den wichtigen Bereichen gekauft, oder nicht? Was denn? Ich sagte alle auf Sebastian, weil der liegt in den Punkten vorne. Aber ich kann ihm den Krieg nicht erklären, weil ich erkenne ihn nicht. Was denn, Peter? Es wird keinen Sieg, in den 2 Stunden und 43 Minuten werden wir keinen regulären Sieg hinbekommen. Ach, und dann gehen wir nach Punkten? Ja. Wahrscheinlich nicht. Das kommt drauf an. Wer ist denn am weitesten vorne? Peter. Sepp. Jetzt denke ich, Sepp, einfach meine Städte. Bringt das was? Ja! Ja! Christian hat sie mir gerade geschenkt. Aber die Holländer, die wollen ran, auf jeden Fall. Ich meine, gut, die Holländer haben natürlich den Vorteil, sie haben schon Kampfpanzer. Ja, das stimmt. Das ist der Tatenvorteil. Hey, jetzt redet man nicht so über die holländischen Einwohner, ja. So, ich konnte eine Kurve bauen, ich bin begeistert. Das war das einzige Feld, was sich tatsächlich angeboten hat. Weil du brauchst quasi drei flache Landfelder, die an dieses Wasserfeld grenzen. Und es muss halt flach sein. Das hier zählt auch schon nicht als flach. Ist das Ding jetzt wirklich geil, Peter? Das heißt, hier mit Küste. Und, also hier will es halt noch passen, aber da habe ich halt einen großen Leuchtturm hingesetzt. Ja, der ist gut. Hier ist überall Kram, hier passt es nicht, hier gehört mir nicht. Das könnte ich vielleicht kaufen, wenn ich dann irgendwann komme. Ne, es sind drei Felder sind schon. Ja, du hast recht. Muss aber auch wohl mehr sein, weil im See zählt es halt auch nicht. Hast du Pläne mit Lissabon? Äh, ja, Lissabon sind meine Boys, da habe ich ganz viele Gesandte drin. Ah, okay. Dann ist Erdogan vielleicht. Aber ich wollte nachher nochmal nach da oben gehen, aber ich weiß nicht, wo der Siedler dafür hin ist. Läuft gut. Vielleicht, äh, habe ich das aus Versehen entweder nie gebaut. Doch, da! Ah, er ist am Weg. Sehr gut. Dann will ich da nochmal ein bisschen die Ecke gehen, wobei hier auch super viel Küste ist und so ein Scheiß, ne. Und nö. Äh, aber, hier ist auch relativ, ja, wobei, ne, das ist so ein bisschen Next Step. Alter, ich bin jetzt bei 83 Punkten, holy moly. Alter, ich habe, ich habe ein Schiff. Wo kommt das denn her? Nein, ich habe... Oh, das war's. Ne, ich habe so ein, so ein, so ein... Ah, ganz viele schöne große Werke hier. Admiral auf dem Schiff, aber so ein Kapitän, den habe ich noch nie. Ich habe noch nie. Ne, ne, Wissenschaft gehe ich bisher so gar nicht drauf. Wie gesagt, ich bin ein kultureller Dude. Oh, Holland, Holland. In Mut. Was ist los? Ist unsere Freundschaft abgelaufen? Ja, Holland. Oh mein Gott. Ihr seid keine Freunde mehr. Das ist nicht richtig. Leck mich am Arsch, du hast ja Oliven, die sehen aus wie Haaren. Hey, ich habe die Barbaren besiegt. Das stimmt allerdings. Ich möchte dich gerne haben. Ne, ich habe... Die schenke ich schon, Bram, aktuell meine zweiten Oliven. Ah, ich würde gerne in Zukunft auch... Die werden gehandelt. Ich würde auch gerne mit dir. Ja, also nicht schenken, sondern ich schenke dir was, du schenkst mir was. Ey, ich würde dir auch gerne... Was nennt man Hand? Er schenkt dir Oliven, du schenkst ihm Liebe. Herr Jay? Ja, ne, tatsächlich schenkst du mir irgendwas anderes. Äh, Gips. Gips. Ne, ach so, hat er das Quicksilber doch noch nicht losgekriegt. Ne, das habe ich ja selber. Willst du Quicksilber haben? Ich kann dir nichts dafür anbieten. Wirst du so ein Stück... Jay? Ich habe gerade die Barbaren weggemacht für dich. Was soll denn? Das ist doch wieder für Trick 17 bei dir. Das ist kein Trick 17, man. Wir sind... Wir haben doch eine koreanisch-holändische Allianz. Ich hab nix zweimal. Okay. Also ich sehe schon... Ich sehe schon... Mein Wochenende ist definitiv äh... Ausgelastet. Äh... Meins wäre es auch, wenn ich nicht Besuch bekommen würde. Was denn? Vielleicht kann ich dem noch kurz 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 absagen. Ey, du kannst krank werden. Ja, genau. Oder so, wenn die gerade landen, so aus der Schweiz. Ah, mhm. Ah, sorry. Ich bin hier von den Behörden in Quarantäne gesetzt worden. Ich darf leider keinen Kontakt zu Menschen haben. Gar nichts, leider. Also da. Dahin. Also da muss... Da gehört aber sowas von einer Universität hin. Ja, mit denen habe ich aber schon eine Uni dahin gebaut. Ja, aber Uni doch immer an die Berge. Wirklich? Immer. Oh, in zwei Runden. Ey, das dunkle Zeit, Alter, ist coming. Ich hab goldes Zeit, Alter, Jay. Schon wieder goldenes? Ja! Warum? Das war nicht die Gebirge. Mega, ich hab 80 Punkte gekriegt. Was? Woher hab ich als allererstes gebaut? Also da hatte ich da noch gar nicht die Möglichkeit. Richtig, richtig gut. Aber grundsätzlich eben, weil du so viele Berge hast, hättest du schon mit den Städten... Oh, internationaler Handelsweg mit Gondu! Einfach, weil ich Bock drauf hab. Bring mir jetzt zwar nicht so viel. Ich kann mit Peter eigentlich nicht so viel, aber... Einfach aus Spaß, Jay. Ich jetzt sende einen Händler zu dir. Das ist aber schön. Mein erster internationaler Handelsweg. Leck mich am Arsch. Das ist großartig. So. Ist das nicht großartig? Bankweh, ich bin... Bankweh ist, bin ich begeistert. Ich bin begeistert. Das ist großartig, oder? Ich bin echt begeistert, Peter. Großartig ist das. Ist das großartig? Okay. Alter, die sind voll stark! Das ist übrigens tatsächlich Jays... Aber ich mein, ihr kennt ihn ja eh noch besser als ich. Ich hab ja Jay in New York tatsächlich kennengelernt letztes Jahr beim Summerslam. Ja. Hat schon sehr viel Spaß gemeinsam. Aber ich hab schon festgestellt, also das ist Jays ekstatische Phase. Was? Wenn er so begeistert ist über den Händler wie gerade eben. Ja, ja, ja. Nee, ich bin schon. Ich kann schon richtig... Hallo? Vorhin hat er mega rumgespielt. Ich bin mega exited bei NXT und bei Summerslam. Okay, gehen wir mal weiter. A la goldenes Zeit, Alter, was geht? Peter, wie viele Punkte hast du mittlerweile? Freust du dich schon auf WrestleMania? Ich hab 83 gerade. Alter. Ich glaube, WrestleMania wird richtig spaßig. Also, das... Ich weiß noch nicht, ob ich da sein werde. Das entscheidet sich ja halt immer irgendwann irgendwie. Ähm, aber... Wie viele hast du denn schon miterlebt? Live, persönlich, vor Ort? Live, persönlich, vor Ort... Zwei. Okay. Tatsächlich noch nicht so viele. Also, das liegt aber natürlich auch daran... Ich meine, die Phase, in der wir tatsächlich selbst am Ring gesessen sind, hier aus Deutschland dann hingeflogen, um da am Ring zu kommentieren, die ist... Der hat ja... Ich glaub, 2014 war unser erster Pay-Per-View, den wir mal vor Ort gemacht haben, der Summerslam damals. Also, das hat ja alles noch keine wirklich lange Geschichte. Und ähm... Vorher ist es... Da hast du natürlich... Oder haben wir die Pay-Per-Views immer hier aus Deutschland kommentiert. In der Kommentatoren-Box. Und da ist natürlich nix mit vor Ort dann. Äh, logisch. Also auch, selbst wenn man wollte, ist dann eben nicht privat irgendwie dann mal hinfahren oder so. Okay. So, Zeit für nächste Runde, ja. Sorry, dass ich euch hab warten lassen. Alles gut, Peter. Ja, alles gut, Peter. War auch interessant. Wird es eigentlich Krieg geben? Ja, weiß ich nicht. Wird's Krieg geben? Also, ich werd gleich aufs Maul geben. Wird's Krieg geben? Wird's Krieg geben? Ich werd jetzt bauen. Chakazulu, Alter. Chakazulu, Alter. Hört sich zumindest nach Krieg aus, also. Wenn Holger näher am Schramrutsch, dann sehen wir ihn auch besser. Aber ich weiß nicht, ob's dir da lohnt, weil ich jetzt sofort erstmal auf Toilette gehe. Okay. Ach, dann spiele ich einfach für dich weiter. Ja, das ist ne gute Idee. Das kannst du sogar tatsächlich behaupten. Wundere dich nicht, wenn du gewonnen hast, wenn du wiederkommst. Ja, dann musst du aber dir auch mein Headset aufsetzen. Das ist ganz wichtig. Das ist dein Geiles. Ich mach nur ganz kurz die Kleinigkeiten hier, wie beispielsweise hier den Schiff. Alter. Warum rekrutierst du denn nicht? Ja, die beiden krieg ich jetzt gerade erst. Es ist beide diese Runde gekommen, deswegen. Ach, echt? Ja. Ihr habt bestimmt schon auch einen Regierungsplatz gebaut, oder? Ich noch nicht. Das ist ja das neue Gebäude. Nee. Scheiße. Guck mal, ich hab das schon so. Kannst du diese Audienzsaal, Ahnenhalle und so weiter, kann ich nur eine davon aussuchen? Das steht auch so. Das steht benötigt. Wenn man ohne Krieg spielt, sind es natürlich Admiräle und ähm, äh, generelle. Ah, okay. Ein der drei. Dann sind sie immer gern genommen, klar. Okay. Ja, genau. Danke. Liebe Schottland. So, dann kann ich hier nämlich, ähm... Skoll. Ja. Aber selbst dann... Weil dann braucht man wahrscheinlich keinen Gesandten zurückhalten, aber gegen Computerspieler halte ich mir immer gern einen zurück, falls sich dann plötzlich jemand entschließt, da doch mehr Gesandte hinschicken zu wollen als ich. Ja. Dass ich dann direkt... Aber das kann hier ja genauso passieren. Theoretisch. Aber das würden doch die Jungs mit denen... Ja, 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 ja. Hier, ich geb dir jetzt mein Headset. Ja, gib mir mal dein Headset. Also, ich würd... Ich würd da... Ha! Ha! So langsam ist das Holler der Not, ey. Ach, endlich hör ich auch die schöne Sif-Musik. Und ich hör dich! Das war die, das war die unsichtbare Stimme aus der Regie. Die? Die hört keiner. Ich schon. Nee, aber ich mein außerhalb. Ich weiß. Achso. Das war... Darum sagt ich das. Ha! Du kannst auch ein langes Kabel an dein Mikro machen, oder hast du ein WLAN-Headset hier, dass du ins... Hast du eine Kamera bei dir hinten? Kannst du dich auch ins Bild... Wenn ihr das wüsstet. Wir haben Mr. Germany quasi... Du musst das, was er sagt, wiederholen, wa? Du hast vollkommen recht. Dankeschön. Einer der vielen Gründe, warum ich kein erfolgreicher YouTuber und Streamer bin. Ich bin mit der Technik nur mit bedingt vertraut. Nee, ich hab grad hier den Robin, der hier bei uns in der Regie sitzt und die ganzen Bilder für euch entsprechend dahin zaubert, wo sie hingehören. Wenn er sich mit mir unterhält, das ist immer sehr lustig. Und ich würd' ihn gerne selber mal hier für euch ins Bild bringen, aber er hat leider keine Kamera bei sich am Arbeitsplatz. Ach, den hatten wir schon... Den haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Echt? Oh, das ist ja... Wir haben gezeigt, wie er anderthalb Stunden im Stream verzögert hat. Okay, aber zieh dir was an bevor du... Okay, dankeschön. Guck mal, jetzt... Daher kann man den... Daher kann man den... Die Frage ist jetzt nur, wer blendet jetzt grad Bauchbinde Regisseur ein? Wie's beim großen Fernsehen ja immer passiert, das find ich immer herrlich, wenn man bei irgendwelchen Fernsehsendungen reinschreibt, Regie, so und so. Ihr dürft natürlich auch gerne alle mal ein Like auf das Video geben, lese ich grade. Leute, wo bleiben die Likes? Schreibt Nettix. Echt jetzt mal. Find ich auch mal. Kann man mal das Video auch mal liken hier. Ja. Gerne. Wir gehen einfach mal auf Bram. Bei mir hat's auch wieder was getan. Ich hab ne neue Stadt. Und zwar Bulawayo. Bulawayo? Ja, aber ich hab hier so quasi den mittleren Raum... Oh, Sepp? ...zwischen meinen Städten noch ein bisschen jetzt verringert. Sebastian... Er hattet auch... Sebastian hatte mir versprochen, keine Stadt mehr zu gründen. Ja. Oberhalb von dir. Oberhalb von dir. Ja, du hast aber vorhin auch noch... Vorhin hast du schon beim Handeln gesagt, ich baue keine Stadt mehr. Auf unserem Kontinent, ja. Auf unserem Kontinent, okay. Willst du bei Kandi hoch? Mhm. Shit, ich hab mich verkritten. Okay. Das ist aber immer noch Patolino. Das ist immer noch unser Kontinent. Nee. Panotia. Doch. Nee, da ist keine Verbindung zwischen. Ja, sicher. Da ist immer noch Panotia. Da ist immer noch Panotia. Das ist kein Land, Jay. Das ist kein Land. Also ich bin dafür, dass du dann auch jetzt durchziehen solltest, Jay, und sagen, das heißt Krieg. Das ist kein Land. Das hast du gesagt. Deine exakten Worte waren... Ich bin ja mit ihm verbündet jetzt. Ja, wow. Jetzt irgendwelche Ausreden mit der Fündner nichts zu tun, oder? Also ich finde auch, da musst du schon zu deinem Wort stehen. Deine exakten Worte waren nördlich von der einen Schatz... Machst du hier gerade den Schulz? Ja. Zwischen dem Stein... ...und Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Eine Tier hat verwundbare Einheit ungeschützt. Peter hat einfach mal fetten goldenes Zeitalter sich reingeschneckt. Wenn ein Stauderspieler ein neues Zeitalter erreicht hat, könnt ihr eine Widmung wählen, um euer Volk in die gewünschte Zukunft eurer Zivilisation zu finden. Das ist doch auch jetzt neu vom DLC, oder? Ja, genau. Das ist neu. Du hast ein goldenes Zeitalter erreicht, jetzt kannst du die Widmung auswählen, die halt cool ist. Okay. Äh, aktuelle Punkte... Aber ich kann hier gar nichts auswählen gerade. Ach ne, Moment. Aktuelles Zeitalter... Mhm, 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 mhm. Doch. Du musst einmal auf Weiter-Klicken quasi. Jeder eurer Bürger übt 1,5 Liter Drehzug. Easy, was man drüber... Aha, 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 aha. Widmung wählen. Okay. Alter, das ist jetzt eine krasse Runde hier. Guck mal, welches nehmen wir denn jetzt? Ähm... Ach so, das gilt jetzt für alle. Das habe jetzt nicht nur ich, das habt ihr alle. Jeder hat das Zeitalter gerade beenden. Oh, dummes Zeitalter, um einen Punkt. Das ist echt wies, Mann. Was? Mhm. Mhm. Gute Frage, gute Frage. Ich glaub, ich werde tatsächlich das hier nehmen. Auch wenn ich nicht ganz so viele habe. Mhm. Aber was anderes bleibt mir jetzt gerade gar nicht so übrig. Und werde dann mal da die kurze Forschung reinstecken. Endes Salpeda. So. Können wir noch irgendwo hier... Aha. Das koreanische... Eine Runde nur. Arme Zeitalter. Ich hab Galileo Galilei geil. Geil. Wisst ihr, wie viele Zeitalter... Wie viele Widmungen es gibt im Spiel? Weil ich hab jetzt hier vier zur Auswahl. Die sind jetzt alle so... Ja, eine davon kannst du halt reinpacken. Naja, du wählst halt dadurch aus... Die hast du dann in der Zeit. Das ist klar. Aber wie viel... Wisst ihr, wie viel es in der Liste gibt? Gibt es so 20 verschiedene oder sind die... Ich denke, du hast immer eine bestimmte Widmung für die Renaissance. Goldene Zeitalter Renaissance hast du jetzt gerade die Widmung. Ah, okay. Und du gibst ja jetzt quasi für Peter vor, wie der wieder Punkte generiert für die nächste. Genau. Okay. Tja, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt sieht doch alles hübsch aus. Guckt ihr ja gerade, warum habt ihr so tiefe Blicke gewechselt? Weil das hübsch aussieht. Kleinen, tiefen Blick. Okay. Gewechselt. Und dann können wir... So. Was? Was hast du? Ja, guck die dir mal an, halt die ganze Kiffer. Du musst mal da drauf einmal klicken. Das steht doch da oben. Dann können wir Peter aber sofort nochmal groß sagen. Okay, ganz kurz. Wer ist das hier gewesen von euch? Chakazulu mein Name ist. Und du hast irgendein Problem mit der Art und Weise, wie wir... Ich hab ein Problem mit dir, ja. Du hast ein Problem mit mir? Aber rausgehen, Schneeballschlacht noch. Nee, keine Schneeballschlacht. Mit hartem Stahl wird das hier gelöst, ne? Oder? Du bist Chakazulu. Du weißt gar nicht, wie harter Stahl aussieht. Hey, ohne Spaß. In der Hose. Und nur gegen harte Münze kannst du dieses Problem lösen. Das ist der hinterhältigste Angriff, den ich je gesehen hab. Während Peter beim Kacken ist, wird ihr denunziert. Das ist ja... Das ist doch kein Angriff, der ist doch nur denunziert worden. Aber das ist halt schon hinterhältlich. Das ist schon sehr hinterhältlich. Das ist überhaupt nicht hinterhältlich, wenn er darüber sofort informiert wird. Denunzieren ist ja spieltechnisch quasi die Vorbereitung auf Kriegserklärung ohne Kicks. Ja, ich hab mal so oft denunziert in diesem Spiel. So sieht's aus. Aber ich dachte, ihr seid Freunde. Jetzt sind bitte glücklich euch. Jetzt sind bitte glücklich Freunde. Jetzt sind bitte glücklich Freunde. Aber jetzt, weil ich hier sitze... So sieht's aus. ...und sobald Peter wieder da ist, dann wird's auch wieder endnuziert. Ja. Dann wird's wieder endnuziert. Dann wird's wieder endnuziert. Okay. Ja, gut. So sieht das aus. Aber ich bin grad der Meinung, dass harter Stahl gegen hartes Gras getauscht werden muss. Das ist okay. Das verstehe ich. Ich erlaube dir hiermit offiziell, auch wenn's keine Funktion im Spiel ist, aber ich erlaube dir offiziell in die Ländereien von Holland zu gehen und zu ernten. Ja, das ist... Puh. So, ich bin dran, oder? Das ist doch schon mal Feini. Äh, ja, die Niederlande und der Schakka. Martin? Wo wollen wir denn was? Hast du angegriffen, Bram? Was Sif angeht, enttäuscht uns Bram nie, was Krieg angeht. Na dann. Ja. Ganz ehrlich hier... Hat der gerade angeht mit angeht geräumt? Ja. Ihr chillt hier rum euch. Bam, bam, bam. Ja. Ihr steht gegeneinander. Chillt. Alter. Nee, du nicht. Der neue Dreiteiler auf Sat.1 beim Kacken denunziert. Sepp, 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 bescheiß dich, ja? Und deine Ausrede, deine Ausrede ist... Oh nein. Wir haben eine Allianis. Alter, hier geht's schon los. Ich hoffe, Bram und Chris erobern einfach Peter und teilen sich das an. Oh, da kommt Peter. Peter! Holland ist in Not! Holland ist in Not, Peter! Offiziell die Niederlande. Ja. Dein... Dein... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Holger, was hast du getan? Es wäre nett, wenn du mir auch ein Bier mitbringen würdest. Holger! Was soll ich sagen? Ich war ich selbst. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich komme jetzt in Kolak. Das finde ich alles nicht in Ordnung, was da passiert ist mit Holland in den letzten zwei, drei Zügen. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Holland ist sehr schnell sehr mächtig geworden und ich kann nachvollziehen, dass dich das tatsächlich ein bisschen stört und vielleicht auch ein bisschen in Angst versetzt. Ja, tut's auch. Aber wir haben Beruhigungsmittel, die können wir dir schicken. Ja, freuen würde mich natürlich, wenn die Runde irgendwann enden würde. Ich bin in Arbeit. Es ist in Arbeit. Ach so! Ihr müsst das so sehen. Holland hat so viele Handwerker, die müssen erstmal beschäftigt werden. Schwarzarbeit? Auch. Das ist der Grund. Dafür muss sie nun zählen. Shaka Sulu kann Schwarzarbeit vielleicht nicht dulden. Okay, damit ist das Video auf YouTube auch demonetarisiert. Ersatzpeder soll die Länder von Peter verteidigen und statt, dass er die Herausforderung annimmt, kapituliert er. Ja, ja. Bin ich jetzt Ersatzpeder hier oder was? Ja, du bist gerade wohl Ersatzpeder. Peter, wo bist du denn jetzt? Der Holger macht dahinter. Seit wann ist Peter so dünn? Oh. Peter, du hast einen Handwerker, der nichts zu tun hat. Peter down. Ich hab einen Handwerker hier, der nichts zu tun hat. Nee, das ist ja auch super. Peter, du brauchst jetzt Krieger. Du wurdest denunziert. Flotte Militär. Oh, hier. Nein, woher? Ja. Dann wüsstest du das. Dann wüsstest du das, Peter. Elmina muss da sitzen. Dann sitzt da, keine Ahnung, Beatrixa oder so der Männliche. Wir machen das so. Wir machen das so. Wir machen das so. Ich hab dein Goldes Zeitalter eingeläutet. Ich gehe davon aus, dass er dir geniebt ist. Der Titel eines Ahlitz würdig. Und deine Handwerker haben jetzt einiges mehr an Reichweite zum Beispiel. Diesen Handwerker überlasse ich dir dann jetzt noch. Peter? Und Jay, ich bin der Meinung, dass du auch jetzt deine Drohungen gegenüber ihm war. Kann ich nicht. Wir haben eine Allianz. Ich will ja nicht deine grundlegenden Strategien eingreifen. Ja, aber wie lange kann ich ihn noch halten? Sieben, acht Runden. Wie ist das so eigentlich? Außerdem hat er bislang noch nicht den Siedler nördlich von meiner Stadt Pyongyang bewegt. Auf unserem Kontinent. Ich kann Holger insofern recht geben, dass meine zwei Bauarbeiter schon wieder weggeklaut wurden von Barbaren. Aber hat jetzt jemand mitbekommen, warum Bram mich jetzt hasst auf einmal? Nein, weil er Bock drauf hat. Ach so, okay. Nicht bei Horst. Bram hat dich einfach, okay. Jetzt kannst du wieder Freundschaften verkünden. Okay, verstehe. Dann überspringe ich mal die Runde. Gegen klirrende Münze können die Schundhaken von Beatrix de Mellet. Hier muss doch was zu tun sein. Rückgewand werfen. Peter, ich würde alles abrechnen und Krieger bauen, Mann. Nee. Die Impasskopf. Aber das wird auf die Entfernung halt leider nicht vernünftig. Die Opa-Loop-Passkopf. Die Opa-Loop-Passkopf, Peter. Baukrieger. Aber Peter ist doch schon der Stärkste. Echt? Moment, ich muss mal kurz hier verhandeln mit dem guten Mann. Echt jetzt? Ja. Klirrende Münze. Hätte ich gerne. Viel. Vergesst es. Forderungsstellen. Herrschaftssieg? Die Holländer sind nur auf Stelle zwei, muss ich sagen. Civ IV ist vorher. Ist drüber. Civ IV ist Brammen. Civ IV hat derzeit mehr Einheiten. Du stellst dein Genital sehr deutlich zu schauen, wurden wir gerade von dem Stream. Das ist sein Schlüssel. Ah. Damit werden wir... Das war sein Schlüssel, sagt er. Erster Strike auf YouTube seit Jahren. Danke, Holger. Heißt das, weil ich die anderen zwei Zivilisationen nicht kenne, kenne ich auch deren Werte nicht? Was? Heißt das, weil ich die anderen Zivilisationen nicht kenne, kenne ich auch deren Werte nicht? Weil bei mir ist Peter Erster beim Herrschaftssieg. Kann gut sein, natürlich. Äh. Ich kenne die Werte. Im Herrschaftssieg? Ist Peter bei mir Erster. Ne, links. Links. Ah. Christian. Zweiter weiß ich natürlich. Ja. Hurra, Königin Pedatrix ist zurück. Aber man könnte doch theoretisch jetzt hier aus der Karavelle eine Flotte machen. Ja, ich würde alles bauen, Peter. So quasi. Bam. Fette Karavellenflotte, Junge. Aber wir haben mal wieder eine große Persönlichkeit. Ich kann mich gar nicht retten davor. Ist schon schrecklich, oder? Arme Sau. Der arme Pedatrix. Tut's mir echt leid, man. Okay. So, geht ab. Ja, ich bin durch gerade die Runde, aber nächste Runde kannst du gerne auf mich wechseln. Okay. Nächste Runde fängt bei mir erst an. Bei mir laufen alle Gebäude nächste Runde aus. Also auf zur Weltherrscher. Jawoll, danke. Hat er dir gerade gute Tipps gegeben, oder was? Also der Holger hat mir noch mal ganz kurz noch mal vielen lieben Dank, Holger natürlich. Und er hat mir noch mal gerade ganz kurz gesagt, was er denn eigentlich getan hat. Kurz zusammenfassend. Und es ergibt halt keinen Sinn, dass irgendwie Bram sauer auf mich ist. Was er gemacht hat, es gibt keinen Sinn, was er gemacht hat. Ich wollte auch gerade sagen. Nein, es ergibt keinen Sinn, dass Bram sauer auf mich ist. Hat er auch nicht. Woher willst du wissen, dass Beatrix der Männliche so gehandelt hat, wie gesagt? Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, guck dir doch mal den Typen an. Ist der nianländischen Geblütes? Weiß der, was Ehre des Volkes bedeutet? Gute Frage. Ja. Denk ich mir halt auch. Denk ich mir halt auch? Ich denke mir auch, dass das eine sehr gute Frage ist. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, schick mir meine Truppen mal weg. Cool. Krass, du hast voll... Wart immer noch. Das sieht voll aus wie das... Aber? Gleich geht's ab, Leute. Wie das Delta, Mars-Delta und so bei dir. So voll geil. Das ist ja wirklich Holland, was du da hast. Das ist voll geil. Kommt da. Und dann gehen wir da hin. Verstehe ich alle? Es sind super viele, die Civ V geiler finden als Civ VI. Ja, ja, das ist... Ey, ich find das krass. Civ V ist allerdings nur sehr gut geworden. Aufgrund des Add-ons damals. Okay, das hab ich nie gespielt tatsächlich. Vorher war Civ V nämlich auch nicht so ausgereift. Ich kann mehr. Tatsächlich beschweren sich die meisten aber immer über die CPU, über die KI-Stärke. Okay. Aber... Kann doch hochstellen. Im neuen Teil, das ist zu schwach. Ja, aber das war denen immer... Das ist denen irgendwann zu schwach. Die ist immer noch zu schwach. Alles klar. Angeblich schon. Gut, dass ich nicht so gut bin. Mir macht das Spiel auf Prinz Spaß. Ja, genau. Das reicht mir. Ah, Siedler wär okay. Hey, die Barbaren gehen mir so auf die Nüsse, weißt du? Das sind schon wieder fünf. Das sind zwei Arten. Ah! Nein! Peter, schick in Richtung Bram. Feuerblumen aus Amsterdam. Das ist ja vernünftig eigentlich. Oh, das ist ja geil. Das wechseln wir mal. Kann ich dir keinen Händler bauen? Doch, vier von fünf Handelswegen. Frech. So, jetzt bauen wir ein wenig Kriegsgeschehen. Hier bauen wir was... Warum? Weil ich was vor hab, lieber Verbündeter. Was hast du denn vor? Dann schreib mir das mal, lieber Allianz. Kinder, hast du euch ein goldes Zeitalter gekriegt? Oh ja. Und dann sagst du das wieder, oder... Weiß ich noch nicht. Wenn es mir gefällt, dann ist das okay. Aha. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich find das nicht so geil. Warum machst du das? Weil die voll die Lappen sind. Toll. So. Das ist nicht so gut. Aber... Hier müssen wir noch ein bisschen verstärken. Und wenn das fertig ist, dann können wir hier auch noch das bauen. Das ist gut. Ah, was bringt denn nochmal die Waffenkammer? Annehmlichkeiten brauche ich nicht unbedingt. Wow. Das bringt alles Annehmlichkeiten. Können wir das hinbauen? Das kann ich dann. Alles klar. Bauen wir einfach mal auf dieses Kackfeld. Dieses Gebäude. Warum nicht? Den lassen wir da stehen für ein wenig Unterstützung. Und der Bram, der feiert gerade. Was feierst du gerade, Bram? Der Muck ist voll geil. Hat sich die jetzt geändert nach den... Warte? Vier Stunden? Ja, wirklich. Ich hab jetzt gerade so ein Chorgesang die ganze Zeit. Von so... Von so einem gemütlichen Lagerfeuerabend irgendwo mit in Afrika. Ja, sowas ähnliches hab ich durchgehend. Von den Indianern. Ähm... Bei mir stimmt sich gerade die Dudelsack wieder an. Sechs da. Und dann müssen wir, glaube ich, Platz machen hier für meine Kollegen. Da können wir aber dann dahin gehen. Nächste Runde. Und wir haben unser goldenes Zeitalter und wir warten auf mich. Deshalb drücke ich mal schnell einfach weiter. Weil ich bin ja eigentlich fertig. Eiru ist hinzugekommen. Als neue Siedlung. Oh. Was für ein Ding? Eine neue Zivilisation ist hinzugekommen. Eiru heißt sie. Ok. Das können wir doch mal tun. Wir haben eine große Persönlichkeit. Was können die denn? Einen großen General nochmal. Cool. Das ist so nice. Den können wir aufrüsten. Ähm... Und nochmal upgraden. Warte. Achso. Die stationieren wir da. Das ist eigentlich auch ganz nice, wenn das hier so auf dem Weg liegt. Und... Macht nämlich noch mehr Fortbewegung. Ah Peter! Jo, was geht? Habe ich was Schönes bei dir in der Stadt stehen? What? Ja. Nice! Amsterdam! Schick eine Botschaft, Jay. Schick. Warum hat Holland Bill noch keine Botschaft geschickt? Ich habe, glaube ich, schon versucht. What? Aber vielleicht wolltest du ja nicht, Jay. Geht, geht nicht. Guck mal hier. Vielleicht wolltest du. War er schon in der Krieg? So. Du musst nicht geist werden. Weiß er nicht. Warte mal. Hier wird gebaut. Damit sollten wir eigentlich... Du hast zwei Goldbonus durch Handelswege von Verbündeten oder zu Verbündeten. Gut, dass wir so viele Handelswege haben. Ich habe einen zu dir. Nein, mal hin. Wir haben jetzt aber durch. Das ist ja schon nice. Was? Also bei Jay geht halt richtig hart ab. Ich glaube, wir haben Botschaft dann entweder schon gemacht oder... Gott geht bei mir ab. Ja, mit Handeln. Zwischen uns. Echt? Ja, unsere Asi... Unsere Allianz bringt uns... Nein, Bram, ich schenke dir nicht ein. Unsere Asi-Allianz bringt uns immerhin... Dann muss ich's mir nehmen! ...vier Gold durch Handelswege. Du hattest die Wahl! Bram hat mir Krieg erklärt! What?! Wir haben Krieg! Oh, jetzt geht los! Das ist schlecht. Ich glaube, wir sollten auf Bram wechseln. Weil ich mit Peter verbündet bin. Ja, das heißt, du greifst jetzt Peter... äh, Christian an. Äh, oh, lol. Ja, du greifst Christian an, Christian. Ist doch klar. Immer noch, äh, alliierter. Ja, aber du bist jetzt alleine. Du bist jetzt alleine. Du bist jetzt alleine. Du bist jetzt alleine. Ja, du bist wirklich, Peter ist da. Du kannst dich halt... Du kannst dir halt nachher einfach den aussuchen, der dann am Ende gewinnt. So auch schön. Ich bin einfach die Schweiz. Ich bin neutral. Abstauben. Ja, das ist auch ne Idee. Also jetzt wenigstens hast du ja auch was gebaut, ey. Ich hab nix. Ah, Truppen? Wie, du hast nix. Ich hab dir doch gesagt, noch Truppen werden dich deliziert. Ja, ja. So, okay. Okay, also wir versuchen natürlich jetzt da ein bisschen einzumarschieren. Oh, guck mal, da steht jetzt ein kleiner Armbrustschützer. Bitte zu Brammen wechseln. Haben wir schon. Haben wir schon, haben wir schon. Achso. Ich komm gar nicht weiter. Entschuldigung. Ich geh ja schon. Eier, Bram hat sogar... Alter, krass, ey. Ja, ist ja gut, Alter. Alter, keiner mag dich mehr, ne? Ja, ist doch mir im Wurscht, Alter. Keiner mag dich mehr. Was sind das denn für Einheiten mit diesen Ketten? Verkaufst du was? Das sind Chakazulos, Alter. Alter, was können die denn? Die machen 41 Damage. Alter, das ist voll stark. Ja? Ich brauch auch mal ne starke Einheit. Alter, 41 ist schon fast Musketier. Ja, ich weiß. Schon nicht. Alter, was geht denn da ab? Sieben Kriegserklärungen. Lissabon hat Nanmadul den Krieg erklärt. Ja, jetzt kommen die halt an. Das ist deine Stadt, Stadt. Vilnius hat dir den Krieg erklärt. Mohenny Udaro hat Nanmadul den Krieg erklärt. Da geht einiges. Was? Oh weia. Hast du versucht zu reden starten? Hat das eigentlich schon geklingelt? Die Pizza ist doch schon da. Die Pizza ist grad gekommen. Wie lange brauchen die da ungefähr für? 20 Minuten noch. Cool. Ich hab grad auf nächste Runde geklickt. Okay, vielleicht nicht. Okay, nächste Runde ist gerade gestartet. Ihr habt kein Militär. Oh oh, Peter, was hast denn du gemacht die ganze Zeit? Kultur. Es geht jetzt los. Nächste Runde ist jetzt. Mach die irgendwas. Wenn du schnell bist. Sicher doch. Peter hat Kultur gemacht. Ey, Peter. Ja? Kann ich dir Schießpulver geben? Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Dann kannst du mit Schießpulver Waffen ballern. Ja. Her damit. Also wenn du das schon erforscht hast, ne? Was brauchst du dafür? Was bist du denn für ein Pleck, Alter? Ey, Bram. Ich mach grad die Grenze für dich frei. Ey, Bram. Kannst du Salpeter brauchen? Ja. Christian 2. Ich mach für dich die Grenze frei. Du wirst das echt dem Typen noch geben. Alles klar. Du kannst sogar die Schätter haben. Nein. Ist ja gut. Außer Eindhoven. Ich hab da nicht mal doppelt. Und ich hab auch gar kein Schießpulver. Eindhoven gehört mir. Ich hab das grad geilo. Was? Du hast ihn eingenommen direkt? Aber das ging schnell. What the fuck? Hätte er schon deine Stadt eingenommen? Nein. Ne, weil du Eindhoven gehört mir gesagt hast. Eindhoven gehört jetzt auch gleich mir. Arbeitet zumindest dran. Ja, endlich mal ein bisschen Action hier. Ja, ich freu mich auch. Weil auf dem Kontinent passiert ja nix. Ja, meine Kanonen brauchen noch ne Runde. Willst du mich gerade provozieren? Hä? Meine Kanonen brauchen noch einen Augenblick. Ich hab dir doch gesagt, was ich mache. Achso. Ja, ich möchte dich mega hart provozieren. Das willst du mit dir provozieren? Vielleicht sollte ich hier mal ein Lager bauen. Ja. Der darf noch laufen. So. Ich geb mir mal ne Pizza rollen, liebe Freunde. Und dann will ich Köpfe rollen sehen, Bram. Du? Kannst du mich machen? Peter, verschanzt dich hinter Wohnwagen, wird hier als Tipp gegeben. Ja. Ein sehr guter Tipp. So. Dann ist es. Christian macht auf Deutschland. Wir versorgen alle mit Waffen, mischen uns aber möglichst wenig ein. Ja. Ich mein, guck dir das mal an. Die sind gerade angekommen. Da stand eigentlich noch so ne Einheit von mir. Ach du Scheiß. Die Vögel einfach alles weg. Ja, ich hab schon wieder Barbaren. Das ist nichts Neues. Ich hab jetzt zwei gerade weg gemacht. Und dann haben die ihre Geschwister geschickt. Und haben gesagt, nö, so nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich muss mal schnell so da hängen. Dann muss ich mich da mal verschanzen. Guck mal, wer die alte, fette Kuh mit ihrem Regenschirm da steht. Oh, komm mal die. Große Persönlichkeiten reißen so eine einzigartige Toilette. Sieht aber echt aus wie ein Feder als hässliche Frau. Was finden die noch toll? Ach, das ist das gleiche. So. Oh, das hatten wir schon. Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ich will doch gleich holen. Wieso braucht der denn zwei? Wie können denn... Kommst du gerade rüber? Handwerker. Was? Der Chat verrät dich. Wie, ich komm gerade rüber. Nee, ist okay. Haben wir schon. Aber danke. Es spricht sich schneller rum, als du mit uns redest. Du warst wahrscheinlich der Erste, den ich Kitzel gehobelte. Warum die Plantagen? Ja, ja, ja. Oh, es geht weiter, Jay. So. Falls ihr uns hört. Ja, ich habe leider keine Naturwunde. Das ist doch blöde. Da hinten. Ja, sieh. Habe ich nicht. Glaub ich hätte skippen sollen, oder? Und... Oder reicht das auch, wenn ich den da hin bringe? Warte mal. Hier oder angrenzend? Geh mal zurück nach Sterling. Hast du gut gemacht. So, was geht denn jetzt hier unten? Ey, Jungs. Mach mich doch jetzt nicht so fertig. Guck dir das mal an, was die anschauen. So, und die rennen jetzt wieder hier oben hin. Nee, Alter. Geh mit... Da habe ich noch einen Krieger. Jawoll. Was sind wir doch alle... Moment, ihr seid alle gleichzeitig dran und ich nicht. Doch. Doch, doch, doch. Alle gleichzeitig dran. Hm. So. Also, soweit ich das verstanden habe, ist Dennis hier zugange. Was ich aber leider nicht sehen kann, weil mir da die Sicht fehlt. Und das Salz muss ich nur erschließen. Das ist wichtig. So. 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 Ach, stimmt. Ich kann doch gar nicht segeln. Hm. Hoppala. Ja. Alles Klärchen, Jungs. Wir laufen weiter nach vorne. Ein paar Mal welche Techboard natürlich von der Stadt. Von Peter. Aber was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wenn ich da ganz ehrlich bin. Weil alles andere wäre halt auch dumm. Außer natürlich die Tatsache, dass es mir einfach Eindrufen überlässt. Hahaha. Der hat dir eigentlich Eindrufen überlassen? Nein. Das wäre die Möglichkeit. Der wäre ja schon ein bisschen bescheuert. Ich finde, das ist immer noch... Also, es gibt Sachen, die sind halt cool und das wäre cool. Ja, das macht doch echt keinen Sinn. Ne, das macht auch keinen Sinn. Aber wann macht Krieg schon Sinn? Oh, ho, 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 ho. Da frag mal die Amerikaner, ey. Ja. Meinst du, das macht mir Spaß? Ich tue das nur, weil ich mich verteidigen muss. Oder unseren Waffenproduzenten. Da macht Krieg sehr viel Sinn. Sululand wird bei Eindhoven verteidigt. So. Die Brücken von Eindhoven. Das wird auch so ein klassischer Film. Aus dem 13. Jahrhundert... Nee, 14. Jahrhundert. Kann ich mich noch genau daran erinnern. Auf geht es. So ein Militärpionier, der kann Straßen verbessern, sodass Leute schneller drauf laufen, oder was? Ja, dann werden da zu Steinstraßen, oder so was. Aber wir warten jetzt gerade auf Jay, der sich gerade Pizza holt, oder was? Muss der noch machen? Ja, der muss seine ganze Runde machen. Wie ist denn das mit der Straße dann? Also wird die nicht automatisch... Ey, Jay, quatsch, dein ruhig noch ein bisschen länger, aber... Ich glaube, er interessiert das gar nicht, dass du mit ihm redest. Nix, wir warten nur auf dich. Nee, wir warten aber auf zwei Leute. Drei und eins. Ja, auf Seb ist der andere. Ich möchte gerade noch ein bisschen überbrücken. Die Straße zu verbessern, wird jetzt später auch irgendwie automatisch besser? Ja, gab es vorhin doch auch. In der nächsten Zeitalter, ne? Ja. Boah, sorry. Lohnt sich das ja doch nicht. Boah, wie ist das denn jetzt? Aber seid ihr nicht? Aber seid ihr nicht von uns beiden jetzt dran? Nein. Nee. Alles simultan, immer. Ja. Immer. Immer. Jetzt würde der ewig dauern. Ja. Dauert jetzt schon ewig. Dauert jetzt schon ewig. Guck mal, bei 10 Uhr die erste Attacke ist gestartet. Ja, richtig. So. Kann er so nicht angehen. Du hast mein Olivenfeld zerstört. Das waren die Oliven, die ich freundschaftlich mit dir geteilt habe. Aber das waren die, die du behalten hast. Nee, nee. Aber das stimmt. Das erste, was ich gemacht habe, ist auch das Feld drauf. Und erst mal Plündern gedrückt. 25 Gold. Bitch. Das hat weh getan. Ja. Ja. Drei Runden. Fuck. Aber. Analsex tut weh. Das weiß ich nicht. Das ist Surprise, but fuck. Bram kennt sich damit besser aus als ich. So, ich hab weitergedrückt. Ich bin nicht der Letzte. Nee, du konntest ja nur überbrücken. Du konntest ja wohl. Ja, hab ich ja auch. Okay. Du konntest das klären mit den Straßen. Jetzt laufen halt die NPCs. Barbaristas. Oh, ich hab Bier endlich. Wow, Mittelalter, Merk. Mittelalter ist vorbei. Ihr Spastis. Oh, da ist mittlerweile in der Mauer da stehen. Überraschung, motherfucker. Hat er einfach gekauft. Ich will Kommunismus. Motherfucker. Was ist das? Geil, da bist du einmal im Kampf und schon darfst du Pantheon auswählen oder wenn? Also das wird man braucht als allererstes. So. Freunde. Soldaten. Eiserne Legionen. Wir wissen, der Feind steht vor der Tür. Erzählt Lügen. Propaganda. Jetzt sehe ich aber anders. Und es ist nur Level 6. So. Was tun wir hier? Wir brauchen... ein anderes Schütze gegen den Rest der Welt. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, wenn du Krieg führst, kriegst du echt schnell diese komischen Bewechspunkte. Ich hol mir mal ein Stück. Ich hol mir mal ein Stück. Du kriegst die Bonuspunkte, oder was? Ja, guck mal, ich hab schon die Hälfte wieder voll. Ja, aber von den Standard-Dingern, ne? Du warst auch einer der ersten, ne? Du warst der Erste, der Krieg erklärt hat, der Erste, der in den Stadt eingreift. Können wir alles so machen. Die mit dabei spielen. Ja, dieser Kriegstreiber, Dennis, ey. Kriegstreiber, Schmeiber, sag ich immer. Hier. Gut, ich kann aber auch verstehen, dass du halt erst Peter angreifst, weil er halt ein gewissenloses Schwein ist. Ne, weil ich halt die größte Gefahr bin wohl, er. Achso, ja, das kann natürlich auch sein. Christian, es ist jetzt nicht gerade die Gefahr, ja? Der hat zwei Einheiten und die werden von dem Barbaren den ganzen Tag flack gemacht. Ja, Christian, der hättest du easy übernehmen können. Den hättest du einfach wegmachen können. Beziehungsweise darf Bram erst angreifen, bevor ich angreifen darf. What? Vielleicht hat er direkt geklickt. Ich hab einfach nur schneller geklickt, wahrscheinlich. Ne, das funktioniert bei mir sonst nicht. Die Fernkampfangriffe gehen jetzt noch nicht. Falsch. Ich muss erst warten, bis du angreifst. Guck mal, ich kann immer noch nicht angreifen. Jetzt darf ich angreifen. Nice, jetzt können wir wenigstens meine Schwertkrieger da durch. Ich hab gerade aber auch mit Abstand die schönste Musik, die man so haben könnte auf dem Ohr noch. Wie so wirklich so ein Kirchenorchester singt und mich so vorantreibt und mir auch noch so ins Ohr flüstert. Du bist im Recht. Du bist im Recht. Weiter, Jungs. Schraka, Zulu. Ja, sie sind Zulu-Voreas. Wolfram. Bäm, Junge. Ich hab alles verstanden. Du hast einen Katapult kaputt gemacht, Peter. Ja, immerhin. Und noch zwei Nahkampfeinheiten möchte ich an dieser Stelle mal kurz sagen. Auch meine Impa-Limp was? No, 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 no. Das stimmt. Die geb ich dir auch. Ist ja auch ein fairer Kampf hier. So. Hat er extra gewartet, bis ich auf Toilette muss, um mich dann heimlich von hinten zu ficken. Genau, das hab ich gesagt. Hier, Schwarzfaust sagt auch. Bram ist kein Kriegstreiber. Wenn er einen Krieg erklärt, haben die anderen Danke schön zu sagen. So sieht's auf. Ja, Eidhofen fällt jetzt. Kann ich nix mehr machen. Ja, zu Recht auch. Ich hab dir gesagt, dass ich hier in die Stadt hätte. Das ist ein Frefe. Wirklich. Du hast jetzt doch Nightmare gegründet. Was bist du eigentlich? Dann hab ich schon gegründet, bevor du mir überhaupt den Krieg erklärst. Nee, das seh ich nicht so. Der Gewinner schreibt die Geschichte. Ich hab gleich Eidhofen gewonnen, das heißt, du hast Nightmare davor gegründet. Und das heißt, ich muss mich die Stadt auch noch holen. Aber so schnell wirst du da oben keine Mauer bauen. Wahrscheinlich nicht, nee. Kannst du dir keine kaufen, deine Einheiten? Weiß ich gar nicht. Wenn du die kaufen willst? Wir haben halt keine guten Einheiten. Wer ist eigentlich gerade drauf? Das ist das Problem. Ritter sind schon relativ stark. Geil. Ritter? Kann ja besser... Ach, die Narkap-Stärke. Ja, aber es wäre doch viel sinnvoller, mit Armbruchsschützen, die von aus der Ferne wegzuballern, die Katapulte. Ja, halt auch. Hast du die halt auch. Du musst halt alles machen, Peter. Ja, so viel Geld habe ich aber nicht. Warte mal. Hä? So. War noch nicht letzter? Sorry, ich war Essen holen. So. Das ist aber ein Getränk der Liebe. Ja. Nee, das krieg ich es. Sag ich doch. Beides. Immer. Immer drauf. Spaltet die Gemüter. Wer fehlt dir noch? Das haben. Sip 1 fehlt noch. Jay. Lul. Was macht Jay denn da? Jay, was machst du so? Lieber Verbündeter? Ich? Ich hab Spaß. Ich? Was machst du so, Jay? Boah, gucken. Loseres Interesse. Wie viele Städte der hat? 2, 4, 6. Mein lieber, wie Herr Nina. Mach was drauf. Ich versuch's. Hast du mir jetzt echt Geld geschickt? Was? Weißt du, du greifst ja, machst ja nichts auf deinem Kontinent, wa? Naja. Ach so, die Schwäche. Ich bin ein Kriegstreiber. Kennst mich doch. So. Ich mach jetzt was. Ich mach jetzt auch ein bisschen. So. Das ist auch Spaß. Sag mal, gibt's am Ende eine Statistik, wie viele Einheiten von einem vom Barbarenland gezogen wurden? Vielleicht? Komm mal. Das kann sein. Ein bisschen tue ich das aber nicht. Oh. Abraham, ich muss da mal vorbei. Wo musst du vorbei? Ja, du gehst sowieso vorbei. Guck mal. Okay, vielleicht muss ich dann noch eine Runde warten. Ja. Das bauen wir noch. Jetzt tu mal was bei dir auf dem Start. Könnt ihr denn auch? Gib mal Gas. Ja, ich mach jetzt noch ein Startblatt. In einer Runde. Hast du das geschafft? Nee, nicht in einer Runde. Aber du kämpfst nicht gegen Jay. Du machst irgendeine Startblatt. Den kann ja jeder wegmachen. Mit Spiel 12? Was für eine Start hast du gerade weggemacht? Ja, Level 6. Aber die Leute sind nur Menschen. Und der verteidigt die auch nicht richtig. Die Einheiten werden da einfach nur alle rumlaufen. Weil die KI ist nicht so klug wie Peter. Die haben direkt verloren. Das wäre auch traurig. Und Peter muss man ein bisschen nachdenken. Und Jay ist auch noch da. Interessant. Was weiß ich denn jetzt? Ach komm. Da hole ich mir die halt auch noch. Auf dem Weg dran vorbei. Wenn halt sein muss. Ja, das hält sich zumindest hoffentlich ein bisschen dabei auf. Ja, spring weiter. Peter drückt jetzt erstmal auf nächste Runde. Ihr habt wirklich ein Talent dafür, auf die Leute zu springen, die gerade fertig sind. Die gucken halt nicht die ganze Zeit zu. So, das machen wir noch. Wir brauchen Power. So, springen wir gleich noch eine Runde. So, was sagt denn der Chat dazu? Ich will jetzt auch mal eine Pizza. Ich muss ja eh hier warten, bevor ich kriege. Für den warten wir eigentlich? Für mich. Jay ist gerade hart am Krieg führen. Ja. Wir haben was Spannendes für den Stream. Bam, gibt's jetzt. Wir haben noch eine Stunde bis 6.50. Ich bin bereit. Oh, Jay war auch Kriegsmaschinen. Ja. Wofür? Ich muss ja, ich hab... Feind gerade. Ich hab Bram den Krieg erklärt. Du hast... What? Ich hab ein Verbündnis, ein militärisches Verbündnis mit mir lieben Wilhelmina. Ja, Lul, sehe ich das denn nicht dann? Wir sind doch verbündet, wir sind doch eine Allianz. Das wundert mich, dass wir dann nicht... Ähm... Also, dass ich deinen Feind nicht sehe dann. Weiß ich auch nicht. Aber ist ja... Alles gut. Baller jetzt einfach mal hier. Wernos Iris weg. So, Krieg erklären. Bam. Kriegsmalus entsetzlich. Scheiß drauf. Baller die Stadt weg. In einer Runde und dann ist gut. Und zack. Da haben wir auch was. Ist gut. Was ist das denn? Ach, ich muss mich noch aufrüsten. So, zack. Baller, baller. Baller, baller. Also, was ist tot? Was sind das für krasse Einheiten, die ich hab? Und klar. Dann laufen wir mal da rüber. Kann ich da hin? Kann ich da hin? Nee. Willst du auch wundern? Ist leider alles so eng hier bei mir. Aber... Wenn das Iris... Na, vielleicht nicht in einer Runde. Hab ich gedacht, da machen meine Kanonen ein bisschen mehr schaden. Aber es mag mich natürlich keiner mehr. Ja. Hab mir jetzt all die Kriege erklärt. Hab mir den Krieg erklärt. Nee. Ist alles gut? Und da haben wir noch was entdeckt. Uh. Was ist denn das hier? Wieder mal beworben. Jawohl. Was ist das denn hier? So. Kann man dir jetzt irgendein... Hast du ja jetzt irgendwie was? Was ist denn hier los? Ja, ähm... Jay, dein Geldgeschenk hat mir die Möglichkeit gegeben, bei meinem verbündeten Vilnius das Militär auszuheben und so Bram in den Rücken zu fallen und denen von hinten mit Schwertkämpfern hoffentlich ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung an der ganzen Sache. Okay. Kann man machen, der Peter, ey. Also wenn ich schon nicht so viel zu dem Stream beitragen kann, was Krieger angeht, dann kann ich wenigstens den Krieg schwüren. Damit der ausgeglichener wird. Ja, ist jetzt natürlich... Ist halt nur ein paar Schwertkämpfer, aber hey, besser als nix. Besser als nix. Dann kann man sich wenigstens mit... Also die, die hauen schon gut rein, die... Meinst du, meinst du die... Also seine Spakkus hier? Sind 49 am liebsten. Schlecht. 56 Grundstärke steht da. Ja, stimmt was nicht. Ich wollte gerade sagen, 56 ist aber für ein Schwertkämpfer schon OP. Nein, nicht Schwertkämpfer. Im Peace. Ja, ist ja auch alles... Ist ja auch alles lustig jetzt. So, wir werden als nächstes mal gucken. Ich bin hier. Besser, Eckart, drauf. Ich bin gerade drauf, glaube ich. Noch. Komm, Sie haben, der Chat wird was bluten sehen. Ich hab das schon angegriffen. Nein, gegen Menschen. Wie brauchen wir das jetzt versuchen? Hey, Bram. Wir steh den Chat durch. Bram, dann schalten wir einfach auf dich wieder. Und dann sehen wir, wie es blutet. Die wollen nicht nur mein Blut sehen. Die wollen Blut sehen. Achso, soll ich... Ja, meins sehen sie auch. Hey, Peter, soll ich dir auch noch ein bisschen Geld schicken? Ja, gerne. Würde ich wohl nehmen. Wie viel hat Jay dir geschickt? Tausend. Heißt aber, du Jay vorhin geschickt hast. Warte mal, dann schicke ich Peter jetzt auch noch mal eben was. Warte mal, Peter, wie kann ich dir ein Geld schicken? Bram, ich möchte Blut sehen. Aber deins. Ja, das ist auch ein gut investiertes Geld dann auch. Ah, Mann, jetzt muss ich die Runde wieder abbrechen. Drei gegen einen finde ich immer ganz schön kacke. Ja, dann unterstützt du doch Bram. Der Bram, der labert mich ein bisschen dämlich die ganze Zeit von der Seite. Aber du laberst mich von der Seite an. Ja, du guckst ja nicht bei den Chat. Du stachelst den Chat ja dazu an. Ich stachel den Chat nicht dazu. Und der hat damit angefangen. Und ich habe gehört. Peter, ein bisschen unterstützen finanziell. Unterstützt Peter ruhig. Und ihr könnt mit Jay da im Frieden auf deinem Planeten Mars leben. Ja. Nee, hab ich nicht. Vielleicht hilft dir das ja. Vielleicht auch Eisen. Na ja, Eisen hab ich. Na, Eisen hat er ja. Dann ein weniger. So. Gucken, ob Peter das bauen kann. Möchte Blut sehen. Ich möchte auf jeden Fall Blut sehen. Das tut auch nicht mal weh. Das sind drei Runden oder so. Ich habe noch ein halbes, Alter. Ja. Ne, Bram? Aber du tust ja auch nichts. Ne, Bram? Du tust ja auch nichts. Ja, jetzt auf einmal. Ich greife hier gerade an. Ich habe hier gerade Krieg mit dir. Das ist kein Krieg. Ja, du bist so blöd rumlauber. Das ist... Das ist... Blöd rumlauber. Weißt du, du gehst doch mit Speercampen. Das ist gezart beefier. Aber ich verstehe... Ich verstehe... Das haben wir jetzt zwei. Das ist auch kein Level 6. Das ist doch mal auch Action, dir. Was denn da so... Ja, echt gut. Ich glaube, du blöd von der Seite hat. Habst du mir noch Action mit Barbaren? Ja, das ist gut. So, Peter. Ah, du hast angenommen. Ja, sieh. Ja, wieder angenommen. Ich schenke ein Gaul und so. Was gab's denn jetzt? Guck mal noch nie in den Maul. Was gab's denn jetzt von dir? Nochmal 600 und Salpeter. Aber mit Salpeter kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Weil das habe ich nicht erforscht halt. Vielleicht sollst du das tun. Die sind echt stark. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst. Die Impis werden nachproduziert, ey. Ja, Logo. Ich brauche ja vor allen Dingen Zeit. Für starke Verteidigungsanlagen. Ey, ich finde, das sieht schon ausgeglichener jetzt aus. Das wird jetzt richtig gut. Ich finde auch, ich finde, da muss Blut, das darf nicht so einseitig sein. Man muss halt Blut fließen, nicht einfach... Ja, dann sorgt man dafür, dass Blut fließt. Wenn ein Freund beim Kacken denunziert wird, ja, dann kann ich nicht durchgehen lassen. Finde ich auch nicht. Ja, finde ich aber vernünftig. Und auch noch hier dieses afrikanische Stammendorf, da die Indianer blöd von der anderen Seite an sagen. Alter, du bist doch so eine unterzivilisierte, keine Ahnung, was du bist. Ich kaufe einfach dein Leben. Danke, Holger. Das kriegst du mein Leben nicht. Was hast du denn? Das habe ich ja als Inkeler pro Tag. Ja, aber ich habe auch Einheiten, die das Ganze verschlingen. Ja! Sepp doch auch! Ich habe mehr Stärke als Bram, oder? Nein. Wie viel hast du denn? Ich sehe deine nicht. Mittlerweile gerade nur der Zweite. Du hast 617? Ja. Oh, da sind aber auch nur 4 unter dem ersten. Aber eigentlich bist du die mittlerweile. Ich habe 450. Ja. Oh, lol. Schnell nach. Ja, aber du hast auch keinen Gegner. Du siedelst da in deiner Blase. Ich habe keinen Gegner. Das ist kein Gegner. Das ist aber ein paar Bahnen. Guck mal, nah dran. Das ist ja auf jeden Fall gelohnt, da rein zu investieren. Das ist ausgeglichen, ne. Ich finde das gut. Oh, komm, ich wurde angegriffen. Das gibt es ja nicht. Es lohnt sich nicht, eine Stadt. So, haben wir das fertig erforscht. Wir müssen aber langsam mal gucken. In 10 Runden ist Ende. Ich darf nicht ins dunkle Zeitalter kommen. In 10 Runden ist Ende, Alter. In 10 Runden ist wieder Zeitalterwechsel. Ja, ich werde wieder dunkles Zeitalter abkriegen. Nee, Jay, das kannst du nicht machen. Ja, Alter, ich brauche noch 20 Punkte. Weiß nicht, wie ich das schaffe. Wie kriege ich denn jetzt noch eine schnelle Einheit? Ich brauche was Schnelles. Das muss gefeiert werden. Komm, bauen wir einfach noch so einen Mongo-Pee. Was? Warte nur, bis Jay, Sepp in den Rücken fällt. Das wird nicht passieren. Die beiden spielen heute Passiv-Play. Die zeigen euch nachher die krassen Technologien. Ja, nur am Labern ist. Ach, das darf ich dich kaufen, Scheiße. Machen wir mal erst mal platt hier. Ah, ich würde der. Nee, nicht den. Ah, Leute, der kann auch noch schießen. Warmen. Vollern wir mal eben weg. Vollern wir mal eben weg. Bist du dich gerade im Bild? Ich war gerade weg. Ich bin gerade noch im Bild, glaube ich. Sepp ist im Bild. Greifen wir mal die Stadt an. Da hat er echt noch. Arsch wirkt. Hm, da steht in der Arsch. So. Ach, jetzt komme ich doch wieder nicht dran. Ja. Einfach zu voll hier. So, aber wer fehlt denn jetzt noch? Jetzt habe ich das wieder nicht... Wie viel Leben hat der noch? Nichts! Ach, der ist kaputt. Ja, das ist doch gut. Kann ich mit dem Kommandant noch rein? Warte mal, wenn ich hier einen Raider an mir kaufe, dann ist der auch nächste Runde erst völlig schön. So, was bauen wir denn? Fangen wir erst mal damit an. So, so, so. Bundes-Eyres mag mich nicht mehr. Tja. Hyper-Hyper sind die gerade. Das ist das. Das ist das. Und... Achso, Leute, da ist eine Einheit drin. Deswegen darf ich das nicht tun. Das ist natürlich jetzt höchst ärgerlich. Dann warten wir doch. Ja. Sagen wir bleiben erst mal hier. Das dauert jetzt ein bisschen. Sue! Das ist eine Runde. Oh, was ist da denn? Tafata. Dann Jay. Nix, nix. Diese Stadt geht mal hart auf die Zwiebel. Sagen wir mal bitte ein. Yes! Geil! Buenos Aires ist mein! Ach, boah. Das hat sich gelohnt. Sue, sue, sue. Und nun? Nun, du daheim. Alter, ich hab'n neuen Kontinent entdeckt. Leck' mir am Arsch. Afrika und da ist Eis. Alles klar. Du hast Afrika und das Eis gefunden? Ich weiß nicht, in welchem verquerten Zeitalter wir sind, aber das ist definitiv komisch. So. Wo ist das denn jetzt? Sehr gut. Wo ist denn da hin? Okidoki. Das können wir noch machen. Er geht mit denen zusammen. Und läuft da hin. Auch laufen. Immer laufen. Laufen ist wichtig. Mit Laufen übersteht man die Blutverluste. Alles. Bam. Oh Gott. Bauen wir erstmal das... Afrika und das Eis. Jetzt im Kino. Ja. Erstmal reparieren. Ja. Was zur Hölle macht Peter mit seinen Einheiten? Nee. Was soll er denn machen? Ich glaube, die sind minimal bekifft und rennen deswegen in den Suizid. Ist das bei dir so? Nein. Sind die alle bekifft? Peter schickst du die alle in den Tod, was ich dir gegeben habe? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Alter, wie viel alt ist das denn da? Ist ganz gut. Ich bin nicht gemütlich gefehlend. Vier Runden noch. Oh Gott. Ah, dick Kohle. Was haben wir hier? Dickkohle. Was haben wir hier? Geht besser, aber gerade geht nicht besser. Manchmal geht das nicht besser. Manchmal geht das nicht besser. Das ist schon dann manchmal bitter. Kannst du aber überschießen? Oh ja, kann er tatsächlich. Alter, was ist da? Verbündeter, ich habe etwas für dich. Was denn? Du bist nicht der, den ich angeredet habe. Ich habe den anderen Verbündeten angeredet. Kann dieser Verbündete damit etwas anfangen? Nee, ich bin nirgendwo so weit wie ihr mit der Technologie. Alter, ist das scharf. Warte, ich geh noch voll frei. Alter, ist das scharf. Wow. So. Hm. Hast du die geholt, Peter? Der Tralapeno-Ding, oder was? Bäm, ey. Bäm, ey. So. Bram, ich halte dagegen, was geht, Junge. Wie sieht das denn da aus? Ich sehe das nicht, ey. Warum sehe ich das denn nicht? Ich bin der militärischer Verbündeter. Nervig. Bye, bye, bye. Stimmt, viel mehr Runden als bei den Bohnen werden das wahrscheinlich nicht werden. Stimmt, könnte sein. Wie viel Runden war es bei den Bohnen? 105. Okay, wir werden vielleicht 112, 115 irgendwie so machen. Es ist abzusehen, da die Zeit nach Ende ist. Tja. Und leider nicht so viele Punkte ist das Problem. Da gewinnt unser kleiner Indianer da hinten. Ja, der wird ja auch nicht aufgehalten. Ja. Eine Allianz? Der hat mehr Einheiten als ich. Ich kann dem nichts machen. Antun. Aber aktuell wäre das für dich zumindest nicht so gut. Ja, das stimmt. Der hat halt einfach eine stärkere militärische Kraft. Die stärkste auf den Planeten. Das hieß er auch. Das stimmt nicht. Nee, da hast du recht. Der ist maximal Platz 3. Ich habe gelogen. Du Lügner, du. Aber der hat eine fünffache Stärke von mir. Schwein. Weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Nee, das kann natürlich sein. Ob der zu klug ist. Jay, steht das für dich überhaupt zur Debatte? Natürlich nicht. Wie kommst du denn da drauf? Ach Elvin, da musst du dir nichts draus machen. Alles gut. Das ist okay. Machen wir weiter. Hey, ich helfe dem Bram doch gerne. Bram, kann ich hier noch irgendwas bringen? Du? Nee. Guck mal, der Bram möchte ja nicht mal meine Hilfe. Peter, du wolltest gerade das Bier, ne? Nee, du hast mir das einfach mitgebracht, obwohl ich da... Möchtest du jetzt einfach deinem Verbündeten sagen? Nein, das ist lieb von dir. Dankeschön. Ja, guck mal. So. Die Mucke ist mega. Guck mal hier. Gerade hier im Battle ist die Mucke echt richtig geil. Mit krassen Bums drauf. Bei mir heißt das nächste Runde. Hat den doch nicht. Ein großer Meister. Okay. Oh, sieben Runden noch, bis der Zeitalter vorbei ist. Nice. Ja, bei mir wird's auch ein dunkles Zeitalter, Jay. Okay, wir haben jetzt noch eine Stunde 40. So ungefähr... Ist so geil. 14 Runden noch, 14 bis 20. 20 bis 20. 20 bis 20. Dann krieg ich ihn derzeit noch hin. Hm. Ja, das Problem. Das hol ich mir auf jeden Fall noch vorher. So viel Zeit muss sein. nicht so geil ich kann hier noch alles bauen hier ist doch kaum noch platz Dann ist es das, was? Ja. Was geht ab? Macht's gut. Ich habe dir ein vernünftiges Angebot meiner Meinung nach gemacht. Oh! Was ist denn da los? Interesting. Halt dich für ein sehr vernünftiges Angebot. Loll. Hast du das wirklich angenommen? Ich habe mich vertan zwischen Eindhoven und dem Wegen. Oh, cool. Was denn? Peter hat mir gerade Nein mehr geschenkt. Warum, Peter? Für den Frieden. Ich dachte, er gibt mir die alte Stadt zurück. Fehler! Fehler wurden begangen. Fehler wurden begangen. Ja, das kann mal passieren. Okay. Ja. Krass. Okay. Das ist eine interessante Chance. Aber okay. Dafür hast du halt die Frieden, ne? Immerhin. Immerhin. Ist ja auch schon mal was. Ist ja auch schon mal was. Mehr war halt auch nicht drin. Ja, richtig. Das heißt, jetzt kann sich Bram und Christian vorknüpfen. Alter, ey. Okay, das ist krass. Das fand der Bram gar nicht geil, glaube ich. Jetzt ist Vinyctus mit mir im Frieden, Alter. Jetzt kann ich die nicht mehr angreifen. War das dein Plan, oder was? Ja, das war der Stadt, der ich auf dem halben Weg noch kurz mitnehmen wollte. Ach so. Wieso nimmst du denn nicht Nann Madol? Weil das meine eigene Stadt ist. Also mit der bin ich halt schon seit Ewigkeit. Ich mach das, glaube ich, ganz gut antauscht, deine Billostadt abzugeben. Ja, aber es ist... Nimm wegen. Ja, scheiß auf Neimäge. Ja, hast recht. Alter, du hast jetzt Uttricht, Amsterdam und Arnheim. Die sind ganz groß. Und Groningen. Guck mal, du hast halt deine vier. Ja, und Tilburg. Und jetzt alle auf Sepp. Boah, das ist aber auch fies. Wer denn denn fies? Jeder muss mal in den Kampf. Ich hab bis jetzt noch nicht gekämpft. Ist so. Also ich krieg ja die Städte nicht geschenkt. Weil mir passiert aber gerade überhaupt nichts. Oh, nee, Moment. Die nächste Runde ist dran. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Neuen Handelswild nach... Da hat Peter sich gerechnet. ...in die schönste Stadt der Welt namens Ungungunlo. Oh, wo? Ich wollte eigentlich nur einmal nach Aire, damit die da mal irgendwie ein bisschen Außenwelt abkriegen. Und weil da die Barbaren schon wieder meinen letzten Weg gemacht haben. So, endlich kann ich mit dem Ritter hier mal ein bisschen Grenzland... Da, da ist doch... Da, da ist doch mal Bahnlager, ne? Dann gehen wir doch mal da hin. Oh, oh, oh. Ähm... Moody! Moody, wir müssen wieder zurück. Scheiße, wo kommen die denn alle her, ey? Verpiss dich von Sansibar, Alter! Das ist meine Stadt. Fick dich! Oh, oh. Hast du Krieg mit denen? Ja, das ist die Wirtschaft noch. Echt? Ja! Wieso wird mir das nicht angezeigt? Alter, du kommst jetzt mit deinen fucking Einheits hier rein, oder was? Sag jetzt mal Eier und zieh durch. Irgendwie mehr Essen oder sowas. Alter! Muss ich denn nicht ein Aquidup bauen? Du bist doch noch nicht mal am Kämpfen gegen die. Natürlich! Du hast doch nicht mal der Stadt Schaden gemacht. Ja, sorry, weil ich halt nicht so schnell bin. Das ist ein Problem. Alter, ich... Das ist doch jetzt kacke, Peter. Fertig. Du hast mir doch dein Angebot gemacht. Ja, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass du darauf eingehst. Du wolltest das ja auch nicht. Eigentlich wolltest du dann wegdrücken. Das stimmt allerdings. Wenn du mir jetzt die alte Stadt wiedergegeben hast, hätte ich das gut gefunden. Warum soll ich dir die erst wegnehmen, um die dann wiederzugeben? Ich dachte, weil du gesehen hast, dass meine Macht einfach dich zerschmettert und du deswegen den Schwanz einziehst. Ich dachte, du nimmst den Buenos Aires und dann darf ich mir Sansiband geben. Hallo, ich hatte jetzt hier... Guck mal, wie viele Musketiere noch auf deine... Wie heißt das? Ich möchte aber Sansiband haben. Ja, du bist gefurchtbar mit 5000 Euro. Voll die Kreuzgespräche. Brüssel und Kartango ist ja wohl voll in deinem Video. Das ist mir scheißegal. Und die anderen sind ja wohl bei mir. Ja, und das ist mir trotzdem scheißegal. Du weißt, zwei aufteilen macht keinen Sinn, Jay. Alter. Ja? Also so denken zumindest Verbündete so zwei. Ach, schön. Ich seh das aber nicht, dass Verbündete sind, wenn du schon siehst, dass da meine Einheiten drüber rum sind, du deine da einfach reinziehst. Ich steh doch direkt daneben die ganze Zeit. Ich stand da schon seit Runden aufgestellt. Ich hab doch mal Katapult kommen lassen. Warum hast du denn da nichts gemacht? Ja, echt mal. Weil ich halt noch Katapult kommen lassen. Ah, warum sagst du denn da nichts? Katapult hat gefehlt. So irgendwie, hey, ich möchte das angreifen, ist das cool. Wie ist das cool, Alter? Wieso sollten... Du hast... Hallo? Du nimmst zwei Stadtstaaten, ich nimm zwei Stadtstaaten, oder? Nee, 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 ich will alle Stadtstaaten haben. Ach, du willst alle Stadtstaaten haben. Ja, will ich haben. Das ist aber nicht sehr Allianz, denkbar. Okay. Warum das denn? Also wenn du zwei nimmst, kann ich auch gut damit leben, wenn du zwei nimmst. Tja, blöd. Okay. Was auch. Ich kann dir auch helfen, Jay. Da, guck dir das mal an. Ich will keine Hilfe von dir. Da, da. Jetzt nutzt doch mal deinen Dicken... Du willst keine Hilfe von deinem Verbündeten, Jay. Warum denn nicht? Weil du nicht nett zu mir bist. Ich will dir helfen! Bram und Peter sollten jetzt den Krieg zwischen Jay und Seth bestärken. Okay, Jay, kann ich dich unterstützen? Ich hab 178 Gold, die ich dir geben kann. Danke dir ja für diese Frage, aber Anfrage... Pro Runde, krass, Peter. Ich hab mir gebt die 114. Nee, nicht pro Runde, leider. Du kannst mir die 130 Gold pro Runde geben. Ja, brauchst du die jetzt gerade? Keine Ahnung. Nein. Freu dich. Ich kann halt eh nichts machen. Meine Einheiten sind nicht toll. Wer ist denn hier noch am Zug? Der Jay, oder? Sepp, mach den platt. Ich muss gerade noch Einheiten ziehen. Okay, Sepp muss noch Einheiten ziehen. Ey, Bram, jetzt ist unser fettes Battle irgendwie voll premature abgebrochen worden, ey. Ich dachte, jetzt gibt's richtig die Hand auf die Fresse. Und dann macht er mir so einen Friedensantrag, ey. Und Peter schenkt ihm einfach... Ja, weil ich dachte, das wäre ein richtig geiler Deal, aber war ein scheiß Deal. Was denn, Jay? Nix, nix. Ja, hoffentlich battle jetzt irgendwann jemand anders. Oh, oh. Sepp, Jay. Oh, oh. Christian. Forschung ab dem Schluss. Auch gut. Guck mal, jetzt hab ich sogar extra den Nationalismus erforscht, damit ich hier schön auf Militär gehen kann. Tatsächlich auch, äh, selbst meine, meine verkackte Region geändert von Handelsrepublik. Wir haben auch alles über Bord geworfen für dieses fette Battle, aber wir müssen jetzt sowieso vor lange wieder warten, bis wir kriegen können. Alter, ich hab noch fünf Runden, Entschuldigung, drei, fünf Runden, bis ich in der ich fünf Punkte jetzt abrufen muss. Ja, Dito, schau ich auch nicht. Was machst du, Jay? Wir haben uns selber vollgefickt mit dem Krieg. Ich fick mich gerade auch komplett, Alter. Aber immerhin ist was passiert. Keine Kackstadt. Ja, geh mal zu Jay. Guck mal, chat, komm, äh, bitte, wurde doch mal neutral, ob Jay gerade vollgefickt wird. Das würde mich auch mal interessieren. Inwiefern du hartgefickt bist. Vor allen Dingen, wie fickst du dich selber, ist die Frage. Ich meine, normalerweise ist das ein Mann ja recht einfach. Gegen wen kämpfst du da gerade überhaupt? Sansibar. Ah. Oh. Dann willst du den Stadtstart übernehmen, ja? Sepp möchte ich den aber auch haben. Oh, das heißt, es gibt Krieg um Sansibar. Nee, das ist ein Rennen um Sansibar. Ja, findest du, das ist ein Rennen? Oh, meinst du, Sepp, du bist so weit vorne? Also, ich hab da vier Kanoniere stehen und Jay hat Katapulte. Rabe und Peter können Chris wegmachen. Nein, machen wir nicht. Mich kann jeder wegmachen, ich hab eine militärische Stadt. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben eine 35er Stadt, bis der mit dem Katapult da drauf geschossen hat. Die anderen da hinten ist schon ganz schön überheblich, muss ich sagen. Ich bin einfach nur realistisch. Also, mit einem Katapult, Jay, muss ich den leider sagen, wird das nicht. Also, ganz ehrlich. Oh, schmuh. Okay. 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 Das ist schon eine Herausforderung, könnte man sagen. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit diese Scheiß-Einheiten von Lissabon, weißt du? Das dauert... Wie viele Runden habe ich die denn? Dafür habe ich 700 Gold bezahlt, dass ich die haben kann. Oh, cool. Oh, schlagen wir die doch auch nochmal vor. Oh, die sind ja geil. Was denn? 98. Fünf Runden, ey. Scheiße, wie komme ich denn auf sieben? Was ist denn in fünf Runden? Dafür stehe ich noch nicht. Zeitalter Ende. Zeitalter? Achso. Ja, ich werde ein dunkles bekommen. Ja, ich wahrscheinlich auch. Das ist richtig scheiße. Jay wird neutral gefickt. Okay. Ich glaube, das Gute daran ist, wenn du der dunkle Zeitalter als allererstes kriegst, ist, danach ist es, naja, schwierig auf ein Goldes zu kommen, aber auch genauso schwierig wie dann ein Dunkles zu kriegen. Also ich hatte bisher danach nur Neutrale. Also nach meinen zwei Goldenen kriege ich hier richtig hart reingedrückt. Peter, wie viele Punkte hast du? Du warst ja auch... Drei. Ach, krass. Oh. Wie viel brauchst du für dein normales? 107. Okay, dann geht es ähnlich wie mir. Nicht gut. Was kann ich denn hier jetzt noch tun? Weißt du, überall meine Produktion umgestellt auf mittelalterliche Mauern und alles. Aber das ist ja trotzdem nicht schlecht, Peter. Ich brauche jetzt keinen Mensch mehr. Okay, ich gebe mal eine Pizza. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Oh, bist du fertig? Oder brauchst du noch lange? Ich brauche nicht lange. Man hat mich getrickst, der Bram, ey. Zwei Städte abgezogen, obwohl ich da die Bühne hatte. Weißt du, wir haben Peter noch in den Arsch geschoben. Ja, das kommt auch noch dazu. Was haben wir gesehen? Meier Geld ist gar nicht richtig zum Zuge gekommen. Aber das ist nur fair, wenn hier zwei komische Pussys sich gegenseitig voreinander stehen und den Arsch nicht hochkriegen. Hey, du hast schon sehr, sehr hinterher dich angegriffen, muss ich sagen. Warum, du bist einfach zu hot. Während ich auf Toilette war. Ich habe... Nee, nee. Angefangen. Ja, ich habe gar nichts angegriffen. Angefangen, den Grundstein zu legen für den Angriff, der dann kommt. Der Grundstein für den... Um deine Kriegsmüdigkeit gering zu halten. Der Grundstein wurde schon Runden vorher gelegt, als ich noch geguckt habe, dass ich mit dir keine Freundschaft war. Ja, trotzdem. Nee, nee. Den Schuh ziehe ich mir nicht. Er ist irgendwie ein bisschen unzufrieden mit seiner Situation. Nee, Jay ist wahrscheinlich einfach meine Stadt. Ich merke gerade, wie in Nordkorea in mir vorsteigt. So langsam und allmählich. Ja, dann kauf dir doch oder besorg dir doch einfach zwei Hauptstadt. Achso, das ist deine Hauptstadt. Ich dachte gerade, ey, wieso stellst du da so eine Stadt so nah an meine Stadt? Du besorgst mir beid Zanzibar und Buenos Aires. Bist du mich verarschen? Ich habe die bisher noch nicht gesehen. Das ist jetzt das erste Mal mit der Botschaft, wo ich die sehe. Okay. Keiner, bist du echt? Ist das dein Plan, lieber Jay? Weiß ich noch nicht. Unsere Allianz ist gerade abgelaufen, zufällig. Ja, dann mach das. Nee, das ist deine Intention gewesen. Wollen wir euch verarschen? Boah, da ist schon wieder eine Einheit besiegt worden, Alter. Schmeckt das los, Bram? Wo wirst du verarscht? Das geht ja so nicht. Boah, jetzt muss ich da nochmal reinlaufen, oder was? Eindhoven hat sich gerade befreit aus dem militärischen Kreuz. Wollen wir eigentlich ficken, ey? Ja, wollen die wirklich? Ey, warte mal, Eindhoven ist jetzt gerade unabhängig geworden. Jetzt zeigen wir das wenigstens auch nochmal. Danke, Bram, dass wir dieses Feature zeigen. Stimmt, das habe ich vergessen vorhin dem Holger zu erzählen. Fremde Stadt gewinnt Unabhängigkeit. Das Zulu-Land hat nicht mehr genug Loyalität, um Eindhoven in seinem Reich zu halten. Ja, und weißt du, warum ich meine Loyalität nicht ausbreiten kann? Weil, wie Loon ist, nicht mir gehört und deswegen kein Weg von meinem Reich, was da hinten führt. Ja, aber das ist doch halt nur richtig so. Was ist denn daran richtig? Komm, Einfluss, Leute. Einfluss auf Eindhoven. Ich hol's mir zurück. Lächerliche. Lächerliche. Das ist doch alles. David, dann habe ich mir hart erkämpft, ja? Dann hast du dir wirklich hart erkämpft. Ja, hart erkämpft. So viel Gegenwehr gab's jetzt nicht. Nee, aber hier mit 2000 Gold oder war der noch nicht? Ja, wow, ja, die kamen aber auch nicht richtig zum Zuge. Uh, beschwerst du dich jetzt noch? Nein, aber du tust so, als wäre das jetzt hier alles geändert. Das hat alles geändert. Alter, die Eindhovener, die sind jetzt eigene Leute. Die kämpfen gegen mich. Die hassen uns jetzt beide. Ja, hol ich was. Peter, hast du die nicht verschenkt? Nee, Quatsch. Nimmwegen hast du verschenkt, ne? Ja, Nimmwegen hast du verschenkt. Ja, okay. Aber die sind cool damit. Ja, Nimmwegen, ey. Die können mir mal Arschlecken, weißt du. Dann sage ich einfach nur, ja, ihr könntet ja auch zum Feind gehen. Und dann sagen direkt, ja, dann wird dann halt unser neuer Herrscher. Sich nicht mal ein bisschen dagegen aufgelehnt. Einfach mir den kalten Rücken gezeigt. Die haben gesehen, wie der den Eindhoven abgeht. Ja, das stimmt. Verstehe ich. Kalten Rücken, ey. Ja, das hat schon wehgetan, muss man sagen. Ja, aber ganz ehrlich, man weiß auch hier, dass die Leute aus den Heimwehren echt spaßtisch sind. Oh, ich bin nochmal an der Reihe. Sorry. Ist nicht nett. Nicht nett. Was ist denn da los jetzt bei dir hier? Ja, hier. Oh, denunziert. Oh, oh. Dann langsam kein Bock mehr. Oh, lieber Jonathan. Jonathan, was ist denn da los? Geil. Weißt du, jetzt haben die sich gegenseitig denunziert. Und bis die jetzt endlich von A nach B gelaufen sind, ist das Stümhaus. Sie sind direkt neben dem. Ja, guck mal, die Regie fängt schon an einzupacken. Du hast meinen Sansibar angegriffen. Ja, die Regie fängt schon an einzupacken. Dein Sansibar. Mein Sansibar. Da steht mein Name drauf. Also Sansibar ist ja wohl deutlich koreanischer als Uli, Uli, Makar, Sackikan. Also Jonathan, also kannst du nicht damit leben, dass du zwei Stadtstaaten in deinen Ich will alles. Okay. Auch Marzipan? Nein, ich hasse Marzipan. Cool. Wer ist Sifstream1? Ist das Bram? Nee, ich bin Bram. Nee. Achso. Wer ist 3? Meinst du, ich stehe hier so und guck mal, wenn ich noch dran wäre? Was bist du denn, Bram? Bist du 4? Ja, immer noch. Ach, bist du ein Lappen. Warum ich da jetzt ein Lappen? 355 Blüten. Alter, was soll ich denn machen? Guck mal, wenn du Christian erobert hättest du jetzt so viel mehr Punkte. Das stimmt. Aber das hätte aber keinen Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ich wünschte, ich hätte deine Forderung nicht angenommen. So, auf wen warten wir jetzt hier gerade? Keine Ahnung. Ich muss gerade noch meine diplomatischen Auswirkungen aus diesen Worten ziehen. Zieh die mal. Ja, drück. Der, da. Den musst du drücken. Ja, oder hier, da, da. Der ist perfekt. Keine. Junge, jetzt drück ihn. Komm schon. Kein Kriegsmalus. Drück da jetzt drauf. Bram. Du kannst ja jetzt hier nicht drücken. Kein Kriegsmalus. So sieht's aus. Ohne Kriegsmalus. Ey, das ist jetzt aber echt nicht cool für dich, oder? Das ist super für mich. Hat der mir gerade Krieg geklärt? Ja, weil er ein Allianz ist. Achso, er ist ein Allianzerisches Bündnis. Ah ja, okay. Da muss ich jetzt einfach mal meinem Freund zur Hilfe, ey. Der braucht die Kohle zurück. Zinsen, Peter. Zinsen. Warte mal, wo ist denn hier meine mächtige Flotte? Aus zwei Schiffen. Oh, jetzt kommt die mächtige Flotte. Was für eine hinterhändige Art, auch noch abzuwarten, bis ich gezogen bin, damit er am Ende alle meine angreifen kann. Das ist eine absolut hinterfotzige Art und Weise, wie man hier auf Nordkorea einschlägt. Nach dem du deine Äußerung äußerst. Da steh ich auf und gierig. Wenn ich den Turm was nenne, würde ich mich auch nicht feuern. Ich höre dich nicht mehr. Ich glaube, Jay wurde gerade auf der Zeit geringelt. Also, Jay, bin ich bei dir. Ich beeil mich. Das dauert ungefähr 30 Züge. Aber ich gebe Gas. Tja, 77. Das ist ein ungeheuerlicher Akt, der Niedertracht hat. Diese Skandalösität. Hart. Ja, ist eine Skandalösität. Kann man schon so sagen. Ist eine Skandalösität. Durchaus. Schon haarig. Durchaus. Kann man bei irgendjemandem sagen, wie weit ich nach rechts fahren muss? Wie kann das nur so schnell wegen Sandspan passieren? Nein. Wenn es einfach nur den Schwanz einziehen muss. Jonathan, du hast... Du musst über Peter drüber. Sehr, sehr gierig gesagt. Du willst alles haben. Ich will alle Stadtstaaten der Lage, eine Allianz zu gründen. Ich will alle Stadtstaaten haben. Und damit hast du auch meinen Stadtstaat, Buenos Aires, hast du danach verlangt. Und das konnte ich leider nicht mehr tolerieren. Das ist auch ein Stadtstaat mal gewesen. So einen gierigen Hampel wie dich hat die Welt nicht verdient. Hör mal, ich will euch da nicht so groß unterbrechen, aber irgendwer muss von euch noch weiter drücken. Ja, ich drück jetzt auf weiter. Ich warte schon die ganze Zeit. Ich muss noch eine Einheit von Jay töten. Das ist jetzt hier schon viel mit Intrigieren und Hintergehen und so. Das ist schon lustig. Das ist eine Schweinerei, was ihr beide macht. Ja. Eigentlich was er macht. Peter und ich kämpfen hier offen und ehrlich. Ich hab ihm... Na mehr oder weniger. Ich hab Geld in Allianzen geschickt. Ich hab Geld in Allianzen geschickt. Ich versteh das absolut. Ich komm auch. Ne. Ich komm jetzt rüber. Ich fahr jetzt einfach... Wenn ich weit genug nach rechts fahr, muss ich ja immer da sein. Ja. Hast du die schon gefunden, die Boys? Ne. Ne. Auch mit dem Risiko, dass Peter mir jetzt in Zweifel einturfen oder so zurückzockt. Kann ich ja gar nicht. Wir sind doch gar nicht... Ja. Aber wie lange... Ja. Ja. Vier Runden noch. Gut. Okay. Na gut. In vier Runden bin ich ja nicht mehr ansatzweise da weg. Ich geh ja selber rüber. Warum geht die jetzt alle rüber? Hallo, ich hab Krieg mit dir, Sepp. Okay. Ram. Achso. Auf einmal, ja? Nachdem du grad noch im Krieg meinen Feind finanziert hast, ja? Achso. Und jetzt möchtest du mit deinem Feind zusammen mich angreifen. Besser so als anders. Achso. Besser so als anders. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Ne, da merkt man. Das merkt man wirklich. Ich find das auch ne Frechheit. Ich bin da ganz ehrlich. Ich bin da voll bei dir. Alter, ich werd sowas von dunkles Scheiß-Zeitalter erleben sofort. Oh ja, ich mein... Dann haben wir noch drei Runden. Alle Zeit der Weltfehler. Drei, drei... So, können wir erstmal hier... Da. Neue Regierungsformen. Was nimmst du denn Schönes? Handelsrepublik. Was? Ich denk, du bist hart im Krieg? Ja, aber ich hab ja alle Einheiten schon. Ich brauch jetzt Kohle. Ich mach nur noch 97 pro Runde. Ja, das wird mir auch stinken. Also, das wär immer noch dreimal mehr als ich mach, aber... Wär schon kacke. Was heißt das denn hier eigentlich? Ach, Tourismus. Boah, guck mal. Ich hab Touristen. So. Das gibt es hier gar nicht. Wie viele Touristen habt ihr so? Äh, das kannst du sogar nachgucken. Echt jetzt? Oder? Kultur... Ich hab 51. Ja, aber du hast auch immerhin 21. Ich hab immerhin 7. Hä? Also, hier oben steht Tourismus pro Runde 7. Ah ne, ich hab 4 Touristen. Ja, Tourismus und Touristen sind was anderes. Das kann nicht sein. Du holst jetzt nicht Eindhoven wieder... Nein, weil nicht! Nein! Achso, ja doch, vielleicht schon. Du Sau! Das ist nicht von dir. Die haben sich von dir losgelöst. Ich einfach nur... Ich befreie die freie Stadt Eindhoven. Du weißt, wie ich das sehe? Mit meiner Macht. Für mich sind alle in Eindhoven, alles Rassisten, ja? Nur weil ich schwarz bin, wollen die es sich mir nicht fühlen. So sieht das nämlich aus. Na gut, das ist deine Perspektive, aber das ist nicht meine Perspektive. Das ist meine Perspektive. Das ist Rassismus. Ich bin sehr unglücklich mit dieser Art und Weise, wie das hier gelaufen ist. Ja, ich auch. Ich fand, wir hatten eine tolle Allianz, Jay. Aber... Ich hab Eindhoven gehabt. Ich hab Eindhoven. Eindhoven habe ich 2 Runden. Oder so. Und dann haben die gesagt, fick dich jetzt. Ja, das ist nämlich eine neue Fähigkeit, Holger. Hab ich vorhin vergessen zu erzählen. Städte haben mittlerweile so eine Loyalität und Einfluss. Und wenn du halt eine Stadt übernimmst und dich danach nicht vernünftig um die kümmerst, so wie Bram, dann kann die sich halt von dir los sagen. Nicht so vernünftig um die kümmerst. Und quasi wieder selbstständig werden. Oder sogar zum bisherigen Besitzer zurückgehen. Hey, hey, hey! Ganz vorsichtig, was hier gesagt wird, ja? Ich möchte einmal die Theorie aufstellen, dass Sebastian hier das verzögert, damit er mit Punkten noch gewinnt, weil er gegen die unfassbare Macht der nordkoreanischen Armee überhaupt gar keine Chance hat. Ich hab mir gerade noch eine Armee gehört. Wer ist eigentlich gerade im Bild? Keine Ahnung. Deine Mutter. Peter. Bei mir sind wir. Achso. Bestimmt, du hast vergessen, was zu trinken. Ja, dann mal Prost. Was bist du bei mir noch? Ja, komm. Dann geh mal mal holen, ne? Hm. Bei mir schaltet ja einer noch mal zu mir. Ja. Das muss ich ja mal in der Hand haben. Ach. Das hat man jetzt alles nicht gehört, Bram. Du hast noch geredet als das Headset. Ja, macht gar nichts. Bram hat gerade gesagt. Es tut ihm leid, dass er mich so hintergangen hat. Und während ich auf Toilette war, mich interessiert hat. Der wollte dir auch den Wegen gleich wieder schenken. Ja, das stimmt. Der wollte mir den Wegen gleich wieder schenken. Halten wir das fest. Ach, du schwörst? Auf deine zukünftigen Kinder und alles, was du besitzt? Okay, dankeschön. Auf wen warten wir denn jetzt hier? Ich hab gerade noch ein bisschen militär gemacht. Ich mach mal weiter. Ja, wie gesagt, er macht ja alles. Wen sind wir eigentlich auf mir, wenn ich nicht mal im Krieg bin? Bist du nicht im Krieg? Ach nee, doch. Du bist doch mit Jay verbündet. Ja, das stimmt. Ich bin offiziell im Krieg. Wer ist denn Silvstream 3? Gib doch mal Gas dahinten und verzieh doch nicht. Wie er so verzögert, weil er keine Chance hat. Ich sag jetzt schon mal Danke für Eindruck. Ich bin Jonathan, ich hab ganz doll Angst vor der Augen. Nimm wegen. Nimm wegen mein ich ja. Mama, ich hab vergessen, dass die ganzen Stadtstaaten jetzt fischig sind. Wo bin ich denn jetzt? Also die Kamera springt aber auch immer in Richtung. Ey, das geht ja gar nicht so klar. Also jetzt stellen wir uns doch erst mal da ein. Ja, dankeschön. Hab ich zu langsam geklickt. Oder zumindest, oder zumindest haben meine drei Züge, die nacheinander sind, hat er da inzwischen geschoben. Aus welcher Rücken auch immer. Wie, was? Was war denn jetzt? Du bist da reingelaufen jetzt. Ja, Eintufen ist meine Stadt. Hast du einfach reingelaufen? Natürlich. Ich werde hier verschissen. An allen Fronten möchte ich mal kurz sagen, ja. Wie weiß das denn? Hallo, du hast mir in die Stadt gezockt durch den komischen Handel da. Was für den Handel? Ja, die Stadt, die ich dir geschenkt habe, aus Versehen. Dann war ich aus Versehen. Meinst du, ich habe dir die absichtlich geschenkt? Ja, die habe ich dazu getan, das ist ein großes Schwenk. Achso. Ja, gut. War ich aber nicht. An Versehen. So, Moment. Ich muss mir mal kurz... Alter! Ich werde kein negatives Zeitalter bekommen. Ist ja mega geil, dadurch, dass ich die Stadt gerade eingenommen habe. Oh, ich auch nicht! Jawohl! Ich habe genau 105! Na, fuck ey. Was ist da los? Alles rigged hier. Alles rigged. Alles rigged. Was ist denn da los? Alter, Eintufen, meine Boys. Ähnlich seid ihr wieder bei Papa. Alter, ich habe so viele Einheiten jetzt zu ziehen. Das ist Obershit. Du hast seit 40 Runden ganz viele Einheiten. Die haben sich alle im Kreis gedreht und Puppeln in eine Nase. Alter, so sieht das aus. Oh, ja. Die haben sich ja noch keinen Meter bewegt, ey. Weißt du? Braucht mit seinen 6000 Kampfkraft, braucht der 14 Runden, um sich irgendwie, statt XY zu holen, und dann kämpft der um Sansibar. Musik mit einem Papierhütchen. Ach, Eintufen, das tut so gut mit dir. Das ist eine schöne Stadt, oder? Ja, das ist eine schöne Stadt, Alter. Habt ihr auch noch kurz ausgenommen, wenigstens. Ey, steht da eine Einheit von dir in meinem Bereich? Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bzw. ich weiß, was ich davon halten soll. Ich bin netter Boy. Oh, die halten ja doch was aus. Jetzt sind doch nicht schon wieder so aggressiv. Nein, ich bin überhaupt nicht aggressiv. Da stehen sogar zwei Einheiten in deinem Bereich, wenn ich genau wissen will. Ich hab nur gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wo ist denn da die Aggressivität eigentlich? Zwei Einheiten sind da sogar drin. Ja. Kann ich eigentlich hier einfach mal plündern? Was geht's los? Nein, da ist nur einer da drin. Das ist doch nur der Korb, oder? Ja, zwei Korbs sind da noch drin. Links neben dem Berg und rechts neben dem Berg. Oh ja, den links neben dem Berg hab ich gar nicht gesehen. Ja, guck mal, der hat sich tief in Eilanten. Ja, ohne Spaß, Junge. Der ist schon ein Killer. Lange Hand geplant hat er diese Armee. Alter, ich hab ein Panzerschiff. Lange Hand geplant. Das wäre sowieso passiert. Panzerschiff. Nice. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Jey da hat. Angst. Ich spüre. Jey kann ohne Hilfe einpacken. Ich rieche mit Angst. Aber wir helfen dir. Ja, ja. Klar, du hast doch schon den Krieg erklärt. Was? Hast du wirklich den Krieg erklärt? Wir haben uns doch nicht mal gesehen. Ach so. Dann hättest du schon den Krieg erklärt. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich komm mit allem rüber, weil ich hab... Ja, Dito, Junge. Ich hab ein Panzerschiff sogar extra. Unter der Voraussetzung sogar, dass ich einfach rüberrennen kann, weil ich jede Einheit wirklich in deine Richtung schickt hab. Ja, aber in meine Richtung. Ja, zu dir, zu Hilfe. Ich würd dir gerne helfen, aber ich kann nicht sehen. Ja, der ist der Stärkste. Okay. Und wenn der nicht mehr der Stärkste ist, dann muss ich da doch mal drüber nachdenken. Ja, dann zieh doch mal deine Scheißeinheiten zurück. Ich will Sansibar haben und Buenos Aires. Wer will ich überhaupt nicht? Wollt dich niemals angreifen. Du hättest... Du kannst aber auch einfach die anderen beiden Stadtstaaten nehmen. Die hätt ich mir auch noch geholt. Ach so, und ich bin ein gieriger kleiner Diktator. Du Pisser bist doch schon woanders hingesegelt. Ein gieriger kleiner Diktator! Man hat ihm seine Raschel geklaut! Ja siehste, Merkse! Du bist nach Kandi gesegelt! Oh, und jetzt nimmt man ihm alles weg, sein Spielzeug. Ja, ja, ja. Das ist schon bitter. Eine unfassbare Frechheit. Das ist bitter. So eine Niedertraf... Alter, wie viele fucking Einheiten habe ich denn? Ja, ich finde das auch. Das ist einfach falsch. Von Zulu-Fotzen-Stammler. Hast du nicht auf den Kriegsbutton geklickt? Du bist Zulu? Ich habe gar nichts getan. Doch, du hast doch da drauf geklickt. Ich habe mir das angeguckt, wie sie da Kriegs-Mali sind. Und er hat gesagt, guck mal hier, kein Kriegs-Mali. Drück, 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 wach! Und dann hat er zweimal auf meine Tastatur gelegt. Das warst doch du, oder? Dann habe ich einfach mal kurz drauf geguckt. Ja, mit meinem Finger. Touchscreen, ne? Und jetzt Jade zur Hilfe reicht, weil der böse war. Das finde ich schon nice. Eine unfassbare Niedertraf, muss ich jetzt sagen. Ja, ich würde auch mal auf Semp gehen jetzt. So, ich drück. Achso, du weißt jetzt. Nice! Auf wem warten wir hier eigentlich? Auf Semp. Ja, Semp braucht Ewigkeit. Ach, daher ist es mir entstanden. Ja, ich gewinne durch Punkte A, weil ich nur 30 Minuten pro Runde brauche. Ich habe halt zwei Stadtstaaten komplett die Armeen aufgekauft. Ja, so schlecht kann das doch nicht sein. Schick die da alle nach Westen und dann ist es gut. Ja, aber ich muss halt alle Einheiten schicken. Bravo, Peter schicken alle Einheiten weg. Christian, jetzt dein Junge. Ja, jetzt geht's los, Junge. Ja, mit meiner Einheitsstärke von... Warte... 31. Ja, Junge, haben oder nicht haben. Euch da jetzt voll rein. Mitte zum Krieg wechseln. Ja, haben wir gerade gemacht. Haben sie gerade gemacht und sind gerade zu Sepp gegangen. Genau. Mitte zu Jay. Ja. Was mache ich denn hier mit Bogenschutz? Side-Level-Maximum, Jay. Bin ich nicht. Ich bin nicht überfordert damit, wenn er fünf Einheiten steuern muss. Oh, oh, oh. Wie schön, Junge. Ich hab noch drei Einheiten, weil alle anderen tot sind. Ey, guck mal. Ich zähl erst mal mehr, ja? Du Knecht. Ein Pete-Stream... Ein Pete-Smeet-Stream ohne Alk ist wie Sex mit Gummi. Da kann ich verstehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil wir das letztes Mal überhaupt nicht trinken haben beim Stream. Ich trink nie. Vielleicht meinte es sich. Ja, vielleicht meinte es sich. Kann sein. Aber Sex mit Gummi ist jetzt mega kacke. Aua. Der steht schon auf Peters Grenze bereit, ey. Groningen. Ey, Peter. Was soll ich dir? Was ist denn los? Dann müssen wir kurz ein Abkommen machen. Ich brauche mal kurz auf eine Grenze, damit ich bei der rauslaufen kann. Sonst habe ich zwei krasse 56er-Korps, die ich nicht Jay zur Hilfe schicken kann. Na, geht ja nicht. Oh, die sind gestorben. Ist doch doof. Oh, da bin ich schon wieder fertig, wa? Ach, Quatsch. Passt mich doch nicht. Weiter. Was kann ich denn so mit Religion kaufen? Geh mal mal ein bisschen gucken. Gucke. Auch fertig. So. Boah. Wie viele Runden habe ich noch? Die noch? Eine. Das könnte knapp werden mit dem Silent. Gut. Dann fangen wir das beide an. Die warten noch eine Runde. Was willst du eigentlich? Die warten auch noch eine Runde. Die warten auch noch eine Runde. Ja, geht nicht anders. Die gehen nicht anders. Die blockieren sich halt alle gegenseitig. Als wenn wir jetzt dafür... Ja, dann helfen... Jay, du kannst dich bei Peter bedanken. Zwei Einheiten kommen weniger, aber Peter meine Einheiten nicht aus seinem Land rauslassen. Hey, hey, hey. Ich hätte dir offene Grenzen gegeben, wenn du mir die Stadt zurückgegeben hättest, die du mir so fies abgelaufen hast. Alter, du hast mal Einhofen auf ne fiese Art und Weise geklaut. Das ist ja wohl genug. Ich hab die Einhofen überhaupt nicht geklaut. Geklaut. Weiter geht's. Die war frei. Der ist nur nicht durchgegangen. 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 Nein, dein Klick ist nicht durchgegangen. Ich hab immer auf den richtigen Moment gewartet. Ja, genau. Auf den Buck. Buck. Oder was auch immer. Buck. Beschissene. Buck Schmack, Junge. Ne. Ja, genau. Gehen wir mal zu mir. Gucken wir uns an, wie ich meine Einheiten jetzt von links nach rechts bewege. Guck es dir an, ey. So, da sitzt du. Komm, Katapult auch noch hier. Wir werden auf allen Fronten gerade angegriffen. Alter Vater werde ich gefickt. So, ich würd sagen, ab zu Jay. Ey, ich habe eine Stadt, zwei Stadt, drei Stadt, vier Städte. Vier Städte werden gerade aktuell gleichzeitig von Sepp angegriffen. Ihr müsst euch beeilen, sonst ist das doch real. Ist irgendeine Stadt davon in der Nähe von Wasser? Nein. Ne. Ja, scheiße. Moment. Sepp. Som, der dir auf 1.000 schreibt. Kannst du mir bitte aufhören, die Runde kürzlich in die Länge zu ziehen? Ja. Also ich bin nicht der Letzte, der hier gerade dran ist. Ja, ich bin gerade noch dran tatsächlich. Ich bin auch noch dran. Also ich weiß gar nicht, wer hier so lange braucht. Ja, guck mal. Signipuf findet das irgendwie alles unfair. Bram, das was du machst, ist eigentlich mega hinterhältig. Ja. Ist doch richtig. Sepp und Jay haben Peter massiv geholfen und obwohl du den Krieg dazu angeschlappert hast, hilfst du jetzt Jay. Ja, ist er auch irgendwie. Ich verstehe den Punkt jetzt nicht. Und vor allem, du hast bei mir den Krieg mit Jay angekündigt. Ich hätte das ja gar nicht direkt gemacht, aber du hast hier wild auf meiner Tastatur rumgeklickert. Ja, aber Daniel ist auf meiner Seite. Sepp heult jetzt, dass Peter und Bram Jay helfen wollen, aber Peter gibt vorhin noch Geld und Bram und Bram gemeinsam killen zu wollen. Ach Jay, möchtest du jetzt Tatsachen anfechten? Du hast da nur drauf gewartet. Möchtest du jetzt Tatsachen anfechten? Du hast da nur drauf gewartet, mir ein Durchschnitt, dass ich dir den Grund nenne, mich anzugreifen mit deiner Armee. Das ist was anderes, Jonathan. Ja, ja, ja. Also wenn du Gedanken lesen kannst mittlerweile, ey, dann solltest du... Chris sollte die Gelegenheit nutzen, Eindhoven gehört so gut wie dir. Hey, Eindhoven ist schwer... Ah, bekifft. Ne, Eindhoven ist... Leute, das ist doch eine Level-3-Stadt. Ja, die hat irgendwie hart gelitten unter der ganzen... Häufiger Führungswechsel. Anarchie ist nicht so toll für... Oh, bitte warten, ey! Ich bin fertig! Ich bin fertig, Junge! Eindhoven hat es geschafft, dreimal den Herrscher zu wechseln, Bevor es aber voll live wurde. Loll, Sansibar ist mittlerweile voll stark, Jay. Ich glaube, da kann ich auch noch mehr die Teer ausheben. Yay, normales Zeil. Nice! Das hilft mir. Freut mich. Schicken wir da noch mal Kaloniere nach. Das ist eigentlich ganz schön geil. Darf ich jetzt mal endlich hier weitermachen? Zeitalter. Ja, mir egal, ich will... Was macht denn das Väter? Nun gehört das, gehört das selbst. Alles klar. So, eine Runde noch. Da kann ich schwimmen. Dunkles Zeitalter, geil. Erstmal mit Eindhovenhandel. Erstmal direkt eine Karavalle da hingestellt. Wenn du dich als Feind machen kannst, musst du halt damit zusammenarbeiten. Ein großer General, Mann, bin ich froh. So, was haben wir hier? Ja, 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 ja. Das kann doch gar nicht. So, weiter. Was soll denn da? Ab nach Osten. Über den großen See. Ey, Bram, wie lange kriegst du von mir noch seit Peter? Kann ich nicht mehr so lange sein, oder? Nö, eigentlich müsste er gleich vorbei sein. Hä, wartest du mit Peter? Ja. Ja, zweimal bitte mit Mario. Boah, ich hab schon genug Fett. Dann kann ich Peter endlich in die Bombarde stopfen und abfeuern, ey. Ach, seit Peter. Okay, alles klar. Alter, was geht denn hier ab, ey? Tausend Sachen, die ich hier zu tun habe. Oh ja. So, nächste Runde, mein Gott. Wo ist denn mein Pony? Da ist mein Pony. Kann ich das nicht upgraden? Wie, ihr seid an der Reihe. Bullshit. Ah. Boah, die können da getroffen werden. Das ist ja frech. Wie alle auf Jays Seite sind auf Bullshit, der mit angefangen hat, so eine dumme Diskussion zu beginnen. Ich hab die überhaupt nicht angefangen. Hey. Priebe bei Sif? Der hat sich abgefahren. Das sieht gut aus. Sepp, wo bleibt eigentlich hier deine Scheißstadt-Eroberung? Die schreiben auch gerade. Ich hoffe, Peter und Bram kommen noch zu Sepp und Jay, weil dann gibt es endlich mal einen Kampf zu tun. Die Städte, die ich verteidigt habe, die Sepp nicht hinterrücks angegriffen hat, da kriegt er gerade Probleme. Da kommt er ja nicht dran. Er greift halt irgendwelche kleinen Piss-Städte vor mir an. Ich bin Jonathan, ich hab das größte Mal aus. Ist die Level 10? Die Piss-Stadt, die er meint? Ja, die ist Level 10. Das ist aber keine Piss-Stadt. Ja, aber die ist Level 10 und der labert. Aber Jay labert halt immer. Also das ist ja nichts Neues. Das ist doch eine Piss-Stadt. Das ist eine Piss-Stadt. Boah, ich hab ja hier. Ach, Mann, ey. Das hat Jay wirklich das Upgrade noch gekriegt, ey. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ich fick dich noch richtig hart weg. Ja, meine Panzerrollen nämlich jetzt, ja. Nicht cool. Bin ein bisschen weiter in der Forschung, als du kleiner Knecht da hinten. Ich muss nur einmal meine Militär ausheben. Das hast du gut gemacht, Jay. Ja, ich werde dich noch richtig hart ficken. Kann sein. Sollen wir wieder umdrehen? Nein. Ja, ich bin ja auch dein militärischer Verbündeter, muss man dazu sein. Ich erwarte natürlich von dir gehorsam. Gehorsam kriegst du nicht, aber ich werde dich entsprechend unterstützen. Weil wir sind halt in einem, wir waren schon in einer militärischen Allianz übrigens, selbst als du uns eingelaufen hast. Ich weiß, ich weiß. Wollte ich nur mal gesagt haben, dass das halt alles fair ist und so. Wer ist in CivStream 4? Bram, bist du da nicht? Nein, wer? Bram, was soll denn die Scheiße jetzt dann wieder? Ich wollte doch nur, dass du Nemegen zurückkriegst. Du wolltest doch haben. Ja, okay, komm. Was hat denn jetzt denn... Hast du zum Gegenvorschlag gemacht? Ja, sicher. Was kommt denn da an? Oh, ich bin ein Musketen-Pikenier. Bin Jonathan, ich fühl mich jetzt geil und hab wieder eine große Klappe. Nee, hast du abgelehnt, oder was? Ja, also, seit Eisen war mir zu viel. Da steht immer ein bedeutender Sieg. Was? Komm, wir haben weiter jetzt hier. Das ist doch bedeutend ein Sieg. Gerade gibt es einen Bell, Junge. Ja, ich weiß. Ja, für Jay sieht es echt gerade gut aus. Muss man ja mal sagen. Gucken wir doch mal. Jay erzählt doch die ganze Zeit, wie sehr der Marsch ist. Ja, der hat ja schon mal... Der hat ja auch gleich meine erste Stadt. Du kannst ja halt... Ach, deine erste Stadt. Du kennst ja Jay. Ja, aber ich hab halt ziemlich viele. Immerhin. So ein bisschen meine Hilfe. Jay hat halt so zehn. So. Also, das wäre... Ich werde zumindest nicht vom Tisch gehen, bevor der Stream vorbei ist, solange ich Sepp für die Züge brauche. Und Peter. Ich bin nicht... Hallo? Fuck you! Das ist nur Sepp. Okay, dann halt Sepp. Alter, der kriegt mehr und mehr Punkte, ey. Peter, du musst dich ranhalten. Also, wenn das jetzt noch länger dauert, gehe ich mir gleich mal eine Flasche Limonadengetränk holen, zisch die dann einmal weg und werde hier dann einfach den Mega-Röpser ans Mikrofon lassen. Ja, mach das mal bitte. So ein richtig eckligen Blubber. Was greift der denn jetzt an? Ich kriege da einfach nichts. Ja, geh doch mal mit deinen Knüppelkriegern da raus, ey. Ja, die habe ich halt gekauft von den komischen... Ja, hat sich richtig gelohnt. Von den komischen Leuten da. Wieso nicht Sepp? Der macht doch wenigstens nur Sachen. Ja, nee, das... Das macht ja auch keinen Sinn, zu mir zu gehen. Sepp ist halt noch gerade aktiv. Genau, Sepp ist der Einzige, der gerade in der Runde noch gucken. Ich weiß auch nicht, wie... Sepp ist der Einzige, der gerade Sachen macht. Hoffe ich. Und nicht einfach, du wartest da. Ja, das wäre sehr ehrlich. Aber jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an, ne? Ja, nice. Aber wenn ihr gleich wieder so lange braucht, dann werde ich jetzt gleich hart auf den Klo gehen. Weil das Einzige, was ich tue, kann es auf den nächsten Runde klicken. Das war auch mal. Nice. Boah, ich höre jetzt die Trommeln. 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 Ich bin immer noch nicht durch. Trommeln. WTF. Jetzt. Alter. Nerischer Tuck, eh. Ah, guck mal, in der Zeit habe ich das Ballett erforst. Oh, guck mal, der hat mich schon wieder plötzlich gemacht. Oh, wir sollten schicken. Guck mal. Oh, warum nicht mehr so zu rennen. Das ist Wasser. Wir kommen. Alter, ich schick jetzt einfach mal wirklich so 600 Imps. Alter, wer ist denn jetzt hier wieder dran? Einfach mal weiter klicken, Kriegchen. Klar. Okay, die Feldkanone ist schon mal weg. So, wen muss ich denn gleich... Ah, ne, ich bewahre mir das noch auf, bis ich da bin, wenn ich den Krieg erkläre. Oh, er kriegt richtig Probleme hier mit meiner Schlangen-Scheitschleit. Müssen wir gleich erst entscheiden, wenn wir da angekommen sind. Ja, ich bin ja safe auf Jays Seite. Das geht gar nicht anders. Achso, du bist ja mit dem in der Allianz, ne? Ja, genau. Aber bis du da angekommen bist, ist sie abgelaufen. Das ist nicht ganz unmöglich, tatsächlich. Alter, was geht denn hier ab? Ich... Hier wechselt ständig irgendein Scheiß. Oh Gott, ich kann kaum hier was sehen. What? Wie sollst du denn wieder die volle Verteidigung? Mhm. Holy shit. Nicht so gut. So. Vielleicht solltest du eher in die Richtung. Mhm. Gucken, ob das so lange lebt. Ich finde immer noch hart, hätte meine Vereinbarung. abgelehnt hast, Bram. Welche? Von den vielen? Von der... Die letzte. Das stand bei mir halt noch. Die letzte, Alter. Du meinst die richtig... ...krass schlechte für mich? Ja, genau die. Ja, genau die. Verstehe. So, wir machen die mal einen nach anderen. Was hast du jetzt entdeckt, Peter Smith? Ja, ich habe nur gerade einen Handelsweg fertiggestellt, während ich auch darauf warte, dass alle fertig werden und, äh, dadurch habe ich, äh, einen Widmungsbonus ausgelöst. Das ist doch nett, oder? Ja, habe ich auch gedacht, das ist doch eine nette Geschichte. Hat da jemand mal ein Panzerboot angegriffen? Unverständlich. Drück mal nächste Runde, mal gucken, ob das wirklich so passiert. Nein, natürlich nicht. Ja, klar. Hä? Könnt ihr wieder nicht eingreifen? Was soll denn der Kack? Oh, Mann, ey. So, was sagt denn? Drei Runde. Ja, allmeite YouTube-Chat dazu. Der weiß bestimmt Bescheid. Also, wir können mal gerne alle auf den Like-Button drücken, wenn wir 3.000 Likes auf das Video. Boah, auch Tatschan, das Ding, ey. So, was geht hier? Hier geht das. Okay. Ja, der Stream kann man auch auf YouTube. So, mal gucken. Bin ich jetzt durch, oder? Wir warten auf Chris. Äh, Bram, du solltest doch da was erledigen. Nein, was ist das? Nein, Chris ist nicht da. Was ist los? Ja, nice. Kannst du wieder wechseln. Ich habe die 100%ige Permission, hier zu machen. Okay. Die vier Merkmale des Humanismus. Die vier Merkmale... Was habe ich gekriegt? Irgendwas Bullshitiges. Okay. Boah, der macht so hart Schaden. Hier bitte da rüber. Dann kannst du vielleicht da hin. Kommt das gleich. Oh, ja. Die Stadt ist echt Bullshit, ey. Weiß gar nicht. Ich versuche alles hier mit meiner Macht, äh, der Sepp entgegenzusetzen. Ne, das ist hart. Ja? Ja. Schon sick. So. Er hat viel. Ja, aber du kommst nach. Das ist ein Problem. Geh mal weiter. Hinaus aus dem offenen Meer. Ach komm, wir machen das einfach random. Den, den ich zuerst finde. Der ist mein Freund. Du kennst das noch gar nicht, ne? Also den anderen Kontinent. Ne. Ich habe davon noch... Ich habe keinen von beiden bisher gesehen. Wir spielen jetzt seit... Keine Ahnung. Sechs Stunden. Ja, stark schon auch. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, ey. So, dann machen wir da noch mal das. Das ist sowieso alles unsinnig und unnötig. Die gehen da hin. Die töten sich. Die reifen einfach weiter an, weil sie es können. Wie geht das schon? Ähm... Ach, so. Du könntest Hilfe gebrauchen. Mein lieber verzehrter Freund. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Sepp spielt mittlerweile für sich. Okay. Was soll ich denn machen? Tue ich auch. Ja, hättest mich mal nicht angreifen müssen. Hättest mir einfach nur die Stadtstaaten überlassen sollen. Echt mal. Du kannst einfach... Hätte ich mal deinen miesen Drohungen einfach nachgegeben, Jonathan. Ich würde ja dem allen nachgeben, wenn du sagen würdest, ich übergebe dir Buenos Aires und wir schließen Frieden. Du bist die einzige Stadt, die ich habe. Wie die einzige Straße. Du willst nicht mal Sansibar haben. Ja, sicher. Die will ich auch haben. Du willst einfach meine Stadt haben. Ach so. Das ist nicht deine Stadt. Da steht mein Name drauf. Nee. In Buenos Aires steht mein Name drauf. Vorher gehe ich lieber unter als um Diktator und hinterfotzigen Typen. Du kleiner scheiß Indianer. Du drückst weiter. Ja, ja, weißt du. Ja, ja, ich nehme gerne deine Waren. Bam. Und dann schieße ich dir in den Rücken. Also du kannst nochmal draufklicken und mein Angebot jetzt schon annehmen. Während Sepp da noch irgendwo... Jawohl, komm, dann klick ich auch nochmal drauf. Ja, mach das nicht so. Kann ich das machen? Oh, oh, ja. Ich kenne Jay leider nicht. Das ist halt der Blöde, wa? Würde ich Jay kennen? Würde ich Jay unterstützen? Wie lerne ich den Jay kennen? Ey, Peter? So, weil gerade nächste Runde ist oder sowas. Vielleicht. Dann müsstest du aber selber... Nee, du musst auf nächste Runde klicken, damit es weitergeht eigentlich. Ja, aber ich kann... Irgendwie kannst du mein Angebot nicht angenehm nehmen, oder? So. Ach, bis nächste Runde dann vielleicht. Peter? Ja. Kannst du mir ein Map-View dafür geben? Wie kann ich das machen? Weiß ich nicht. Das ist nur meine Fähigkeit. Wenn wir jetzt hier auf eine Grenze geben. Ach so, ja. Ich dachte, okay. Also habt ihr euch jetzt ernsthaft alle gegen dich verbündet? Nein, haben wir nicht. Krass. Du bist der Erste. Eben hatten wir da auch noch reingegangen. Sei froh, dass jemand sich alle gegen dich verbündet hat. Das stimmt doch gar nicht. Bei Bram war das doch auch schon so. Ja. Naja. Da haben wir aber nur ein bisschen Geld hingeschickt. Ja, das reicht ja. Ach so. Wenn ihr die Kohle voll gegeben hättet, wäre ich doch da durchgerannt. Wovon Peter sich die Einheit ist so. Das stimmt doch gar nicht gegen dich, Seth. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber er will ja gerade. Nein, ich muss Jay nur Ressourcen geben. Ja, siehste. Also will er sich mit einmischen. Im Bram habe ich gesagt, ich muss Jay Salz geben. So vorher kann das Spiel gehen. Ja, genau. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja. Das finde ich auch eine richtige Entscheidung. Ab zu mir. Denn hier geht es ab. Wir befinden uns jetzt hier gerade hier beispielsweise. Hier geht es ab, ey. Da habe ich die Erste, das ist ja in Provinzien. Und die macht sich jetzt auf den weiten Weg auf in die Richtung. Und hier können wir mal ein bisschen auf Tooth-Fühlung gehen. Mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen wie eines Eilers hier so. Musketiere geben nicht mehr. Richtig schön wie eines Eilers mitgeben da. Weil das sind halt meine Bros. Und hier sehe ich auf einmal ein Pferd in der Entfernung. Und wenn ich ein Pferd sehe, dann kommt direkt das Panzerschiff angefahren. Und macht das kaputt. Oh, Peter, was machst du denn? Du bist so ein Arsch. Ich habe mir deinem Panzerschiff, dein Pferd zerstört. Das war vielleicht ein bisschen Overkill, muss ich zugeben. Hast du gekillt? Ich habe mir in einem Panzerschiff ein Pferd getötet. Der miese Arsch, ey. Das hat Arschmarsch, sag ich immer. Arschmarsch. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, guck mal, was haben wir denn hier noch alles? Oh. Das ist natürlich gut zu wissen. Seysep, hättest du jetzt mal die Kohle, die du vorhin Peter gegeben hast? Ne, das würde nichts machen. Leider. Das wären über 1000. 600 waren das. Das wären über 1000? Ja. Da kommt noch noch Zinsen drauf. Wo gehen wir denn hin? Wir wollen natürlich die Stadt stärken. Ich kriege allerdings kein Geld mehr durch meine eigenen, leider. Das ist ein bisschen schade. Jay, konntest du jetzt eigentlich meine Vereinbarung annehmen? Das sieht nämlich nicht so aus. Ich check das sofort. Aber nähern sich, ja, das ist ja in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich bin ja mit Jay schon lange, lange, lange verbündeter und in einer Allianz. Ah, da ist es. Ja, das ist wirklich schon lange. Das ist schon seit vier Stunden oder so. Ja, mindestens vier Stunden, genau. Ja, die holländische, koreanische Achse wird auch nochmal die Indiana wegrasieren. Guck mal da, Nordlichter im Süden. Deswegen heilen wir das jetzt hier. Die erste, das Seyren Provincias, ist ja jetzt schon unterwegs. Freunde, ich sage es euch. Und ich bin fertig mit der Runde. Oh, ich kann Peter angreifen. Wohin springen wir jetzt und wie viele Jahre? Mal kommen. Vielleicht schaffe ich jetzt noch vor dem 16. Jahrhundert Siegelschiffe zu erfordern. Krass da aus. Wir sind bei 1580 nach Christus. Das ist doch schon der 16. Jahrhundert. Ja, aber nein, vor 16. Jahrhundert. Und die Infanterie, die rollt. Die, jetzthaft? Ja. Oh, krass. Die, die muss doch noch nachgezogen werden. Die ist doch nicht untergekommen. Ich hoffe, Sepp kann mit seinem Musketieren mich wegpiksen. Hm, hoffe ich auch. Ja, Musketieren sind schon... Alter, die neue Mucke ist mega gut. Ja, ist sie auch. Hat sich doch am Anfang gesagt, als wir gestartet haben. Und euer Soundtrack wäre zu viel verlangen. Ja, beim Menü, stimmt. Ja, genau. Der ist aber auch schon exzellent. Da brauchst du keinen neuen Sound. Weiter geht's. Ja, Menü-Sound ist tatsächlich schon ziemlich exzellent. Muss man dazu sagen. Ach so, ja cool. Endlich wieder Baban. Ach, schon lange kann man ja sehen werden. Wieso? Was ist das hier eigentlich? Ist irgendeine Taste bei mir festgestellt? Ich kann mit Pfeiltasten die Karte nicht mehr bewegen. Oh, jetzt geht das. Da zieht der Seven Provincias weiter. Auf zu Chris. Was? Der hat mal wieder Baban. Ich brauch mal hier so Einheiten. Kann ich die nicht kaufen? Ja, geil. Nee, kann ich nicht. Du hast so ein Armbruchsschützen. Kann ich nicht, gib es nicht, hat meine Mutter früher immer gesagt. Ja, hab so ein Armbruchsschützen gekauft. Hab zwar jetzt kein Geld mehr, aber mach nicht. Warte mal. Nee, Jay. Okay, ich geb dir jetzt nochmal den Vorschlag, ja? Nee, okay, lass mal. Guck mal hier, rennen, Mauern. Kommt noch mehr Tourismus. Nein, du hast es immer noch nicht. Von Mauern kommen auch mehr Touristen. Ich kann die nicht annehmen. Doch, hast du wohl. Ah, du hast doch die 50 Provincias. Ah, okay. Warte mal. Irgendwie nicht. Kannst du ja nichts machen. Nächste Runde. Also laut mir. Alter, Jay, du hast ja jeden Gouverneur einmal geholt. Du hast die ja gar nicht richtig geuptradet. Haben wir so eine Vereinbarung. Haut die auch nicht. Ja, aber der ist mega gut für deine Situation mit Harmen. Wie forderst. Ich kann die nicht annehmen. Alles klar. Aber das ist aber eine Menge Rot bei dir. Na, 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 klicken. Ich kann die auch nicht wegklicken. Ja, nee, das klicken wir auf mich drauf. Du darfst da Vereinbarung ansehen. Ich möchte dir jetzt noch Befehle. What the fuck? Ach, geil. Okay. Wo kommt die denn her? Das ist sehr lieb. Tja. Können wir nur mal drauf schießen. Ich habe auch ein Kontinent entdeckt. Nice, Bram. Boah, Lava, Bram, ey. So weit bist du. Ich würde hier gerne mal so einen Hafen holen. Das ging schneller, als ich dachte. Na, Schiffe. Eibogenschütze sind halt Bullshit da. Geht das nicht. Wo sind eigentlich meine Arbeite schon wieder hin? Ach, da. Die werden bestimmt hier von denen gleich geklaut. Ne, lass das mal bitte so ein. Ich glaube, das ist eh zu spät. So, wer ist noch dran? Die Niederlande sind noch dran. Und unsere Streithähne. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, danke schön. Danke. Danke, danke. Finde ich sehr gut. Der Holger ist jetzt weg. Vielleicht kriegt der auch nach Hause wirklich so ein RKO ab. Springt einer aus dem Busch, weißt du? Vielleicht. Kommt dann einfach. Vielleicht. Du musst eigentlich immer damit rechnen. Wobei, dann wäre der nicht mehr out of nowhere. Das ist eigentlich auch scheiße. Oh, wer ist denn hier noch dran, ey? Bitte stirbt einfach alle hier. Stadt Fernkampf, Jay. Stadt Fernkampf. Na, meia. Wie machst du ja? Du hast gerade die Runde weggeklickt. Ich habe doch gerade die Stadt Fernkampf gründet. Die sind doch alle fertig. Die sind doch alle gemacht. Du kannst ja nicht weiter drücken, ohne dass du alle gemacht hast quasi. Kannst du ja nicht zweimal machen. Wieso bin ich wieder... Die besten Romanzen erblühen... Eine derart verwundbare Einheit ungeschützt zu lassen, war keine weise Entscheidung. Eure Einheit wurde vom Barbatenland gefangen genommen. Das kenne ich ja noch gar nicht. Nicht? Ich gebe das nicht, Jay. Ich lasse aus. Was ist los? Läuft das nicht? Ich lasse aus. Ja, Sepp kriegt langsam Stress von meinen anderen Leuten. Er ist halt einfach technologisch jetzt weiter. Richtig. Wann hat der dich denn überholt? Du hast doch nie gekämpft. Nein, er war immer vor ihm. Er war immer vor ihm. Aber ich habe nie auf Krieg gegangen. Und jetzt geht Forst mich, Sepp, dazu. Halt die wahre Macht Koreas zu zeigen. Ja, mit seinen ganzen Raketenwerfermännchen, das ist halt schon hart ätzend, ey. Das Raketenwerfermännchen muss man ja schwer sagen. Habe ich auch bald. Welche sind das? Jay? Was sind denn Raketenwerfermännchen? Die hier? Die Raketenwerfermännchen? Ich habe einen in der Stadt. Raketenabwehr. Panzerabwehr. Macht 70 Schaden. So, damit mache ich seine ganzen karmischen Kackviecher halt ziemlich kaputt. Lava. Und auch immer, das ist es bedeutet, unsere Allianzstufe ist gestiegen. War das gestiegen? Unsere Allianzstufe. Ja, ich weiß. Aber was heißt das? Ist nicht geil. Ja, aber also, was macht das? Vielleicht jetzt eine geile Allianz. Ihr seid mehr so auf dem linken Teil am Kämpfen. Überall. Sepp macht 5 Fronten Krieg. Dauerhafte Botschaft kann ich zum Beispiel. Gegen mich. Das ist gefährliche Aktion. Ja, ist es auch. Ja, ich habe halt die Stadtstaaten gekauft. Verliert halt auch fast überall. Ich habe die Stadtstaaten gekauft und die hatten leider nur Schwertkämpfer. Und genau in dem Moment hat Jay seine Städte upgradet und war böse. Wir waren ja nochmal Zivstream 2. Das nicht ich auf jeden Fall. Doch, ich bin das. Wieso? Oh, echt jetzt? Ja. Nee, dann nicht. Ich konnte bei Bram gemeinsamer Krieg auswählen. Aber wie ist es seit dem Krieg? Ich kann gemeinsamer Krieg mit Zivstream 2 machen. Ach, vielleicht, weil ich den dann von dir fordere. Genau. Ja, nee. Das machen wir. Aber jetzt soll das ja auch so. Ich dachte, ich kann da jetzt mit einsteigen. Ja, Zivstream 4. Ach, guck mal. Der Bram möchte jetzt eine Hauptstadt in meiner Stadt errichten. Ja, er möchte eine Hauptstadt bei dir errichten. Nein, den Brot schafft man nicht. Dann hat der Umspruch nicht mal vorgehabt. Ja, das stimmt. Wollte mehr so meine Hauptstadt übernehmen. Mittlerweile ist er davon wieder ab. Cool. Alles klar. Bram ist durch. Nice. Also, im Krieg befinden sich übrigens Jay und Sebastian. Immer noch seit 10 Runden. Das sind die, die sich gerade die ganze Zeit bekämpfen. Das ist so geil. Also, ich meine, du kannst gerne gucken hier. Geiler Baum, Alter. Was dauert hier jetzt da eigentlich wieder so lange? Warum ist der Kree eigentlich schon so? Der Greer greift mich schon wieder an mit seiner Scheiß an. Ich habe meine ganze Zeit mal über 5 Millionen Scheiß. Boah, was kommt denn da von der Armada? Alter. Das habe ich cool. LOL. Alter, du hast gleich Buenos Aires. Also, du würdest mir, also, wenn du Buenos Aires hättest, das wäre auch okay. Für mich, wenn du das eroberst. Dann kann ich ja abtreten, theoretisch. Du brauchst das gar nicht abtreten. Ich bin da schon glücklich genug drüber, dass er das da nicht hat. Meine Verbündeten können das gerne haben. Meine netten Verbündeten. Können wir nicht einfach allen den Krieg erklären? Jeder hier im Weltkrieg? Nee, und dann bei denen auf dem Kontinent hauen wir uns einfach auf die Fresse. Einfach jeder gegen jeden. Aber auch nur bei denen auf dem Kontinent. Cool. Wir haben schon wieder endlich mal eine Einheit zerstört. Politik. Irgendwie kriege ich nie eine neue Regierungsform. Das ist irgendwie Arsch. Ich muss doch jetzt dieses Kackding da wegkriegen. Das ist so ein Schlammwut, ne? Ich habe jemanden entdeckt. Wen hast du denn entdeckt? Ja. Wer ist Poundmaker nochmal? Der. Ja, zack. Wow. Die sind so stark, ey. Zack. Krass. Die sind krass. Boah, muss ich ja einfach mal zugeben, dass die echt stark sind. Ey, Pillar. Holy shit, ey. Wir können nicht auf beide auf Zap gehen. Aber ich kann nicht auf Zap gehen. Wir müssen eigentlich beiden, den Krieg, beiden, beiden, den Krieg erklären. Dann einfach immer reinvögeln, damit deren Stärke ungefähr gleich bleibt. Das ist dann unfair. Ja, aber Jay ist mein Verbündeter. Ja, wie lang noch? Zwei Runden? Nein, Jay war... Wir waren von Anfang an verbündet in allen Belangen. Wir haben eine Militärallianz. Kann ja jetzt nicht in den Rücken fallen. Warum nicht? Du hast auch Geld von ihm genommen. Ja, da waren die ja auch noch nicht im Krieg voneinander. Ah, schwach. Das ist schwach, doch nicht beiden Verbündeten zur Seite stehen. Das ist schwach. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, die einzige Fähre wählt es. Wir machen Krieg mit beiden und versuchen die ganze Zeit die Einheiten zu nählen. Man kann mit Jay gar keinen Krieg machen. Wir sind in einer Allianz. Ja, wie lang noch? Wie gesagt, drei Runden? Keine Ahnung, Alter. Hätte nur 20. Das tat weh, ey. Er hat gleich meine Stadt, blöderweise. Das tat, aber hart weh, ey. Ich habe echt viel aufgerieben. Ich renne jetzt einfach rein, hole mir die Stadt. Sehr, sehr viel auf. Ja, ohne Scheiß. Das könntest du wahrscheinlich auch. Danke schon. Mach gerne auf Peter. Hab mir die Technik jetzt abgeguckt. Boah, ich brauche so lange für die Produktion neuer Schiffe. Boah, ich bin mittlerweile durch. Alter, ich bin nicht der Letzte. Ich bin gerne im Wasser. Aber mittlerweile weniger Einheiten. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut. Boah, du hast ja 900. Alter, bau doch mal welche. Ja, kann ich zwei Einheiten kaufen. Quatsch. So. Kannst du schon vier oder so verkaufen? Aber nicht von den Einheiten, die was ausmachen. Die kostet 500. Okay, dann kauf wenigstens zwei. Ja, kann ich nicht so Runde wieder erst, weil ich jetzt die Plätze erst freigeräumt habe. Wieso kannst du halt nur da? Ja, damit die da spawnen, damit die nicht nur von hier hinten bis da fahren müssen. Das bringt ja dann auch nichts. Ja, jetzt produziere mal richtig krasse Arbeit. Was ist denn deine Ausrede, dass du hier mal so locker, leger zuguckst und mir auch in den Rücken fällst? Wie in den Rücken fällst? Ich schiebe gerade alles rüber. Ich habe dir sogar eine Freundschaftsanfrage geschickt, du Babbo. Schon vor Runden. Oh, ja, da könntest du... Ne, aber die ziehe ich jetzt zurück. Du könntest so zeren werden, wa? Verdammt, das war ich krass. Ja, danke, Bram. Ja, gut, dass ich bin noch nicht fertig. Was? Ja, Peter, kannst du mal bitte aufhören? Okay, ich bin denen mal... Alter, ey, hier geht ab. Jetzt zeigt er eine Reliquie, das wird doch komplett verarschen. Wie viel Einheiten chillplatt gemacht hat, wenn er dafür Siegpunkte kriegt, ey. Halleluja, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bist du eigentlich die Punkteverteilung aktuell? Ja, ich glaube... Wer ist Sivstream 3 nochmal? Ja, immer noch. Immer noch nicht. Ich kann mittlerweile alles sehen. Wahrscheinlich war Verbündete oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott, ey. Das war... Oh Gott. Holst du dir die jetzt? Hm? Holst du dir die jetzt? Ich hoffe. Aber dafür habe ich hart geblutet. Also da floss richtig Blut. Krass, ey. Was ist denn jetzt los? Ja, guck mal. Wat? Was war das denn jetzt hier? Ach, Christian. Was habe ich denn jetzt gerade für eine Nachricht gekriegt? Ja, Sepp, da hast du da aber irgendwie nicht auf den Siedler nicht richtig aufgepasst. Ach so, das war nicht schlimm. Du hast die Insel eh genommen, die ich wollte. Das ist nicht so schlimm. Okay, cool. Alles cool, Peter. Kannst du haben. Neh mich auch. Rubin. 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 So. Mittlerweile ist Jay unten auch angekommen. Ich kriege ich einfach die Krise. Ich verstehe jetzt schon. Böde. Böde Böse. Ich weiß gerade, dass das alles beschiss ist. Verstehe ich. Scheiß. Hast du es immer noch nicht? Nee. Du hast jetzt echt viele Einheiten weggemacht, weil du da deine ganzen Viecher jetzt mittlerweile hast. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. So. Ich schieße dir alles einfach weg. Ja, das ist echt gut. Kleiner Ficker. Kleiner, mieser Ficker. Die erweiterten Städte sind halt echt gut. Wir haben eine Frage, ihr kämpft jetzt seit ungefähr sieben Runden. Hat irgendeiner schon irgendwas Signifikantes bei euch geschafft? Ja. Zwei Schritte runtergefallen. Ich halte seit Ewigkeiten diese eine Stadt. Ich hatte... Also nein. Pass auf. Ich hatte eine... Als er mir den Krieg erklärte, hatte ich eine Militärstärke von 100 und er hatte eine von 500. Und ich lebe immer noch und er hat noch keine Stadt erobert. Und ich schlage ihn zurück. Ja, aber Peter hilft dir ja. Also ich kann ja helfen, er hilft mir mit Gold. Und das Problem... Ja, aber guck mal, du bist halt technologisch weiter und hast einfach einen Reketenwerfer und Rüst. Ja, aber dafür hat er mir ja verheiratet mit Gold geholfen. Das ist ja okay. Na, danke, Peter. Danke. Danke, du hast ihn angegriffen, als wir in der Allianz waren. Ja, und du schenkst ihm was und ich nicht. Das ist doch okay. Ja, aber du halt ein blöder Pisser bist. Nein, 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 so persönlich werde ich jetzt nicht, ja? Ich wollte die Stadt starten. Ich unterstütze dich. Und wollte alles haben. Nee, Jazz hat nur gerade so stark stehen lassen, als wäre das seine Leistung gewesen. Ja, naja, ist es aber... Ja, gut, er kriegt 50 pro Runde. Haben wir nicht, haben wir. Das ist schon... Wie viel hat der pro Runde? Nur noch 29. Ja, das ist dann, wenn er 50 pro Runde von dir... Nur noch 29? Wenn er 50 pro Runde von dir kriegt, kriegt er an jedem Tag den dreifachen Satz. Das ist schon viel. Das ist absolut korrekt. Das will ich auch gar nicht schmälern. Ja, das hast du aber versucht. Holland ist ein wunderbarer Verbündeter. Ja, ich hab dir nochmal was vorgeschlagen. Oh, guck mal. Alles klar. Weil Jay hat sich halt um Allianzen bemüht. Das gehört halt zum Spiel dazu. Oh ja, Jay hat sich nur um eine Allianz bemüht. Ja gut, aber er hat mir... Eine, die... Peter, würdest du mir die Stadt starten überlassen? Naja, das ist eine Allianz, also natürlich, ja. Gut. Würdest du mir die Stadt starten überlassen? Nein, das ist nicht meine. Ich will die teilen. Du meinst die, die ich... Teilen, Alter. Ich bin Nordkorea. Dieser Motherfucker. Es wird nicht geteilt. Der Kontinent ist bald mein, wenn das so weitergeht. Alter, guck mal, kannst du die jetzt zusammenfassen? Jungs, wir gehen auch gleich da, ne? Ja, nice. Freuen wir schon drauf. So. Ey, komm, ich bin immer die zweitstärkste Armee auf dem Planeten. Ja. Und alles, was ich besitze kommen gerade. Wer ist die stärkste Armee? Peter. Peter ist zehnmal so stark wie ich. Peter hat mega viele Schiffe, ne? Wobei, bei ihm... Der hat 960, ich hab 95. Das sind immer noch die von Lissabon, ne? Die halten nicht mehr so lange. Sind bei dir auch die ganzen... Die ganzen Muskeltiere mitgekommen? Ja, die zählen da noch mit zu, nehm ich mal an. Ja, aber die verschwinden ja nicht. Wie, die verschwinden nicht? Nee. Peter ist gerade ganz andere Möglichkeiten. Äh, Jay? Was denn? Du hast Shakespeare halten, Peter. Nice. Gerade ist da sowas ausgelaufen. Habt ihr jetzt nicht mehr in der Allianz? Oh ja. Das ist so ein selbstverständlicher Neuer. Guck, ich hab nämlich gerade die ganzen Muskeltiere verloren, weil die wieder zurückgegangen sind zu Lissabon. Das ist nur auf Zeit, du mietest die nur. Ja, ja. Natürlich vermuten, was passiert. Okay. Gut, du hast trotzdem noch die Stärkste an mir. Äh, wieso kann ich jetzt gerade mit dir die Allianz nicht erneuern? Du musst mal meine Freundschaft und so einen Scheiß annehmen. Ja, ja. Machen wir sofort. Ich raste aus. Ich raste aus. Oh, Pete. Ich krieg echt die Stadt nicht. Das ist der Dreh. Das gibt's nicht. Der Spieß hier mal umgedreht. Ja, leider. Leider richtig hart. Das ist nicht gut. Das ist nicht... Das ist nicht gut, oder? Das sehe ich ganz genau. Wieso geht die Kamera denn jetzt wieder nach links? Lass das mal. So, Jungs. Ab ins Inland. Ich sehe nichts. Geil, ich bin allen Zivilisationen begegnet. Lass meine Botschaft einrichten. Oh, fuck. So. So. Hui, 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 hui. Äh. Ich hab echt easy verteidigt. Alle Macht unserem Führer. Lang lebe Kim Jong-J. Hey, so sieht's aus. Die Indianer waren halt immer schon in der Opferrolle. Du hast dich in die Opferrolle gemacht. Du hättest einfach nur mir die Stadtstaaten überlassen sollen. Weißt du, du laberst halt durchgehend einfach nur Bullshit. Ich hör das einfach nicht mehr, weil ich... Das ist Bullshit? Er redet über mich und sagt, ich würde Bullshit reden. Hast du das gehört? Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Weiß ich nicht. Wenn Sepp einfach nur die Stadtstaaten dir überlassen hätte, wäre dann alles cool gewesen? Ja. Weiß ich ja nicht. Ja, nee. Ist ja alles cool gewesen. Aber das ist halt keine Allianz. Ach so. Ich find schon, dass... Nordkorea findet schon, dass das eine Allianz ist. Ja. Weil du in deinem eigenen kleinen Mikro-J-Kosmos lebst. Das heißt, du hättest von eurem Kontinent, auf dem ihr beide seid, hättest du einfach alle Stadtstaaten eingenommen und Sepp keinen überlassen. Und ich hatte schon einen davon. Ja gut, da kann ich an Sepp schnell auch sehen, dass er dagegen hält, sag ich jetzt mal. Aber ist dann blöd, dass er da verliert. Du kannst das... Also, Peter, ich hoffe, du willst das sagen. Also, Peter. Also, das ist ja schon jetzt ein bisschen beleidigend. Nein, ich kann verstehen, dass er dagegen hält. Jake, ich bin ja auch nicht. Der Krieg, Peter, ist eh zu spät. Ja, wir haben immer noch nicht unsere Allianz übrigens erhöht. Also, gerade bin ich... Also, gerade ist entspannt. Bin dabei. Du hast jetzt die Machtposition, Peter. Da kannst du ein paar Dukaten daraus quetschen. Dukaten. Damit du das wieder annimmst, die Allianz, muss halt vorher... Muss da was passieren. Muss das Geld in die richtigen Taschen fließen. Das ist bei mir, ist die Lage so aussichtslos. Die CPU schlägt mir nicht mal mehr vor, was ich hier machen soll. Willst du was haben? Ach, Quatsch. Ich kann da was geben. Ich brauche nix. Bestimmt von über. So, gucken wir nochmal, wie sieht mit den Kampfstärken aus. Alter, Wilhelmina, was ist denn passiert? Wieso ist denn der Kampfstärke gerade so gesunken? Hm? Meine? Ja. Aber nein, tausend. Musketiere? Ja, aber das ist doch letzte Runde passiert. Nee, das ist jetzt... Ach, du Scheiße, Bram, ist mit deinem Fass. Das ist genau da, was passiert ist. Oh, fuck, Alter. Weil du bist halt... Du hast ja halt halbiert. Ja, ja, die Musketiere waren viel wert. Aha, was gibt es denn für die Freundschaft, Jay? Hä? Kann ich... Das ist jetzt die Frage, ne? Also generell bin ich ja Freundschaft gegenüber erst mal... Also erst mal kuhle ich mich hier um, ne? Erst mal hier überall reichen. Ja, ich gucke mir das sofort an. Ich muss auch kurz hier bauen und so. Ich habe reiche Ländereien. Die wurden... Die mir... Ja, ein paar. Boah, Alter, Junge. Ist das nett oder ist das nett? Boah, davon könnte ich mich eigentlich als diplomatischer Beobachter zwischen die Fronten stellen. Handelst du gerade mit dem Feind? Was heißt mit der... Mit dem Ursprung des Bösen? Alter, hast du Peter Kohle gegeben, damit er mich fickt und den Satz gebracht? Ich kämpfe gegen einen echten Gegner, obwohl du gegen den Stadtstaat gekämpft hast. Ja, der mir sein Problem gegeben hat. Dadurch habe ich Krieg mit ihm angefangen. Ich verkünde nicht nur die Freundschaft mit dir, ja? Auf der großartigen, solo-koreanischen Beziehung, die wir haben. So, wenn du die annimmst. Sondern, ich lege auch noch erstmal eine Botschaft mit 25 Gold hoch drauf. Wenn du jetzt zuschlägst, bist du auch noch die Makrele, Junge. Du musst jetzt anrufen, Jay. Ich werde diese Botschaft mit den eingeborenen großen Volken des Chakazulu, würde ich das natürlich annehmen. Mit diesem gierigen Weltherrscher zusammenarbeiten können. Dieser Weltherrscher will vier Stadtstaaten. Er wird euch alle in den Tod reißen. Die Gear kennt keine Grenzen bei diesem Monster. Die Gear kennt keine Grenzen. Das ist ein Nimmersatt. Alter. Ich werde einfach auf Ewigkeiten da oben Krieg führen, oder? Nee, jetzt hast du da deine Viecher. Die sind schon extrem stark. Gegen Sackschuh. Alter, guck mal, du hast so eine Riesenwirtschaft. Und ihr kommt trotzdem zusammen auf weniger Militär als ich. Ja, weil er ja einfach die Technologie mehr hat. Ich bin einfach... Was? Er hat einfach mal Hardcore-Technologie mehr. Also, wenn ich mir überlege, wo ich hier bin und wo Jay ist. Aber guck mal, du musst auch nicht so weiter hinten. Du musst ja nur den Spruck machen. Genau. Den mache ich gerade. Und er hat den vor zehn Runden gehabt. Ja, ganz schön schlecht fand ich dir, Sebastian. Hättest du mal vorgekämpft, oder? Na ja. Kann ich auch nix für. Mir wird das nicht passiert. Das war auch gar nicht meine Intention. Ich wurde von ihm ja dazu getrieben, weil er meine Stadtstaaten haben wollte. Und mich denunziert hat als allererstes. Ich bin Jonathan. Ich sehe Lügen in deinem Gesicht. Guck dir nochmal den Stream an und dann mach mal die Augen auf vor der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, Korea ist einem eine Macht. Das ist die Wirklichkeit, Sebastian. Sudoland hat erkannt, dass du ein vorstrebiges Volk bist. Möchte dich dabei unterstützen. Was ist das denn jetzt hier? Erstmal weiter zum Land rein. Oh Gott, zur Seite. Es geht weiter. Welcher Stadt bin ich denn gerade hier? Wo sind wir da? Oh, und? Ach, der Ranger kann... Alter, hast du wieder neue Truppen ausgehoben? Oder warum gehen die mir jetzt zu tierisch auf den Sack? Natürlich. Alter. So, bestelle ich dir die Möglichkeit, jemandem Einheiten zu schenken? Und wie stark sind eigentlich seine Einheiten? Nee, ich glaube, das geht nicht. Meine Einheiten sind nicht mehr da, Bram. Nee, ich meine, wie stark ist eigentlich so ein normaler... Ist der da? Ja. Wie viel Schaden macht der? Boah, der macht bestimmt 80 oder so. Kann ich das sehen? Ja, wenn du ihn angreifst, also wenn du ihn anvisierst. Okay, ich habe keine Einheiten mehr. Wie macht er? 68. 68 macht er. Oh, macht er immerhin 10 mehr als meine. Das ist schon gleich für 4. Nee. Kannst du mir sagen... Hast du vielleicht eine Taste eingedrückt? Nee. Einmal minimieren. Ich möchte sagen, in 4 Runden haben wir Halbzeit des Spiels. Yes. Krass. Ja, aber noch nicht zeitlich Halbzeit, weil die Runden ja jetzt viel länger dauern. Das stimmt. Nur rundtechnische Halbzeit. Ich bin sehr glücklich, dass du Kilwa Kisivani gebaut hast. Sehr schön. Bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Freut mich. Ja, mehr Kampf. Ich bin auch ein Gönner, scheinbar. Scheinbar, muss ich sagen. Scheinbar, ich habe das nicht gewusst. Welche Feldkanone ist das denn jetzt? Ich raste aus, ey. Da die, okay. Oh, der hält sich hier stärker. Ich habe schon bitter. Schon bitter. Ich habe schon bitter. Ich warte mal ab, bis da die Infanterie ankommt nach Gonju. Kann gut sein. Ja. Ja. Ja, ich schicke halt da auch Truppen hin. Der kann ja nicht mal am Arsch lecken. Wenn er eine Stadt erobert, okay. Kann er halt haben. Ich habe, die wichtige ist, wie ist Chungcheong. Das ist eine wichtige Stadt. Die ist nämlich direkt bei Sein, liebe Dach. Also die kann er erobern. So. Jetzt will ich dich überspringen lassen. Oh, mal gucken, was hier noch so geht. Also, Chungcheong ist schon eine harte Nuss gewesen, die ich nicht knacken konnte. So sieht es aus. Aber Gunggong, Gunggong, Gunggongju Krisse. Ein weiser Indianer hat mal gesagt, stirb, wenn es am besten ist. Gunggju sieht gut aus für dich. Jetzt angreifen. Dankeschön. Hast du deine Einheit wieder zugugelt? Nee, Gunggju heilt sich immer um genau das, was ich an Schaden mache. Das ist verrückt. Oh, Mensch, ey. Das ist schon haarig alles. Weg mit den Rangern. So. Der Ranger, der Ranger. Ach, da ist auch noch wieder. Der Peter. Der Peter ist wieder da. Du bist durch mal gekommen, um dir auf den Sack zu gehen. Boah, ey. Das wird auch noch Ewigkeit gedauern, ey. Ich hab noch... Was hast du noch? Ein Dorf davon. Ja, da wollte ich hier eigentlich was hinbauen. Da kam der böse Peter. Hat mir weggeklopft. Oh Gott. Was geht ab? Ich war nicht der Letzte, ey. Das ist gut. Aber Jay überrollt mich jetzt gleich. Eis kalt. Wortwörtlich. Das ist auch gut so. Ja, der koreanische Diktator, der isst halt gerne. Was will er sich denn gerne? Kleine Kinder. Kleine Kinder. Die du selber gezeugt hast. Schmecken mir am besten. Wenn man sich selber isst, quasi, seinen eigenen Kindern, lebt man länger, denkt er zumindest. Warte, was? Das ist ja abscheuliche Sachen, er von mir denkt. Redet. Das ist der Teil der Kurier. Ich bin fertig. Aha. Rassismus ist auch noch dabei wieder. Okay. Ich wollte nur Stadt starten. Aber Piefgen wird ihn vielleicht noch zur Besinnung bringen. Ich weiß es nicht. Scheiß. Vielleicht. Wie kann Jay eigentlich? Moment, in der Bett hat das gar nicht mehr so stark war. Ich kacke jetzt, weil ich komplett auf... Wie viel verdienst du pro Runde? Komplett auf... 132. Ich bin ja voll dabei am Schliessler, Alter. Peter, wie viel verdienst du pro Runde? Nicht mehr so viel, wahrscheinlich. 100 von mir gehen ja jede Runde an Jay. Ach, mittlerweile 100 sogar. Ach, Jay, du verdienst deshalb 100. Ich bin aber am Positiven im Moment. Ja. Ich gucke gerade und denke mir so, 116. Boah, Alter, bestimmt hänge ich voll nicht da her, aber gar nicht wahr. Werde ich voll gut am Start. Aber mir ist das mittlerweile ein bisschen problematischer geworden mit der Wirtschaftskraft. Ich baue ja seit 10 Runden nur eine. Äh, nicht so gut. Christian, was geht bei dir eigentlich so ab gerade? Gar nichts. Oh, krass. Also ich habe ein paar Barbaren platt gemacht. Jetzt wollte ich eigentlich nach unten, aber die Barbaren haben mir schon wieder so viel Schaden gemacht, dass meine Einheiten alle rot sind. Die Schweine. Weil hier ist jetzt wieder ein Barbarenlager. Schon wieder. Äh, ja. Meine Einheiten sind rot. Kann ich viel tun. Nächste Runde. Und dann lehne ich mich mal zurück und gucke mir das Spektakel hier mal an. Das Blöde ist ja, dass ich nicht mal zugucken kann, weil ich die Spacken hier nicht mal kenne. Ja. Aber Hafen kann ich auch nicht brauchen. Boah, ich habe die Stadt erobert! Habe ich noch nicht, äh... Oh Gott, das hat ja 100 Jahre gedauert, ey. Ist jetzt deine? Nee, die da oben. Die 12er Stadt von Grün. Warum hast du eigentlich so einen Mehrfrontenkrieg? Weil ich sowieso meine Einheiten hier oben hatte. Und stark. Oh, da habe ich noch mal eine. Warum bist du nicht da gelaufen? Nee, ich hatte mal... Ich habe die alle neu produziert hier. Der wird tatsächlich da gekämpft, wo ich glaube, mit all meinen Einheiten so einfach da vorbeispaziere. So, winken. Ihr macht das, Jungs! Viel Spaß und Erfolg! Mein Bildschirm ist ausgedeckt, möchte ich dir mal ganz kurz sagen. Ernsthaft? Ernsthaft. Ernsthaft. Oh ja. Und das Spiel hängt auch, oder? Ja, ich kann nicht auf nächste Runde klicken. Bram, dein Rechner ist ausgegangen. Nein, ich habe auch beim... Hast du die für dich aus den Ausknopf? Du hast vielleicht gerade auf den Schalter gedrückt, oder? Nein, hast du unten mit dem... Der ist auch noch an. Aber kennst du das Geräusch vielleicht? Nee, nee, nee. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann jetzt auch die Stadt nicht mehr behalten. Ja, hast du so deutlich erobert. Toll, Bram. Weißt du, 60 Minuten vor Ende macht er hier nochmal den Ausknopf. Bram, muss das denn jetzt sein? Jetzt, wo ich hier auch mal endlich zurückschlagen kann? Nee, der Knopf ist noch auf an. Also ich muss das Bram mal verteidigen. Ja, da kann man ja schnell an-aus-machen. Na, guck mal, das geht weiter. Na, endlich. Ja, irgendwer hat den Host übernommen. Stream 4. Nee. Oh, übernimmt jetzt nicht den CPU für eine Runde? Macht der dann nicht immer schon den Blut? Mit der Freundschaft, ja, die können alle schön zu Sepp jetzt laufen. Ich frag den mal. Den CPU. Ob der jetzt den Krieg machen kann. Das ist ein Gegenpresepp. Stream 3 ist das neue Host. Kam das Geräusch gerade echt aus deinem... Was ist das denn? Und du hast dich nicht mehr aufgehabt, das. Ach, ja. Ich muss dir mal jetzt ehrlich sagen, so cool die... Der kennt das Geräusch auch. So gut die Mikroqualität von diesen Dingern ist, da tun mir richtig die Ohren mal eine Wehvoll. Ja, finde ich auch. Na ja. So, nach einer Zeit. Geht aufs Öhrchen. Geht aufs Öhrchen, jo. Ja, vielleicht voll gut. Was mach ich denn jetzt? Das führt nicht zum Sieg hier. Was würde denn zum Sieg führen, Jay? Das sieht nicht gut aus, was er gerade da macht. Du musst eine Hauptstadt erobern, Jay. Ich krieg die Stadt nicht. Also guck dir mal, meine... Die krieg ich nicht mehr. Die ist sowieso nicht da. Alles ist voll. Aber ich hab das eine... Eine Stadt wenigstens gekriegt. Die nehm ich doch an. Was geht denn bei Jay da schon wieder? Was geht denn bei Jay da schon wieder? Ja, warte mal. Der CP übernimmt hier gerade, ne? Ach, hä? Nee, die ist schon lager. Jeder, bist du eigentlich China? Ich dachte, du wärst Holland. In Holland. Du brütterst hier Korea voll mit allem Scheiß. Er hat mir doch auch geholfen gegen Bram. Mit allem, was ich konnte. Gegen die Afrikaner. Die Afrikaner sind ein nettes Völkchen. Muss ich sagen. Aber die Holländer unterstützen doch nicht Korea. Klar, Mann. Ich bring Peter bei, wie gut man 500 Anschläge pro Minute man auf der Tastatur und Maus machen kann. Vor allen Dingen bei dem Spiel hier. Es macht dann nämlich richtig viel aus. Ja. Jetzt gerade warten wir wenigstens nicht auf mich. Gerne. Alle Ehre dem glorreichen koreanischen Führer Kim Jong-Jay. Vielen Dank, Blank. Du liest aber auch sehr selektiv. Das ist Propaganda. Das verbiete ich mir. Die Rothäute denunzieren das. Okay, der CPU wollte mir Nimmwegen nicht geben. Scheiße, ey. Ich krieg dich nicht auf den Sieg noch hochgehievt, ey. Jawohl, Nationalismus. Jetzt geht's hier richtig ab. Militärischer Notfall ausstehend. Oh Gott, jetzt geht's hier aber ab, ey. Warum? Jetzt kommt der Notfall. Ja, jetzt haben wir aber alles hier. Die Mitglieder des Notfalls müssen... Kurz auf mich wechseln, bitte. Okay, super. Ah, ich hab das jetzt auch. Okay, pass auf. Äh, Sif Stream 3, das ist Sepp, ist Vorreiter unter den Zivilisationen der Welt. Äh, Sepp hat aber nun Gong-Ju eingenommen. Der Erfolg von Sepp ist sehr besorgniserregend. Was? Die Mitglieder des Notfalls müssen bestimmte Städte von Sepp einnehmen. Ihr könnt an einem Notfall gegen dieses Ziel teilnehmen. Wer im Notfall teilnimmt, muss innerhalb von 20 Runden bestimmte Städte von Sepp einnehmen. Wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr belohnt. Solltet ihr keinen Erfolg haben, so wird das Ziel stärker werden. Ihr müsst diesen Notfall annehmen oder ablehnen. Ich esse erstmal ein Pick-up. Okay, dadurch haben... Was für Städte müssen wir... Dadurch haben Zieleinheiten ein bisschen weniger Power. Ihr kriegt 2000 Gold, wir teilen uns 2000 Gold. Wenn die Mitglieder erfolgen... Ja, was müssen wir denn einnehmen? Ja, genau, was müsst ihr denn einnehmen? Das würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Da müssen wir wahrscheinlich vorher einnehmen. Annehmen. Oh ne, jetzt ist leider nichts aufgeplöppt. Äh, jetzt ist mein Spiel weg, oder? Ja. Ich hab auch Neustarten. Jetzt fallen hier gerade alle Leute aus, ey. Ich hab auch Neustarten im Steam. Ja, annehmen, ey. So, Notfall. Und dann das Notfall. Auf Spielen drücken. Ah, da. Oh Gott. Und dann einfach Zäulen wieder. Ja, okay. Weil sonst will er nämlich irgendwie einen Patch installieren. Schade, aber hätte ich... Das hast du meine Vereinbarung abgelehnt. Da hätte ich gerade gewonnen. Ach, die war von dir. Ich dachte, die wäre noch vom NPC gewesen. Und ich wollte nicht irgendwas vom NPC annehmen. NPC fick dich immer. War nichts Persönliches, Bram. Sorry. Alles gut. Ach lol. Das macht ja keinen Sinn. Muss ich nochmal abbrechen. Erstmal Bernstein zockt, hab ich doch selber. Oder kriegst du mal, Bram. Nein, Trüffel. Trüffel gegen Gips. Also ist dein General eigentlich weg. Ja, ist nicht so schlimm. Hab andere Probleme. Gebe ich dir ehrlich deine scheiß offene Grenzen. Jawoll. Da steht dir. Ich darf noch spielen. Los, Korps. Räh. Ja. Viel Spaß noch. Das musst du ja gleich auch machen. Ja. Oh, oh. Oh, man muss aufs Spiel starten drücken. Hoppla. Kann das sein, dass das abgestürzt ist, weil gerade der Live-Patch aufgespielt wird. Das kann sein, ja. Der wollte gerade auch aktualisieren. Ah. Leute, Civ VI ist raus. Also Civ VI mit Rise and Fall. Warum schützt das dann bei mir nicht ab? Und das kommt wahrscheinlich jetzt sofort. Meine Mucke ist voll geil. Meiner auch. Ach, das ist das Intro. Kann ich jetzt eigentlich hier auch Wilhelmina auswählen? Ja. Weil Peter ist ja gar nicht tot. Mach das schnell. Los. Los. Wehen Holland aus. Ich bin schon jetzt schon wieder gejoyt. Ich hab Christian überholt, obwohl ich nach ihm rausgeflogen bin. Das ist schon langsam. Die Idee wird toll. Zack. Das wäre jetzt nochmal ein entscheidender Wechsel gewesen im Kampf um die Weltherrschaft. Ach, was. Na ja, Robert hat aber ganz schön krasse Nase, ey. Peter braucht noch 40 Punkte, ey. Das könnte gut für dich ausgehen. Wofür braucht 14, 40 Punkte? Für den Sieg. Du bist aktuell noch Erster, wa? Boah, komm. Nach dem ganzen Scheiß, ey. Ey, hier. Ich schenk dir nochmal. Wir machen mal ganz kurz einen. Dann kannst du jetzt mal ein Datter haben. Bringt das noch Punkte mehr? Naja, du kannst zumindest mehr Zeug bauen, wa? Ja, das stimmt. Was bist du denn für Verbündeter? Ich bin auch sein Verbündeter. Du bist doch sein Verbündeter. Ja. Deine Frechheit. Ja, komm. Könntest du auch noch haben. Ich glaube, jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Was habt ihr gemacht? Ja, hast du auch was gekriegt. Einfach ausmachen. Dankeschön, Dankeschön, Brom. Oh ja, für nice. Dankeschön. Dir noch mehr. Der NPC macht jetzt Sachen bei dir, ne? Ja, der hat ja bei mir auch gemacht. Die war voll gut. Bei mir hat er das auch gemacht. Bei mir war Kacke. Ja, ich weiß, was er bei mir macht. Will gar nicht wissen, was er bei mir jetzt macht. Friedensvortrag. Ja, wahrscheinlich. Oder so eine Scheiße. Wirst du das mal machen? Bei mir passiert halt gerade leider nichts. Wie schon raus? Frieden schließen. Wenn Jay bei mir auch Krieg erklären gedrückt hat. Ja, du hast noch was gekriegt. Alter! Ja, aber nur, wenn du keinen Frieden machst. Wieso warte ich denn jetzt noch fram? Warte. Sind ich fertig? Hast du jetzt gerade echt mit dem NPC Frieden geschlossen? Nein. Ich kann den jetzt machen mehr. Was soll ich machen? Taskmanager funktioniert nicht. Drück mal STRG und ESC. Das ist deine Antwort. STRG und ESC. Wir müssen eben kurz warten, bis der da ist, weil sonst mit dem Zöffel der Computer hat automatisch an. Ah, okay, dann mach ich das nicht. Also ich drück dich auf weiter. Verarscht. Läub. Dann bleib ich mal bei meinem... Aber wieso kann ich denn hier keine Bank bauen? Du weißt ja, ich kann überhaupt noch ein Bild. Ich glaube ich. Ne, Sepp. Ne, Sepp. Dann kannst du den Zug ja erstmal machen. Ich kann alles öffnen hier. Ich kann da nichts mehr schließen. Ja. Scheiße. Wo kann ich denn meine Bank bauen? Ja, Jay, das ist natürlich jetzt ätzend. Ich wüsste nicht, wie ich... Hast du da nicht dieses auf Desktop Ding gehen? Kannst du da ganz rechts unten in der Leiste? Noch viel weiter rechts. Drück mal Windows D. Das hat es gebracht. Okay, länger auf den Knopf drücken beim PC. Dann geht er aus. Ach so. Welche ist denn das? Moment, Scheiße. Ja, nimm den hier. Ja, nimm den hier. Dann streben wir jetzt aber dahin. Oh, dann kommt wieder ein Endergebnis. Ja, stimmt. Ja, 40 Punkte trennen uns noch. Eine Runde noch. Das ist der Falsche. Das ist mir das Rechner? Ja, das ist mein Rechner, Junge. Drück das, Alter, Jay. What the fuck? Der wollte gerade meinen ausmachen. Dann wäre ich eiskalt, hätte ich das Spiel gelieft, hätte Wilhelmina genommen, hätte mir ein Angebot gemacht, hätte ich mir wieder gezeugt und dann angenommen. Und dein Angebot hätte daraus bestanden, Eithofen wieder gehört. Nur Eithofen gezockt. Bist du in die Strecke? Überhaupt nicht. Der hat immer noch 30 Punkte Vorsprung. Der hat dafür eine Start gekriegt, Jay. Ja, stimmt. Jetzt ist die Verbindung getrennt von irgendwem noch. Ja, ja, das ist von Jay jetzt. Ach, das ist ihm jetzt auch gefallen. Aber Bram wartet gerade noch auf Jay. Ja, ich warte auch noch. Ja, damit der NPC jetzt nicht Frieden macht. Ja, okay. Genau. Oder irgendwas macht. Ja, aber dauert das Raumprogramm nicht auch nochmal 30 Stunden oder so? Dauert ewig. Ja, wenn wir das nochmal machen, dann spielen wir eine winzige Map. Ja, auf jeden Fall. Und dann spielen wir Pangea auch. Da gibt es kein Wasser, was uns trennt. Da gibt es auf die Fresse. Ja, echt mal. Das ist kein Deathmatch-Spiel, ja? Ja, doch. Doch, Peter. Das ist kein Holland-Spiel. Winzig ergibt auch Sinn. Ja, auf jeden Fall. Aber dann ergibt es auch Sinn, wenn wir alle Militärzivilisationen nehmen. Und Militär ist der einzige Sieg. Nein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Du brauchst für alles andere viel länger. Religion. Religion brauchst du auch viel länger dafür, glaube ich. Du kannst aber auch abseits vom Militär den Kultursieg erreichen. Jay, du bist wieder da? Ich lade gerade. Weil Militär zum Beispiel gewinnst du nur, indem du alle Hauptstädte hast. Wenn du jetzt aber, sagen wir, die Leute schaffen, ihre Hauptstädte zu verteidigen, aber du schaffst relativ viele Nebenstädte einzunehmen, kannst du trotzdem den Kultursieg gewinnen. Relativ schnell sogar. Wirklich? Ja, weil Kultur spreadet halt auch durch Krieg, wa? Okay. Muss dann halt aber trotzdem militärisch vorgehen. Ja, aber eigentlich muss man, glaube ich, in jeder Sith-Partie irgendwo militärisch vorgehen. Wenn ich ganz entspannt gegen die PCs spiele, dann muss ich das nicht. Ja, dann hast du aber auch irgendwann Militärinheiten. Ja, irgendwann hat man Militärinheiten, aber nur zur Absicherung bei dir einen Angreifen. So, ich bin jetzt wieder drin und kann jetzt warten auf Bram, steht bei mir drin. Okay, dann drück ich mal weiter. Hat der jetzt irgendwas gespielt bei mir? Nee, das läuft doch nicht. Doch, doch, das siehst du doch da oben. Da ist doch zum Beispiel ein Handelsvorschlag und so weiter. Civ hat die, Civ 3 hat die, wer ist die Civ 3 auch von euch? Ich? Sehr praktisch. Was hatten wir für Verhandlungen? Nix. Okay. Ja. Bitte warten. Ja. Bram hat weitergekommen. Ey, ich bin halt Douglas Seid, Alter, Douglas Seid, Alter, Douglas Seid, Alter. Meine Hochzeit war vorbei und jetzt ist alles schlickt. Wenigstens kann ich eine Stadt J abluxen, dann mach ich mich schon mal ein bisschen stolz. Das stimmt. Militärischer Notfall. Jetzt kriegst du auch einen. LOL. Gegen J und Peter. Du alleine, oder was? Ja. Was musst du machen? Und wieso hat der sich ausgelöst? Verteidige Gongju bis zum Ende des Notfalls. Ach nee, das ist wahrscheinlich die Benachrichtigung, dass ihr gegen mich das macht, ne? Jetzt ist er wenigstens, was wir einnehmen müssen. Aha. Gongju? Ja. Das ist die, die ich J abgetreten habe. Den Gongju vom Ende des Zuges ein. Die ich J geklaut habe. Okay. Alter, da sind halt tausend Städte zwischen. Okay. Das ist ein komplett verarschendes Spiel. Brams-Kack-Einheiten stehen mir überall im Weg gerade. Das ist ein bisschen nervig. Ich misch mich ein. Du misch dich auch ein. Ja. Ich finde das voll geil von Peter. Komm auf den Handelsweg, weißt du, so LKWs angefahren. Bei mir rennt so ein Kamel da rup. Geil. Schon stylisch. Die Schotten haben irgendwann den Anschluss verpasst. Oh, Ramm ist da. So im Mittelalter. Aber haben die ja... Nee, haben die. Doch. Ja, der fliegt, ey. So. Da müsstest du dir jetzt was einfallen lassen. Das sind jetzt noch 31 Punkte. Das ist 0 Uhr jetzt. Das ist 0 Uhr jetzt. Da müssen wir auch fair sein. Ja, richtig. Und nicht einfach doch sagen, okay, wir machen jetzt doch, bis der Alkohol ist. Alter, ich bin J begegnet. Ja, hi. Hey. Kennen wir uns auch nochmal bis zum Ende des Streams. Zack. Abkommen aus. Ich hab Christian, glaube ich, bis zum Ende nicht gesehen. Überraschungskrieg erklären. Zack. Hier. Ja? Habt ihr schon den Krieg erklärt? Ja, ist egal. Ich hab dir Salz überreicht. Jawoll! Am Ende des Spiels noch. Geil. Ja, aber dann, Sepp, geht's hit. Ja, Sebastian hat gewonnen. Nach Punkten und Zeit. Wir haben uns natürlich erhofft, dass die Karte kleiner ist. Aber selbst klein ist immer noch sehr, sehr groß. Haben wir da letztens mal auch aufklein gespielt? Ey, für euch mal zur Info. Mitunter die meisten Punkte, ja, bringt Größe. Wie größer? Aber ich bin auch nie nach klein. Fläche, die du eingenommen hast. Nee, Quatsch, du hast die meiste. Also auch nach den Punkten gereicht. Was siehst du das denn? Also Jay ist ja viel größer als Bram. Äh, als, als, äh, Sepp. Jay hat die meiste Fläche von allen. Das glaub ich auch. Also ich seh ja alle. Ja, aber Jay ist doch Sif Stream 1, oder? Der hat auch die meisten Punkte in dem Geld. Ja, aber Sepp hat die meisten in den Stift eingenommen, oder nicht? Wo steht das denn? Jay hat doch auch die meisten Punkte in dem Geld. Ist das schon rausgegangen, oder? Im Spiel. Wo denn? Unter Punkte. Unter Punkte. Guck mal, gehen wir mal da drauf. Ah, Details anzeigen? Ja. Ah. Da kannst du sehen, wann auch Jay hat die meisten Punkte im Reich. Genau. So, wo hab ich irgendwie viele? Ja. Zeitalter Wunder. Durchaus. Wo hat Sepp denn die Punkte geholt? Ja, kannst du ja sehen da. Die Wunder sind, glaube ich, ziemlich stark bei Sepp, kann das sein? Ja, bei Peter auch. Ja, bei Peter auch, ja. Ein bisschen Religion hab ich, aber... Ja, Religion hat so ein bisschen Unterschied gemacht. Ja gut, aber da macht er ja genau das. Das ist halt dann der entscheidende Punkteunterschied jetzt hier in den letzten Minuten. Ja. Das heißt... Ein bisschen auf alles, so ein bisschen. Die Reichpunktzahl steigt dann halt dadurch, wenn du halt Städte einnimmst oder verlierst. Und dadurch sinkt die dann halt wieder. Aber ansonsten machen noch super viele andere Sachen was aus. Ich geh auch davon aus, dass das Einnehmen ist. Ja, oder halt auch Fläche. Ja, ja. Also dadurch wär's ja mit Einnehmen auch abgegolten, sozusagen. Ja, aber ich frag mich zum Beispiel gerade... Moment, wie viele Reichpunkte hab ich? Das guck ich jetzt am Ende noch einmal, ganz kurz. Du? Aber jetzt 153. Mal ein Feld gekauft. Ist das 154? Nein, vielleicht brauch ich jetzt eine Runde. Meinst du, das sind die einzelnen Felder, die einfach zusammengerechnet sind, oder was? Ja, das kann sein. Das wär zumindest irgendwie logisch. Das wär vielleicht logisch, ja, aber wir kommen nicht in die nächste Runde, um da zu gucken. Da könnt ihr alle kurz Enter drücken. Ich warte auf Ziv. Ich glaub, da muss mega viel klicken noch. Auf Jay und Peter warte ich. Sonst haltet mal Enter. Ah, der hat geklappt. Ja, ich muss die Sachen ausruhen lassen, aber kann ich kurz machen. Aber ich warte jetzt. Wenn der Enter hältst, müsst ihr das auch automatisch machen. Zum Beispiel bei Ziv 5, wenn du Enter gehalten hast, hat er die Runde... Deswegen mögen die Leute es dafür. Gibt auch Schlimmer noch. Oder nicht? Jay nicht? Halte nicht einmal drauf. Ich hab in den Optionen länger aufgestellt. Wenn dann, wer weiß. Ja, ich mach eben kurz noch ein paar Truppen von Sepp weg. Dann sind die Punkte gleich weg. Dann hat sie jetzt ja eh nichts mehr. Ey, ich hab so viele Einheiten von Sepp gekillt. Das ist unglaublich. Ja, aber guck mal, er hat auf Enter gedrückt. Ja, genau, es ist... Nein, er hat aber was übersehen. Ja, aber gucken wir mal. Aber Sepp hat trotzdem nicht relevant an Einheiten verloren im Militär. Seine Militärstärke ist quasi nie gesunken. Ihr habt euch immer gegenseitig nur aufgerieben. Genau, wir haben uns nur aufgerieben. Wir sind nicht größer geworden in dem Sinne. Oder einer kleiner. Oder einer kleiner, genau. Aber für Militär kriegst du halt gar keine Punkte, glaube ich, oder? Nee, für Einheiten kriegst du keine Punkte. Nur für eroberte Länder quasi. Für Reich. Ja, du musst halt wirklich... Ich muss in den Einheiten auch was machen. So, nächste Runde. Ja, 154 hab ich jetzt. Ja? Vorher hattest du 153. Ich hab ein Feld gekauft, ein Geländefeld einfach. Ja, genau. Das ist ein Geländefeld. Ich hab immer gewusst, ich hab dir noch mein Geld in Geländefelder gesteckt. Statt in jail, wa? Nein. Nein, nein, nein. Ey, komm mal. Allianz ist Allianz. Das hast du geschafft. Ja, das wäre ja kein Betraying gewesen. Aber wenn du einfach im Laufe der Spielzeit 30 Felder gekauft hättest, hättest du gewonnen. Das weiß ich jetzt für nächstes Mal. Ja. Musst du alles bedenken hier bei Civilization. Weißt du, wie immer Leute da gehen? Intrigen, Arschlochtum. Was? Arschlochtum? Alles dabei gewesen. Alles dabei. Gibt's denn das bitte? Ja, Brammer. Aber was willst du nicht wissen? Ja, das sehe ich auch so. Ja, damit sind wir jetzt durch für heute Abend. Wer ist gerade drauf? Äh, ich. Weiß ich nicht. Okay. Ja, damit sind wir durch für heute, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Und ja, nochmal Glückwunsch an den Indianer, ja. Hast dich sehr gut geschlagen. Seine Musik läuft gerade bei mir auch passenderweise. Echt? Ja, genau. War echt stark. Er hat echt super viel Spaß gemacht. Das Add-on hat an den richtigen Stellen angeknüpft, meiner Meinung nach. Ja, ich muss da noch ein paar Mal spielen, um da wirklich hinterzusteigen. Tatsächlich, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, der Notfall ist halt echt krass noch. Dieses Loyalitätssystem hat mich richtig gebumst beeindruckt. Das Loyalitätssystem. Genau, die Frage ist halt, wie es jetzt bei, das sieht man jetzt beispielsweise auch nicht mehr, wie es jetzt mit Gong-Chu weitergeht und der Loyalität. Wobei die bei Sepp irgendwie am steigen ist. Aber ich weiß das nicht. Ja, Sepp steigt. Bei Nimeeren zum Beispiel kann ich das nur halten, weil Peters Einfluss zu gering ist. Ich habe aber selbst keinen. Ja, aber guck mal, da habe ich halt auch gar keinen Bezug zu nehmen wegen. Also da ist bei mir ja gar nichts dahin. Ich habe da eine Stadt zwischen, die nächste von mir ist voll weitergegangen. Und geht Peter mit den Städten um die jetzt zurückerobert. Ja, vielen Dank nochmal auch an 2K, dass sie uns erstmal hier in ihre heiligen deutschen Hallen gehalten haben, sozusagen. Vielen Dank an die wunderbare Regie, die uns hier tatkräftig unterstützt hat. Ja, muss echt sagen, wir waren echt vorher ein bisschen skeptisch, was so Ton angeht und so weiter. Weil das kennen wir, wenn das halt so bei Event-Streams und so weiter ist. Da ist manchmal Tonproblematik da. War irgendwie bis auf den verzögerten Start quasi gar nicht vorhanden. Deswegen echt Props daran, ja, an die Regie. Das gibt es selten tatsächlich, ja, das stimmt. Und ja, hat echt Spaß gemacht. Und wahrscheinlich sehen wir uns bei einer weiteren... Wir sehen uns Freitag. Das ist der nächste Stream, da sehen wir uns wieder. Ja, habe ich gehört, aber ich weiß auch nicht, wer uns das... Habe ich auch gehört. Vielleicht ist der nächste auch morgen. Das kann auch sein. Ist er das? Oder erst nächste Woche. Könnte sein. Vielleicht ist mal ein Kanal auch da. Ich glaube, der nächste ist morgen. Der nächste ist morgen schon. Ich glaube es zumindest. Ich weiß es nicht. Cool, krass. Niemand weiß das. Da weiß niemand. Vielen Dank fürs Zusehen. Aber ich würde morgen mal reißen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.